So, hallo Chat. Wir haben gerade noch ein ganz, ganz kleines bisschen über, ich sag mal, Shadowrun-Hintergrund-Dinge gefachsimpelt. Und nicht, dass wir da gerne mal ein bisschen thematisch drin versinken, aber wir versinken da gerne mal thematisch ein bisschen drin. Und dann, ja, dementsprechend schön, dass ihr da seid und es geht auch gleich los. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 70 Monate. Geto Koala. Nein. Aber das waren doch jetzt nur Schnappes Zahlen. 77 und 33. Aber das ist okay. Ja, raus. 77 ist eine doppelte Glückszahl. Nein. Thrawn darf seine 35 haben. Das ist in Ordnung. Guy Frostframe. Grüß dich. Na. Moin. So. So. Jetzt trinken wir noch einen Schluck. Und dann sprechen wir mal darüber, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind und wie wir das nächste Mal weiter... Was? Wieso? Achso. Twitter. Danke. Kauft man den Crater? Ja, so kann man auch Geld verdienen. Das stimmt. Es war am Anfang nur die Milz. Jetzt ist es, glaube ich, schon die Leber, eine Niere und ein Lungenflügel. Oder was gehört mir dazu, Thomas? Wir können ja mal irgendwie so einen Körperplan aufstellen. Gekaufte Organe. Und dann stecke ich so Pins in die Teile des Körpers, wer wo Anteile am Creator hat. Du musst gerade eher an die Band denken. Ich auch. Ich habe auch gedacht, was hat Creator jetzt damit zu tun? Ja. Was hat Creator jetzt zu tun? Ich habe da einen Vertrag gemacht. Die Jungs haben einen kleinen Deal gemacht. Die brauchen Hilfe. Jetzt dann die Teile der Band verkaufen. Ich kann empfehlen, bei einer Rockband kauft nicht die Leber, die ist meistens abgenutzt. Ich habe jetzt keine Leber, weiß ich auch nicht. Ich würde deine Augen nehmen. Du brauchst keine Brille. Noch eine. Also, Moment. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich würde wahrscheinlich durchaus eine Brille bekommen, wenn ich zu einem Augenarzt gehen würde. Okay. Dann nehme ich deinen Bart. Schnipp, schnapp. Her damit. Moment. Dann lieber die Augen. Ne, Moment. Das ist eigentlich die Beideskacke. Ja. Dem ich unterliege. Dr. Bilber Shadowrun Style. Auch. Apropos Dr. Bilber. Bilbern wir mal ein bisschen. Spieler. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Wer möchte? Ich hätte jetzt gerne eher ein anderes Thema vorgeschlagen. Wer hat was zu trinken? Wer hat was zu trinken? Du meinst, was hier steht, oder? Ja. Ich kann dienen mit Kaffee, so wie immer. Und einem Fitzelschluck Eistee. Ja. Zitrone. Zitrone versteht sich, weil Pfirsich einfach ätzend ist. Copy and paste. Jans Antwort bitte für mich. I have water. Es gibt hier Pfirsich-Menschen. Ich hasse Pfirsich-Menschen. Also, wenn ich Eistee trinke, täte ich Eistee Pfirsich trinken. Ich habe leider keinen da. Aber seitdem ich das weiß, werde ich in Zukunft sicherstellen, welchen da zu haben. Nein, Eistee, Zitrone. Pfirsich ist nicht mehr so wie früher immer. Das ist es. Charlene, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir wissen das selbst nicht ganz so genau. Also, ich habe vorhin geschlafen und ich habe koffeinhaltige Süßgetränke hier. Dr. Pepper, nice. Teile von Koalas Antwort würden nicht nur uns, sondern auch euch irritieren. Ein Kirschschmied und Pfirsich. Vor allem, hast du uns endlich gesponsert? Nein, leider immer noch nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie ich hier mit so einer Pulle Kirschschmied und so einem Steak in der Hand sitze. Aber das ist total krass, oder? Das wäre recht geil gewesen. Was krass. Es gibt total viele Pfirsich-Enthusiasten. Immer wenn ich sage, Zitroneneistee ist besser als Pfirsich, kriege ich immer Gegenwind. Ganz oft. Ja, du wirst auch, das ist auch wie Pizza Hawaii. Sobald du das sagst, wirst du mindestens einen geben. Ja, da ist er. Pizza Hawaii. Wo sitzt du? Neben mir. Achso, stimmt. Muss einfach nur so machen. Pizza Hawaii. Also, ich bleibe dabei weg. Ich sitze hinter dir. Wenn Pizza Hawaii mag, der beißt auch kleine Baby rum. Nee, ich meine dabei auch Koala, der hat sich auch gemeldet. Achso, Koala ist da. Ja, ich bin irritiert, weil das hier so spiegelverkehrt ist. Also, im Discord ist Jan direkt über mir und Marie ist da drüben. Achso, wir reden von Discord. Ich dachte, wir reden von Wohnsitz. Aber Thomas hat uns ja wieder komplett anders eingefügt. Da ist Marie in linker Hand vor mir. Nee, jetzt hast du gerade auf C-Fallon gezeigt. Dir geht es genauso wie mir, ne? Dir geht es genauso wie mir. Du musst einfach immer alles anders machen. Dieses Rechts-Links-Ding ist auch nicht so eure Sache, oder? Da seid ihr noch neu bei, ne? Vollkommen überholt. Vollkommen überholt. Also, ich hab hier die Männer-Ecke bei mir hier. Ich find auch Konzepte wie rechts und links sind noch total 1990. Wir sollten das umbenennen in da und das andere da. Ja. Das ist zu viel rechts, das ist mir schon wieder zu viel links. Nee, entweder da oder da. So. Eher da der. Jetzt habt ihr erfolgreich eure Ausweich-Strategie. einmal durchgeführt, aber ich möchte uns wieder auf den rechten Weg zurück. Das ist jetzt Fluchtechnik. Der rechte Weg. Wo so? Gibt es Bonus-Karma für einen guten Move oder so grad? Nein. Ähm. Wir machen das mal anders. Chat, von wem möchtet ihr ein Recap hören? Nein, ich bin dafür. Chat, mach doch mal ne Zusammenfassung. Wer hat denn hier letztes Mal aufmerksam zugeguckt? Genau. Jetzt bringt ihr den Chat gegen euch auf. Das ist keine gute Idee. Okay. Die Katen-Spielleiter funktioniert nicht. Führe sie auf den rechten. Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen können, Thomas? Wenn wir sowieso immer noch so ein bisschen labern am Anfang, können wir ganz am Anfang so ne Umfrage schalten und dann machen wir das immer so. Immer mit der Umfrage. Das wäre ne Option. Ja. Oder? Ich hatte ja mal als Ziel ausgegeben, dass wir, sag ich mal, bis 17 Uhr Luft haben und ab 17 Uhr wird dann gespielt. Ja. Und darum passt das da gut mit rein. Ja. Guck mal, die wollen alle von Thomas. Die wollen alle von Thomas. Ich find das auch gut, wenn der Spieler da das macht. Find ich auch gut. Ja, ich auch. Der kann das eh am besten. Aber mit allen Details. Wirst du vergessen, ne? Ich hab gedacht, wir wollten 17 Uhr anfangen. Und ich... Jedes fehlende Detail, ein Karma. Alle wollen das. Und wer will das genau, wenn ich da reinguck? Charlene und zwei Spieler, die ihr einfach zugestimmt haben. Die anderen sitzen nickend vor ihren Endgeräten. Das ist so ein, alle sagen das Ding bestimmt. Ja. Diese Argumentation hab ich früher in der Schule auch versucht. Das hat nicht so gut geklappt, ehrlich gesagt. Ja, wir sind jetzt ja auch nicht bei der Schule. Das ist jetzt die Chance. Das ist jetzt die Schule des Lebens. Ja. Ja, ich weiß, die Straße war deine Schule und so. Alles klar. Ich kenn die ganzen Sprüche. Ghetto und so. Ja. Hm. Ich hab ja was mitgeschrieben, aber du kennst meine Mitschriften, ne? Dann hab ich da trotzdem wieder irgendwas durcheinander gehauen. Und dann musst du wieder gerade ziehen und dann äh, und dann sowieso korrigieren. Und dann fangen wir halt nicht vor 18 Uhr an. Stimmt. Darum machen wir das einfach. Genau. Ich bin auch für den Chat, weil im Chat, ich nehm jetzt mal eure Logik. Alle sagen das im Chat. Aino darf. Da kommt jetzt aber noch ein TK rein, ne? Tja. Frost. Aino, du hast doch noch was im Ofen, oder? Oh, der Joke war böse. Ich wollt grad aus der Hüfte sagen, nee, die hat schon ein Kind, aber... Ja, so auf den Run bezogen ist jetzt ja nicht so viel passiert. Aino, ich glaub, ich hör sie schreien hinten. Wir müssen mal kurz weggucken, was mit dir los ist. Weißt du Dinge, die ich nicht weiß, Koala? Koala hat sich zogen. So, Jan wollte, wollte, äh, so, Jan wollte. Ich wollt einfach nur die, ich wollt einfach nur mal das Eis brechen. Ja, wollt ich gar nicht tun. Stimmt, wir haben erst mal viel mit, wir lernen den Johnson kennen. Das ist wichtig. Und das war im Underground. Genau, das war eine, äh, kleine, schlichte und unauffällige Lokalität, die einen auch gar nicht so interessanten Besitzer hat. Genau, den Vincent King, der ist der Besitzer des Underground. Und der, äh, wenn ich mich recht entsonder, hat so ziemlich von dem Blackout im Gegensatz zu ganz vielen anderen profitiert. Es macht den Anschein, ja. Ja. Weil, ich, ich hatte ja, und das wiederhole ich auch gerne nochmal, weil es durchaus auch relevant werden kann vielleicht. Äh, letztes Mal gesagt, niemand weiß, was der vor Blackout gemacht hat. Da hatte den keiner auf dem Schirm. Und nach dem Blackout hat der Kerl sich auf einmal ein kleines Straßenimperium aus dem Nichts aufgebaut. Ja. Und er wirkt sehr freundlich und ist gut aussehend. Ja, gesund, fit und gepflegt. Hat keinen Standard-Cyberware. Der hat, das stimmt, ne, der hat ja absolute, äh, äh, ne, keine Delta-Wear. Oder was anderes. Also du hast keine Cyberware gesehen? Ja, besser als Straßensamurai. Ja. Doch, du hattest, glaub ich, ein bisschen, entweder hattest du ein bisschen Cyberware gesehen, oder du hattest nicht gut genug gewürfelt für die Cyberware. Aber das war's. Ich hab, glaub ich, ganz gut gewürfelt. Ihr hattet aber auf jeden Fall auch, ich hatte ja gesagt, der trägt definitiv einen handgefertigten Maßanzug und, und, und. Der scheint auch ein bisschen Geld zu haben. Ja. Hat eisgekühlte Flüssigkeit, ich glaube, Wodka getrunken. Hm? Was schreib ich mir denn alles auf? Das stimmt mit mir nicht. Du mochtest ihn vielleicht. Er war auch sehr charmant. Ich hab immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mit so einer Info was anfangen kann. Irgendwann kommt der Tag. Ich bringe ihm eine Flasche Wodka vorbei. Vor einem Jahr, um 18.17 Uhr, im Stream, hast du gesagt. Ja. Auf jeden Fall habt ihr dort ja im Underground den Johnson getroffen. Habt dort Daten und Informationen für einen Run bekommen. Und habt somit quasi die Möglichkeit, einfach mal wieder klassisch als Runner gutes, altes, hartes Geld zu verdienen. Nuyen zu machen und die Konten aufzufüllen. Und ihr habt ihn dir ja auch angenommen. Ich hab noch gefragt. Wer kann bei 50.000 Yen pro Kopf schon Nein sagen? Also. Ja, ich mag. Würde ich auch nicht, aber das hat er euch nicht angeboten. Kommt. Aber ich kann dich verstehen. Ich würde... Obwohl, Moment, Jan. Würdest du, du als erfahrener Spieler... Als kommst du so. Wenn dir ein Johnson auf einmal 50 K für einen ganz einfachen Diebstahl bietet, da wirst du nicht nervös. Kommt drauf an, welchen Charakter ich spiele. So. Gute Antwort. Definitiv gute Antwort. Ich hab hier noch eine Info, mit der ich nichts anfangen kann. Ähm. Astral... Ja, du hast... Das ist die Information, die du hast. Wenn du da mehr drüber wissen möchtest... Ach, das ist mir neben der Wahrnehmungsprobe aufgefallen, weil dein Nasen-Tattoo... Ah, okay. Meine Tattoos, die ich jetzt an den Ohren und an der Nase habe, haben eine astrale Aktivität. Ja. Wenn du da mehr drüber wissen möchtest, hast du zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du würfelst auf Magie-Theorie. Nummer zwei, du fragst Rack. Ey, können wir nicht den Sechser-Erfolg von vorhin dafür nehmen? Nein. Ich hab jetzt kurz drüber nachgedacht und meint. Du bist ganz schön zäh heute, Thomas. Thomas, du bist heute ganz schön zäh. Okay. Ich bin alt, das muss so. Puala wird grad zäh. Der ist bald auch so. Ähm. Fick dich. Thomas, wirst du mir mal den Gefallen und blendest du mal das Bild von der Mine ein? Die Mine! Eine Mine! Eine Mine! Eine Mine! Eine Mine! Ich will aber keinen Balrog oder so sehen. Du wirst ihn nicht sehen, du wirst ihn spüren. Da haben wir die Mine und... Da haben wir das Bild der Mine im Stream. Genau. Gerne. Das Ganze ist ja eine Unterwasserminenanlage eines lokalen, nicht allzu großen Minenunternehmens. Und die nennen sich Mine Rakao South America. Und die Anlage selber ist halt ein Mining Ground, schrägstrich archäologische Untersuchungsumgebung. Die haben aber die exklusiven Arbeitsrechte dort und soweit ihr gesagt bekommen habt, rausbekommen habt bis jetzt, finden sämtliche Schürfarbeiten größtenteils automatisiert mit Drohnen unter Wasser in diesem doch merkwürdig kreisförmigen See, in dem anscheinend riesige Steininstallationen sind, statt. Und unser Job ist es, von diesem Gelände einen Transporter zu stellen. Ein Ford Bison Top 3, geländetauglich, hat eine Transportfläche und den ungefähr drei Stunden entfernt an einen Standort zu bringen. Das ist so, ich sag mal, eine Art Unimug, wenn man so will. Also ein einfacher, kruder, geländetauglicher Transporter, der auch in schwierigen Wetterbedingungen in sowas wie Tundra oder Dschungel oder wo du halt was Robustes, Verlässliches brauchst, was auch seine Meilen macht, sehr gerne eingesetzt wird. Was also ein globales Modell ist, das kennt man. Ford Bison hat man schon von gehört, hat man Werbung von gesehen. Das Modell sagt eurem Rigger was. Das hat auch Dacus schon mal gefahren, die Karre. Das ist ein absolut typisches Gerät. Den gibt es halt in verschiedenen Aufbauvariationen und die werden sehr gerne für sowas benutzt. Und die benutzen hier halt Transportmodelle. Das heißt, du hast einfach einen Unimug mit Geländereifen, Motor, Ladefläche und die ist verschlossen. Also da ist ein Kleinkontainer-System drauf und da werden halt die Transportmodule reingepackt für das Schürfgut. Das Ding wird verriegelt und dann kannst du damit losfahren. Ich wollte gerade schon sagen, weil es geht uns nicht um das Auto an und für sich, sondern um das Schürfgut. Also das, was transportiert wird. Ihr habt ja ein Zeitfenster und eine spezifische Vorgabe bekommen, welchen Transporter ihr klauen sollt. Genau. Wir müssen oder sollen zwischen dem 14. und 16.2. das Ganze entwenden. Nicht vor dem 13.2. auf jeden Fall. Und genau, das ist eine Unterwasserbeminenanlage. Und Teile des Ärzts, also es ist ja nicht nur Standard-Schürfgut, sondern Teile dieses Ärzts weisen eben Arcane-Manna-Spuren auf. Ja. Und werden da zu, oder aktuell zumindest, nach unserem Kenntnisstand, zu Studienzwecken benutzt. Der Chef ist auch ein Magier und wird halt bewacht durch ehemalige Soldaten, Söldner. Der Sicherheitschef. Ja. Das ist aber nicht direkt mein Sicherheitschef. Ja. Nicht der Chef der Anlage an sich. Genau. Es ist keine 10 Minuten oder keine 10 Autominuten entfernt von der Grenze. Genau. Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz drauf eingehen. Das sieht man ja hier im Stream. Seht ihr ja quasi die Anlage. Und hier sind ja diese zwei Türme. Dann gibt es hier diese Pumpinstallation, die nach oben in die Hügel hinter der Mine führen. Und dann gibt es hier dieses kleine Häuschen. So. Da sind jetzt zwei Sachen dran wichtig. Zum einen ist es so, dass die Straßen, die nicht zu dem Gelände der Mine gehören, hier hinter diesem kleinen Häuschen langführen. Hier gibt es ja auch noch so ein paar Gebäude, wo dann wahrscheinlich ein paar Arbeiter schlafen. So kleine sieht man da ja. Wenn man hier guckt, die Farbtupfer. Dementsprechend groß ist die gesamte Anlage auch. Das ist also wirklich eine sehr große Minenanlage. Und hier hinter diesem Häuschen gibt es dann halt umzäunte und gesicherte Kontrollstationen und Eingangsbereiche etc. Und da gibt es eine große Straße, eine zwei-, dreispurige Straße. Und Straße bedeutet in dem Fall ein bisschen besser plattgewalzter Sandweg. Weil das ist halt nicht Stadt. Das heißt, die haben da jetzt nicht... Das ist sozusagen wie im Dschungel, ne? Genau, richtig. Hier ist jetzt halt mehr viel Grasland. Aber wie ihr seht, sind hier halt auch große Urwaldriesen. Alles ist bewachsen. Und ich sag mal offscreen jetzt in Richtung Stadt. Also von meinem Blickwinkel aus nach unten, respektiv nach rechts raus, wäre dann wirklich Dschungel. So. Und die Straße, die hinter diesem kleinen Häuschen hier oben lang führt, die führt einmal in den Dschungel und damit in Richtung Stadt. Also sozusagen nach rechts raus. Und nach links runter geht die Straße weiter. Und da würde die Straße quasi zur Grenze der Stadt führen, beziehungsweise zum Grenzgebiet zwischen Metropolie und Amazonien. Das heißt, keine zehn Autominuten, vielleicht die Straße runter ein bisschen mehr Fußminuten, befindet sich wahrscheinlich eine Grenzanlage, die entsprechend auch von Grenzeinheiten gesichert ist, die gefestigt ist, wo es Truppen gibt etc., wo Drohnen patrouillieren, dies, das. Wie groß ihr jetzt die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass wenn es offensichtlich einen Sicherheitsalarm in dieser Minenanlage gibt, die Grenzer sich denken, das ist so ziemlich dicht an unserer Grenze, da gucken wir mal nach. Das bleibt natürlich euch überlassen. Und was ihr auch bedenken solltet, sind diese Pumprohre. Die gehören zur Mine und die führen hier oben auf den Hügel. Was da ist, die Info habt ihr so noch nicht. Und dann gab es doch noch irgendwas mit Einwohnern, oder? Die ja auch verdrängt wurden. Kleine Siedlungen in der Nähe, so kleine Dörfer, sag ich mal, wo dann eventuell auch man sich vorstellen kann, dass Leute, die in der Minenanlage arbeiten, dort auch wohnen. Ihr habt ja trotz der Tatsache, dass der gesamte Schürfprozess oder der absolute Großteil des Schürfprozesses, also ich formuliere es mal so rum, von Drohnen durchgeführt wird und auch die Sicherheit sich bis zu einem gewissen Grad auf Drohnen und automatisierte Prozesse verlässt, habt ihr hier trotzdem menschliche Mitarbeiter, Techniker, Servicekräfte, einfache Arbeiter, Hiwi-Job-Tätigkeiten, Fahrer, dies, das, die müssen ja auch irgendwo herkommen und irgendwo leben und, und. Sicherheitsleute. Ja, und so einen wirklichen Plan haben wir bis jetzt nicht, außer, dass wir erstmal sichten wollten, ne? Ihr hattet euch, Die Anlage, So weit greift ihr die Lauer, Ihr habt nach dem Gespräch im Underground, hattet ihr euch in, ich glaube, ich hatte die Meetup genannt, so eine Art Business, 24-Hour, Restaurantkette will ich es jetzt mal beschönigen, wo es halt kleine Besprechungssäle gibt, wo dann vorne Vending Machines stehen, wo man sich halt essen und trinken und so ziehen kann und wenn man mal spontan ein Geschäftsmeeting durchführen will und nicht in der Nähe von seinem Büro ist, kann man sich da quasi an einem automatisierten Counter einen Raum mieten und dann gehst du da rein und dann hast du da einen Tisch mit ich sag mal 4 bis 20 Stühlen, je nachdem was du mietest und da kannst du dann halt eine Besprechung in einem sehr einfachen, standardisierten Besprechungsraum durchführen, hast aber einen geschlossenen Raum mit einer Tür davor und sowas hattet ihr euch ja angemietet und habt gesagt, da setzen wir uns erstmal rein, essen noch was, trinken noch was und reden über das, was wir haben und genau da setzen wir auch ein, genau da machen wir weiter. Ihr seid also quasi gerade aus dem Underground raus und habt euch vor einer halben, dreiviertel Stunde dahin gesetzt, vielleicht vor einer Stunde, habt die ersten ein, zwei Begrifflichkeiten gegoogelt, die Unterlagen auf den Tisch gelegt, habt ihr einen Schluck getrunken und seid quasi gerade da dran zu verstehen, was für einen Auftrag ihr da jetzt habt und was für eine Tragweite der hat und ja, das ist auch die Situation, in die wir jetzt reinspringen. Das heißt, ihr seid da im Meetups, ihr habt eure Kabine gemietet, Tür ist zu, ihr habt euch aus den Automaten ein paar Snacks, was auch immer ihr wolltet, ein paar Flaschen Wasser gezogen und seid jetzt in dem Raum mit, ich sag mal, einem Tisch, acht Stühlen, da ist ein Tridio Display an der Wand, theoretisch wäre dort auch ein Meetingraum, Comlink auf dem Tisch und das ist super generische Ikea Einrichtung, Plastikverkleidete Wände, zwei Plastikpalmen und ein 0815 Print von der Skyline von Metropolay an der einen Wand, so simpel wie es nur geht, aber ihr habt einen Raum, wo ihr euch hinsetzen könnt, die Möbel sind soweit tauglich, dass sie auch einen Troll tragen können, also das sind verstärkte Studie, die da einfach standen und nicht sich drin stehen, das heißt, ihr könnt euch da reinsetzen, könnt schnacken, etc. Also, ihr Denker, ne, machen wir das nicht jetzt. Ich lag vor, wir beide gehen in den Dschungel und kundschaften das Gelände aus der Richtung aus, vor allem, weil ich gerne wissen möchte, wie der Sicherheitschef aufgestellt ist. Warst du schon mal im Dschungel? Nö. Nö. Aber ich hab dich, deswegen nehme ich dich ja mit, weil du warst ja schon im Dschungel. Okay. Siehst du Probleme? Ich schlafe sehr viel auf dem Wasser, Wasser, Dschungel, where's the difference? Ich Probleme da sehe, im Dschungel? Äh, puh, wo soll ich anfangen? Ähm, welches Problem im Dschungel siehst du denn nicht? Was soll ich dir jetzt aufzählen, wenn ich ein Stadtkind bin? Naja, vielleicht hast du das ja auch schon mal im Tredeo gesehen, im Endeffekt gibt es da nichts, was ich nicht automatisch töten möchte. Ja, okay. Naja, Dschungelgebiete um solche Anlagen sind gar nicht so anders als die Stadt. Du hast da auch, auch Gangs, das sind dann halt Kriter, die wollen dich töten. Du bist Nahrung, wenn du im Dschungel bist. Du hast Pflanzen, die wollen dich töten, wenn du im Dschungel bist. Du hast sicherlich hier und da vielleicht eine kleine Kamera oder so, oder auch Sicherheitsvorkehrungen von dieser Mine. Die sind ja auch nicht ganz doof. Auf die muss man auch aufpassen. Und wenn alles ganz schlimm kommt, dann haben die nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen von der Anlage, sondern vielleicht auch das, was ich vorher gesagt habe, für sich. Also, ich passe auf Siri auf, das ist kein Problem, aber wenn sie auf den falschen Stock dort tritt, dann haben wir ein Problem. das will ich nur mal so, ja. Du meinst, wenn der Stock kein Stock ist, sondern etwas anderes. Ja, deswegen bin ich auch gerne mit dabei. Im Dschungel gibt es auch Stöcker, die gefährlich sind, glaub mal. Hast du schon mal was von Blutbäumen gehört? Hast du nicht, ne? Hört sich genauso groß an, wie es ist. Thomas, soll ich einen Erinnerungswurf machen, ob ich schon mal was von Blutbäumen gehört habe? Ist eine erwachte Kriterform, du darfst auf Magietheorie würfeln, wenn du es möchtest. Das ist richtig. Machen wir das nochmal. Erinnerungen. Blutbäume. Man muss selbst kein Wald betreten. Hab ich da sonst noch was? Ja, vier. Blutbäume sind ne hässliche Geschichte, um es vorsichtig zu machen. Das ist ja das Schlimmste genommen, was mir gerade eingefallen ist. Zum einen wurden Blutbäume während des Aslan-Krieges von Arzt Technology verwendet, als Waffe. Das heißt, die haben Blutbäumensetzlinge ausgestreut an den Grenzen, um ihre Grenzen sozusagen zu befestigen. Die haben also in einigen Gebieten eine Art Todesgürtel erzeugt, in dem sie erst bestimmte Gebiete gerodet haben und dort eine Art Grenzstreifen aus Blutbäumen reingesetzt haben. Denn Blutbäume sind A, magisch aktiv, sind B, imstande Leute anzulocken und sind C, sehr erpicht darauf, diese Menschen dann in sich hineinzuziehen und zu fressen und sich von ihrem Blut zu ernähren. Und sie sind unheimlich beschissen zu töten, denn sie sind schwer entflammbar und sind gegen sehr viele Toxine resistent, etc. Das heißt, das sind sowas wie aggressive, blutgierige, mordende, fleischfressende Pflanzen in Baumgröße, die Arzt Technology als Waffen im Krieg eingesetzt hat. Sympathisch. Kannst du gerne haben, Dacos. Deswegen nehme ich ja auch dich mit und im schlimmsten Fall kannst du mich dann vielleicht auch mal für einen Moment tragen oder so. Ich glaube noch nicht mal, dass die da wachsen. Ich wollte das nur als Beispiel nehmen, um zu sagen, dass das ziemlich gefährlich ist und wir sollten mit so wenig Leuten wie möglich da rein. Also ich finde das gut, dass Serio und ich das machen, weil mit Magie kannst du so einigen parazoologischen Wesen auch einherkommen. Habt ihr das Wort gehört? Das ist das beste Wort, was ich kenne übrigens. Parazoologische Wesen und das hilft. Aber wir sollten da auf jeden Fall nicht motorisiert hin und wir sollten dort nicht mit vielen Leuten hin. Das heißt, Dacos, wenn du uns da irgendwie absetzen kannst irgendwo, dann erledigen Siri und ich den Rest. jedenfalls, um mal zu gucken, fällt uns da was auf, gibt es da was, wäre es vielleicht ein Punkt, von dem wir da rein können oder machen wir das anders. Aber, ja, so halt. Du weißt schon, dass ich wenig Mensch bin. Wie meinst du das? Ja, wir wissen, dass du klein bist. Das hat damit ja nichts zu tun. Das heißt, du bist mit wenigen Leuten. Nö, aber es ist den meisten Viechern, die da rumlaufen, ziemlich egal, ob du eine große Mahlzeit bist oder eine kleine. Den meisten Kreaturen sind kleine Mahlzeiten sogar lieber, weil sie nicht so wehrhaft sind. Spieler, ich habe euch noch mal die schriftliche Lokalisierung der Minenanlage und den Namen der Minenanlage den offiziellen in den Gruppenchat auf dem Discord gepostet. Und als kleine Info für euch und auch für die Zuschauer noch mal. Zum einen, das Ding firmiert unter dem Namen Montessinai LUSM, Large Underground Submerged Mining Site. So, das ist, da könnt ihr tatsächlich nach suchen. Das Ding gehört halt zu dieser Minerakao South America Mining Company und ihr wisst, dass die Minerakao tatsächlich nur in Südamerika tätig ist. Das gebe ich euch jetzt einfach, weil das ist, ihr gebt das ein, ihr drückt Enter, ihr lest zwei Minuten, ihr findet das. Das ist halt das, was direkt auf der Homepage steht. Das ist absolut unkomplex, das herauszufinden. Und die Anlage selber befindet sich in Centro-West, südlich Richtung Sao Paulo, direkt an der Grenze in einem Bereich von Metropolé, der noch größtenteils Natur ist, beziehungsweise Dschungel ist, circa zwei Autostunden vom Zentrum von Sao Paulo per Mautstrecke entfernt. Drei, wenn ihr Nebenstraßen, also nicht Mautstrecken nehmt. Das sind alles Dinge, die ihr sofort herausfinden könnt, ohne Probleme, indem ihr einfach das Ganze, wir bleiben dabei, wir gehen davon aus, auch 2085 oder 2000, Anfang 2080 gibt es immer noch Google, das heißt, ihr googelt das, ruft Google Earth auf, guckt euch das an, wisst das sofort. Da das keine Geheimanlage ist, nichts Verstecktes ist, die ist offiziell, die gibt es, das Ding hat eine Homepage, etc. tragen. Könnt ihr mal auf der Homepage hin, was darüber, ob die, ob die Touristenführungen betreiben? Wird nicht angeboten, wäre auch untypisch, also macht man in solchen Anlagen nicht. Es gibt natürlich Leute, die sich dafür interessieren, weil es halt auch diese, diese, diese Presseartikel gibt, wenn du so ein bisschen suchst, findest du die auch ohne Probleme. Die sind auch nicht geheim, dementsprechend leicht zu ergoogeln. Dadurch, dass die halt mit den Arkanenbereichen der Universitäten zusammenarbeiten, mit verschiedenen Konzernen zusammenarbeiten, etc. und es dort auch archäologische Tätigkeiten gibt in der Mininganlage, gibt es natürlich ein gewisses Interessengebiet aus gewissen Gesellschaftsgruppen dafür oder auch aus gewissen Fachbereichen und Wirtschaftsgruppen, aber das ist kein Touristenareal. Also das ist eher so ein Areal, näher dich unbefugt und du kassierst eine Kugel. Das ist so diese typische Wirtschaftsinstallation, wo dann irgendwann der vorgeschobene Drahtzaun kommt mit Achtung, Privatgelände, unbefugtes Betreten verboten, hier gibt es Sicherheit, die ist das. So ähnlich wie Militärgelände, sowas wie Rammstein oder sowas, ne? Bisschen, ja. Jeder weiß, wo es ist, jeder weiß, wo die Zäune stehen, aber man weiß, dass man nicht reingehen sollte. Richtig. Und dadurch, dass die halt ein Konzern sind, sichern die ihre Anlage privat und wenn du über den Zaun kletterst, können die ihren Sicherheitskräften auch gesagt haben, erst schießen, nochmal schießen, nochmal schießen, nochmal schießen, wenn es am Boden liegt, dann vielleicht fragen. wie ist denn das jetzt eigentlich? Müssen wir unbedingt den Transporter mitklauen? Tut das doch? Würfel mal auf Erinnerungsvermögen? Es sei denn, jemand anderes möchte das jetzt beantworten. Letzte Mal wurde schon gesagt, dass der Transporter nicht so wichtig ist. Wir allerdings halt wirklich überlegen müssen, wie wir die, ich glaube, sechs Tonnen waren es so einen Zweck tragen wollen. Danke, du brauchst nicht würfeln. Wusste ich noch, weil ich letztes Mal die Frage gestellt hatte, ob nicht ein Wassergeist oder irgendwas beschworenes das weg tragen könnte. Ich glaube, das wohl auch von Nein. Wir müssen uns ja vorher ein bisschen auch drauf einigen, was wir für so eine Idee haben, wenn wir das Gebiet jetzt uns angucken. Also worauf achten wir speziell? Wenn Ciri einen Geist beschwört, der sechs Tonnen Gestein wegschleppen kann, dann kann es sein, dass es ihr A danach vielleicht nicht mehr ganz so richtig gut geht und B wirst du den auch über größere Distanz sehen, denn der wird ziemlich groß. Thomas, wir können ja auch das Dualwesen an der Stelle zünden und dann schleppe ich den Kram. Du kannst ja mal rechnen, du weißt ja, wie sich die Tragkraft von Stärke berechnet. Das war ein Spaß. Du kannst ja mal gucken, wie hoch die Kraftstufe des Geistes sein müsste, um sechs Tonnen zu bewegen. Ja. Kann Ciri nicht den Wagen den Wagen unsichtbar machen? Du hattest doch einen Zauber dafür, einen Tarnzauber. Ja, der Punkt ist aber, dass der Sicherheitschef von denen immer noch ein Magier ist, also der wird auch nicht ob der Wurst zu Berge schwommen sein, sondern vermutlich aus Gründen. Den müssen wir irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Und, denkt dran, wenn ihr ein Fahrzeug maskieren wollt, braucht ihr Fahrzeugmaske. Ah, okay, ist was eines. Also, wenn die magische Sicherheit recht hoch ist, dann würde ich immer versuchen, es nicht magisch zu lösen, weißt du, was, sondern vielleicht irgendwie anders. Kein Schott. Was wir ja schon rausgefunden haben, ist ja, dass da, dass da nicht so viele Menschen, aber noch mehr Maschinen am Werk sind. So, also auch zudem mit dem Verladen, von dem Zeug und sowas und auch die Automatisierung der Autos. Das heißt, an sich ist das Darkus Spezialgebiet. Also da auch mal zu gucken, wie könnten wir das eigentlich angehen. Vielleicht kann man sich da ja irgendwie einklinken oder so und dann vielleicht eine Drohne für uns arbeiten lassen oder, oder, oder. Während ihr darüber sprecht, seht ihr, wie Darkus da sitzt und anscheinend für euch nicht sichtbare virtuelle Fenster ordnet. ordnet, der scheint schon Arbeitsnachforschung zu betreiben und sich solche Sachen nochmal aktiv anzuschauen. So übersetze ich jetzt mal, dass der Spieler ins Buch guckt. Ja, also, aber das kann ja dann das, deswegen macht es auch umso mehr Sinn, dass Darkus auch bei euch mit dabei ist, wenn ihr das Gelände euch anschaut. Das ist, glaube ich, interessanter als die Natur drumherum, also jedenfalls aus der Sicht von Darkus. Mir fällt gerade, während ich so das Foto anschaue, auf, die Observation dürfte ja gar nicht so schwer fallen. Guckt euch mal die obere rechte Ecke von dem Foto an, was der Montoya uns gab. Ja, das ist eine Art Bergvorsprung. Von dort aus könnte man ohne Problem mit dem Fernglas runterschauen und die Leute ausspähen. Ja, aber auch wenn du dir, ich weiß jetzt ja nicht, ob das, Darkus hat ja auch ein paar Flugdrohnen und sowas, also so, man kann da ja ein bisschen was machen, also auch aus verschiedenen Richtungen darauf gucken und so, das kriegt ihr schon hin, das glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn wir in den Flugverkehr, also in dem Luftraum über der Basis uns mit Drohnen bewegen, würde das schnell auffallen, oder? Ich stoße, während Cephalon das sagt, stupse ich mal so Darkus an. Dann hast du hier irgendwie so das Gepäck, was man dann vielleicht auch nicht ganz so leicht findet. Sag mal, bin ich der Einzige, der sich hier Dinge merkt? Darkus hat ungefähr drohen, die sind so groß. Jetzt hat er eine weniger Crunch, was du isst, schmeckt nach Krasse. Das war eine. Nein, das war kein Schokoriegel. Das war nicht der karamellisierte Grashüpfer. Ein Moment, der Darkus daran erinnert, seine kleinen Flugdrohnen niemals neben diesen Haribo-Gummitierchen zu lagern, die Ratgans gerne mal knabbert. Das könnte seine Menge an Drohnen reduzieren. Signifikant. Leute, wir müssen mal rausfinden, ob dieser Felsvorsprung da oben auch zu deren Gelände gehört, oder ob das außerhalb deren Absperrzone ist. Ja, was heißt, also wir, wir jetzt, wir beide Reconnicht. Ja. Erstmal easy peasy, kannst du ja mal gucken, ob du so eine Karte da findest oder so. In der Matrix. Das Ding, wo er immer so Sachen macht. Ich fange sofort an zu recherchieren und wähle so ein bisschen mit den Händen vor den Augen in der AR rum. Das sieht witzig aus. Für Leute, die keine AR-Sicht haben, machst du halt dann so komische Gesten und tippst in der Luft und all so ein Kram. Das ist tatsächlich so, ja. Das sind Dinge, die man von anderen Leuten kennt. Das sieht man im Alltag in der Shadowrun-Welt häufig. Nichtsdestotrotz sieht es dadurch nicht weniger witzig aus. Ich mache ein Foto davon. Okay, du möchtest recherchieren. Was möchtest du recherchieren und hast du eine Vorstellung davon, wie du das angehen möchtest mit der Recherche? Also, wo du schauen möchtest. Ja. Ich mache eine ganz normale Recherche nach Satellitenbildern, die das Areal von weiter oben zeigen. Also, ich will quasi mehr wissen als das, was das Foto zeigt. Du nimmst dir also quasi die Örtlichkeit, wie die Umgebung da heißt, wie die Anlage heißt und beflasterst verschiedene Suchmaschinen mit Kombinationen aus Begriffen, also Ort plus Luftaufnahme plus Satellit etc. Okay. Dann mach einfach mal das ist jetzt was eine Rechercheprobe in der Matrix. Da, um das Thema von vor im Stream eben nochmal aufzugreifen, kommt jetzt so eine Elektronikprobe zum Tragen, dass du einfach Sucharbeit betreibst und deinen Filter immer weiter verfeinerst, bis du das findest, was du suchst. Hoffentlich. Du machst dir also mehrere Suchmaschinenfenster auf und programmierst oder probierst verschiedene Kombinationen von Suchbegriffen plus den Ort und den Anlagenamen aus, um ein bisschen zu gucken, was man so findet. Soll ich darauf würfeln und wenn ja, mit Elektronik und Logik oder womit? Ja. Ja und ja. Wunderbar. Lass ich so stehen. Falscher Channel. Haben da schon was? Ach, genau. Falscher Channel. Nehmen wir die trotzdem oder soll ich nochmal? Würfel mal nochmal. Sonst glaubt mir der Chat nachher nicht, was du gewürfelt hast. Ja toll. Dann kann ich es. Inwarn 2, vor geht es ins Null. Okay. Ähm. Stell ich mich sehr doof an, ne? Kleiner Tipp. Du kannst in der Theorie, wenn du ein bisschen Zeit da drauf investierst, ja auch eine ausgedehnte Probe daraus machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, so Leute, ich nehme mich jetzt mal 10 Minuten zurück und such mal konzentriert und nimm nicht an dem Geschnatterteil, so in Anführungsstrichen. Dann könntest du sagen, du machst jetzt, weiß ich, geben wir dem ganzen 5 Minuten Intervall, machst dir halt ein kleines Textfenster auf, kombinierst versiegene Suchbegrifflichkeiten, probierst dies und das aus, forsch hier und da ein bisschen weiter nach, dann kannst du insgesamt drei Würfe machen, also am Anfang nach 5 Minuten und nach 10 Minuten und kannst dann die Ergebnisse kumulativ nutzen. Das wäre eine Möglichkeit, um da vielleicht noch an was ranzukommen. Genau, dann hänge ich mich da jetzt mal 10 bis 15 Minuten lang rein. Gut. Wir sagen, wie gesagt, Intervall sind 5 Minuten. Du kannst theoretisch, wenn du jetzt willst, so lange würfeln, wie du Bock hast. Pro Würfelwurf vergehen 5 Minuten, in denen du dich nicht am Gespräch im Raum beteiligst. Machst du das, brichst du quasi den Prozess ab, weil deine Konzentration dann in den Raum geht oder in den Rest vom Talk. Gut. Sagst du, wenn die 15 Minuten dann offiziell rum sind für mich? also du sagst mir ja irgendwann, ich habe jetzt dreimal gewürfelt, ich habe jetzt eine Zahl, mit der kann ich leben, das kannst du ja für dich entscheiden und dann sage ich irgendwann so, jetzt kannst du wieder mitschnacken. Das heißt, im Moment für euch ist es so, dass das Zähverlern das dann einmal bestätigt und sagt, okay, ich schaue mich mal ein bisschen um und gucke, was ich finde und zieht sich so ein bisschen zurück und fängt halt an, recht konzentriert in der Matex zu arbeiten, das merkt man. Liegen von Darkos Drohnen da noch ein paar mehr rum? Also von den Rack Snacks? Nein, die habe ich recht. Da liegen keine Drohnen rum. Die habe ich ja nur noch an meinem Gürtel. Achso. Du, Darkos, kann ich mir mal sowas anschauen, so eine kleine Drohne? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Jetzt hat er dich. Ich trage die Hand aus. Hobo, danke für 23 Monate. Greif unter mein Hemd an den Gürtel, zieh eine raus und gib sie. Was ist das für eine Drohne, die du ihr gibst? Das ist eine meiner Mini-Drohnen in Gargoyle-Optik. Gut, das heißt, du hast jetzt, wenn du das so sehen willst, eine kleine Action-Figur mit Flügeln in der Hand. Orientiert an der Cartoon-Serie Gargoyles. Ja. Gesehen bleibt. Es hat so eine typische, wie diese Masters of the Universe-Figur, die steht halt ungefähr so groß auf deiner Hand, die war so ein bisschen zusammengeklappt und jetzt steht die da und hält auch selbstständig die Balance und macht aber sonst nichts. Ja. Okay. Passend. Ich kenne mich ja, also es ist jetzt nicht mein Bereich unbedingt. Was kann die? Kann die fliegen oder Fotos machen oder kann die vor allem selbstständig fliegen? Musst du da dabei sein, um das? Ich kann sie theoretisch auch in den vorgegebenen Bereich abtasten lassen und regelmäßig Fotos machen lassen. Also im Prinzip ist es wie eine Bewahrungskamera. Ich kann mich aber auch hineinsetzen und sie selber steuern. Ich meine, das würde uns natürlich einiges an Laufarbeit. Wie zum Beispiel der Situation, als er das sagt, fängt der Gargoyle so ein bisschen an mit den Flügeln zu schlagen. Das leichte, leise Sirren von kleinen Ventilator- äh, Propellern springt an und der fängt an so über deiner Hand zu schweben und flattert dabei so leicht mit den Flügeln. Hm. dreht sich jetzt einmal im Kreis. Ja. Okay. Ähm. Ich meine, das könnte uns ja auch schon hilfreich sein. Für die Aufklärung hätte ich sie genommen. Ja. Ich denke. Tu dir nicht weh, großer. Wie nah musst du denn, also, was ist denn so die maximale Entfernung, damit du das da noch aus der... ... ... noch steuern kannst? Hier sehen sie einen Spieler, der jetzt nach der Gerätestufe seiner Drohne sucht. Die Gerätestufe so an sich gibt's ja nicht. Geht ja nur aus Handling. Handling ist die Steuerkontaktität. Die Gerätestufe von solchen Drohnen ist aber so, dass du einige hundert Meter auf jeden Fall Reichweite hast normalerweise. Was für einen Sensorwert hat die? Die zwei. Genau, und dann kannst du bei den Sensorwerten halt gucken, was das bedeutet. Aber zwei hast du. Wusste dir keine Gedanken, glaube ich mal. Weißt du, was heutzutage schon in einem Smartphone als Kamera funktioniert mit Zoom? Ja. Dann stell dir einfach mal 2080 eine hochentwickelte Kameradrohne vor und die sind ja dafür gebaut. Sie sind ja nicht dafür gebaut zu campen, sondern um Aufnahmen zu machen. Die Technologie ist halt mal eben 60 Jahre weiter als das, was wir haben, ne? Dementsprechend. Genau, also... Da hast du ja bei diesen kleinen Drohnen hast du eher Probleme, wenn das Wetter umschlägt oder sowas, ne? Ja, klar, die sind auch windanfälliger und so. Ne, aber ich... Äh, anderes Thema, was ich mir jetzt... Oder, Wind, oder ihr seid in Südamerika, so ein schwerer Dschungelsturzregen, das kann auch schon übel werden für so kleine Drohnen. Hm. Was ich mir gerade... Was? Kriege ich noch eine Antwort auf meine Frage? Also kannst du... Aus welcher Distanz? Also kannst du die da irgendwie... Musst du da dabei sein, wenn Rack und ich in den Dschungel gehen und können wir das Ding hier irgendwie mitnehmen? Ich sollte in der Nähe sein. Ah, okay. Also euren Wanderausflug von 20 Kilometern, da werde ich sie nicht mitschicken können. Aber im Umkreis von 2-3 Kilometern ist das kein Problem. Je weiter du dich entfernst, umso stärker wird halt der Rauschen wird und umso höher werden die Mindestwürfe, ne? Das ist halt einfach das. Wir können ja uns auch einfach eine Kamera organisieren. Ja, okay. Wir brauchen... Wir brauchen sowieso eine Geschichte, weißt du? Wenn wir da untergekommen sind. Ja. Weißt du schon mal im Journal, gibt es da irgendwas, was man... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist denn das für eine Frage? Ja, sicherlich kann man aber... Nee, sonst ist der Dschungel leer. I'm out of character, kurz. Hm? Das ist nur alles voller Blutball. Die Autosoft. Den Pilot. Kann ich den dann eigentlich auch programmieren, dass den rein theoretisch jemand Fremdes steuern könnte? Also vorgegebenem Pfad abfliegen und dann dem, sagen wir mal, Fotos macht? Also ein Pilot ist genauso auch ein Autopilot. Das heißt, du kannst ihm sagen, ähm, wenn du ihm bestimmte Wegpunkte gibst, du gibst ihm eine Karte, du gibst ihm sozusagen GPS-Koordinaten, du gibst ihm Wegpunkte und, 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 und du kannst ihm dann auch sagen, ähm, zum Beispiel, merkt ihr das Stimmmuster von 41? Und wenn 41 sagt, kleiner Gargoyle, flieg und sieg, dann, äh, fliegt er los und dann würfel ich auf die Pilotenstufe, wie schlau oder doof der Pilot in dem Moment ist und wie gut er deine Anweisungen umsetzt. Gut, das wollte ich jetzt gerade hören, weil dann könnte ich jeden ich könnte euch aber eine Drohne programmieren, dass ihr die mitnehmen könnt, dass die immer einen gewissen Radius um euch rum kartografiert. Wollte ich doch haben, ja. Und dann zu euch zurückkauf. Genau so, habe ich mir das auch vorgestellt. Sehr cool. Ähm, Greg, gibt's irgendwas im Dschungel, was man gesehen haben muss? So, für unsere Story, weshalb wir dort sind. Muss? Und jetzt sag bitte nicht Blutbäume. Nö, nö, die muss man nicht sehen. Die spürt man. Keine Ahnung, kann uns irgendwas ausdenken. Du meinst, du meinst, was für Leute erzählen, die uns zufällig da treffen. Wie zum Beispiel eine Wache oder so. Genau. Gibt's ne Menge. Ich denk mir was aus. Ich denk mir eine gute Geschichte aus. Jo. Und dann setze ich mich hin und gucke auf meinen Comlink und bewege auch ein bisschen die Hand darüber, so wie die anderen das machen. Und spielst nebenbei Snake. Nein, 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 nein. Ich mach mir Gedanken. Okay, gut. Er spielt online Sudoku. Er hat sein Sudoku-Buch, das braucht er nicht. So. Jetzt ist auch so bummelig, ich sag mal so eine Viertelstunde rum. Ihr habt da so ein bisschen geschnackt, habt euch ein paar Sachen angeguckt, habt ein bisschen was nachgeforscht, bitte. Ich hab noch eine Sache. Das Johns Tagebuch. Ich suche in Johns Tagebuch, ob tatsächlich da irgendwelche Querverweise zu so einer Anlage sind, ob er da mal irgendwas reingeschrieben hat, was in die Richtung geht, vielleicht auch bezüglich dieses Schürfguts, was da abgebaut wird. Ja. Dann mach du mal, das ist ja eine Suchenprobe, das heißt, es wäre per se keine Magietheorieprobe, sondern wenn du keine Fertigkeit hast, die spezifisch auf das Durcharbeiten von Informationen und das Herausfiltern spezifischer Ergebnisse, abzielt, die das abdeckt dafür. Macht es am Ende des Tages aber trotzdem Sinn, wenn du auf den Fachbereich würfelst, also dann ist es trotzdem Logik plus Magietheorie. Ich hab grad eine Schleife in meinem Kopf gebaut, Würfel auf Logik und Magietheorie, weil bei Cephalon ist es ja auch so, er würfelt ja auch auf Elektronik und Logik, um in elektronische Medien zu suchen, also macht es am Ende des Tages auch sein. Also du bist mit Nachforschung beschäftigt, der kleine Rack ist mit Nachforschung beschäftigt, was machen 41 und Darkus? und Cephalon ist, wie gesagt, fertig. Ich programmiere gerade eine meiner Garagos. Gut. 41, freu dich, alle sind beschäftigt. Ich geh mir da währenddessen dann die Fingernägel lackieren. Ach Gott, hasse es. Ich bin fürs Planen nicht gemacht, verdammter Scheiße. Aber wenn Cephalon ja fertig ist, dann könnte ich mir sein Material ankommen. Gut. Und versuchen schon mal ein paar Positionen auszumachen, von denen man gute Informationen bekommen könnte. Ich gebe kurz Ciri die Antwort, weil die ist kurz und einfach. Du findest auf einer von den Seiten, die wohl für so grobe Notizen benutzt wurde, eine Zeichnung, eine händische Zeichnung, eine Bleistiftzeichnung, die sehr nach diesen konzentrischen Kreisen aussieht, die man da auf diesem Bild sieht. Also dieses Ringmuster, diese Steine, die da drin sind, die sind ja aber nicht komplett. Ein paar davon sind hier und da unterbrochen. Und da drunter einfach nur ein 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 Überbleibsel von drei Punkt könnte es sein? Fragezeichen. Wenn ich was über drei Punkt jetzt auf die schnellen reden wir reden wir über Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder reden wir über wirklich konkret den Begriff, den Namen drei Punkt. Drei und dahinter ein Punkt. das Endzeichen eines Satzes oder ein Punkt, wie er zum Beispiel bei Aufzählungen oder ähnlichem hinter Zahlen gesetzt wird. Also das Schriftzeichen des Punktes. Ein kleiner schwarzer Böppel am unteren Bereich hinter dem davor gesetzten Schriftzeichen, was in dem Fall eine Drei ist. Aber also das Symbol, die Zahl Drei, nicht das Wort Drei. Genau. Ja? Ja. Okay. Danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke. Jan möchte dann auch los. Also sobald ich das gefunden habe, stupse ich Rack an. Rack, sag mal, guck mal, ich habe hier in Johns Tagebuch Du kriegst gleich deine Antworten, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe so eine Info gefunden. Sag mal, sag dir Drei etwas. Ey, Montau. Nö, aber was hältst du von Vogelbeobachtung? Habe ich mir gerade zu überlegt. Oh ja, doch. Ich finde Aras ganz schön. Gibt es die im Dschungel? Also mal so. Ja, doch. Wie drei Punkt. Ja, ich halte dir Johns Tagebuch mit der aufgeschlagenen Seite und der Zeichnung von konzentrischen Kreisen vor die Nase. Da. John scheint auch da irgendetwas auf der Spur gewesen zu sein und hat einen Vermerk darunter gemacht. Nö, sagt mir nichts. Aber was hältst du davon, wenn wir uns T-Shirts bestellen, weißt du? Wo das so draufsteht? Also, so. Für die Geschichte. Meinst du jetzt zum Vögel beobachten? Vögel beobachten? Ja, da gibt es ja so Organisationen und so, dann sieht das auch ein bisschen offizieller aus und sowas, weißt du? Wenn wir ein T-Shirt bedrucken lassen, dann möchte ich allerdings auch ein Fernglas. Ich glaube, so machen das Ornithologen. Ja, glaube ich auch. Okay. Gut, dann ist das geklärt. Ich mache direkt Same-Day-Delivery innerhalb der nächsten fünf Minuten. Du kommst quasi aus deiner Matrix-Recherche zurück und kannst zusammen mit FortyOne gerade diesen tiefgreifenden Dialog, der eure absolut nied- und nagelsichere Deck-Story entwickelt, beobachten. Aber... Welche T-Shirt-Größe hat Rack? Welche T-Shirt-Größe? Die ist nicht doof. Ähm, die größte. Ähm, naja, aber nee, um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, da können wir ja Asad fragen. Der weiß bestimmt vielleicht was. Ich wollte sowieso mit dem nochmal quatschen. Vielleicht weißt du was über die Anlage und vielleicht weißt du auch was über dieses Mineral, dieses Erz. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz Cephalon seine Antworten geben. Bitte. So, Cephalon kriegt jetzt seine Antworten. So, du hast ja nach mehr Luftaufnahmen gesucht, quasi, als, als, ähm, als du hier jetzt auf den Daten hast, die du, die du von eurem Auftraggeber bekommen hast oder die ihr von eurem Auftraggeber bekommen habt. Ähm, das ist grundsätzlich gar nicht schwer, weil du hast sehr offen gesucht und findest verschiedene Blickwinkel, wenn du so willst. Es gibt natürlich Leute, die irgendwie im Dschungel waren und da unterwegs waren. Es gibt, es gibt, ähm, von Touristen, die Fotos gemacht haben, die das irgendwo online gestellt haben, die dann das Ganze mit dem Location Tag versehen haben, bis hin zu, äh, dem Google Maps Eintrag, der natürlich ein bisschen älter ist, der ist jetzt wahrscheinlich so fünf Jahre alt oder was auch immer, das heißt, er hat jetzt keine aktuelle Situation, aber da war die Region und der Landstrich sozusagen da schon drauf. Natürlich ist auf solchen Sachen immer grundsätzlich die, ähm, Grenzanlage geschwärzt, weil das ist ein Sicherheitsbereich, so was ist eine staatliche Geschichte, wird in dem Fall immer rausgenommen. als auch, dass du natürlich aus der Anfangszeit, als die angefangen haben, dort zu arbeiten, was ich sag mal so 15 Jahre her ist, ähm, aus der Bauzeit der Minenanlage, also quasi ab dem Zeitpunkt, wo, äh, Minerakao South America das Areal gekauft hat oder dort die Arbeitsrechte bekommen hat, sozusagen, angefangen hat, sein, äh, Don't Trespass, du darfst hier nicht rein, Zaun zu ziehen und die erste Security und Bauarbeiter da aufgetaucht sind, gab es natürlich den obligatorischen Trupp an Umweltschützern und lokalen besorgten Bürgern, die das sehr doof fanden. Und da wir da ja auch schon in der glorreichen goldenen Zukunft gelebt haben, von unserer Sicht aus, wurde das natürlich dann auch auf Social Media dokumentiert. Das heißt, du findest Videoaufnahmen wie besorgte Bürger sehr friedlich kundtun, dass sie das nicht gut finden und die Security ihnen mit höflich gebotenen Worten erklärt, dass sie doch bitte den Platz verlassen müssen und, ähm, nein, also du findest natürlich so ein paar Videos, wo dann freundlich den Protestanten die Scheiße aus dem Leib geprügelt wurde von dem privaten Sicherheitsdienst und sie einfach da weggeschafft wurden, ähm, was natürlich entspannt mit Tränengas und Gummigeschossen unterstützt wurde, weil Konzerne ja gerne sehr friedlich mit den Leuten darüber sprechen, aber das Ganze beinhaltet auch einiges an Videoaufnahmen, unter anderem auch ein paar Drohnenaufnahmen, die dann das Baugelände und die nähere Umgebung quasi aus der Luft zeigen und in der Kombination könnt ihr euch jetzt nicht unbedingt ein aktuelles Bild mit richtig geilen Luftaufnahmen machen, aber ihr kriegt ein solides Bild der Umgebung, ihr wisst, wie es drumherum aussieht, ähm, wo sich das Firmenareal erstreckt, was für Wege da in der Nähe sind und wie die genaue topografische Situation ist und damit könnt ihr definitiv planen und arbeiten und unter anderem beantwortet das auch deine Frage, nein, der Felsvorsprung, über den du gesprochen hast, gehört nicht zum Firmenareal. Das fängt quasi am Fuß von diesem Felsen mit dem besagten ersten Zaun an. Und des Weiteren informiert euch das auch noch darüber, dass diese Pipelines oder Rohre, die ihr da seht, a, natürlich in gesicherter Bereich sind und auch Firmenareal sind und b, das ist auf dem kleinen Hügel oder Gebirgsausläufer in dem Fall, ich muss mir gerade kurz überlegen, nördlich nördlich der Mine, jetzt geografisch gesehen, wo dann diese Rohre hochführen, ein zweites kleineres Firmenareal gibt, wo es mehrere Lagerhäuser und nicht näher gekennzeichnete Arbeitsgebäude gibt, aber auch Unterkünfte und eine Pumpstation Zusätzlich kriegt ihr dadurch auch die Informationen des Mineare Khao neben den üblichen Solarkollektor Systemen die gängig auf allen Dächern von solchen Firmen angebracht sind inzwischen dort oben mehrere leistungsstarke Windkraftsysteme unterhält, die die Anlage größtenteils mit Strom versorgen. Blackout. Greg? Ja? Wie nennen wir unseren ARA-Fan-Club? Weiß ich noch nicht. Aber weiß ich noch nicht. Das ist auch erstmal weiß ich nicht. Was hast du denn rausgefunden? Frage noch. Kann ich von den Satellitenbildern darauf schließen, wie groß die Rohre sind? Ähm. Wie viel? Ja, ob man da durch, ob man da reinpasst? Also das kann ich dir sagen, ja, die Dinger haben mindestens einen Durchmesser von, ich sag mal, drei bis, drei Meter. Und ich kann davon ausgehen, dass da drin nur Wasser rumspürt. Das weißt du nicht. Logik halber, ja. Also, das kannst du vermuten, du weißt halt, da ist ein See, da sind Rohre und da oben ist ein Gebäude, was laut Informationen, die du gelesen hast, eine Pumpstation ist. Was da jetzt in den Rohren ist, was die wohin pumpen, ob die sonst noch was in die Rohre gepackt haben, etc. Was das alles genau macht, das weißt du natürlich nicht, aber das sind die öffentlich verfügbaren Informationen, die du zusammentragen konntest. Okay. Ähm. Ich stelle das Wissen direkt dann in die fein mit Stichpunkten in die Kommeling-Gruppe und lasse es den Rest der Gruppe darüber mitteilen. Ich bin jetzt echt ehrlich. Hast du das mitgeschrieben, was Thomas dir gerade alles erzählt hat? Ja. Dann stell das wirklich mal bitte in die Gruppe in die Gruppe. Okay. Ich bin ziemlich beschissen im Multitasten. Nice. Ja, das ist doch schon mal sehr interessant. Also ohne dass wir uns das Gelände jetzt angeguckt haben, könnte man ja schon mal so zwei Ideen in den Raum stellen. Ablenkung. Kennen lustigerweise jemanden, der sich für Umweltaktivismus hier in Rio Paulo damit auseinandersetzt. Vielleicht können wir da eine Protestaktion starten oder sowas. Du meinst Leute, die sich an die Windkleder drehen? Sowas. Also, wir wollen da ja, also es gibt ja nur die, wir müssen den Transporter da ja wegbekommen oder das Zeug, was da draufsteht, ohne dass da jemand direkt Wind von bekommt. Und so eine Gut, ne? Naja, und da bietet sich dann mehreres an. Also, alles von dem friedlichen Protest bis hin zu keine Ahnung, so ein Rohr sprengen oder so. Wieso reden wir gerade bewusst über Politik zwischen den Zeilen? Nö, ich denke an gar nichts. Okay. Ich versuche meine Rolle nicht zu denken. Traumfalkes Kommentar kleben sich an die Flügel, während die Windräder sich drehen. Ich gehe hier nicht weg. Das Schlimme ist, du fliegst irgendwann weg. Ich habe gerade so ein Bild im Ding gehabt, wir klauen einfach den Transporter und kleben den an so ein Windrad oben dran, weil wer sucht den da oben? Das gibt eine gewisse Rundwucht und Katapult-Effekt. Also, das hat halt, finde ich, zwei Vorteile. Zum einen können wir eine Ablenkung schaffen. Wir haben aber auch eine Gruppe von Menschen, auf denen wir den Verlust des Transporters im Nachhinein schieben können. Das Tür. Ah. Ne? Ja, ich habe, ich musste für einen Moment, als du sagtest, das irgendwie mit den Windrädern und ja, irgendwie so Protestlern. Ich habe irgendwie für einen Moment schon Darkus ähnlich. Wisst ihr noch damals die Geschichte mit den Clowns, wo Darkus vorne auf der Autohaube geklebt hat? Ich habe kurz darüber nachgedacht, dass wir auf jemanden von uns verzichten müssen, aber die Idee gefällt mir. Ich nehme irgendwas, was leicht ist und werfe sie einfach an den Kopf. wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr habt leere Pappbecher aus denen ihr trinkt. Also deine ist leer. Oh Leute, ich bin heute auf Furchtun, ich setze noch einen drauf. Ich habe noch darüber gesprochen, dass Magie zu benutzen nicht clever ist. Richtig? Ja. Haben wir alle gesagt, ist nicht clever. Aber wisst ihr, was glaube ich clever ist? Magie dort zu benutzen, wo wir nicht sind. Also wenn die da einen Protest machen, wie cool wäre das denn bitte, wenn einer deiner Wassergeister das Rohr sprengt? Ja. sich ein Luftgeist mit vielleicht an die Windkraft, also mit Bindung an die Windkrafträder drehen. Irgendwie sowas, weil dann das zieht ja dann auch vielleicht sogar die Aufmerksamkeit des magischen Sicherheitspersonals so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. Und dann Ja. einen besseren Plan? So mal gucken. Sag mal, du hast was dagegen, dann sag mal. Also ich kenne mich jetzt nicht damit so gut aus, aber ich habe, ich erinnere mich noch mit der Scheiße vom letzten Mal, dass ihr wie ein Leuchtfeuer in eurer Welt seid. Also bitte den ersten, kannst du bitte einmal den ersten Teil deines Satzes wiederholen? Ich habe das nicht so genau verstanden. Sag noch mal. Wenn ihr irgendwas mit eurem Hokuspokus habt. Ne, 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 davor, davor, davor hast du was gesagt. Ich habe das nicht so genau verstanden. Leckt mich. Nö, war anders. Du hast gesagt, du kennst dich damit nicht aus, ne? Ja, aber ich erinnere mich, dass ihr das erzählt habt. Wollen wir uns auf eine Sache einigen, zu Dru und ich. Wenn Ciri und ich über magische Ideen sprechen, dann nickst du und sagst, danke für die Info. Und wenn du über deinen Drohnenquatsch redest, dann mache ich das auch. Ist das okay? Jetzt lass mich ausreden, Großer. Wenn ihr so einen von euren Geistern zündet, leuchtet ihr. Denkt ihr, das fällt mir nicht auf. Nein, nein, das ist überhaupt nicht wahr. Siehst du? Du kennst dich nicht aus. Wenn Ciri den Geist beschwört, das kann sie mehrere Stunden vorher machen. Einen halben Tag vorher. Solange die Sonne scheint. So flötig mal, ne? Solange die Sonne scheint, ist der Geist da. Das heißt, sie können das vorher machen. Sie kann den Geist über Umwege dahin schicken. Klar, ein Geist hat immer eine minimale Verbindung zum Magier, wo ein cleverer Magier das recherchieren, also nachgucken kann. Weißt du? Das geht. Aber ich glaube, wenn ein Rohr explodiert und über alles Wasser und so ein großer Wassergeist macht er Zeugen... Dann haben die andere Sorgen. Würdest du denn eher zum Wassergeist gucken oder nach hinten? Ne? Da sagst du nichts, ne? Zumal es auch Geister gibt, die sich zumindest... Es ist ja auch erstmal nur eine Idee. Ich werfe erstmal nur ein paar Dinge in den Raum, damit wir darüber nachdenken können, dass wir überhaupt Optionen haben. Weißt du? Wir sind ja noch dabei, so ein bisschen zu gucken, was könnte man machen. Was wäre denn, wenn das ganze Wasser von der Rohrsprüngung die Stromspeicher, die sie da verwenden, sagen wir, überlasten würde? Kann es uns förderlich sein, wenn die einen Strom ausvoll haben? Du meinst, die schon erwähnten Blackout? Richtig. Die werden sicherlich in sozialen Batterien ihren Strom speichern. Deshalb sollten wir nicht Windkraft und deren Energieproduzierer außer Gefecht setzen, sondern deren Speichersysteme. Wenn Speichersysteme vorhanden sind. Da kann ich quasi Darkus direkt was zu sagen, da brauchst du tatsächlich auch nicht drauf würfeln. Solche Firmen arbeiten ja meistens mit einer sogenannten Sicherheitsspinne. Das ist meistens ein Rigger, der irgendwo in einem Netzwerkraum sitzt und die zentrale Anlage kontrolliert oder mit Sicherheitsspinnen. Das kann auch sein, dass da ein Rigger und ein Decker sitzen. Und der sitzt halt nicht mit seinem Rigger-Deck irgendwo und kontrolliert seine Drohnen, sondern der hat quasi so ein Computer-Terminal vor sich, über das er arbeitet. So, und in dem Moment, wo ihr halt den Strom weghaut, hat er zumindest eine temporäre Unterbrechung. Er hat temporär keinen Zugriff zu seinen Kameras. Er hat kurz einen Verbindungsverlust zu den Drohnen, etc. Es ist natürlich eine Frage, ob die Notstromaggregate haben, wie schnell die angehen, was die versorgen und, und, und. Aber erst mal hast du so einen Puffer-Moment, wo alles dunkel wird. Und das bedeutet, er hat dann auch keinen Zugriff auf seine Sicherheitssteuerung. Für zumindest einen kurzen Zeitraum. Eine regeltechnische Frage, Thomas. Ich habe mir das gerade mal angeschaut, Verschleierungen können ja einige Geister. Das ist richtig. Ist das aber nur auf der physischen oder auch auf der Meta-Ebene? Ich muss gerade nochmal... Grundsätzlich ist das ein Zauber, der sich hauptsächlich auf die physische Ebene bezieht. Okay, also würde es einfach ausreichen, wenn ich den nicht materialisieren lasse. Du kannst Verschleierung... Wir haben das schon mal diskutiert. Ja, ich glaube, genau. Ich halte es durchaus auch sinnvoll, dass Verschleierung eine gewisse astrale Auswirkung hat, solange das Regelwerk dem nicht genau widerspricht. Aber die Idee hinter Verschleierung ist primär, dass du einen Verschleierungseffekt in der physischen Ebene hast. Ja, gut. Weil es halt nicht konkret so dasteht. Und das ist ja auch schon wieder ein paar... Du machst rein regeltechnisch, selbst wenn du eine astrale Sicht machst, machst du eine Wahrnehmungsprobe. Genau. Die muss da sein, der Verschleierungswert. Also es ist halt nicht so, dass du... Das wäre ja auch ziemlich schwach, weil man dann auf der astrale Ebene alles sieht. Genau so, ne? Darum... Sorry, also ich meinte das so zu erinnern. Ich habe die Regeln jetzt nicht komplett im Kopf gehabt, aber es wäre halt auch einfach logisch. Wäre in meinen Augen Quatsch, wenn du sagst, ja, an der weltlichen Ebene, klar, aber wenn du jetzt einen Magier hast, der im Auto sitzt, nö, dann sehen die den sofort, astral. Das wäre halt schon besoffen. Okay. Wie gesagt, deswegen nur noch mal kurz, bevor ich wieder einen Brainlag habe. Du müsstest mal gucken, ob irgendeiner deiner Geister zum Beispiel die Fähigkeit Unfall hat. Das wäre eine Idee. Damit kannst du nämlich auch beispielsweise Reifen zum Platzen lassen oder sowas, ne? Deswegen würde das zum Beispiel auch klappen bei so einer Rohrführung oder bei einer Elektronik oder sowas, ne? Das würde funktionieren. Oder Luftgeister halt, ne? Ja, ja, wenn, würde ich auch Luftgeist nehmen, weil Luftgeist hat zum einen zum Beispiel Unfall eben mit Bayern im Gegensatz zum Wassergeist. Ne, bei Wassergeist müsste ich über zusätzliche Kraft über Wassergeist. Wassergeist, genau. Luftgeister hat das halt von Haus aus mit dabei. Ohne das, da könnte ich immer noch zusätzliche Kraft wieder auf Schutz oder sowas legen. Aber können wir ja dann sehen, wenn es so weiter... Aber wisst ihr was? Ihr habt mich auf eine oder die andere dumme Idee gebraucht. Du hast keinen Sprengstoff. Wir brauchen keinen Sam-Tax. Ähm, Darkos, wir brauchen... Nein. Ich erinnere mich an eine Aktion mit Arch. Und da haben wir auch was geborgen. Und dort haben wir ein Luftschiff benutzt. Lastenluftschiff. Und die Dinger können ja Transport-Trucks auch heben. Und wenn wir das Ganze jetzt nachts durchziehen, die Dinger sind so gut wie geräuschlos. Ja. Glaubst du? Nach oben gucken die nicht. Wie du sie gesagt hast. Ja, das muss man. Wie, 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 wie groß das gerade sagte. Wenn vorne das Ding explodiert, wer guckt nach hinten? Oder nach oben? Ach, du meinst jetzt zum Entfernen, ähm, das... Das... Und mit Luftweg haben wir so gut wie keine Hindernisse. Wir sind nicht auf die Straße angelegt. Wir haben kaum nachverfolgbare Spuren. Kommst du denn in so ein Luftschiff? Und wo rankommst du, ist doch eine Idee, ja klar. Das wird das einzig Interessante sein. Ich weiß nicht, ob Archie das Ding noch hat. Ähm, Thomas, der wievielte ist heute? Wie viel Vorlaufzeit haben wir noch? Gute Woche war das, ne? Ich guck noch mal nach. Ich hab mir die Daten aufgesprieben. Lass mich kurz suchen. Das Treffen mit dem Johnson, also der Morgen des Tages danach sozusagen. Ihr trefft euch um 22 Uhr am 7.02.83 mit dem Johnson. Ihr wart da, habt ein bisschen geredet, dies, das, seid dann wieder gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass es so irgendwas zwischen 0 und 1 Uhr morgens am 8.02. ist. Und der Job soll nicht vor dem 13.00 starten. Das heißt, beziehungsweise im Zeitfenster 14.00 bis 16.00. Also ihr habt jetzt noch minimum 5 Tage Vorbereitungszeit. Ähm, Dacus, ähm, kannst du dich da zumindest direkt drum bemühen? Weil wir jetzt, wir haben zumindest noch 5 Tage Vorlaufzeit. Ähm, ganz, ganz ehrlich, ich mach mir weniger Sorgen um das Beschaffen dieses Teils, sondern eher finanziell. Was nicht auch leihweise? Wir müssen wir gucken. Wir müssen das ja nicht kaufen. Wir müssen aber karaktärischen zurückgehen. Vielleicht ein bisschen vorstrecken müssen. Oh, das... Ich werde jetzt erstmal bei Archie anrufen. Ich würde begeistert sein, wenn ich immer um die Uhrzeit aus dem Bett klingel. Also wie ich ihn kennen würde, bestimmt wieder was trinken. Gut, wir haben ja viel darüber gesprochen, über Sicherheit vor Ort. Also letztendlich müssen wir beide das irgendwie auch rausfinden, ne? Wie gut der Luftraum tatsächlich gesichert ist. Naja, wir teilen uns hier in zwei Gruppen auf. Also so Luftraumsicherung und sowas, da, das ist nicht mein Doppelmini aus. Weiß ich nicht. Ja, die werden vor Ort garantiert einen Ricker, vielleicht auch einen Entdecker haben, die das Ganze ein bisschen überwachen. Aber wenn man die blind machen und wir tief genug anfliegen, dürfte das auch... Dürfte wir... Dürften wir ungesehen rankommen. Und ich glaube... Manchmal so, weil du gerade sagst, ja vielleicht und vielleicht ist da so jemand und vielleicht auch nicht. Hat eigentlich irgendjemand von uns jemanden, der sich besser in der Matrix auskennt als wir? Nein. Hat jemand von euch... Bitte was? Bernd hat denjenigen, der sich am besten in der Matrix auskennt. Achso, ja, gut. Naja, das ist, keine Ahnung, das war auch schon zwei Jahre her. Keine Ahnung, ob das Wiener Würstchen wieder zurück in Deutschland ist. Worauf wollte ich hinaus? Wir müssen ja rausfinden, wer genau da arbeitet. Wir müssen rausfinden, wer, wann, wo, was da tut. Und vielleicht ergibt sich daraus auch noch ein besseres, hier, sagen wir schon, hier, Zeitfenster, ne? Wo wir dann... Ja, ich hab von sowas ja wirklich nur wenig Ahnung. Nur, ist das nicht halt auch auffällig? Also ich weiß, du hast ja damals scheinbar das Manöver durchgeführt, ein Dark Horse. Seid ihr da, hat da niemand auf euch geachtet? Kann man auch, also je nachdem wie groß das Luftschiff ist, das auch irgendwie verbergen? Wenn es Tatenfunktionen hat, beziehungsweise DELF-Eigenschaften angeht, das bestimmt. Oder wir können das wieder mit eurem... Na eben nicht, das hat man gesagt, das hat man ja schon, das wäre ja Fahrzeuge, das kann ich nicht. Aber du hast es doch gerade so gemeint, so wie bei diesen Greifautomaten, ne? Wo man dann so, so Spielzeug so raus, so, Füß da Höhen und dann kommt der Greifer und dann... Links, 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 rechts, nee, das ist der falsche Laster, lass den wieder fallen. Du brauchst den anderen Grunds. Genau, aber, also, auch nochmal so in den Raum geworfen. Wir sind ja gerade dabei, so ein bisschen Sachen auf den Tisch zu bringen. Wer sagt denn, dass wir den Greifer dort machen müssen? Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, den Transporter dort rauszubekommen und den Greifer später zu machen. Und vielleicht, wir klauen einfach zwei Wagen. Und dann lassen wir den anderen abheben und der andere fährt weiter, sodass, also weißt du, irgendwie so auch ablandungstaktikmäßig, falls wir doch vielleicht verfolgt werden. Oder können wir vielleicht ein identisches Fahrzeug wie die Sam besorgen oder herrichten und das als Decoy quasi austauschen, dass der Gefälschte weiterfährt mit denen? Ja, ich brauche ja nicht mehr mit dem Wagen, wir brauchen ja nur die Last darauf, also kann man auch nur die Last davon... Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja nur dafür da, die sollen das nicht sofort mitbekommen und die sollen nicht wissen, wer dahinter steckt. Das ist ja die Idee, oder? Das geht nicht darum, den Transporter mitzunehmen, weil, weiß ich nicht, wie viel Geld kriegen wir nochmal, was war das? Wir kriegen 5.500 bis 6.000 Nudeln. Und haben im Vorfeld 5.000 Nudeln Spesen. Also, ich weiß ja nicht, wie teuer so ein Ding ist, aber das mal eben so auszulegen, das ist ja... Dann können wir ja nur noch pro bono arbeiten, das ist ja Quatsch. Ja, habe ich gemerkt, der pro bono... Eigentlich müsste man nur mit diesem Greiferntchen, ja, die Fracht von dem Laster, der kann ja irgendwo stehen bleiben. Das wäre ja quasi gut. Das müsste man halt vorher wissen, das müsste man ja dann gucken, ob die Fracht so gesichert ist, dass du halt einmal greifen musst. Also, ich kaufe die Schokorügel immer in so einer 36er Box. Also musst du einmal greifen oder musst du halt 36 mal greifen. So, das ist halt, ist ja anstrengend, auffällig, dauerart und so. Oder wir nehmen wieder Superkleber. Was war das? So, erinnert ihr euch? Der letzte große... Ne, der war scheiße. Ähm... Der war scheiße. Ich gebe euch zu eurem Punkt mit den Connections nochmal einen kleinen Tipp. Ähm, und zwar habt ihr letztes Mal gesagt, dass, ähm, Ciri und Rack Connections ansprechen wollen, ähm, zu dem, zu dem, zu dem, äh, zu der Anlage und den Ausgrabungen. Und da hattet ihr mir gesagt, dass ihr mit Dutch reden wollt, dass ihr mit Assad reden wollt und dass ihr mit, äh, der Thalys-Krämerin sprechen wollt. Ja. Ne, spätestens jetzt wollen wir ja mit denen, genau, spätestens jetzt will ich ja auf jeden Fall, oder wollen wir mit denen sprechen, weil wer... Das war, das war die Leute, die ihr dazu ansprechen wolltet. Rack hatte nochmal gesagt, er wollte mit Joseph reden, wegen den Sicherheitsleuten. Wer ist Joseph? Dann hab ich das, dann hab ich Rack und Darkus, dann hab ich mir den falschen Namen aufgeschrieben. Ja. Dann ist Joseph ne Connection von, 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 das hab ich nämlich vermutet, weil ich bei dir keinen Joseph auf der Pfanne hatte. Ne, also ich würd jetzt so ganz hinten, wenn wir bei diesem Plan bleiben mit hier, äh, Aktivisten und so, würd ich ganz hinten noch, äh, Levi Garcia mit auf die Liste packen, den Sozialarbeiter da, äh, Öko-Aktivisten, ähm, der da vielleicht Connections in die Richtung hat. Den würd ich ganz hinten noch mit auf die Liste packen, wenn wir bei dem Ablenkungsplan bleiben. Aber das würd ich auch erst machen, nachdem wir diese Sichtung gemacht haben, weil... Und? Weil wir das nicht getan haben, ist halt alles so ein bisschen... Ihr müsstet mir noch sagen, wann ihr euch die Zeit nehmt für die Matrix-Nachforschung, weil letztes Mal hatten in der Teamwork Probe, Cephalon und Darkus sieben Erfolge bei Matrix-Nachforschung zu diesem ganzen Brums erzielt und die Informationen bekommt ihr dann ja auch noch. So, was ihr noch... Also, da sind noch Connections offen, die ihr mobilisieren könnt, ihr dürft aber eins nicht vergessen, Connections machen diese Dinge ja nicht for free. Das heißt, ihr habt, wie richtig angemerkt, 5.000 Euro in Spesen und alle, die ihr für irgendwas mobilisiert, wollen bezahlt werden. Ah, nicht alle... Also, dann hast du uns auf jeden Fall erstmal... Also, ich glaub, hier, Asad wär schon mal ein guter Anlaufpunkt, oder? Ja, ja. Vielleicht kommt der auch... Also, vielleicht kommen wir auch über die Connections mal in so eine Probe oder so ran. Mhm. Ähm... Also, wir müssen ja... Also, je nachdem, was wir jetzt machen. Ne? Also, wir wissen das ja noch nicht. Wir müssen uns das ja erstmal da angucken. Also, nehmen wir den gesamten Transporter mit und scheißen einfach drauf, dass es ihm danach auffällt. Ähm... Oder holen wir uns nur das Zeug und wenn ja, wie groß ist das? Wir müssen das ja auch ersetzen, ne? Wir müssen da ja quasi irgendwas... Anderes reinschritten drauf. Genau. Und vielleicht, vielleicht auch irgendwas, was so auf den ersten Blick auch ähnlich ist. Ähm... Also, erst die Beobachtung und dann, ähm... Lass uns vielleicht schon mal an Asad rantreten, dass das ihn nicht ganz so aus einer kalten erwischt, sondern mit ihm schon mal einen Termin vereinbaren, dass wir uns mit ihm treffen und im Vorfeld, also, so viel Zeit jetzt zwischen heut und dem Termin lassen, dass wir da vor Ort, ähm, die... Begutachtung machen können. Wofür ich immer noch... Deine T-Shirt-Größe brauche, Greg. Die bieten das hier nur bis XXXL an. So. Ähm... Ich geh nicht nie, drück mich runter und du kannst gucken, ich weiß das nicht. Zur Erkundung, noch mal ne kleine Info. Ihr hattet letztes Mal die Überlegung angesteht, das so aufzuteilen. Ciri Magisch, Rack, Umgebung, Land und Kriter. Darkus, Fahrzeuge, Drohnen und Wege, Straßen. Cephalon und Forty One, Anlage und Sicherheit. Das war quasi die Erkundungsaufteilung, die ihr letztes Mal überlegt habt. Ja. Plus Darkus und andere, die da vielleicht noch Fähigkeiten drin haben, Luftraum jetzt noch mit dazu. Ich weiß gar nicht, hat einer mal ganz kurz off-character gesprochen. Hast du sowas wie so eine Wissensfertigkeit, die so ein bisschen auf Sicherheitsabläufe oder so geht? Oder auch Cephalon? Also, dass wir einschätzen können, wie sich eine Sicherheit auf dem Niveau mit einer Ablenkung verhält. Darum geht es mir. Das wissen wir nämlich als Charaktere noch nicht. Müsste das Cephalon nicht... Nicht das Fertigkeit, leider. Müsste das nicht... Ich kann argumentieren, dass ich Konzern-Vorgehensweisen für Sicherheit habe. Genau, das wollte ich mich auch gerade sagen. Das passt ja. Das ist ja ein Konzern. Ich habe ja im Lebenslauf Sicherheitsoperator drin. Hast du die Fertigkeit, also kannst du auf was würfeln dazu? Tatsächlich habe ich es gar nicht als Fertigkeit... Ne, ich habe es nur im Lebenslauf drin, aber nicht als Wissensfertigkeit verbucht. Ich wiederhole meine Frage. Hast du eine Wissensfertigkeit oder Aktionsfertigkeit, auf die du würfeln kannst? Nein. Gut, dann hast du damit grobe Erfahrungen gesammelt, aber nicht so feindliedig in dem spezifischen Bereich der Objektsicherung durch Konzerneinheiten, als dass du sagen könntest, du könntest da jetzt eine Fachkundi-Expertise aus dem Mund schütteln. Zumal, dass wir ja auch in der Länder an der Sitten sind. Auch das. Genau, aber deswegen da auch nochmal der Hinweis... Obwohl, das können wir auch wieder in den Charakter machen. Ganz kurz... Ne, einen Moment bitte. Ich möchte das Forty-One nochmal auf Erinnerungsvermögen würfelt. ... Wenn du so drüber nachdenkst, über dieses gesamte Thema Sicherheit und und und, du hast mindestens eine Connection, die dir thematisch dazu was sagen könnte. Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, dass ich Clint anhauert diesbezüglich. Ja, okay, ich würde trotzdem auch gerne erst die Umgebung, damit ich weiß, was ich da für ein Sicherheitsteam etc. Damit ich Clint dann entsprechend mit den Infos füttern kann, als Jukes Marine. Die andere Variante als Tipp, das habt ihr ja schon mal gemacht, dass ihr eine Connection als externen Berater hinzugezogen habt mit Dutch. Ihr könntet natürlich auch sagen, ey Clint, wenn wir dir eine Aufwandsentschädigung auf den Tisch werfen von Nuyen X, gehst du dir das mal angucken und schreibst uns einen Bericht. Das geht auch, liebe Spieler. Ja, das ist immer so, ich weiß nicht, das verlagert halt immer alles zu NPCs. Das ist nur eine Option. Ihr könnt natürlich auch selber Informationen sammeln und ihm dann sagen, ey guck mal, so und so sieht das aus, wie schätzt du das ein zum Beispiel? Oder kennst du das Sicherheitsteam da vor Ort? Also das sind nur Optionen. Was ihr macht, ist eure Entscheidung. Also wir können das ja kameratechnisch mit aufzeichnen. Da haben wir genügend Möglichkeiten, das zu tun und dann können wir das Clint ja dann zur Verfügung stellen und gegen XNuyen eine Videoanalyse machen lassen. Nicht nur, wir können nicht nur Clint nutzen. Wir können noch Joseph nutzen. Oder dasselange der Fremdlegung gearbeitet hat und somit auch im Dreck eben Dreck. Wir müssen uns nur für eine Connection entscheiden, dass wir halt, weil das Geld kosten von unseren Spesen. Und da müssen wir dann gucken, auf welche setzen wir eher. Aber das können wir dann machen. Also ich meine, wenn Sie und ich da ja sowieso schon uns die Umgebung angucken, wir können ja auch ein bisschen provokanter vielleicht mal an die, also mal Hallo sagen und mal gucken, wie die so reagieren. So, wisst ihr? Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Du meinst, weil sie vielleicht die ultraseltenen Aras in ihrem... Ja, du weißt schon, man geht's durch den Dschungel und guckt sich was an und dann ist da irgendwie so eine Kamera und dann, ups, läuft man da doch zufälligerweise durch oder so. Uiuiui. Ja, schau mal, Rack. Und ich halte ja so mein Kommelink unter die Nase. Es gibt online ARA-Patenschaften, die man abschließen kann. Und dann kann man in Schu... Nö, 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 will ich nicht. Ich bin sichtlich irritiert. Was soll ich denn mit einer ARA-Patenschaft, was soll denn das? Du bist der Erste, der irgendwas mit Patenschaften, Mitgliedschaften, Abos von uns. Warum soll ich eine Patenschaft für ein Tier übernehmen, was in Gefangenschaft ist? Das ist total sinnlos. Wie in Gefangenschaft? Warum soll ich eine Patenschaft übernehmen für ein Tier, was in der Wildnis blickt? Was soll denn das? Du willst ihn jetzt suchen, deswegen tappst du da unten einfach rum. Ja. Ich will einfach nur ein Foto machen, was ich mir an die Wand hänge. Und dafür suchst du ihn. Ja. Aber warum soll ich jetzt Geld dafür ausgeben? Ich bestelle einfach das Shirt, also zwei T-Shirts für uns, wo ich irgendwie liebevoll draufgeschrieben habe. Wirklich, das A-Team. Das A-Team. Das A-Team. Ja, das A-Team. Das muss man nicht so sehr an diesen Kleinigkeiten-Details verlieren. Aber ich organisiere uns da auf jeden Fall so ein bisschen Kleingram, Thomas, damit wir halt auch wirklich so den Eindruck von Hobby-Ornithologen erfüllen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt losgehst und du guckst dir Ornithologen an, die haben in den meisten Fällen eine Kamera, ein, zwei Kameras dabei. Die haben so ein bisschen ein Datapad dabei, wo die halt sich aufschreiben, was sie da sehen und on on. Die haben vielleicht einen Satz Mikrofone dabei, weil die irgendwie das Gechirpe von den Biestern aufzeichnen wollen. Und das ist es dann auch so. Und ansonsten ist das eine Hiking-Truppe, die da durch die Landschaft rennt, wartet, bis das richtige Viech schirpt. Dann freuen sie sich und machen tausend Bilder. Ich habe eine Idee. Ich habe das irgendwann mal im Trilio gesehen, auf so einem Naturdokumentations-Channel. Die Leute installieren Kameras fest an Bäumen, um dann die Tiere aufzuzeichnen und sich das wieder anzuschauen. Wir könnten natürlich auch zwei Camps so platzieren, dass wir im besten Fall nicht nur Tiere aufnehmen, sondern auch das, was da unten abgeht. Nachdem du das kundgetan hast, bricht der Rest des Teams in einen stillen Begeisterungssturm aus und ist so fasziniert von deiner Idee, dass keiner seine Emotionen zum Ausdruck bringen kann. Leute? Wir haben nur ein Ziel da im Dschungel. Wir wollen gucken, ob das ein Zugriffspunkt ist oder ob wir da mit Überraschungen rechnen müssen. Mehr wollen wir da doch gar nicht tun. Aber ich kann doch da, also dann müssen wir nicht nur eine Drohne mit Bildern aufnehmen, sondern dann haben wir vielleicht auch Videomaterial, was zeigt, wie die Zufahrtswege so... Also du wirst an einem Baum da eine Kamera hängen? Ja. Die wir dann irgendwann wieder abholen? Und sie dann, und wie viele Tage soll die denn da hängen? Ich schau zu Darkus, gibt's, kann man nicht auch sowas aus der Ferne irgendwie in einer Cloud? Und darauf zu greifen? Das wird verdammt weiter Weg. Da brauchst du verdammt viele Access Points zwischen. Nein. Und, wenn du es machst, das weißt Darkus auch, kann das nachverfolgbar sein. Das heißt, deren eigene IT-Security kann das Signal tracken. Grundidee gut, aber nein. Ich lösche die Kameras wieder aus dem Bahnkorb und dann schicke ich den ab. Aber eine 24-Stunden-Überwachung wäre doch nicht verkehrt. Im Abläufe wäre hoch. Also, ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie ein Powernap gemacht habe oder irgendwas verpasst habe oder so, aber unsere ganzen Ideen drehen sich ja gerade gar nicht um den Dschungel, richtig? Ja, natürlich war meine Idee für den Dschungel. So. Sondern unsere Ideen beziehen sich gerade auf die normale Straße oder auf Luft oder auf die andere Seite mit Ablenkung. Dann lasst uns doch die größere Energie in diese Punkte stecken, weil eine Woche ist schnell vorbei. Genau. Schönes Stichwort. Ihr habt fünf Tage Minimum. Gebt mir als Spielleiter bitte jetzt einmal so ein Roundup, was in den nächsten zwei, drei Tagen eure klaren Steps zur Vorbereitung sind. Also, wen kontaktiert ihr? Wie viel Geld nehmt ihr dafür in die Hand? Welche Pläne oder welche Informationen wollt ihr jetzt aktiv wie sammeln? Ich sag mal, in den nächsten 48 bis 72 Stunden. Ich hab mit Same-Dad-Delivery uns das Zeug liefern lassen, sodass wir prinzipiell am nächsten Tag schon in den Dschungel aufbrechen konnten. Sehe ich auch kein Problem, so ein paar T-Shirts zu bestellen und vielleicht noch irgendwie ein, zwei Kameras zu beschaffen, etc. Ich bestell derweil noch, also ich hab Outdoor-Klamotten, ich weiß nicht, wie das mit Siri aussieht. Feste Schuhwerk, Karnhose. Ja, das hab ich mir halt alles geholt. Ich hab gedacht, kein Mikro-Management. Ich hab mir geschlossene Hose, etc. Ich seh aus wie aus Safari-Tour zum Schluss. Survival-Kids und sowas hab ich alles, das nehm ich alles mit, das hab ich eh schon auf der Charakterliste. Ja gut, das hab ich auch. Okay, was machen wir? Also erstmal für mich gesprochen, von den Connections. Geld nehm ich noch bei keiner Connection wirklich in die Hand, sondern ich möchte bei Levi letztendlich schon mal so ein bisschen nur anklopfen und sagen, hey, kennst du jemanden aus der, also ich erzähl nochmal von dieser Mine und von den Protesten, die da waren, ob er aus der Szene jemanden kennt und ob man da nicht nochmal was auf die Beine stellen möchte, also ganz offen formuliert. Ich höre dir weiter aktiv zu und hole überhaupt nicht die Würfel, die ich vergessen hab zu holen vorm Spiel. Ja, alles klar, aber du hast mich ja auf dem Ohr. Ähm, das ist Connection 1. Ähm, Azad machen Marie und ich dann persönlich, dass wir darum gehen. Ich würde dir vorher schon mal so, ob er die in den nächsten ein, zwei Tagen Zeit für uns mal hat. Genau. Also ich schreib ihm schon mal auf jeden Fall ne Nachricht. Ähm, und explizite Informationen über dieses Erz und auch ein Bild von dem Auszug aus Johns Buch. Äh, schick ich an Dutch. Also die, die, du fragst nach Informationen zu dem Erz. Genau. Weil so viel über das Erz wisst ihr, ob er sie nicht. Genau, ne, also was für eine Beschaffenheit, ob er davon schon mal gehört hat. Ich meine, er ist hartes Läger, so. Ähm, und ob er was über die, ähm, Notizen von John diesbezüglich weiß, oder ob das ne kalte Spur ist, was einfach nur Zufall ist. Ne? Falls sich das Bild im Stream verschoben hat, das hat es, weil Koala weg ist. Und ich weiß nicht genau, warum. Darum sieht das vielleicht gerade ein bisschen komisch aus bei euch. Eingeschlafen. Mit Kopf aus der Tastatur. Maybe. Rechner mochte die Hitze nicht, etc. Dummerweise kann ich dagegen on the fly nichts tun. Also, Chad, müsst ihr jetzt damit leben. Ich hab noch keine Nachricht. Also, das hat noch nirgendwo Pling gemacht, dass er mitteilt, was los ist. Koala fragt persönlich bei seinen Connections an. Genau, der ist jetzt erstmal unterwegs. Wir machen einfach mal ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Als wenn alles völlig okay ist. So. Du, nochmal ganz kurz. Die Anfrage bei Asad macht ihr zusammen. Du schickst Levi ne Nachricht und du schickst Dutch ne Nachricht. Das machst du direkt jetzt oder? Also quasi während ihr da zusammensitzt und schnackt oder machst du das am nächsten Tag? Nö, das kann man so schon mal direkt wegschicken. Okay, gut. Und ich hatte Asad geschrieben, also das mach ich auch direkt. Gut. Koala, was machst du? Koala? Beteilige dich doch mal. Ich find das überhaupt nicht gut. Echt mal. Schlimm. Dann spring ich zu... Du hast das schon ganz ganz lang gemacht, ne? Dann spring ich zu Cephalon. Was macht Cephalon? Aktiv jetzt. Also, auch in den... Aktiv jetzt, respektiv in den nächsten 72 Stunden. Ein Teil der Zeit wird wahrscheinlich für die Recherche mit Darkus draufgehen, die dann die sieben Erfolge erzielt. Die Infos kriegt ihr dann noch? Ähm, ich hätte jetzt gerne noch mit einem gewissen Koala, äh, Darkus in dem Fall, äh, mich absprechen wollen. Ähm, werde aber auf jeden Fall mit 41 mir diesen Berghang da anschauen und wollte den Spielleiter dazu noch fragen, ist der von der Straße aus erreichbar oder müssen wir uns da auch erst durch den Dschungel häxeln? Dieser Berghang. Ich hab grad einen Teil von deiner Frage verschwitzt. Mein Fehler, sorry. Ich wurde von der Nachricht von der Arbeit abgelenkt. Ich stimmt. Entschuldige. Nochmal. Wonach? Was willst du von der Straße erreichen? Äh, äh, ist der Berghang rechts im Bild von der Straße erreichbar oder müssen wir uns dafür durch die Dschungel häxeln? Ja, also ihr könntet dann quasi, die Rohre gehen ja nach Norden hoch. So, das hatte ich ja schon so gesagt. So, dementsprechend würdet ihr von Osten kommen und wenn ihr quasi etwas weiter entfernt östlich eine Abzweigung nehmt und euch so ein bisschen durch den Urwald arbeitet dann in dem Fall, worauf ihr anhand der Umgebungsbilder, die ihr dank deiner Recherche schon habt, vermuten würdet, dass da jetzt nicht so viel Platz für ein Auto ist, sondern dass da näher auf ein bisschen Fußweg hinausläuft, könnt ihr dort von der Straße abzweigen und könnt dann einen Weg hoch nehmen, der euch auf diesen Berghang sozusagen führt und dort zu dieser Klippe bringt, wo ihr dann nachschauen könnt, ja. Oder wo man dann runterschauen könnt. Gut, dann würde ich da die Tage auf jeden Fall mit 41 hin spazieren gehen. Wir ziehen uns da ein bisschen Touristenartiger an und machen einen auf Japaner mit Kamera auf Touri-Tour. Ah, okay. Wir würden allerdings, wenn er denn ja sagt, Darkus mitnehmen, dass er die umliegenden Straßen, wie er ja vorhatte... Aber mal ganz kurz zu Darkus. Sein Router startet gerade neu. Ja. Surprise. Ja. Liebe Menschen, die Neustartzeiten eurer Router könnt ihr einstellen. Just saying. Das ist jetzt aber sehr viel voraus. Aber ich glaube auch, dass das Standard nicht auf Aktion liegt. Ich glaube, die Nachricht von Maren war eher so nach dem Motto, Internet ist weg und Koala startet gerade seinen Router neu. Ach so rum. Okay, Marens Nachricht habe ich überlesen. Das tut mir dann leid an dem Fall. Danke für die Nachricht. Ich habe Koalas Nachricht im Telegram gelesen und da stand nur, Router startet gerade neu, glaube ich. Also dann im Kontext mit der Aussage von Fadenhexe, alles cool. Gut. Dann ist der fehlende Spieler gleich wieder da und dann ist das Bild auch wieder ordentlich. So. Ja, also ihr kommt da hoch, ihr könnt da in den nächsten Tagen hingehen, das ist kein Problem, und euch dort umschauen. Das heißt, wie viel Zeit wollt ihr dort quasi für die Beobachtung verbringen? Meinst du, äh, Rack und mich im Dschungel, oder? Generell wäre das mal eine Frage. Wenn ihr jetzt gruppiert oder unabhängig voneinander dort in den Dschungel geht, wie viel Zeit wollt ihr dort darauf verwenden, dort rumzuhängen und euch Sachen anzugucken? Beantwortet ihr beiden das erstmal? Wir warten noch auf Darkestorm, dass er mit reinen kann. Da bin dann sowieso, also, wir würden uns ja dann, wir würden ja wahrscheinlich zentral hinfahren, sie würden uns abkapseln, ihr würdet irgendwo euch eine erhöhte Position suchen, und dann würden wir uns auch wieder treffen. Na ja, du musst schon mehrere Tage einplanen, sonst kannst du, glaube ich, so einen Ablauf gar nicht genau sehen, ob das auch taggleich ist, oder ob sich da Sachen verschieben oder so. Also Minimum 48 Stunden, die ihr dann am Wald verbringt, sozusagen. Absolut, also, genau. Wir packen halt entsprechend auch Camping-Gedöns und sowas mit ein, ne? Das ist vollkommen okay. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht klein, klein durchhexeln, weil das ist Vorbereitung und nicht der Kernträger des Abenteuers. Dementsprechend völlig okay, und ich gehe davon aus, dass ihr es schafft, euch Dinge mitzunehmen, die dafür sorgen, dass ihr innerhalb von 48 Stunden im Urwald nicht sterbt. Das gestehe ich euch jetzt einfach mal zu. Wenn du uns nicht einen Glutbaum vor die Nase setzt, dann ja. Um dafür zu sorgen, dass du nicht aus dem Dschungel wiederkommst, kann ich auch was anderes nehmen. Ich habe da ein reichhaltiges, also ein Füllhorn an Möglichkeiten von abgefuckten Waldviechern, die sich gerne von kleinen Magierinnen ernähren. Oh, lecker. Ab davon? Ja, gut. Dann würde ich nämlich jetzt quasi mal ein Fast-Forward 72 Stunden in den Raum stellen. Das heißt, es vergehen drei Tage. In diesen drei Tagen kriegt ihr dann quasi eure Antworten, Informationen, Connection melden sich, ihr macht eure 48 Stunden Tour im Wald, dies, das. Und ich würde euch dann jetzt im kommenden Ablauf mit den Informationen versorgen, wenn das für euch okay ist. Thomas, mach den an schnell, als würdest du heute so nicht noch auschen wollen. Du drückst ganz mega auf die Tube. Du drückst ganz mega auf die Tube. Wir fangen mal mit den kurzen, knappen ersten Aussagen an. Das heißt, die ersten Nachrichten, die ihr direkt am ersten Abend verschickt, würde ich auch ganz gerne direkt als erstes abhandeln. Bedeutet, erste Nachricht von oben nach unten, die rausgeht, wäre in dem Fall die Message von Siri, Anasat. Thematisch beinhaltet die was als groben Abriss? Also wonach fragst du konkret? Wir wollten das ja persönlich klären, ob er in zwei Tagen ungefähr Zeit mal für uns hat. Also Rick und mich persönlich. Ja gut, eine reine Terminanfrage, kein Problem. Er ist im Büro, er ist den Tag über eh oder meistens eh in diesem kleinen Store, den er da jetzt betreibt und macht da Büroarbeit. Also er wäre erreichbar, ihr solltet dann einfach vorbeikommen. Das ist kein Problem. Wollt ihr den vor oder nach eurem Ausflug in den Wald besuchen? Na. Gut, in Ordnung. Dann kommen wir zu den Connection-Anfragen von Rick. Rick hatte gesagt, er möchte einmal Levi Garcia benachrichtigen. Das ist sein Kontakt zu den Umweltaktivisten. Und dann gucken wir mal. Ich gebe dem Levi mal, ob er sich daran erinnert und das weiß. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für den Bildsalat bei den Kameras. Uns fehlt gerade ein Spieler. Der lockt sich gleich wieder ein und dann sehen die Bilder auch wieder ordentlich aus, Chat. Du schickst Levi das oder rufst du ihn an? Wir können das auch durchspielen, wie du möchtest. Nö, also das ist jetzt nur eine Frage. Also ich gebe dir so oder so eine Reaktion. Die Frage ist dann eher so ein bisschen... Ja, sonst bin ich ja eher der einfach Anruf-Typ. In dem Gespräch merkst du halt relativ schnell, dass er durchaus emotional darauf reagiert. Er kennt wohl diesen Konzern, diese Mineral Chaos of America. Scheißverein, kümmern sich den Dreck um die Umwelt. Da gibt es jede Menge Probleme an all von den Niederlassungen. Die roden einfach Waldgebiete, die nicht zur Rodung freigegeben sind. Die benutzen Insektizide, die nicht freigegeben sind. Also der redet sich richtig in Rage während des Telefonatos. Dementsprechend ja, kennt er und mag er auch nicht. So richtig Monsanto-mäßig? Ja. Okay. Ja. Also da hast du wohl sozusagen... Du hast Glück gehabt, ich habe gerade gut dafür gewürfelt, dass er die kennt. Dementsprechend hast du da sozusagen ein Topic aufgemacht, wo du jetzt dem Gespräch nachsagen würdest, dass er auch tatsächlich persönlich engagiert ist. Okay. Das heißt, den können wir theoretisch, wenn wir das vorhaben, für sowas nutzen. Den könnt ihr... Du würdest jetzt vermuten, den kannst du dafür gewinnen. Und das dürfte wahrscheinlich auch mit weniger Unkosten durchgehen, als wenn ihr jetzt so eine Firma hättet, die sozusagen er gar nicht kennt. Also er wäre wahrscheinlich ein bisschen Spesen, hätte er dann schon von euch, wenn er da jetzt aktiv was organisieren will. Aber da würde er euch wahrscheinlich... Ja, so Plakate, Preise, Kosten, Geduld so ein bisschen, ne? Das wird sozusagen eine Ablenkung zum Selbstkostenpreis, wenn man so will. Ja, genau. Das ist die Idee. Okay, sehr cool. So, dann schickst du ein Foto von diesem Bild an Dutch. Da ist ein Kurama! Yay! So, und eine Anfrage zu diesem Erz, was die da abzucken. Genau, das Erz, wir hatten ja auch vorher schon ein bisschen recherchiert darüber, da gab's zwei Sachen zu, aber... Ähm, und den Querverweis eben auf Johns Tagebuch, ähm, ne? Ob das ne... ne kalte Fährte ist, oder ob er da wieder was überweist, und so. Die haben ja auch lang genug zusammen abgehangen. Ah, ist er besoffen, oder... Er ist besoffen. Oder wurde er von den Triaden eingepackt nach nem fehlerhaften Glücksspiel, oder? Alles Erfolge. Oder ist er einfach nur godlike wie immer? Ne, also der Würfelwurf ist grad eher so auf dem Niveau... Was genau ist noch mal Magie? Naja, jeder hat... Wer macht das? Ich weiß nicht, ob der kurzzeitig einen Blackout hat, also die Rückmeldung ist eher so... Interessantes Bild, aber nee, sagt mir gar nix so. Oh, das ist klar. Tut mir leid, ich hab echt Kernscheiße gewürfelt. Kein Erfolg, kein Erfolg und diverse Einsen. Er kriegt ein überschwängliches Danke zurück, als hätte er mir alle Informationen gegeben, die ich haben wollte, aber ist nicht so. So. Ja, für NPCs könnt ihr jetzt kein Glück zurücknehmen. Das klappt nicht, Smarty. Tut mir leid. Ähm... Kann man auch noch so gebraucht werden, glaub ich. Ich würd sagen, wenn selbst der Waschbär-Schamane, der auf Glück ausgebaut ist, kein Glück hat, dann... Ey, ich hab lange nicht mehr so mies gewürfelt, also gerade hatte ich echt Dreck an den Fingern. Wie gesagt, der hat nicht wenig Würfel und ich hatte null Erfolge und diverse Einsen. Ich wünsch mir dieses Würfelglück für dich, dann bitte spätestens bei unseren gegnerischen... Nö, das ist schon okay, wenn ich jetzt scheißwürfel, dann würfel ich nachher gut. Ähm... So, dann hatten wir noch, äh... Als akute Anfragen... Koala eventuell könnte Joseph schon mal anfragen, akut. Und, äh... Dutch, Assad, habt ihr geklärt? Ist die Talies-Grämerin noch ein Thema oder wollt ihr die erstmal rauslassen? Jetzt, wo ich den Würfelwurf gewähne? Ähm... Also, Berek, tust du mir das mit, ähm... Was da von Dutch kam? Äh, ja, gar nix. In dem Moment, ähm... Zieh ich dann, also... Ich will mich wieder nicht nur auf Assad verlassen, dann schreib ich tatsächlich die Talies-Grämerin noch mal an. Auch mit der, mit einem Foto der Seite, ähm, ob sie schon mal was von, ne, der Anlage 3, beziehungsweise von diesem, äh, ja, abgebauten Erzen, äh, gehört hat. Die hat jetzt nicht so viele Würfel, also die hat gute Mengen an Würfel, aber die hat nicht so viele Würfel wie Dutch. Das muss ich auch ganz klar sagen. Nur, wenn du, wenn du trotzdem mehr rauswagst als bei den anderen Würfel, finde ich... Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein, zwei Erfolge hab, ist das schon mehr als eben. Oh, Mann. Alter. Eine meiner wertvollsten Connect. Ich hab also... Kernscheiße gewürfelt. Dafür hab ich jetzt ziemlich geil gewürfelt, muss ich sagen, tatsächlich. Das ist doch. Ja. Und das muss ich sagen, sogar sehr gut. Ähm, um zu offen zu kommunizieren, die Dame hat mal entspannte fünf Erfolge. Das ist, äh, gut. Ähm... Klebe wieder. Willkommen zurück. Hey, willkommen zurück. Wie geht's deinem Router? Keine Ahnung, was der grad hatte. Der hat jetzt grad schön Feuer weggemacht. Und da hab ich einfach mal gezogen. Das war nämlich kein Update. Okay, das ist interessant. Das wär jetzt mein erster Tipp gewesen, Update. Aber gut, egal. Du bist wieder da, das ist das, was zählt. Willkommen zurück. Ähm, sie meldet sich nach relativ kurzer Zeit bei dir. Ja. Ähm. Ähm, sie ist sehr neugierig, was diese Zeichnung angeht und diesen Kommentar da drunter. Sie meint davon schon mal was gehört zu haben. Wäre aber sehr interessiert, sich darüber nochmal auszutauschen und vielleicht auch, äh, könntest du ihr da noch mehr erzählen. Also, da springt sie sehr aktiv drauf an. Ähm, und was dieses Erz angeht, davon hat sie tatsächlich in verschiedenen Ecken schon gehört. Weil solche Geschichten ja durchaus, wenn das verkauft wird an Universitäten etc., findet sowas über Umwege irgendwann auch seinen Weg auf die Straße. So, und, ähm, das soll, und das ist das Interessante daran, sie hat selber davon noch nichts in die Finger bekommen. Sie hat aber so von ihren Straßenkontakten einiges gehört, was das angeht und würde da auch gerne was von in die Finger bekommen und wäre bereit auch dafür zu bezahlen. Ähm, da dieses Erz anteilig Eigenschaften von Euchalkum aufweisen soll. In sehr klein, von Euchalkum. Euchalkum ist ein magisches Erz und ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau der arkanen Ressourcen. Daraus werden Fokusse und sowas gemacht und das ist scheiße teuer, das Zeug. Es ist aber sehr selten und wird teilweise durch, wird größtenteils künstlich geschaffen. Eine natürliche Ader von einem Euchalkum wäre sozusagen eine Gelddrucklizenz für einen Konzern. Äh, ich zeig dir direkt, die Rack, die Rack, die Rack, die Antwort quasi von der Talskrimmerin. Ähm, ähm, meinst du, wir sollten so ein Versuchen über sie und ihre Straßenkontakte mal so ein Muster davon zu erhalten? Es war gerade dummes Timing, weil ich weiß nicht, dass... Du wieder da. Wie genau, und du nicht da warst. Nochmal ganz kurz, bevor du den Satz sagst, ich wiederhole nochmal meine Aussage. Sie hat davon noch nichts in die Finger bekommen, wäre aber bereit, Geld dafür zu bezahlen, wenn sie das kriegen würde. Was, Klammer auf, durch die Blume bedeutet, wenn ihr ihr davon was beschaffen könntet, würde sie euch Geld dafür geben, Klammer zu. Okay, äh, ich hab so verstanden, sie kennt Straßenkontakte, die bereits damit dealen. Nein, 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 nein. Okay, okay, alles klar. Gut, danke für die Klarstellung. Ähm, ich zeig auf jeden Fall, ähm, Rack, die, die Nachricht von meiner Talskrimmerin. Äh, ja, also bis auf Interesse, ähm, bezüglich Johns Mitschriften und Zeichnungen und, ähm, Interesse am Erz, ist nicht allzu viel. Hast du mitgekriegt, was ich gesagt habe, Jan? Äh, nur so halb, ich hatte eben kurz die Kopfhörer ab. Hast du den Teil mitgekriegt, dass... Was bringt so ein Stein? Ja. Ich habe dir gesagt, dass Teile des Erzes, und das schreibt sie ja auch so zurück, da dir der Text gezeigt wird, Teile des Erzes, also kleine Elemente der Ader, die da abgebaut werden, sollen wohl Anzeichen von natürlichem Orchalkump zeigen. Und das sagt natürlich aufgrund eines Magietheoriewertes, auch dir was, und das wäre eine Lizenz zum Gelddrucken für die Firma, wenn die da Orchalkump abbauen könnten. Aber das ist halt noch nicht so richtig verifiziert. Wie wird das denn geschrieben, Thomas? Hm? Orchalkump, wie wird das denn geschrieben, sorry? Orchal... Also O-R-C-H... O. Ja. Orchalkump. Ja, so bei 6000 und so, da würden da so zwei, drei Steinchen fehlen, das wird ja auch keiner, oder? Das ist ohne gefallen während des Transports. Von natürlicher Vibration. Erdbeben. Nee, das wird... Die Straße ist unter ihm. Da kriegen wir schon hin. Ähm, vielleicht können wir damit auch die Ausgaben an anderer Stelle wieder... Oh. Ist nicht unbedingt das, was ich mir als Antwort erhofft habe, weil sie ja augenscheinlich nicht unbedingt viel mehr weiß, dann... Ähm, müssen wir uns wohl doch auf Asad verlassen, in der Hoffnung, dass der mehr Licht ins Dupe kriegen kann. Wir waren mal wieder zu billig. Jo. Ja, ich antworte halt, ne, dass ich sie das zu, ähm, gegebener Zeit, äh, dann, ähm, bisschen, also... Mhm. ...nochmal kontaktieren werde. Gut. Haben wir dann noch aktuell, ähm, also, 41, schreibst du kurzfristig aktuell ne Connection an? Ähm, nee, erst, wenn wir die Infos haben, von vor Ort. Okay, gut. Cephalon, hast du neben der Suchaktion mit Darkus noch jemanden, den du aktuell kurzfristig anschreiben möchtest? Negativ. Gut, ähm, Darkus? Ja? Du könntest, wenn du Infos zu dem Sicherheitsteam haben willst, äh, ja, schon mal ne Nachricht an Joseph absetzen. Willst du das an dem Abend noch machen? Oder nicht? Äh, ja, mach ich, und dann schick ich ihm die Infos, was wir jetzt schon haben, und mit dem Vermerk folgen, Infos folgen noch. Okay. Dass er sich damit schon mal auseinandersetzen kann und dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen ergänzen kann. Da kriegst du auch relativ... Und an Archie, hm? An Archie schick ich auch noch ne Nachricht von wegen, was mit dem Luftschiff ist. Okay, da muss ich gleich mal kurz so nachschauen. Ähm, ja, du kriegst auf jeden Fall von Joseph relativ kurzfristig eine Nachricht in Antwort, dass er dir, also ein paar, er weiß so ein bisschen, wie die Leute da ticken. Das ist halt, äh, das Sicherheitsbusiness ist ja ne, 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 ne große, aber überschaubare Landschaft im Metropole. Und, äh, äh, Minara Kau heuert gerne unter dem Deckmantel von, von so einer, ähm, Sicherheitsfirma, die, die quasi mal auf dem Papier gegründet haben, ehemalige Militärs und Ex-Polizisten und sowas an, die dann, äh, da für, äh, für, für, quasi in die Heuer genommen werden, um deren Areale zu sichern. Und sie picken sich tatsächlich immer einen erfahrenen Mann raus, zum Beispiel einen höherrangigen Ex-Militär oder jemand, der generelle Erfahrung mit Objektsicherung hat, um das Ganze zu strukturieren und unter Kontrolle zu halten. Ähm, sie bezahlen die Leute so mittelgut, sie sind aber auch eher lasch, was die Regeln angeht, wie zum Beispiel, die sich zu benehmen haben oder wie viel oder wenig Gewalt angewendet werden darf. Ja, die Infos gebe ich so, diese sind weiter. Das heißt, die Leute, die die anheuern, können meistens schon mit einem Sturmgewehr und einer Pistole umgehen und, äh, kennen sich mit Sicherheitstätigkeiten aus und wissen im Groben auch, sag ich mal, wie man Mittel bis Hartgropp Gewalt anwendet. Sind aber durchaus auch ab und zu mal Leute, die dann, also die heuern durchaus auch Sicherheitsleute ab, an die Leute bei Unbefugten betreten, einfach abknallen und verschwinden lassen. Die gründlichen, also. Ja. So. Das ist ganz natürlich interessant. Das ist das, was du da rausbekommst. Also, das sind alles oberflächliche Infos, die ihr jetzt bekommt, weil die Leute euch kennen und das sind so Dinge, die da rauspurzeln, ohne dass ihr quasi Scheine einwerft. So, das ist halt der Status an Informationen, ne? Mhm. Soll ich mal kurz was gegenlesen? Eure, eure Informationssuche in der Matrix, also von Cephalon und Dark Horse, der ihr sieben Erfolge erzielt. So. Minara Kau. Wenn man sich Minara Kau anguckt, auf dem, so das Bigger Picture, die Firma hinter der Mining Site, die in Südamerika aktiv ist, dann guckt man sich ein bisschen an, wie sind die finanziell aufgestellt, welche Holdings haben da investiert, wo liegt das Geld, welche Gebiete werden von denen, wo arbeiten die, mit wem haben die Nebenverträge, und wenn man das Ganze so ein bisschen zurückverfolgt, auch guckt, was da auf dem Finanzmarkt los ist, wie über die gesprochen wird, sich durch ein paar Foren arbeitet, findet man irgendwann heraus, dass auf der globalen Ebene das ganze Ding zur Genesis Corporation gehört. So, das ist halt der Großkonzern dahinter. Die Information könnt ihr relativ gut zutage fördern, beziehungsweise zum Genesis Konsortium, Entschuldigung, ich habe jetzt Corporation gesagt, da hatte ich mich gerade falsch ausgedrückt. Und das Genesis... Schande über mich, da habe ich mir jetzt die Seite nicht aufgemacht. Long story short, das Genesis Konsortium ist eine südamerikanische Biotechnologiekonzern, der als besonders umweltfreundlich gilt. Auf dem Papier, in der Öffentlichkeit. So. Genesis macht vor allem durch seine kreativen, umweltfreundlichen, organischen Technologien auf sich aufmerksam. Und gewinnt Konsumenten und grüne Konzerne gleichermaßen für sich. Dabei folgt der Konzern seiner Vision echter Symbiose aus Technologie und Natur und entwickelt daher neue Technologien, sogenannte Lebentechnologien oder organische Technologien, die auf vorhandenen natürlichen Vorbildern und der Fusion organischer und synthetischer Herstellung basieren. Das heißt, die arbeiten mit Genetik, die arbeiten mit Symbionten-Biotech und die haben auch Nanotech-Forschungseinrichtungen. Gold? Eine bekannte Person in der Öffentlichkeit, die schon mehrfach auch Presseauftritte hatte, ist Dr. Christine Martin. Sie ist die Bioethik-Direktorin und in dem Zuge auch Pressesprecherin des Konzerns. Wichtig ist vielleicht noch, dass Genesis das besondere Wohlwollen der Regierung von Amazonien genießt, also der gefiederten Schlange. Ob euch das jetzt beruhigt, dass ein Genetik-Konzern da von einer gefiederten Schlange gefördert wird, irgendein merkwürdiges Minenkonsortium besitzt, das überlasse ich euch. Wie war das mit dem Drachen? Pum, Pum, Punkt. So. Danke an denjenigen. Dann des Weiteren. Sucht ihr noch ein bisschen die Informationen durch, guckt doch auch an, was ihr jetzt schon so habt, etc. Es gibt verschiedene Abhandlungen, sowohl aus dem Bereich der Archäologie, als auch aus dem Bereich der, ich sag mal, Landschaftskundler, lokal Interessierten. Internetverschwörungstheoretiker, etc., die sich sehr darüber auslassen, dass diese gesamte Struktur dort, diese riesigen Steinvorkommen, die anscheinend bis tief runter auf den Grund dieses sehr großen oder sehr tiefen Sees reichen. Plus die, wenn wir auf das Bild gucken, sehr kreisförmige und unnatürlich ausgeschnittenen Felsformationen in der Umgebung. Das kann nicht natürlich nur Sprungs sein und das ist alles wild und die verstecken irgendwas und ab da, also da seid ihr euch noch einig. Weil, wenn man sich das anguckt, auch wenn man dann Satellitenfotos sieht, etc., etc., das wirkt nicht natürlich. Es gibt so einen alten Spruch, Gott baut keine geraden Linien. So. Das heißt, das, was ihr da seht, wirkt so, als hätte jemand im großen Stil die Landschaft vor sehr, sehr langer Zeit künstlich manipuliert. Danach gehen die Meinungen der Leute im Internet vielleicht ein bisschen wild auseinander, von Atlantern, Drachen bis hin zu Aliens. Aber bis dahin ist es durchaus noch nachvollziehbar. Das ist tatsächlich auch was, was euch vielleicht so ein bisschen stutzig macht. Denn irgendwie ist das da, was ein unnatürliches Phänomen ist, nicht unter Regierungskontrolle und wird archäologisch ausgeschlachtet oder gehört einem Drachen oder sonst was. Sondern diese komische Mining-Firma hat das irgendwie die Lizenz gekriegt, das da zu beackern und darf da abbauen. Und das ist eine Mining-Firma, über die ihr in dem Zuge auch herausbekommt, dass, ich sag mal, ihnen nachgesagt wird, dass ein paar andere Deals, über die sie an Schürfareale gekommen sind, ziemlich shady waren. Da gibt es dann so Bestechung, Korruption etc. als Themen. Also Minerakao ist nicht sauber. Auf keinen Fall. Aber ertragreich. Der Laden wirft das Geld ab. So. Und zu guter Letzt kriegt ihr raus, dass Minerakao tatsächlich, das hattet ihr auch so ein bisschen über Joseph schon gehört, irgendwann eine Sicherheitsfirma gegründet hat für ihre eigene Bedürfnisse. Und da quasi ein kleines Management-Team aufgebaut hat, was für jede Niederlassung quasi individuell eine Security Division gründet, die diese Sicherheitsfirma angliedert. Und dann gehen die her und stellen einen Leiter der lokalen Security Division fest ein. Der ist meistens erfahren. Da werden bevorzugt Leute aus ehemaligem militärischem Umfeld angeheuert, die auch wirklich professionell arbeiten können. Und die kriegen dann Freelancer mit Laufzeitverträgen aus dem Umfeld Militär, Polizei etc. an die Hand, mit denen sie arbeiten können und die sie dafür verwenden können. Die lokalen Sicherheitskommandanten der Security Division haben ziemlich freie Hand bei dem, was sie machen. Oder wie sie das durchsetzen. Und das Equipment ist, ja, im Bereich, ich sag mal, normal bis gut. Also, das ist kein Hightech-Team, aber die haben schon sowas wie Sturmgewehre oder auch mal so einen gepanzerten Geländewagen mit einem MG drauf. Und sie arbeiten sehr gerne mit Drohnen. Da Drohnen relativ günstig nachzukaufen sind, viel am Markt vorhanden sind und quasi die Personalmenge, die sie benötigen, ein bisschen drücken. Im Speziellen, wenn ihr euch das anguckt, und das ist jetzt so die letzte Information, die ich euch noch ausspucke für die sieben Erfolge. Im Speziellen, für diese Mining-Site, soweit man weiß, ist, und das kriegt ihr auch aus ein paar Matrix-Einträgen von Leuten, die halt damals bei Demonstrationen da mitgemacht haben, also bei Öko-Aktivisten, aufgefallen sind gegen Minara Kau. Der Dude, der hier das Sagen hat, ist wohl ein Trollkampfmagier und ehemaliger Yucas Marine. Ansonsten hat Minara Kau verschiedene Verträge mit den Universitäten tatsächlich von Metropolä, als auch mit den Universitäten von anderen Teilen von Amazonien. Und denen stellen sie Proben dieses Minerals zur weiteren Untersuchung zur Verfügung. Und natürlich liefern sie auch Proben an das Genesis-Konsortium. Und angeblich sollen auch Proben an andere Konzerne unter Vertragslage verkauft worden sein. Aber das sind Daten, die unter Verschluss liegen. Da weiß man nicht, mit wem die Geschäfte gemacht wurden. Das war's für eure sieben Erfolge. Im Moment schau ich noch richtig optimistisch in die Runde. Das liegt größtenteils daran, dass du weniger über die Geschichte und Welt von Shadowrun weißt, als zum Beispiel Jan. Ja, nee, die haben ja auch noch nichts mitgeteilt, oder? Stimmt, das ist auch, also die zusammenführende Besprechung hattet ihr noch nicht. Dann hätte ich jetzt gerne, um die Informationsbeschaffung abzurunden, von den Leuten, also von euch, wenn ihr in den Wald geht, in Aufteilung der Teams, Teamproben. Und da machen wir es tatsächlich jetzt, dadurch, dass ihr 48 Stunden im Urwald rumhängt, mit dem Wetter und, 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 und im Stress, etc., machen wir das mit dem Abbau. Und da greift diese Abbauregel, das heißt, pro Probe habt ihr einen Würfel weniger. Und ihr müsstet mir dann einmal sagen, für welche Beobachtung ihr mit welchen Personen jetzt eine Teamprobe macht. Und, äh, da ich die Würfelorgie nicht so völlig ausatmen lassen will, ihr seid 48 Stunden unterwegs, das heißt, ihr macht eine Probe pro 6 Stunden, bitte. Halt, stopp, eine Probe, nee, eine Probe pro 12 Stunden. Mir reichen 4 Proben. Also 4, 4 Proben. Äh, auf, auf was? Jetzt bin ich irgendwie, hab ich schon mal eine Team-Probe? Das wäre in dem Fall, je nachdem, was ihr einsetzt, zum Beispiel Wahrnehmung. Wenn ihr euch jetzt da, nehmen wir mal an, ihr packt euch jetzt da oben auf diesen Felsvorsprung und guckt euch die gesamte Umgebung an und sucht Informationen, macht ihr eine Team-Work-Probe, 4 Proben auf Wahrnehmung über 48 Stunden. So. Wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt euch den Astralraum, dann ist das astrale Wahrnehmung, 4 Proben, 48 Stunden. Und auch wenn ich jetzt sage, nee, nehme ich dann den größeren Würfel-Pool, weil natürlich würde ich innerhalb der 48 Stunden schon ab und an mal in Astralraum gehen, aber jetzt nicht ausschließlich, nur es ist halt ein Unterschied für mich, ob ich mit 12 oder mit 5 Würfel in Würfel, weißt du? Ähm, wir müssen halt bei jeder Probe wir beide entscheiden, wer ist, äh, in Anführungsstrichen Master und wer ist Slave, ne? also sprich wer arbeitet zu also ich würde sagen wie viel hast du denn in der physischen welt wie viele würfel kommt drauf an über was ich hab halt also grundlegend habe ich bei wahrnehmung sieben würfel auf geruch und gehör auf geruch habe ich neun würfel und ich krieg edge pony bei generell bei allen wahrnehmungspunkten bekomme ich edge pony und bei geruch und gehör noch mal mehr okay dann mein vorschlag wenn wir vier proben insgesamt haben dann schlage ich vor dass wir zwei in der physischen welt machen wo du der master bist weil du mehr würfel und größere ich kenne ja mit in die astra ich habe ja mittlerweile auch austral sicht und stimmt ja gut und dann halt auch aus jedenfalls so dass ich dir zuarbeiten kann so genau ja nur dass du halt in der weil du hast bedeutend bessere wahrnehmungswert wird es gar nicht so ich würde gar nicht so kompliziert machen sondern ich würde einfach wie hoch ist dein würfel pool bei wahrnehmung generell der gesamtpool ja deswegen sag ich also fertigkeit wahrnehmung plus attribut ja gut wenn ihr das jetzt so aufteilt dass rack quasi astral primär zu arbeitet und sich die landschaft anguckt also kriter pflanzen und den ganzen bums und das macht dann könnte rack da quasi seinen astral wahrnehmungs pool nehmen den hast du astral inzwischen als fertig nein also so so nicht ich habe ja nur diese bonus fähigkeit von dir ja ich überlebe dann könntest du da einfach mit dem management stopp warte wir machen das so du unterstützt damit der planfähigkeit wahrnehmung einfach weil du dich umguckst das mit dem normalen grundwert und siri ist der leader für alle vier proben und hat ihre aus nimmt ihre fähigkeit astrale wahrnehmung das heißt ich würde aber jetzt nur einmal würfeln um ihr diesen bonus pool zur verfügung zu stellen und sie überwürfelt den rest richtig das ist das ist ein teamwork muss ich jetzt einmal würfeln und das an erfolgen kriegt sie jetzt würfel genau richtig so aber ich würde trotzdem mit dem einen also edge bonus trotzdem weil das die fähigkeit von mir ist drei dann ich nochmal ich kann nämlich immer einen hinterher würfeln aber kriegst drei würfel gut dann krieg ich jetzt von siri vier proben astrale wahrnehmung mit drei zusätzlichen würfeln und dass du hattest gesagt wird weniger wird nicht weniger ein würfel weniger pro pro probe alles klar ja fast flame haut raus also die von 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 was ist das hier sowas hatte ich gerade ich habe fünf ich habe vier ich habe zwei das ist solide generell für die für die wahrnehmung thomas magietheorie talus krimerei parazoologie botanik umgebung land und kriter kurz kurz für dich den hinweis thomas also wir hatten ja uns darauf verständigt dass das was jetzt hier an kanalpunkten reinkommt für die jeweilige probe dann würde ich entsprechend noch dass die eine vierne fünf umwandeln so dass wir 16 erfolge haben okay gut das machen wir so gehen wenn du sagst bei den 48 stunden machen wir sechs proben das impliziert ja auch dass wir vorsichtig sind also jetzt keine heimlichkeitsproben von uns haben oder sondern vier vier proben macht ihr vier gleiche frage nicht dass du uns jetzt gerade austrickst nein ich hätte jetzt so heimlichkeitswürfe haben willst du die ansage haben dass wir vorsichtig im dschungel sind oder die ansage hätte ich schon gerne von euch dass sie das einmal erwähnt dann bin ich soweit glücklich und zufrieden das hast du ja damit getan ich denke das gilt für alle und wenn ihr jetzt sage ich mal euch bewusst willentlich aktiv der sicherheit zeigt um eine reaktion zu provozieren dann müsst ihr mir das natürlich sagen und mir einmal erklären wie ihr das macht ja das hören wir halt zum muss ich die anderen fragen das würde ich jetzt mal absprechen soll euch ganz kurz dann machen wir das gleich ich möchte erst mal die wahrnehmung abhandeln wir haben nämlich jetzt noch die frage für umgebung land und kriter das wäre das wo dann da ihr unterwegs seid ziri die unterstützende rolle mit dem wahrnehmungswurf einnehmen würde für rack so und jetzt ist die frage willst du einfach mit wahrnehmung arbeiten oder hast du zum beispiel eine fertigkeit survival die du dafür zu rate ziehen willst etc ich habe ich habe natur mit der spezialisierung survival als fähigkeit aber die ist ja eher dafür da um zu überleben und um mal eine spur zu lesen oder so dafür ist ja auch da ja gut ist werden wir würden wir das jetzt komplett durchspielen thomas wissen wir beide würden wir wahrscheinlich eine wahrnehmungsprobe machen jemanden zur wahl probe und auch wissensfertigkeit wir brechen das runter auf eine wahrnehmungsprobe macht hol dir bitte mal die extra würfel ich habe auf dann kriegst du bitte einmal vier wahrnehmungsproben mit greifenden moni dann kriegst du zwei zusätzliche würfel dann haben wir haben wir elf würfel das ist doch schon mal was und dann wieder vier proben oder was genau 11 3 erfolge 10 5 8 9 12 und aber mit 8 14 gut so jetzt kommen wir zu einer kumulativen probe die ich gerne in der gruppe mit 41 dacus und cephalon abhandeln möchte der ihr euch um die weltlichen und technischen dinge kümmert das heißt ihr beobachtet ja im ganzen zum beispiel wie ist die luftraum sicherung wie ist die aktivität an dem areal was haben die da an security was für leute laufen da rum wie verhalten halten die sich was gibt es von einem tag auf dem anderen und wiederkehrenden bewegungsabläufen etc das ist jedenfalls das was ihr mir bis jetzt geschildert habt möchtet ihr es noch ändern erweitern anpassen hatte dacus jetzt schon bestätigt dass er mit uns mitkommt ich gehe aktuell davon aus das war die letzte so hatte ich das zuletzt von ihm vernommen wegen drohne und 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 so wollen nicht aber müssen ja so entschuldigung so dadurch dass das alles die weltlichen belange der ganzen umgebung betrifft würde ich sagen ihr macht eine drei mann teamwork probe einer von euch ist der fürst der finsternis das heißt der macht die leitende probe das wäre am besten kleine spielleiter tipp der mit dem besten wert im bereich wahrnehmung und die beiden anderen was geben unterstützend würfel dazu so wieviel wahrnehmung hast du neun wenn ich das richtig sehe ja ok ich bin bei elf dann macht 41 ich nutze inspirierende persönlichkeit würfel also statt auf wahrnehmung auf einfluss führen plus charisma kannst du machen und gebe 41 dabei noch ein edge durch die fähigkeit so dass du da so ein bisschen den organisatorischen und 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 anschiebenden part übernimmst und das hier das haben wir uns als plan gemacht denk dran leute das ist wichtig und an uns so ein bisschen fokussieren ein bisschen konzentrieren dass die leute in den 48 stunden halt auch gezielt darauf achten und man so ein bisschen sein sein ding abarbeitet und dass du quasi den fokus auf die wichtigen informationen setzt um da möglichst viel rauszuholen sehe ich als legitim an können wir so machen organisieren so ein bisschen und sorg dafür dass die sich zusammenreißen und zielgerichtet arbeiten genau so das heißt wir fangen mal an bevor 41 macht gleich die vier proben das heißt wir würfeln jetzt erstmal auf wahrnehmung bei dacus dass der einmal seine unterstützungswürfel mobilisiert genau genau und seine erfolge werden 41 dann als zusätzliche würfel gutgeschrieben genau bei mir genauso kommt schon mal fünf zusätzliche würfel das ist ein solider bonus das heißt du hast jetzt für die erste probe 19 würfel 18 17 16 und hast quasi für die erste probe direkt auch ein bonus den du verwenden kannst den kriegst du von cfn so 5 ok Möchtest du den Wurf modifizieren? So, ich kann ja das Bonus-Edge nur für den ersten Wurf einsetzen. Richtig, genau. Du kriegst gerade ein Edge von Torte. Das heißt, du hättest schon mal zwei. Könnte man aus der einen Vier eine Fünf machen? Eine Fünf machen, ja. Dann machen wir das. Machen wir die Vier zur Fünf. Dann bist du bei sechs. Genau. Dann bist du bei sechs Erfolgen. So. Ist das jetzt hier eine langgezogene Teamwork-Probe oder machen wir jetzt einfach mehrere Teamwork-Proben? Nein, nein. Das ist eine Teamwork-Probe über die Zeit. Eine. Okay, gut. Das ist eher die Teamwork-Probe, ob ich dich nicht umbringe. Jetzt sind wir bei zwölf Erfolgen. Wer dich. Wir sind in der Überzahl. Und größer. Ein Edge gibt's noch, die du für den Probensatz verwenden kannst von Charlene. Jetzt sind wir bei 19 Erfolgen. Du hast noch eine Probe nach. Und hast ein Edge von Charlene bekommen. Bei dir wird das hier mit weniger Würfeln mehr. Krasser Scheiße. Vielleicht kennst du die Farbe der Unterhose des Sicherheitschefs. Wir sind bei 23. Und du hättest zwei Edge aus dem Chat. Ne, ein Edge. Ein Edge. Was ist das? Ein Edge. Ja. Mit einem Edge würde ich einen nochmal neu würfeln. Gut. Mach das. Da kam gerade ein zweiter von Torte noch. Dann würde ich den nämlich nehmen und würde da aus der Vier eine Fünf machen. Gut, dann sind wir bei 24 Erfolgen für die weltliche Analyse der Sache. Also, ihr habt einen guten Informationspool. Ich kann euch gleich einiges erzählen. Jetzt müssen wir, jetzt machen wir A, die Frage, wann und wie wollt ihr eine Reaktion des Security provozieren? Na, da die Würfel jetzt ja schon gefallen sind, bietet sich das ja an, das in den letzten Stunden zu tun, würde ich jetzt mal so sagen, damit ihr auch nochmal einen besseren Impact bekommt über das, was los ist, wenn mal irgendwo was ausgelöst wird. Ja. Die Frage ist halt, was haben wir mit den Proben rausgefunden, was können wir tun? Also, ich hätte jetzt als Idee im Hinterkopf sowas wie in eine Kamera laufen oder über eine Sicherheitskontrolle oder sowas, ne? Keine Ahnung, wenn es da leider stand. Mein Vorschlag wäre, ich bin jetzt einmal ganz kurz wirklich nur zwei Minuten im Sanitärbereich, weil sonst liegt der Stream gleich im Gelben Fluss. Und dann... Wir besprechen uns ganz kurz. Genau, ihr könnt euch was überlegen, dann gebe ich euch die Informationen, die ihr rausbekommen habt und dann sagt ihr mir, was ihr für eine Provokation einsetzt oder ob ihr es generell lasst. Ist das okay? Ja. Gut, bin sofort wieder bei euch. Also, ich glaube, das Klügste wäre tatsächlich, wenn Rack wir das irgendwie angehen, weil wir haben ja nicht ohne Grund auch eine Ausrede, wieso wir da irgendwie aus Versehen umhin steppen könnten. Ja, wir wollen, das ist ja klar, also wir machen die, ich würde sie auch da machen, wo sie am weitesten von unserem Ursprungsplan weg ist, also sprich ungefähr auf dem Bild, wenn du in den Stream guckst, wo TKs Ohr ist, also von dem... Ja, ja, ja. Bei den großen Bäumen. Genau, dass wir einfach, na man will ja auch aus dem Dschungel irgendwie eine Lichtung finden, wo man gut Bilder machen kann und da können wir ja dann so vielleicht eine Sicherheit, als Kontrolle auslösen und mal gucken, was passiert. Ja. Haben wir eigentlich, ich will mich von Thomas gerne wissen, ob er in den 48 Stunden auch wirklich mal ARAs gesehen haben, wenn wir hier schon alles um uns herum beobachten. Keine ARAs, aber Tukan. Oh, und Tukan nämlich auch. Ne, ist eine Dönerpizza, Dönerkyrospizza mit Zerzi. Können wir uns, haben wir da eine Comlink-Verbindung noch miteinander vom Wi-Fi, wenn wir da oben stehen und ihr da unten? Das soll dir die, in der Stadt von Haus, dass das geht, ja. Ja, habt ihr und... Ich würde sie bei der Ablenkung aber abbrechen, die Verbindung. Ihr habt sowohl ARAs als auch Tukan gesehen und ja, habt ihr. Ja, aber wir können gucken, was passiert, wenn jeder das auslöst. Thomas, für dich, ne, damit unsere, ähm, hier, äh, ja, unsere Ausrede richtig greift. Ich hab auf jeden Fall die letzten Tage, während wir auch ja wahrgenommen haben, immer auch wirklich mal Fotos gemacht von den, ähm, Tieren, die wir gesehen haben und natürlich auch schon so ein paar Federn, die am Boden lagen, mit aufgesammelt, so, ne? Okay. Gut. Ist auch, äh, von mir zu, zu jedem, also, falls wir Krittern oder irgendwelchen Pflanzen oder besonderen Steinen oder so, Christophon Wreck auch immer sehr ausführliche Erklärungen. Er ist ja stolz darauf, Dinge zu wissen. Thomas, da möchte ich im Anschluss gern ein bisschen Kammer ausgeben für Parazoologie. Okay. Auch für eins. Das hier ist ein, also eine, eine der Besprechungen, das hier ist ein Stein, der ist grau, der liegt hier sehr vielfältig rum, der hat keine magischen Eigenschaften. Stein ist sehr hart, Stein bewegt sich selten und ist meistens sehr lokalisiert. Stein hat ab und zu Freunde, andere Steine, ist aber kein sozialer Kritter. Ansonsten ist Stein sehr langlebig. Ja, und dann wird er in die Tasche gepackt. Genau. Ja. So. Also, mein Freund, der Stein. So, wir kommen einmal zur Security-Situation um die Anlage. So, und die gesamten, ihr wisst ja schon, ne? Ehemalige Ex-Soldaten, generell Militärs, Söldner, private Sicherheitsdienstleister, die Position gewechselt haben, Polizisten, dies, das. Das ist so das, was angeheuert wird. Das sieht man da auch. Grundsätzlich die Ausstattung, nach dem, was ihr so beobachtet, ist meistens schusssichere Westerpistole und dann Sturmgewehr, Pumpgun, Maschinenpistole, so die Richtung. Also, die haben, das sind jetzt keine Komplexen, also die laufen nicht in einer militärischen Sicherheitsrüstung mit einer Ares Alpha Combat Gun, mit eingebautem Radar oder so'n Scheiß rum, aber man muss halt schon davon ausgehen, die haben eine militärische Ausrüstung, also Panzerwesten, die haben auch teilweise mal eine Granate, die haben 45er oder 9mm Pistolen mit einem Red Dot Visier drauf, etc. Die haben M14 oder AK-47 Sturmgewehre, die haben ihren Kram an Kabelbindern, an Taschenlampen, etc. Also das ist schon paramilitärische Sicherheit, was ihr da habt. Für Shadowrun-Level nicht krass, sondern eher normal, weil im krassen Shadowrun-Bereich sind wir bei Vollkörperschutzpanzerung, Ares Alpha Combat Gun, Kampfdrohnen, dies, das. Aber das sind halt schon Leute mit militärischer Bewaffnung, das muss man ganz klar so sagen, die so ihrem Verhalten und ihrem Auftreten nach auch wissen, wie man damit umgehen sollte. Ansonsten seht ihr, dass die Uniformvorschriften sehr lasch sind, es wird im Dienst geraucht, die gehen generell auch mit den anderen Mitarbeitern eher so ein bisschen krude um. Man kriegt in der Nachtzeit, die ihr dort mitbekommt, dass die wohl, oder ich sag mal, ihr seid ja 48 schon da, also nehmt ihr mal zwei Nächte mit. Dementsprechend wird da wohl nachts gerne auch mal getrunken bei den Leuten, die dann am nächsten Tag nicht die Frühschicht haben. Das ist auch, das wird nicht unterbunden. Und in beiden Abenden halten ab einer bestimmten Uhrzeit bei, ich sag mal, Gruppenunterkunft der Sicherheitsleute, was dieses Häuschen ist, das hier oben, also das Gebäude ist ziemlich groß und Teil davon ist wohl Unterkunft für Arbeiter und Security. Und gegen späterer Stunde hält dann da gerne mal so ein Van, wo eine größere Gruppe sehr leicht bekleideter Damen aussteigt und die werden dann da reingeführt und naja, die kommen dann irgendwann ein bisschen zerzaust und derangiert bekleidet nach ein paar Stunden da wieder raus. So. Das gehört wohl sozusagen zum Service, um die Sicherheitskräfte bei Laune zu halten hier. Also das ist keine vom gesamten Auftreten her, die wissen grundsätzlich, was sie tun, aber das sind keine straff organisierten Profimilitärs, die ganz viel Disziplin an den Tag legen, sondern eher so eine krude, bezahlte Söldnertruppe vom Security-Level her. So, das ist einmal das, was ihr bei den Sicherheitsleuten bemerkt. Grundsätzlich allerdings auch durch alle Metatypen durch. Also das scheint denen egal zu sein, da sind Elfenzwerge, Menschen, Orks, Trolle, alles mit dabei. Also das juckt die kein bisschen. So. Kampfhubschrauber? Kampfhubschrauber ist kein Metatypus, nicht in Shedron. Grundsätzlich, was die Fahrzeuglandschaft angeht, die haben diverse dieser Ford Bison 3 als Transportfahrzeuge da am Start in etwas unterschiedlicher Altersgruppe. Die werden aber lokal gewartet von den Technikern, die sie da haben und in den meisten Fällen, nachdem was sie in den 48 Stunden bemerkt, parken die Systeme oder die Ford Bisons hier vor diesem großen Turm. Da ist ja so eine freie Fläche. In dem Gebiet. Da ist ja so eine kleine Pumpanlage, da ist der große Turm und hier ist ein Freiflex. Da werden die aufgereiht, da scheint die Beladezone zu sein. Dann fahren die über eine kleine Brücke, hier über dieses Flüsschen, eine Straße, die hier hochführt, zu diesem Haus hoch. Und da werden die dann quasi final abgefertigt und verlassen über diese Straße, die ich vorher schon erwähnt hatte, durch ein gesichertes Tor, das Gelände der Firma. Soweit klar? Hier unten auf dieser freien Fläche vor dem Turm, Beladezone. Dann fahren die irgendwann hier hoch, über diesen kleinen Fluss, an dieser Kante hoch. Hier führt eine kleine Straße hoch. Hier ist ein Sammelgebiet, da werden die nochmal angehalten und kontrolliert. Und dann ist hier diese Straße, die hier langführt. Und hier oben ist dann ein Gatter oder ein Tor. Da werden die kontrolliert und dann rausgelassen. Grundsätzlich wichtig, die scheinen menschliche Fahrer zu haben oder metamenschliche Fahrer zu haben. Das sind keine automatisierten Transporte. Da, wo die stehen und ent- und beladen werden, ist das irgendwie, das sieht jetzt ja nicht überdacht aus oder so, ne? Nein, nein, das ist ein offenes Areal. In den meisten Fällen, oder das, was ihr seht, ist, die Transporter stehen hier draußen. Und die werden von Laderampen, die hier unten im Fuß dieses Turms sind, da wird das Material anscheinend drin verarbeitet. Und von da holen die halt große, gesicherte Kisten, die sie dann automatisiert verladen lassen lassen. Also Drohnen, die die Dinger aufsammeln, zum Laster schleppen und da reinschieben. Und das wird von menschlichen Arbeitskräften beaufsichtigt. Ihr seht also in dem Sinne nicht das Erz. Ihr seht nur, dass hier manchmal unter Wasser irgendwelche Drohnen rumschwimmen und dass hier manchmal so kleine Motorboote drauf rumfahren und da Aktivität auf dem Wasser ist. Und alle paar Zeiten fahren dann Transporter hier runter und dann holen Drohnen Kisten aus den Verladerampen und schieben die in die Lastwagen. Generell, was sonst noch an Fahrzeugen da unterwegs ist, ist am ehesten zu vergleichen leichte umgebaute Jeeps, Trailblazer. Das sind also im Grunde genommen so dieser typische Jeep, den man kennt. Offen Überrollbügel, große Reifen, geländegängig, kruder Motor. Und die haben die insofern nur so weit umgebaut, dass man da zum Beispiel einen Auflageplatz für ein Sturmgewehr oder ein LMG auf diesem Überrollbügel hat von jemandem, der da hinten drauf sitzt. Oder aber, dass die halt zum Beispiel mehrere Sitze hinten drin haben, dass die insgesamt mit dem Beifahrer sieben Leute transportieren können. Das ist nur eine Option. Aber das sind halt wirklich einfach Jeeps. Keine Hochsicherheitsvorte. Dann gibt es noch Transporter. Der ist übrigens im Vollgas auf Seite 31 der Trailblazer. Im Vollgas auf Seite 30 findet ihr den Gas Niki P183. Auch die werden eingesetzt. Das ist auch kein spezieller Fahrzeugtyp, auch nicht hochgradig gesichert. Was euch mehr Gedanken macht. Vollgas Seite 41. GMC Trooper. Das ist sowas wie ein gepanzerter Humvee mit einem kleinen Turm obendrauf. Welche Seite im Vollgas? Vollgas Seite 41. 41, danke. Du kannst bei Eino nachgucken. So. Das ist ein Militärfahrzeug und davon seht ihr mindestens einen. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob die nicht noch einen zweiten haben, weil ein Fahrzeug in einer Rampe hier oben bei diesem Gebäude steht, wo auch teilweise nicht nur Unterkünfte sind, sondern auch gearbeitet wird. Und da könnt ihr, der wird dann nicht rausgefahren. Also es könnte sein, dass sie einen zweiten haben. Ansonsten seht ihr diverse Arbeitsdrohnen in allen möglichen Kategorien. Von Packdrohnen, die Kisten schleppen. Schwimmdrohnen, die irgendwas unter Wasser machen. Drohnen, die halt Container von den Schwimmdrohnen entgegennehmen und reinbringen. Reinigungsdrohnen. Rasenmäherdrohnen. Also die haben sehr viel auf Drohnentätigkeit ausgelagert. Die benutzen Drohnensysteme zum Beispiel, wenn sie spontan irgendwo nachts Schalldämpfer und Scheinwerfer brauchen, dann steigt eine Flugdrohne mit Flutlichtscheinwerfern drunter auf und beleuchtet das Areal etc. Also die benutzen einen großen Umfang für alle möglichen Arbeiten, auch für Wartungsarbeiten an den Pipelines oder Reinigungsarbeiten an den Gebäuden benutzen die Drohnen in verschiedensten Kategorien und auch teilweise ältere, teilweise neuere Modelle. Also da verlassen die sich sehr stark darauf, was ihre Infrastruktur angeht. Dementsprechend stark muss auf dem Gelände auch das Drohnenkontrollen-Netzwerk ausgebaut sein. Und ihr würdet vermuten, dass die definitiv mehr als einen Rigger in ihrem Sicherheitsraum sitzen haben. Was die Sicherheitsdrohnen angeht, also nochmal wohlgemerkt, Flutlichtanlagen auf dem Gelände, viele Drohnen mit Arbeitsprozessen vom Transport, Filtern und Reinigung, verladen den Schürfprozess, wird auch mit Drohnen durchgeführt, Drohnenboote auf dem See, Tauchdrohnen etc. Alles Drohnen. Dann im Vollgas Seite 105, das ist für Koala interessant, Hawker Sidley Bat, das sind Aufklärungsdrohnen. Die fliegen in Zweiergruppen ca. alle 10 Minuten die Grenzperimeter der Anlage ab. Ihr seht die zwei, ihr geht aber davon aus, dass die mehr haben. Bullshit, ich habe eine falsche Zeile gelesen, nicht alle 10 Minuten, das wird jetzt leider schlechter für euch. Es sind mehrere Gruppen im Einsatz und die fliegen alle 2 Minuten in ca. 20 Meter Höhe die Zaunlinie ab. Warte, Mr. King zurück und den Auftrag zurückgeben. In ungefähr 10 Minuten Entfernung, wie ich euch gesagt habe, könnt ihr, das war nämlich die falsche Linie, könnt ihr, wenn ihr da oben auf diesem Felsvorsprung liegt, die Grenze sehen. Die Grenze Amazonien-Metropole ist eine große, lange, gut befestigte Mauer. Diese Mauersysteme sind modular, mehrere Meter hoch und benutzen umweltverträgliche Pestizide, um zu verhindern, dass es Pflanzenbewuchs gibt. Das heißt, die haben kleine Düsen drin und das heißt, die stoßen diese Pestizide in unregelmäßigen Abständen auch aus. Waldmeister, moin, tatsächliches Power-Level gibt es hier bei Shenron nicht. Aber die Spieler haben alle schon ein bisschen Karma, mindestens ein Spieler ist sehr erfahren und ich sag mal, wenn man darauf achtet und guckt, dann gibt es auch Lücken im Netz der Probleme. In Herbizide, dankeschön, in ungefähr 10 Minuten Entfernung Mauern, die stoßen quasi in unregelmäßigen Abschnitten Herbizide aus, um Pflanzenbewuchs zu verhindern. Und, ey, Hidden, Darkus kriegt schon mal ein Karma von Hidden. Immer gut, dank dir, Hidden. Und dort seht ihr halt auch dann ab und zu Patrouillen fahren. Und da sieht es natürlich anders aus. Das ist eine militärisch gesicherte Grenze. Das heißt, die haben die gepanzerte Sicherheitsfahrzeuge, das sind Soldaten in Uniform, da sind auch ab und zu Kampfdrohnen in der Luft. Das ist eine Militäranlage. Aber ganz klar, die gehören nicht zu diesem Konzern. Und, und das ist jetzt noch ein kleiner Brückenschlag zu den Informationen, die ihr zusammengetragen habt und die ihr euch auch aus dem Netz geholt habt, Minara Kau ist nicht besonders beliebt. Minara Kau hat die explizite Unterstützung der Regierung von Amazonien. Amazonien mag Metropolä nicht. Metropolä ist nicht glücklich mit dem Umgang von Amazonien mit Metropolä. Da gibt es sehr viele politische Spannungen. Das heißt, diese Minenanlage ist auch um Politikum. Kann ich zum Arzt gehen und mir einen gelben Schein ausstellen lassen? Niemand. Mit anderen Worten, da die Grenzer zum Metropolä gehören, ist es jetzt so 50-50. Das kann durchaus auch sein, dass die Grenzer sagen, nö, was die da machen, kümmert uns nicht. Solange die uns nicht zu nahe kommen, rühren wir keinen Finger, wenn da irgendwas passiert. Ansonsten ist es so, außenrum gibt es in einem Abstand, der ziemlich genau hier unten diesen kahlen Kreis außerhalb der Baumlinie beschreibt. Der zum Fuß dieses Felsvorsprungs passt. Um das Areal rum erstmal einen einfachen Zaun. Das einfache Zaun, kein Zugang. Da sind Warnschilder dran, dies, das. Dahinter nimmt in einem breiten Streifen, wie man sieht, der Pflanzenbewuchs ab. Das ist Grasland. Da sind keine Bäume. Es gibt eine Baumlinie, die direkt an diesem See wächst. Warum die da gelassen wurde, könnt ihr nicht einschätzen. Aber die Bäume und die Urwaldriesen dort wurden nicht abgeholzt, wie man sieht. So. An dieser Linie gibt es einen zweiten Zaun. Dieser Zaun, explizite Beschreibung. Drei Meter hoher, verstärkter Zaun. Das bedeutet, alle drei Meter ein Plaststahlpfeiler, zwischen dem die Zaungitter gespannt sind. Da ist Stacheldraht drauf und der steht unter Strom. Warnende Seite. Keine festen Mauern. Keine Minen oder so ein Spaß. Einfach ein einfacher Zaun und dann ein besserer Zaun. Und der hat natürlich hier hinten Tore. Ne, Dinos habt ihr auch nicht gesehen. Auf den Plaststahlpfeilern gibt es Lampen, die eingeschaltet werden können und reguläre Sicherheitskameras. Ansonsten habt ihr da, sage ich mal, Tag und Nacht geschäftiges Treiben auf der Anlage. Das heißt, nachts ist innerhalb der Anlage relativ viel Flutlicht an, weil da weitergearbeitet wird. Die Drohnen sind aktiv, es werden weiter Laster bearbeitet. Also es gibt wohl ein 24-Stunden-Schichtsystem. Die Flutlichter auf dem inneren Zaun sind die meiste Zeit aus. Die springen nur mal sporadisch an. Kann sein, dass da die Sicherheitszentrale was einschaltet, was auf der Kamera war oder es Bewegungsmelder gibt oder oder. Das könnt ihr auf die Entfernung nicht ausmachen. Das ist das an Informationen, was ihr in den Tagen rausbekommt. Ihr kennt die Sicherheitsprozeduren, das Aktivitätslevel, das Sicherheitsumfeld. Ihr kennt die Tag-Nacht-Aktivitäten, ihr kennt die Ausrüstung der Security. Die gesamte Mannstärke der Security ist schwierig einzuschätzen, weil die natürlich nicht in vollem Umfang irgendwie aufmarschieren jeden Morgen. Sondern ihr seht halt hier und da mal Streifen rumlaufen, Leute, die sich ein bisschen was angucken, einer geht mal irgendwo raus zum Rauchen. Was ihr nicht habt, ist in diesem Umfeld des Sees ständige Präsenz von Security. Dafür haben die die Drohnen. Ihr habt natürlich Wachmannschaften an den Toren und Security, die sich in unregelmäßigen Abständen hier bei den Gebäudeinstallationen bewegt. Aber ihr habt nicht jetzt so einen Spaß, dass irgendwie alle zehn Minuten hier ein Jeep rumfährt und sich das anguckt oder in so einem Bumms. Sowas passiert nicht. Haben wir was wegen Strom noch gesehen, also die Akkus für die Solar- und Windanlagen oder so? Es gibt Verteilerstationen, die sind größtenteils hier bei den Türmen, beziehungsweise dann oben bei dieser Anlage, wo die vier Windräder stehen und wo die Solarsysteme zusammengeführt werden. Es gibt allerdings zusätzlich, und das habt ihr auch gesehen, hier quasi zwischen dem Grünzeug, hier unten, was sozusagen im südlichen Teil ist, steht noch so ein Verteilerkasten. Das ist so ein kruder Betonklotz, wo ein Starkstromsymbol dran ist. Da geht ihr davon aus, dass in diesem Betonhäuschen ein Verteilersystem drin ist. Kabel sind entsprechend unterirdisch verlegt. Das ist es. Ja, das war ja übersichtlich, ne? Mit den Informationen kämt ihr jetzt, wenn ihr nichts mehr macht, zurück. Das heißt, jetzt könnt ihr euch sozusagen noch überlegen, ob ihr da quasi noch eine Sicherheitsreaktion provozieren wollt. Weil das würde ich dann tatsächlich vor der Pause jetzt noch mit euch abhandeln. Also das Im-Dschungel zu provozieren macht ja keinen Sinn, weil das Einzige, was wir dann sehen, ist das Verhalten der Drohnen höchstwahrscheinlich. Es sei denn, ihr macht irgendwas so krasses, dass sie sich genötigt führende Leute hinzuschicken. Das wäre aber wahrscheinlich dann schon wieder drüber. Ja. Nö, wenn überhaupt, würde ich halt wirklich auf den Umfang gehen. Also, du hast ja auch einiges zu dem Sicherheitspersonal gesagt, was ja irgendwie, ja, normal, Schrägstrich, menschlich ist. Ja. In seinen Zügen. Also, wir werden es ja wahrscheinlich schaffen, in den 48 Stunden das Areal zu umrunden da, oder? Ja. Wenn ich mir das jetzt mal von den Größenordnungen angucke. Ja. Das heißt, wenn unser eigentlicher, bis jetzt geplanter Einsprungspunkt eher auf der rechten Seite ist, wenn wir uns das Gebäude angucken, was ja auch gleichzeitig die Seite ist, die näher am Metropolie dran ist und nicht der Ausgang Richtung Amazonien, richtig? Richtig. Würde ich tatsächlich da, wo die Lichtung anfängt auf der linken Seite, dass wir von dort aus eine Provokation haben. Also hier raus, dieses oberen Gebiet, wo es hier raus geht. Der Nachteil an Provokation ist auch immer, dass temporär wenigstens Sicherheit vielleicht manchmal hochgezogen wird an der Seite, aber vielleicht nicht so, wie wir das machen. Ihr habt am Ende von den 48 Stunden, ihr vernagelt da ja zwei Tage komplett rein. Ihr hattet ja fünf bis sechs Tage Platz. Das heißt, ihr habt dann immer noch drei bis vier Tage Platz danach. Also das ist das Zeitlanzer, wo ihr quasi, wenn ihr zurück in Metropolie seid, nach eurer Dschungeltour noch mitarbeiten können als Zusammenfassung. Ja. Und ich würde das dann halt auch, wie Björn, du hattest das vorhin auch schon gesagt, also so, dass wir halt wirklich so am letzten, am letzten Tag irgendwie, innerhalb der letzten drei Stunden so. Ja, da mal. Also hier hinten ist es so, hier verlaufen ja auch beide Zäune. Einmal der innere Zaun und einmal der äußere Zaun. Wenn ihr jetzt euch hier auf diese Lichtung hier hinten begebt, was dann ja hier oben wäre. Der Teil, der quasi hinter der Pipeline-Anlage im oberen Teil des Bildes links raus geht. Was sozusagen dann nach Westen in Richtung Amazonien wäre. Da ist diese breite Sandstraße, die führt hier ja quasi einmal durch an diesem Gebäude vorbei, unter diesem Pipeline-System durch, das sich hier hochspannt auf dem Berg. Und es durchschlägt natürlich sozusagen auch beide Zäune. Jetzt ist es so, dass der äußere Zaun kein Gitter hat. Das heißt, da wo der äußere Zaun auf die Straße trifft, macht der einen Knick und ihr habt quasi ein Stück Straße, was eingezäunt ist, links und rechts, bis es auf das Zugangstor trifft. Aber kommst du von, also du hast ja gesagt, es gab da ja auch schon mal ein Zertestor und sowas. Die Straße latschen und zu diesem Tor hinlatschen. Das geht. Entweder das oder was ja so ein bisschen, ich sag mal, links hinter dem, hinter diesem Abpumprohr, ne, das ein Beförderungsrohr ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch irgendwo so die Ecke, wo auch ursprünglich mal Proteste waren, oder habe ich das falsch verstanden? Genau, richtig. Hier da oben, ne? Ja. Ja, irgendwie eher von der Seite, das würde ich mir gerne nochmal angucken, das Areal. Da ist es halt auch relativ frei. Da gibt es so ein paar, das ist viel Grasland. Kann man sich vorstellen, dass sie das vielleicht damals gerodet haben, um das übersichtlicher zu gestalten. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen nachbewachsen. Hier sind so ein paar kleinere Gebäude, was vielleicht Arbeiterbungalows oder kleine Lagerschuppen oder dergleichen sind, aber nichts Großes. Auch ein bisschen Sandfläche, wo eventuell Fahrzeuge parken könnten, etc. Und ziemlich direkt hier dran, also en par mit der Dachlinie von dem höheren Turm, wäre der innere Zaun. Ist das eigentlich irgendwie, du hattest ja schon gesagt, nicht so wie wir es von Militär oder so kennen, da hängt jetzt aber nirgendwo ein Firmenschild dran. An den Haupttoren hängt tatsächlich auch ein offizielles Schild, Minerakao, Montessinai, LUSM-Site, Privatgebiet, gehört der Minerakao Mining Company, dies, das. An dem äußeren Zaun, also an diesem Assi-Maschendraht-Zaun, der da drumherum ist, als erste Grenze, hängt ab und zu einfach nur mal das Firmenlogo, Privatgebiet, betreten, verboten, gesichertes Areal. Aber der Zaun ist auch dauerhaft intakt und so, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwo schon kaputt, oder? Das können wir ja mal herausfinden. Wir legen das mal in die Hände des Fragenden. Mach doch mal ne Edge-Probe, ob, wenn du dich umguckst, irgendwo ein Loch im Zaun entdeckst. Ja. Vier Würfel. So weit, wie du das gesehen hast, nicht. Aber ist ja nur so ein Maschendraht-Zaun, ne? Das ist ein ganz normaler Maschendraht-Zaun, der steht nicht unter Strom und gar nichts. Und irgendwo da hinten sind ja auch noch, da kann man ja, also da ist ja noch nicht direkt irgendwie so ein Absperr-Areal dann, ne? Nein, 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 nein. Das Ding hat alle, weiß ich nicht, drei, vier Meter so ein Metallrohr im Boden. Und so ein ganz schnöder, billiger Maschendraht-Zaun. Ohne fancy Shit. Thomas, ich würde jetzt mal... Ja, dann machen wir doch mal ein Loch rein, ne? Ich würde jetzt einfach sagen, ich sehe ja, dass du da nach Ausschau hältst und würde einfach genauso da nach Ausschau halten. Dementsprechend mal ja auch ne Probe. So funktionieren Edge-Proben jetzt nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Also da, wo jetzt nicht unbedingt so ein sehr offensichtliches Schild ist, dass man hier nicht rein darf, die sind ja auch noch alle paar Meter. Wo möchtest du das probieren? Da oben? Oder eher hier, wo so ein bisschen Wald ist? Eher weiter oben da. Da, wo auch früher so die, in der Art, wo die Proteste waren und so. An einer Stelle, wo nicht direkt so ein offensichtliches Schild ist von hier, darfst du nicht rein. Würde ich einfach mal an so einem Pfahl den Maschendrahtzaun aufreißen und dann da durchgehen. Ich muss jetzt mal würfeln. Mach das. Machst du in irgendeiner Form... Ja, wir können natürlich auch ganz offensichtlich mit Magie das machen, das stimmt. Aber machen wir nicht. Hast du in irgendeiner Form vor, dich dabei heimlich zu verhalten? Oder hockst du dich da hin, machst du einmal Rupf und kriegst da durch und bist drin. Na, es ist halt ein Maschendrahtzaun, ne? Ja. Also ganz ehrlich, ich lauf da einfach durch. Okay, gut. Ja, dann, äh... Das Fernrohr ist immer noch so vor die Augen geschlagen. So geistesabwesend, wie ich halt manchmal so bin, so. Boop. Ups. Das ist dann jeweils? Dauert... Du bist da drin und gehst ein paar Schritte, also von dem Punkt, wo du trittst an den Zaun heran, guckst dich rum, rupfst den auf und marschierst da rein und dann sind ja, sag ich mal noch, ähm, 20, 30 Meter freie Fläche bis zum nächsten Zaun. Dauert das im Ganzen so zwei Minuten, würdest du sagen, grob, bis auf einmal eine von diesen kleinen Schwebedrohnen kommt und, äh, mitten in dein Sichtfeld fliegt und du auf einmal so einen Teil von einer Drohne in deinem Fernlas siehst und als du dieses Fernlas runternimmst, schwebt da so eine Drohne, guckt in deine Richtung und du hörst aus so einem knarzigen Lautsprecher. Sie betreten illegal Privatgrundstück, ein Privatgrundstück, verlassen Sie sofort das Areal. Sie betreten illegal ein Privatgrundstück, verlassen Sie sofort das Areal. Kommt das in Dauerschleife oder nur zwei Minuten? Ja, das kommt in Dauerschleife und, ähm, ich nehme jetzt mal an, dass die anderen noch das Areal, also das restliche Gelände beobachten, während die beiden da unterwegs sind, also Darkus, 41 und Cephalon, richtig? Das muss jetzt doch in Dauerschleife laufen. Ja, das läuft auch in Dauerschleife, Punkt. Ähm, ihr seht relativ kurzfristig, dass die Drohne da hinfliegt, seht ihr eine zweite Drohne da hinfliegen, die ihn quasi dann von etwas weiter entfernt oben auch filmt. Man muss dazu sagen, diese, äh, Hawker Sidley, waren das die, äh, die Bad-Aufklärungsdrohnen? Die sind nicht bewaffnet. Das ist ganz wichtig. Das sind Aufklärungsdrohnen oder Überwachungsdrohnen. Und ziemlich kurz danach fährt hier bei diesem Haus, wo die Security auch unterwacht ist, äh, untergebracht ist ein Jeep los und fährt auf die Straße und fährt in die Richtung. Äh, ich, ich, ich gehe ganz langsam wieder zurück und sage, sorry, leid, wusste ich nicht, da ist, ihr habt übrigens ein Loch im Zaun. Okay, zurück. Hm. Ähm, du, du entfernst dich wahrscheinlich eher zügig. Ähm, naja, nicht so, als wäre ich auf der Flucht, aber so, dass man sieht, ich habe den Ansporn wegzugehen. Okay, gut. Das heißt, während du am Weggehen bist, weil du warst ja noch relativ dicht am Zaun, kurz danach siehst du, wie hier hinten dieses Gitter auf, äh, dieses Tor aufgeht, der Jeep da durchfährt, ähm, dann allerdings quasi mit der Linie oder mit der Kantenlinie von dem äußeren Sicherheitszaun anhält. Hm. Da waren insgesamt, äh, drei Sicherheitsleute drauf, nachdem, was du beim Weggehen so sehen kannst, einer stand hinten und hatte eine gewehrartige Waffe auf diesen Überrollbügel gelegt und die gucken erst so ein bisschen in deine Richtung und fahren dann nach kurzer Zeit zu dem, dem, äh, Zaunareal, wo du durchgegangen bist. Oh. So, können wir auch wieder, gehen nicht. Also, deren gesamte Reaktionszeit war zwei Minuten oder weniger, ab dem Moment, wo du offiziell was, also wo sie dich entdeckt haben. Hm. In der offensichtlichen Variante dann. Genau, richtig. Okay. Das wollten wir auch. Ich, genau, äh, ich, ähm, wird, während Rektar einmal durch den Zaun gesteppt ist, ähm, mal auf astrale Wahrnehmung. Also, das ist jetzt halt meine Frage, Thomas. Wir haben ja vorhin die Teamwork-Probe gemacht. Du hattest jetzt von der Beschreibung her sehr, sehr viel, ja, auch Militäre. Stimmt, die magischen Sachen habe ich euch noch nicht gesagt. Danke, dass du was sagst. Ähm, es, das hatte ich mir sogar auch aufgeschrieben. Danke, dass du was sagst. Grundsätzlich noch wichtig, keine, also diese Sachen, die Fahrzeuge und so, die die benutzen, das ist alles nicht neu. Okay? Das ist alles schon ein bisschen in Gebrauch. Das ist nicht shiny Hightech. Das muss man aber ganz klar sagen. Stimmt. Du siehst über dem Gelände, ich muss mal mal kurz gucken, wie viele Erfolge ihr für die Magie-Probe hattet. Ja, äh, du siehst über dem Gelände, ähm, meistens aktiv, äh, zwei Geister patrouillieren. Das sind, ähm, Elementare, Feuerelementare, die da unterwegs sind, die das Areal bewachen. Du würdest davon ausgehen, dass die so, äh, schon Stufe 5 sind, beide. Ähm, du siehst jetzt so keine Watcher. Du siehst ungefähr... ...einmal pro Stunde. Eine von, also, also eine von zwei astralen Signaturen patrouillierenrundgang machen. Du kannst die definitiv als unterschiedliche Magier identifizieren. Die müssen also zwei Magier auf dem Gelände haben. Und dieser See gibt so ein ganz leichtes, also wirklich so einen Müh, einen Hauch. Das ist wie so ein Mückensurren in der Luft. Also so ganz minimal, so ein ganz leichtes magisches Glimm von sich. Und um auf deine initiale Frage zurückzukommen, in dem Moment, wo Alarm ausgelöst wird, taucht sofort eine astrale Signatur auf und bewegt sich dahin. Also nicht nur quasi die Aufleihungstrohnen, die unmittelbar kommen, sondern... Nein, im Astralum geht sofort ein Magier aktiv dahin. Und da passiert aber auch nichts. Also das ist wirklich... Der bleibt halt da und beobachtet, wo Rack wieder weggeht. Hm? Wie ist denn dein vorherrschendes Gefühl, als du da rumrennst, Rack? Äh, neugierig und entspannt. Okay, das ist gut. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen, als so Blackpips, die hier fliegen. Definitiv. So. Und das für die Zuschauer und die Leute, die noch nicht so lange Shadowrun spielen, ist ein normales Security-Level. Das ist noch nicht krass. Wo die ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, ist wohl, dass sie sich zwei Sicherheitsmagier leisten, da Magier anzustellen nicht ganz günstig ist, aber der Rest ist normal. Gerade wenn man bedenkt, dass da im Dschungel irgendwie auch mal irgendwelche Plünderer unterwegs sein können, das ist Grenzgebiet, da können irgendwelche Scharmützel entstehen, das kann sein, dass Leute angeheuert werden, um das Erz zu klauen, etc. Das heißt, das Security-Level ist hier noch, auch aufgrund der technischen Ausstattung der Leute, normal. Okay. So, das sind die Informationen, die Reaktionszeit und die Situationssachen, die ihr so bekommt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in unsere Pause, bis so 5 nach 8, 10 nach 8 und dann könnt ihr damit ein bisschen arbeiten und da mal was draus bauen. Okidok. Chat, wie ihr gehört habt, so 5 nach 8, 10 nach 8 geht es hier weiter, wir machen ja immer zwischen halb 8 und 8 ein kleines Päuschen, damit man mal was essen kann, mal kurz einen Augenblick frische Luft bekommt, sich was zu trinken holen kann, etc. Also, wir sind gleich wieder für euch da, einige von uns sind wahrscheinlich schon wieder ein bisschen früher da und schnacken dann auch schon mit euch und ich werde mir jetzt ein Sandwich machen und in diesem Sinne, Chat, schnappt euch eure Snacks, geht aufs Klo, schnappt frische Luft, raucht eine, macht euch Abendessen und ja, bis gleich, dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. Chat. Warte. So, jetzt hören die anderen euch auch, gegebenenfalls. Ich habe gerade mal was. Ich muss mir was zeigen, Thomas. Ich muss mir was zeigen. Könnte vielleicht sein, dass ich zwei, drei Space Marine Miniaturen für dich über habe. Ich habe das Gefühl, dass meine Armee exponentiell wächst. Gideon will sich auch noch eine Leviathanbox holen. Ich bin am überlegen, mir auch noch eine zu holen und Flo hat auch schon gesagt, also, wenn du nicht, wenn ich mir eine Leviathanbox hole, wäre er vielleicht bereit zu tauschen. Ja. Ich habe das Gefühl, also, ja. Das ist ja auch heiß auf die Tyraniden, ne? Also, ich sage es mal vorsichtig, mein Interesse ist definitiv da. Ich muss nur gucken, in welchen Intervallen ich das dann entgegennehme und wie ich das dann aufteile. Aber mehr Marines, mehr gut. Ich habe mir zwei gegönnt, also, hier liegt noch eine komplett verpackte. Ich glaube, das war die sogar. Ja. Das war die verpackte. Ich habe noch eine, ich habe unten schon eine, wo ich das Regelwerk mir rausgesucht habe und so. Pegelst du bei der auf den Sammlerwert und wartest oder was ist der Plan? Weiß ich nicht, ich habe erst mal zwei bestellt, so. Oh, gut. Und dann hat man die halt da. So, mal gucken. Also, entweder bekomme ich Bock, noch die andere Hälfte Tyraniden dann zu nehmen. Ja, so ein paar Space Marine Köpfe, die man sich irgendwo hinlegt, die braucht man ja immer. Wir kriegen da sicherlich was gebastelt. Also, ich muss mal gucken. Ich denke, ich werde mir spätestens zum Ende des Monats auch noch eine beschaffen. Und dann mal sehen. Eine was? Leviathanbox. Ich habe die Leviathanbox gerade in die Luft gehalten. Lohnt sich aber, weil ich habe das durchgerechnet, wenn du außerhalb der Leviathanbox, du kaufst das Regelwerk und die Karten zu deiner Armee und da bist du schon bei 75 Euro. Da hast du noch keine Figur. Ich glaube, umgerechnet liegt der Wert irgendwo zwischen 400 und 500. Also, wenn du jetzt wirklich alles zusammenrechnest mit Regelwerk und Miniaturen, die dabei sind. Da ist so eine unbemalte Overkillbox rumliegen. Ja, auspacken, zusammenbauen, bemalen. So. Und ich war gerade mal fünf Minuten einfach auf dem Balkon und habe so ein bisschen in die Ferne geguckt und mit dem Wind um die Nase wehen lassen. Das war sehr angenehm. Hm. Jetzt gab es gerade eine leckere Pizza und dazu. Nur einen Wassermelonen-Feta-Salat. Sehr lecker. Wassermelonen-Feta? Klingt geil. Ja. Ist mega lecker. Mit Walnüssen und Minze und vor allem. Und ein bisschen Limette. Ja, was gegessen habe ich auch. Ich habe mir noch ein Pastrami-Sandwich mit ein bisschen Salat drauf und Mango-Curry-Soße und 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 gemacht. Das war auch ganz, das war lecker. Machen wir eigentlich noch Kaffee? Ja. So kommt es hin. Aber morgen wird es wahrscheinlich keinen Miniaturen-Stream, sondern einen Creative-Stream bei mir geben. Kreativ. Ja, ich muss ein bisschen was schaffen. Oder gucken, ob ich da was schaffe, weil davon hängt so ein bisschen ab, ob ich Montag mich bei jemandem melde und sage, nee, den Auftrag mache ich doch nicht. Schaffen wir schon mal Häusle bauen. Na ja, das Problem ist, mein Zeitpensum ist halt eng im Moment. Das wird das nächste halbe Jahr so bleiben. Und da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verschätzt. Jedenfalls fühlt sich das gerade so an. Klosterfrau Melissengeißler, das klingt ja super. Also da würde ich uns auch nicht tauschen. Nee, ich auch nicht. Ich wäre auch sehr dafür, dass wir das Ding heute abgeschlossen kriegen. Das würde ich gut finden. Ich bin mal gespannt, mit was für einem Plan ihr gleich aufmarschiert. Du umfällt jetzt erstmal mit der Info die Proada ja noch rum. Mal gucken. Schmeckt auch genau so, glaube ich. Ansonsten einfach wirklich mal laut rein, laut raus. Oder leise raus, weil alle tot sind. Ja. Also euer Enthusiasmus, ja. Ihr macht das. Also ich nehme den Plan, den ihr mir anbietet. Ich habe festgestellt, dass es dieses Bier, was Koala mir immer geschickt hat, was ich sehr lecker fand, tatsächlich hier im Fräsencenter gibt. Ja. Ich habe mir nur intelligenterweise damals nicht aufgeschrieben, welches ich davon nicht richtig gut fand. Na ja, dann hilft nur eins, alle mitnehmen. Nochmal von vorne. Ja, das Ding ist, das Coole ist ja auch, wenn die irgendwas nicht haben, die bestellen dir das ja auch. Die sind doch schmerzfrei. Super easy. Ich kaufe da tatsächlich auch sehr gerne ein. Ich möchte es ja im Moment Anfang des Monats einmal, dass ich zum Fräsencenter marschiere und dann einmal Rossmann, Aldi, Edeka und dann entweder schwer bepackt nach Hause oder aber Taxi. Und dann habe ich ziemlich viel von dem, was ich über einen Monat brauche, da. Mich würde mal interessieren, ob Lenk mich hört, weil da möchte ich ihm gerne mal sagen. Was hast du eigentlich für ein Problem mit meinen Geistern? Wieso wirst du meine Geister mal vorschicken? Warum auch nicht? Ja. Wie nennt man das? Aber er will sie ja kein Peister gehen lassen. Und das ist halt ... Das nächste Mal nehme ich dich mal mit zu meinem Loa. Da kannst du dich mal mit dem unterhalten, deine Einstellung zum Geistern. Er hat vielleicht ein lockeres Verständnis. Wie das Smash-Schei, als wir was Semtex angeht. Du darfst nicht vergessen, Lenk ist Hermetiker. Naja, aber als Voodoo-Priesterin hast du ja mit deinem Charakter Möglichkeiten, um Cephalon eine sehr naheliegende Geistererfahrung mit auf den Weg zu geben. Das stimmt. Ja. Die hatte er mal, Sessen zu sein. Nee, die hattest du noch nicht. Glaub mir. Wenn man ihn fragen würde, würde er es glauben. Ach, dieser ganze Geister-Schnickschnack. Das ist doch alles bloß falscher Hokus-Pokus. Ich glaube, ich nehme nachher noch einen Geist mehr, nur für Blank, ey. Ja, von Geistern reden, das ist doch ungenommen. Vielleicht doch schon, wenn du ihn einfach nur in Stufe 1 Geist des Menschen mit super vielen Diensten und dann den ganzen Tag in einem Zyklus von zwei Stunden Unfall würdest. Oder einfach Kippe stellen. Spontan materialisieren und immer wieder Kippe stellen. Du hast einfach den ganzen Tag Pech. Und das ändert dann was in meinem Leben? Mehr Pech als sonst. Dass du für den Pech nicht verantwortlich bist. Das geht. Dass du diesen Teil vielleicht nicht gesund überlebst. Ich glaube, wir brauchen nachher Schutz. Entbehrlich war das Wort, das ich beim Wassergeist gerade gesucht hatte. Was? Was ist mit entbehrlich? Entbehrlich ist der Wassergeist. Das war das Wort, das ich gerade gesucht hatte. Na jetzt. Geht's wohl los, oder was? Stell dir vor, wir schmeißen den Zwerg mit 200 Kilo Samtex auf den Gegner. Der ist nicht entbehrlich. Den können wir nicht widerrufen. Also nach dieser Flussfeuerung schmeißen wir dich mit 200 Kilo Samtex an. Das ist nur vielleicht so. Nur weil du eine andere Beziehung zum Thema Geister hast, heißt das ja nicht, dass das jeder in der Runde so sieht. Okay, wenn mein Charakter stirbt, dann spiele ich ab nächster Runde den Wassergeist. Das wird kurz. Was spielst du danach? Den nächsten Wassergeist. Nee, 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 nee. Du machst hier keinen Abreißblockcharakter. So klappt das nicht. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, für Hermetiker sind Geisterressourcen. Die gehen anders mit denen um, das stimmt schon. Das ist ja so der ewige Diskurs, also einer der großen Diskurse zwischen hermetischen Magieanwendern und schamanistischen Magieanwendern. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, das mag er so sehen. Das muss ja nicht jeder in der Runde so sehen. Das ist völlig legitim. Das ist völlig, komplett die Legitimski. Der Fallon gehört halt einfach zu denen. Die haben zwar schon mal gehört, ja, es gibt Geister und obwohl er erwacht ist, hat er aber mit denen ja gar nichts zu tun. Wie gesagt, aus seiner Aussage kann halt auch ganz schnell Realität werden. Dann hast du mehr mit ihm zu tun, als du lieb bist. Ich war mir jetzt zum Glück nie bewusst, dass da schon mal so ein Geist von dir hinter mir stand, mit dem Basie. Das kriegst du ja auch nicht mit, wenn du nicht... Also Moment, es gibt zwei Wege, das mit... Ich weiß gar nicht, doch den haben wir... Nee, drei. Den haben wir damit materialisieren lassen, sorry. Es gibt drei Wege, das mitzukriegen. Erstens, er hat materialisiert. Zweitens, man hat astrale Wahrnehmung und kann ihn halt im Astral drauf sehen. Und das dritte ist, man hat als Kier-Debt entweder Kampf oder Gefahrensinn und der Geist fasst die ernsthafte Absicht, einem zu schaden. Ich glaube, eine vierte gibt es auch noch. Eventuell musst du mir widersprechen. Wenn ich meine Hände dematerialisiere und er sie mir in der Form abschlägt, dann merke ich auch, dass da einer war, oder? Nee, dann merkst du einfach nur, dass was passiert ist und du Verletzungen hast. Ja, aber ich muss mir da denken, wenn ich in dem Zustand... Dann gehst du davon aus, dass es vermutlich eine astrale Wesenheit, ein Zauber, eine Zauberfalle, ein astraler Magier, etc. Die Liste ist dann immer noch lang. Richtig. 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 Kann ja auch ich sein. Aber ich denke dann als erstes an Ciri. Wenn sie es vorher schon angekündigt hat, mir Böses zu wollen. Wer hat denn hier angefangen mit Semtex an Geisterkleben und sonst irgendwas? Weil er entbehrlich ist. Und das ist die Fertigkeit. Außerdem... Ja, klar. Immer die Perspektive, ne? Richtig. Darkus würde genauso gut sagen, dass wir Elfen entbehrlich sind. Ja, mit einem... Vergleich mich bitte nicht mit Darkus. Wenn man mit einem relativ hohen Charisma und Intuitionswert bedeutet das ja auch, dass man ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen hat. Und wenn man Anführer ist und weiß, dass die Ressource in einem Team eine schamanistisch bzw. Voodoo geprägte Magierin ist, dann tut man vielleicht nicht gut daran, so über Geister zu reden, sondern orientiert sich vielleicht eher an der Perspektive seines Gegenüber. Auch das. Interessant, ja. Ja, ist gar nicht so verkehrt, der Gedanke. Du bist sogar ziemlich richtig. Der ist so ziemlich... Ich würde gerade sagen, der trifft ziemlich on point, weil den würde ich genauso unterschreiben. Ich hätte mir jetzt gerade gerne die Frage gestellt, weiß mein Charakter überhaupt, dass Schamanen solch eine enge Bindung haben, aber natürlich... Hast du Magie-Theorie? Ich würde gerade sagen. Genau. Magie-Theorie, erwacht du dir auf Fähigkeiten. Klar, muss ich wissen. Wenn ich das nicht wüsste, wäre das sehr peinlich. Da hast du recht. Das ist halt das Problem, oder ich sag mal, das ist eins der kleinen Probleme, was Shadowrun 6 hat. Wissensfertigkeit haben per se keinen Wert mehr. Früher hätte man sagen können, was hast du denn für einen Wert in Wissensfertigkeit, Magie-Theorie? Eins oder zwei? Boah, gut, dann weißt du vielleicht mehr über deinen Hermetiker-Kram. Hast du mal gehört, dass Schamanen eher so emotionale Typen sind, aber für diesen Umgang mit Geistern würfel mal. Hier ist es jetzt so, dass durch das Absprechen des Wertes super viel Pauschalisierung respektiv Hop oder Top passiert. Das heißt, entweder musst du pauschal annehmen, der Charakter weiß es respektiv weiß es nicht, oder aber du musst für jeden Scheiß einen Würfelwurf ansagen. Und das ist kacke. Und, ähm, oder die einfachste und wahrscheinlich auch logischste Abkürzung für einen einfühlsamen, empathischen Charakter, ähm, ist das Interesse an den Gegenüber und zu fragen. Das, äh, würde auch funktionieren. Das würde den Weg um die Fähigkeit herum oder um die Fertigkeit herum bedeuten, das stimmt. Ist richtig. So, wie ich vorhin Poala gefragt, oder Darkus gefragt hab, ob er mir mal seine Drohne zeigen kann. Weißt du? Weil damit hab ich ja sonst auch nichts am Hut. Du meinst Rags Kauspielzeug. Ja, genau. Beziehungsweise den Snack. Apropos, ich meinte das für den Ernst, Thomas. Also, ich hab, ähm, irgendwie noch genügend Karma zur Hand. Ich steigere dann nach den 48 Stunden gemeinsam im Dschungel mit Rack, würde ich gern meine Wissens, eine Wissensfertigkeit, äh, Parazoologie erwerben. Wenn du das zulässt. Für einen Fluff. Da das Ding keinen Spielschmerz erzeugt und ich jetzt einfach mal annehme, dass ihr euch vielleicht vorher auch schon über solche Sachen unterhalten habt, etc., sag ich mal ja. Theoretisch müsste ich jetzt sagen, nein, das musst du erst noch lernen und das dauert voll lange und dies, das. Aber das ist gerade bei solchen Fluff und Hintergrundwissensfertigkeiten, finde ich, äh, ja, hol sie dir. Wenn du jetzt von einem Mal aufs andere gesagt hättest, ich hab noch genug Karma, ich würd jetzt gern Feuerwaffen von 0 auf 5 steigern, hätte ich gesagt, nein. Aber bei Wissensfertigkeiten, ja, come on, why not. Danke. Ähm, Charlene, äh, was sind das für Tattoos? Ähm, die Le Elemente. Die Elemente, also das eine ist Bier und das andere ist Schnitzel. Ja, genau. Das andere ist Chicken Nuggets und Pizza. Geil. Ja. Das ist der Inhalt der Oberarme, aber jetzt nicht das Tattoo. Ich lasse das unkommentiert, der Weg zu dir ist kürzer als zu mir. Da rüttelt aber jemand ganz gefährlich am Ohrfeinbaum. Habe ich, habe ich erwähnt, dass meine Tür keinen Schlüssel hat, also, ich kann noch nie mal was zu mir sein. Aber ich muss halt gestehen, es ist halt auch wahr. Außer bis auf das Schnitzel, Schnitzel esse ich nicht wirklich gern, also wenn überhaupt bestehen die Oberarme tatsächlich aus Ching Nuggets, Pizza, Bier und... Noch mehr Pizza. Schokolade. Naschkram, genau. Und, ja, ja. Käse im Rand. Oh, wie. Schnitzel, so ein geiles Schnitzel, ich liebe das. Schön Schnitzel-Pommes, esse ich einfach super gerne. Bin ich irgendwie, das ist für mich so ein richtig überbewertetes Gericht. Also, ganz unpopuläre Meinung, Schnitzel ist für mich vollkommen überbewertet. Kategorisch, wenn ich Schnitzel mache, mache ich immer de facto mehr, als ich brauche, damit ich mir so ein paar Schnitzel in eine Tupperdose in den Kühlschrank schieben kann, damit ich in den nächsten zwei, drei Tagen einfach nochmal zwischendurch so ein kaltes Schnitzel in die Hand nehmen kann. Ich liebe das Zeug. Nee, kalt nicht. Doch, kalt, warm, auf Sandwich, auf Pizza, mit Pommes, ich lieb's. Ich wüsste tatsächlich nicht, dass ich, ähm, dass ich da von Tattoos besonders viele habe, ähm, was, Frostflame? Wow, wow, das ist jetzt hier, hä, für mich jetzt ausgeschlossen. Kein Edge mehr, weil ich, 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 ich hasse nicht Schnitzel, ich habe auch schon mal einen Schnitzel gegessen, das ist halt für mich jetzt nicht so erfüllend wie Pizza oder Sushi oder irgend sowas. Gute Besserung, Trin, auf jeden Fall. Ja, seht's, 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 seht's doch lieber auf jeden Fall so, ähm, wenn ich nicht so gern Schnitzel esse, bleibt mehr Schnitzel für euch. Ähm, das tut mir echt leid, Charlene. Ist das eine Mio-Cola, die du da hast? Ja. Boah, ich bin ein bisschen neidisch. Die ist echt geil. Die ist sehr lecker. Das ist die, das ist die, das ist die günstige, günstige, günstige Variante zur Fritz-Cola. Ich liebe ja Fritz-Cola, aber Fritz-Cola nimmt auch schon den einen oder anderen Euro. Fritz ist sich seinem Markenwert inzwischen bewusst. Ja, das merkt man. Guck mal, die verteilen sogar mittlerweile Festivalbändchen von Cola, Cellar. Aber überleg mal, die sind so präsent in der Gastronomie und in verschiedenen so, 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 Hip-Events und so, also da ist Fritz halt tief verankert. Fritz ist halt ein Markenname geworden. Das ist so. Ja. Nö, nö, die Mio finde ich auch echt preis-leistungsmäßig echt gut. Ja. Mio ist super lecker, die trinke ich gerne mal schön kalt aus dem Kühlschrank. Auch das Mate-Zeug davon ist auch echt lecker. Ach so, das habe ich durch Zufall mal entdeckt. Das gibt auch noch irgendwie so eine Waterkante oder sowas. Das ist so eine lokal produzierte Cola in so einer Flasche mit einem roten Etikett. Die ist auch nicht schlecht. Die ist auch gut. Je, Schnitzel. Okay, jetzt wird es endlich leider ein Schnitzel fürs Banz. Schnitzel-Sushi? Oh, wow, okay, jetzt wird es besonders. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, kleine Schnitzelstreifen in Reis zu wickeln. Wollen wir langsam weitermachen? Was wiederum geil ist, sind frittierte, sorry, frittierte Sushis. Wollen wir langsam weitermachen? Guter Plan. Frittierte Schokoriegel sind auch geil. Wir sind keine Holländer. Ähm. Naja, das machen nur die Saarländer. Die KK hat gerade einen CLP-Mitglied als Holländer bezeichnet. Notiert. Haben wir neulich mit jemandem gegessen. Was, Junge? New Kids. Wir machen nur Saarländer. Ich empfinde Holländer auch nicht wirklich als Beleidigung. Nein, Holländer sind lustig. Alles, was sie sagen, klingt witzig. Besten Nachbarn. Ja. Oh ja, bei denen ist aber momentan alles, aber nicht lustig. All you can deep fry. Gut. Shadrun. 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 Willkommen zurück, Zuschauer und Spieler. Und Spielleiter. Danke. Ähm. Also, du kriegst noch ne Information von mir, Koala, richtig? Du hattest deinen, äh, deine Connection, den Captain, wegen nem Luftschiff angemorst. Sehe ich das richtig? Zur Miete. Zur Miete. Ja. Ähm. Für ein paar Stunden. Shadrun Amsterdam. Also no shit. Ich hab noch nie ne Shadrun-Runde in Holland gespielt. Das wär mal was. Das wär echt mal cool. Ich hab schon Deutschland gespielt, England, Hongkong, ganz viel U-Kers, Australien, Südamerika. Wie ist dein, wie ist dein, wie ist dein, dein holländischer Akzent? Kriegst du's hin? Ich müsste ihn ein bisschen üben. Komm, aus dem Stehen greifen. Ich müsste ihn schon ein bisschen, bisschen üben. Also ich müsste ein paar mal New Kids gucken, dann wird's wieder besser werden. So ein Feuerball-Junge. Junge! Dann ist ja wohl klar, dass ich ein Feuermagier spiele. Alter. Eure Connection ist ein Imbissbudenbesitzer, der frittiert euch alles. So ein Feuerball-Junge. So. Ähm. Die Connection. Das hat er einen Faden verloren. Koala. Darkus. Das war ja der Kapitän des Schiffes, auf dem du ne Zeit lang unterwegs warst. Und, äh, mit dem du um die Welt gegeistert bist. Zeit lang ist gut. Über die Hälfte meines Lebens. So. Ähm. Die haben genau was gemacht? Schatzsuche. Richtig? Wrackberg und... Offiziell Schatzsuche. Transport von Dingen. Genau. So. Dinge von einem... An eurem Ort gefunden und dann dem Besitzer übergeben. Transferierung von... Besitz. So. In dem Zuge haben die ja durchaus mal, äh, oder habt ihr ja durchaus auch mal, ähm, unterschiedliche Transportmöglichkeiten gebraucht. Grundsätzlich hat er ja aber ein Schiff, ein Schiff zur See besessen. Einmal ganz kurz, wie für mich die Verbindung zum Luftschiff zustande kommt. Wir mussten da was außerhalb des Wassers erledigen. Und, ja. Archie wollte unbedingt Schiff haben. Er hat gesagt, es gibt keinen Auftrag ohne Schiff. Und, ja. Luftschiff und... Wir müssen mal... Er sagt ja dann, okay. Das ist jetzt so ein... Puh. Das Ding ist, dass dieses Luft... Ich darf nicht so viel drüber erzählen, sonst würde ich erschossen. Dieses Luftschiff, ähm, das Problem dabei ist, das muss ja jetzt tatsächlich auch in Südamerika sein, ne? Oh, jetzt kommt wieder hoch oder niedrig. Vor allem. Scheißen Sie weise. Nee. Mach doch mal eine Edge-Probe, Koala. Ob der Job dicht genug am südamerikanischen Kontinent war, dass die Anfrage Sinn macht. Was ist der neue Shit von Thomas? Das muss ich blöd fragen. Da spare ich mir diesen Hoch- oder Niedrig-Scheiß mit. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie die Edge-Probe gehen soll? Dein Edge wird an Würfeln würfel. So. So, Mann. Würfel-Würfel. Ja, ich bin ja gerade, ähm... Ich habe so viele Fenster hier offen. Mach ein paar zu, sonst zieht's. Höhöhöhöh. Ich vergiss es. Es war jetzt nicht so richtig... Es war jetzt nicht so richtig... Also, der Job war in Nordamerika. Das Problem ist, er könnte... Du kannst ihn anrufen, aber du bist hier nicht sicher, ob das wirklich rechtzeitig da wäre. Und du bist dir auch nicht ganz sicher, was der Spaß dann kostet. Aber, während du so über diese ganze Luftschiff-Thematik nachdenkst, fällt dir ein, oder wird dir bewusst, sagen wir es so, dass Luftschiff-Industrie tatsächlich ein großes Thema in Metropolie ist. Frachtluftschiffe etc. werden relativ viel eingesetzt. Und es gibt ja auch noch, das habe ich auch am Anfang von der Runde schon mal erwähnt und ich glaube, zwischendurch einmal, einige Luftschiffe, größere, sehr, sehr teure Luftschiffe, die quasi Wohnsitz von sehr reichen Leuten sind, die im Luftraum oberhalb von Metropolie leben. Es gibt eine große Luftschiff-Firma, die tätig ist und ansässig ist im Metropolie. Also, da gibt es auch verschiedene auf Landefeldern im Umland. Ihr könntet eventuell eure Connections anwärmen und versuchen, so ein Ding zu organisieren für den Job. Das ist nicht unmöglich. Lass mal Luftschiffe von reichen Menschen klauen. Ja, da kannst du doch mal einen Namen fragen. Genau! Ja, genau! Sonst noch irgendwelche Wünsche! Du kannst das tun! Ja, kann ich! Aber nein! Mach doch mal! Genau! Du bist denn jetzt so! Alles für das Team! Oder mir von der ganzen Geschichte endlich erzählen, dann riegel ich das! Auch das! Nein! Kannst du auch machen! Ich hänge an meinem Leben! Es ist klein, es ist felsig, aber ich hänge daran! Ja, aber Rack davon zu erzählen, das war jetzt nicht lethal, oder? Doch! Wurde ihm explizit untersagt. Achso! Aha, okay! Nicht liefern durch Rack! Nicht liefern durch Rack! Okay, sagen wir es so, ich kannte das Kleingedruckte nicht mehr. Das war sehr Kleingedruckt, aber sehr deutlich. Alles klar. Das war gar nicht so Kleingedruckt, das war eher in Pistolenform und lag offen auf dem Tisch. Ja, aber sie würde ja nicht... Ja, aber sie würde ja nicht... Ja, aber sie würde ja nicht Racks Freund killen, oder? Na ja, sagen wir es so, ich kriege Stubenarrest und dann haben wir halt erstmal ein frisches neues Blumenbeet im Garten. Wer stellt da schon Fragen? Und Darkus hatte einen ganz bedauerlichen Unfall, da gibt es auch Beweise für und Zeugen. Ja, aber wenn er Rack einwettet, würde er ja jetzt sagen, also wenn ich demnächst tot bin, dann weißt du, dass es deine Mama war. Ja, wow. Was haben wir davon gewonnen? Äh... Egal, wir wollen nicht abdenken. Genau, wir schweifen ab. Also, grundsätzlich... Also, theoretisch steht es Darkus tatsächlich frei, diese Person zu kontaktieren oder eine andere und grundsätzlich steht es der Gruppe frei, natürlich zu versuchen, ein Luftschiff zu organisieren, wenn ihr den Plan mit dem Luftschiff forcieren wollt. Wenn es an einem Ort in der sechsten Welt möglich wäre, dann tatsächlich am ehesten im Metropolay. Du solltest bestimmt auch ergoogeln, oder? So Angebote von Luftschiff... Ihr solltet eher eure Connections fragen, weil wenn, dann wollt ihr ein Luftschiff haben, wo über Nacht netterweise der Transponsor ausgebaut ist und keine Nummerierung mehr dran ist und das danach fachmännisch gereinigt haben. Also bestellen wir keins per Rente Luftschiff. Richtig. Der fällt aus. Sonst immer gern, aber heute nicht. Rente Illegal Luftschiff. Also, präsentiert mir den Plan. Also das ist, genau, also das mit dem Luftschiff müsst ihr vorher klären, das ist euer Fachbereich. Ja. Da halte ich mich zurück. Ich könnte höchstens, also die einzige Connection, die bei mir hier Sinn machen würde, wäre, glaube ich, Alexandra, die ja mittlerweile auch in den Schatten in Rio Paulo ein bisschen tätig ist, ob die da mal von, die Gefühle aussteigen kann, Thomas. Ist Prato ist auch noch ne Idee. Prato ist ne Idee, ja. Also bei mir beißt's aus mit, ähm, Konnektions. Das würde ich so nicht sagen, an deiner Stelle. Du hast ihn jetzt ja gefragt, ob er selbst sein Zeit, aber kannst du ja nochmal bei ihm nachfragen. Der ist bestimmt in der, äh, Luftfahrtschiff-Gilde. Also fangen wir mal relativ entspannt an. Koala hat ein Schieber als Connection. Schieber können alle möglichen Scheiß organisieren. Die kann man grundsätzlich immer erstmal fragen. Der ist mir aber auf Dauer zu teuer. Der bin noch zu viel mehr informiert. So. Ähm, Archie kennt ne Menge Leute. Ob der das organisieren kann? Naja, im schlimmsten Fall sagt er nein. So. Ähm. Wreck? Mh. Nein. Nur eine Connection. Ich weiß nicht, ob du den dafür einbauen willst. Äh, nein. Gut. Ähm. Cat? Bei mir fährt eigentlich nur Alejandra ein. Ja. Hast du eigentlich schon mal versucht herauszufinden, was Rosemary für einen Einfluss hat? Mein nur. Das war jetzt, das war gerade meine alte Alternative, weil du ja irgendwie mal hast, durchblicken lassen, ganz, ganz zu Beginn, dass sie da ja auch so ein bisschen, äh, äh, die Finger nach dem Spiel hat. Bei Blank wird's tatsächlich eng, weil er nicht so eng verzahnt lokal ist. Oh, warte mal, Aino hat doch da eine tolle Punkt. Der Schieber. Aino selber Schieber? Nein, ich dachte eher an Rich People. Äh, mein Rich People ist verschollen. Genau, da hat sie ja noch nicht weiter nachgefrochen. Ach, das ist auch noch so ein Thema. Sag mal, T.K., ähm, der gemeinsame Kontakt, den du gerade schon erwähnt hast, kann dir bei, wenn er ihr Kontakt ist und mein Kontakt ist, unterschiedlich hohen Einfluss haben? Klar. Das hängt davon ab, was er durchblecken lässt und was er bereit ist, für die einzelnen Personen zu tun. Dadurch stellst du fest, was für eine Reichweite er hat. Aber verwechselst du das gerade nicht mit Loyalität? Nein, Loyalität ist, wie er mit dir umgeht und ob er es für dich tut. Okay, gut, dann hat das in Ordnung, gut. Ah, gut. Äh, aber du meinest doch, weil du meinst, Ryota wäre wahrscheinlich keine Idee, aber er ist ja in Metropole unterwegs mittlerweile. Anfragen kannst du. Du hast übrigens, äh, ich weiß nicht, du hast hier einen Decker draufstehen. Ist die Liste alt? Nein. Das ist ein uraltes, äh, Ding, Entwurfsding noch. Ich hab keine. Dann muss ich mal streichen. Schön wär's. Ich hab ihn gelöscht. Wie wären das, wenn wir gemeinsam den Kontakt anrufen würden? Gibt es uns dann irgendeinen Boni auf den Einfluss? Ihr könnt euch die Kosten teilen. Das gebe ich euch dann. Aber mehr auch nicht, okay. Richtig. In dem Fall würde ja die höchstmögliche Einflussstufe greifen. Das wäre die, äh, also was er bereit ist für 41 zu tun, weil eure Loyalitätswerte ja relativ gleich sind. Ja. Das heißt, der hat ja nicht auf einmal Einfluss 6, weil ihr zusammen anruft. Hm. Also, als allererstes sollen wir erstmal herausfinden, was sowas generell kostet, ob das überhaupt in unser Budget passt. Also, ich sag mal, alles über 3.000 Yen müssen wir uns, glaub ich, nicht drüber unterhalten. Ähm, wenn das sprengt. Ich hab nämlich selber auch keine Vorstellung, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen so einen Luftschuh für drei Stunden. Ähm. Kurze Frage, äh, Koala, da hat er deine Connections mindestens mitgeteilt, ob das rein technisch möglich ist? Weil wir reden ja immer noch über 6 Tonnen. Das sollte so, äh, einer schaffen, weil... Das schaffen die. Okay. Es steht auch eben so im Buch, dass der, ähm, Ding gerade heben kann, ähm, Transport-LKWs. Ja, ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir jetzt so ein Ding mieten und nachher kann er nur die Hälfte oder so. Nö, alles gut. Ich hab da auch etwas länger geguckt, ob ich das kann. So, konkrete Frage. Wollt ihr das forcieren? Und wenn ja, über welchen Weg? Ich schreib auf jeden Fall Alejandra und Rosemary an. Ob die, ähm, ja, Leute kennen, äh, die unauffällig, äh, Luftschiffe vertreiben, vermieten. Überwie, bis in der halben Nacht. Schickt doch bitte an die Connections konkrete Angaben raus. Wir brauchen ein Luftschiff, äh, für so und so viele Stunden, an dem und dem Tag. Ähm, das, äh, der Transponder muss ausgebaut sein, etc. Ja, also das muss schon... Also schickt es bitte so konkret wie möglich weg. Sonst kriegen wir nachher ein sauberes Luftschiff, mit dem wir jetzt anfangen können. Das meinte ich doch. Den Transponder können wir doch selber notfalls ausbauen, oder, Dacus? Können, ja, müssen nicht. Okay. Nee, dann mach ich das. Alles, was jetzt erledigt ist, äh, müssen wir sich immer mal nicht schicken. Gut, stopp. Halt der Reihenfolge nach. Wir fangen oben an. Ziri, möchtest du reden? Wenn ja, dann rede jetzt. Ja. Ich möchte, oder beziehungsweise ich schreibe Alejandra und Rosemary, ähm, ob sie uns für den 14., beziehungsweise im Zeitraum zwischen 14. und 16. für sechs Stunden, nee, mehr, ja, sag mal zwölf Stunden, ähm, ein Luftfahrtschiff, äh, auftreiben können, was halt nicht nachverfolgbar im Stealth-Modus, was auch immer die Dinger können, äh, versucht, beziehungsweise beschaffen können. Und wenn ja, für welchen Preis? Und Alejandra hat einen hohen Loyalitätswert, Rosemary auch, ja, okay. Ja, sie könnte einfach nur vertauschen, die Werte, genau. Ja, die, die, die mögen dich ja beide, das ist insofern, ja, okay. Ähm, muss ich aber tatsächlich sagen, also, Alejandra, kriegst du relativ kurzfristig eine Antwort, nee, da wüsste sie es nicht, weil sie noch nicht so eng, also noch nicht so supereng verzahnt ist mit den Schatten der Metropoläe und weil das nicht so ganz ihr Aufgabengebiet ist, also sie ist ja wirklich eher so Seefahrt, etc. Ähm, das, das, das passt nicht so ganz. Bei Rosemary hast du noch keine Antwort. Okay. Ähm, Jan, möchtest du reden? Wenn ja, jetzt. Ähm, nein. Okay, du hast nix. Forty-One, Attacke. Ich melde mich bei Ryota, beziehungsweise schreibe ihm eine Nachricht, ob er uns ein Luftschiff, ähm, für eine Nacht besorgen kann, äh, im Zeitraum vom 13. bis zum 16. Sinden, ähm, das entsprechende Voraussetzungen abbildet. Entsprechende Voraussetzungen, sprich ähnlich wie bei Kat? Nicht getaggt und so weiter, richtig. Gut, okay. Okay, gut. Ähm. So. Cephalon, möchtest du irgendwas machen? Wenn ja, dann sprich. Negativ. Gut. Darkos. Ich schreibe Archie nochmal, von wegen, ob er jemanden kennt, der passendes Ruhrluftschiff hat für die gesagte Option und schreibe genauso nochmal im Schieber eine Nachricht, ob er zwischen 13. und 16. für bis zu zwölf Stunden ein nicht nachfolgbares und idealweise abgeschirmtes Luftschiff für ein... Stellt einer von... Okay. Stellt einer von euch ein Budget für den Tanz in den Raum oder lasst ihr das offen und erwartet ein Preisangebot? Ne, ich hatte ja richtig konkret reingeschrieben, dass sie mir bitte, wenn ja, wenn sie sowas kennen, dann bitte ein Preisverwarte, Preisangebot. Ich würde, ich würde ihn prozentual an meinem Gewinn beteiligen. Das wäre eine Summe von was? Sprich in Zahlen, der weiß nicht, wie viel du kriegst. Warte mal, was warst du zum Beispiel bei dem Run Pro? Marie, wie viel waren das nochmal? Also 1000 Fix und dann je nachdem wie erfolgreich zwischen 5500 und 6000 pro Kopf. Oder? Warte. Ne, 1000 Fix, 5000 Spesen und 5500 bis 6000 Yen. Da habe ich aber nicht mehr zugeschrieben. Ich behaupte jetzt einfach pro Kopf. Ja, ja. Also. Was ich behaupte es, dann steige ich jetzt aus. 5000 für alle. Glaubt euch, Tom. Nie. Ey, ich traue dir alles zu. Ich glaube, dann hättet ihr den Job nicht angenommen. Ich muss einmal kurz was nachgucken. Ihr habt mich jetzt mit dem Luftschiff nicht komplett kalt überrundet. Doch, haben wir jetzt noch nicht zu viel. Ab und an habe ich doch mal eine gute Idee, oder? Die Idee ist an sich, ist sie sehr gut. Ich muss nur jetzt eine Sache nachgucken. Ich kann damit arbeiten, das ist kein Problem. Ich muss, ich habe nur keine Vorstellung davon, was so ein Luftschiff wert ist. Gerade aus dem Kopf. Das müssen wir gleich noch einmal angucken. Das ist Renegade Works Mothership liegt bei 50.000. Auf welcher Seite ist das im Vollgas? Kannst du mir das einmal sagen? 88. Das ist dumm zum Blättern. Und sowas wird Spiel, Alter. Stimmt. Renegade Works Mothership Luftschiff. Ja, das steht eben auch drin, von wegen des... ... oder ladet euch ins Pop-Shop. 50.000 ist ja eigentlich sogar recht günstig. Ich sage einfach, wir sparen jetzt noch zwei Runs und dann holen wir uns unser eigenes. Kann man gern machen. Klingt wie ein Witz, aber es ist für lange Sicht vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr als 50.000 kosten mit Meta-Anpassung und Kram, aber... Wie solltet ihr das jetzt? Ich baue es euch zusammen. Du bist günstiger. Luftschiff Ikea-Bausatz. Also das Ding kann das, was ihr vorhabt? Sag ich doch. Das ist ein Arbeitsluftschiff. Die dürften dann dementsprechend auch bei der Preisklasse ziemlich gängiges Material in der Gegend sein. Also nicht schwer zu beschaffen. Und das war das, was für mich wichtig war. Sowohl Preisklasse als auch Verwendungstyp sprechen in dem Fall dafür, dafür, dass eure Connections das gegebenenfalls besorgen können. Wie gut sind deine Kräfte, was den Wind betrifft? Konkretisiere. Luftgeister? Ja gut, das ist erstmal egal, ob jetzt Wasser, Luft, Feuer, was bis hier hinaus. Ja, aber das ist ja trotzdem von zwei, drei Faktoren abhängig. Was willst du denn machen? Mir geht es um speziell Wind erzeugen. Wind erzeugen? Du willst den Antrieb pushen. Nein. Diese, ähm, ich, diese Hawker Bat, ähm, Flugdrohnen sind anfällig auf den Wind. Um die ein bisschen aus dem System, aus dem Konzept zu bringen. Bei Strom klauen reicht ja bei denen nicht. Das ist richtig, die arbeiten in dem Moment dann im Pilotenmodus. Naja, machst du dir einfach eine 41 mit aufs Luftschiff, mit ihrem Scharschützengewehr und los geht's. Ja, die sind passiert, das ist dann auch fertig, wenn die Dinger auf einmal ausfallen. Also was, ich weiß ja nicht, wie reagiert denn sowas auf Nebel? Ich denke mal, die haben Wärmeding. Jupp. Ja doch, ich hab Wetterbeherrschung, warte, aber das kann nur... Oh ja, oh, das wird lustig. Oh ja. Weil wenn man die da mit mich in der Nacht ein bisschen rausnehmen können oder zumindest verwippt, denen das Leben schwer machen können im Luft, das hat zwar auch ein bisschen Probleme mit dem Wind, aber bei weit nicht so viel wie so ein kleiner Tennisball-große Drohne oder so eine Fledermaus. Der einzige... Ja, mach, negativ, mach ruhig gut. Ich will nur darauf hinweisen, dass die magische Sicherheit höher ist als die andere Sicherheit. Also so ein Luftgeist zu bannen ist für einen der Sicherheitsmagier vielleicht nicht nur das große Ding. Also wir sollten uns ein bisschen breiter aufstellen. Naja, also dann die Ergänzung, der Einzige, der Wetterbeherrschung hat, ist tatsächlich der Wassergeist. Da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, Offstream. Und den hätte ich ja dann quasi... Der einzige Nachteil ist, dass das Wetterbeherrschung nur über eine ausgedehnte Probe funktioniert mit ungefähr 10, 3 bis 30 Minuten Vorlaufzeit. Und das macht uns halt insofern schwierig, Koala, das spontan zu nutzen. Ja, das war jetzt nur so eine Idee, die ich mal einwerfen wollte. Ansonsten klassisch, ich meine, ich kann Stoß. Das ist ja ein Wirbelwind. Okay, wir kürzen das mal relativ ab. Ich habe das gerade einmal klassisch durchgewirfelt über die Connections. Das läuft übrigens zur Information für die, die das nicht kennen, so dass die Spieler quasi das Ziel und den Wunsch der Sache festlegen. Und man nimmt dann bei der Connection die Einflussstufe mal 2, würfelt damit. Und da gibt es auch eine Tabelle von 0 bis 10 Erfolgen, wie gut die Connection sich daran arbeitet. Und anhand dessen kann man so ein bisschen auspegeln, ob die Connection das schaffen kann. Man muss als Spielleiter nur vorher sagen, ja, die Connection kann das grundsätzlich oder nicht. Und dann entscheidest du halt anhand des Würfelwurfs, ob das zur Verfügung steht oder nicht. In dem Fall muss ich tatsächlich sagen, dass die Connection von 41 da leider schlecht gewürfelt hat. Ich bin mit einem Erfolg da rausgegangen. Also er weiß grundsätzlich, dass es da Leute gibt, die sowas machen. Er hat da auch ein paar Kontakte zu lokalen Schiebern. Er müsste da erstmal rumfragen. Das könnte eine Weile dauern und würde dann auch nicht günstig werden, weil er da aktuell niemanden an der Hand hat. Ungefähr dieselbe Antwort bekommst du von Archie? Ja klar, kenne ich ein paar Leute. Müsste ich mal gucken. Jetzt nicht in der Gegend. Würde dann aber nicht ganz günstig werden. Wahrscheinlich würde das quasi irgendwo über die Grenze kommen. Da müsste man da noch Bestechungsgebühr zahlen und, und, und. Also auch nicht mal schnell aus der Hüfte. Viel versprechender ist es da bei der Rückmeldung von Rosemary. Die hat ja auch ein paar mehr Würfel und ich habe da auch ein bisschen gut gewürfelt. Die ruft dich kurz danach an. Gehe ich natürlich ran. Du brauchst ein Luftschiff. Ohne Transponderkennung, ohne irgendwelche Nummern drauf, nicht zurückzuverfolgen. Wahrscheinlich nachts. Irgendwo. Und der Pilot soll nach Möglichkeit so erfahren sein, dass er nicht auf der lokalen Luftüberwachung der Grenzkontrolle auftaucht und auf der Luftraumkontrolle von Metropolay? Ja, plus natürlich der Wunsch, dass er auch noch diskret ist. Möchte ich wissen, warum? Hm, vielleicht irgendwann. Ich kann das organisieren. Ich kenne jemanden, der so etwas macht. Ja, ich lausche interessiert. Meine Liebe, wenn wir jetzt diese Art von Geschäften machen, dann möchte ich aber, dass du dir bewusst bist, dass das Ganze sauber ablaufen muss. Ich erwarte, dass keine Fehler passieren und dass hier nichts Negatives auf mich zurückverfällt. Die Leute, die ich vermittle, legen großen Wert auf Diskretion und sandt handverlesene, sehr fähige Experten in dem, was sie tun. Und diese Kontakte möchte ich mir nicht verscherzen. Dann sind wir an der Stelle schon mal zu zweit. Das klingt sehr gut. Was kostet mich das denn? Hm. Ich werde mit dem Herrn einmal ein kleines Telefonat führen und sicherstellen, dass er einen fairen Preis bekommt und dann melde ich mich noch einmal bei dir. Ich danke dir. Ich gucke mal nochmal, bitte schnell. Ich danke dir. Und die nächste Schicht ist auf meinen Nacken kostenfrei. Ich denke, darüber sollten wir noch mal reden. Ich glaube, ich habe in Zukunft vielleicht auch etwas andere Verwendung für deine Fähigkeiten, die selbstverständlich auch honoriert wird. Dann bin ich gespannt. Und je nachdem, was du für einen Preis aufrufen kannst, sind wir da, denke ich, ganz gut im Geschäft. Wir werden uns einig werden, da bin ich mir sicher. Kurze Offstream, das kann ich aber auch gleich klären, Darkus-Koana. Weil dich könnten wir gegebenenfalls auch anders gebrauchen. Das klären wir gleich in der Truppe. Ja. Ach genau, während ich dich noch dran habe, Rosemary, was würde uns das Ganze denken? Also kannst du eventuell auch einen Preisvorschlag mit Pilot beziehungsweise ohne Pilot in Erfahrung bringen? Das wird mit Pilot sein. Oder ist das nur ein kompletter Angebot? Der wird sein Luftschiff nicht hergeben. Alles klar. So wie ich ihn einschätze. Okay, dann freue ich mich von dir zu hören. Relativ kurz, eine halbe Stunde später, bekommst du eine Nachricht. Du hast hier Glück, sie mag dich. Und sie hat einen relativ hohen Einflusswert. Und sie hat gut gewürfelt. Das heißt, eine halbe Stunde später kriegst du eine Nachricht. Du kannst in einer der Nächte ein Zeitfenster von sechs Stunden bekommen. Für einen Flug, er wird einmal für euch fliegen in der Region Metropoläe in den sechs Stunden. Das kostet euch 2000 Euro. Ja, die Info lasse ich natürlich unmittelbar alle anderen zukommen. Also, ich konnte für uns über meine Connection ein Luftschiff organisieren, inklusive Pilot. Für ein Zeitfenster von sechs Stunden. Einflug und wir sind bei 2000 Euro. Ja, das ist doch gut. Ja. Ich halte das persönlich eben auch als Vorteil, dass Darkus, wir deine Fähigkeiten dann andersweit einsetzen können und du dich nicht auf jenes Luftschiff konzentrierst. Und mir wurde auch zugesichert, dass es sich dabei um einen sehr diskreten und vor allem auch höchst professionellen Piloten handelt. Und dass ich persönlich den Preis von 2000 Euro mehr als fair finde. Wären das für jeden von uns 400 Euro Euro. Oder lassen wir den Spesen weglaufen. Natürlich, dafür sind die da. Ich hätte das Ding zwar auch fliegen können, aber naja. Na ja, wenn du ein Luftschiff besitzen würdest und das vermietest für so wie nicht Kohle, würdest du das in fremde Hände geben? Ich glaube, 2000 ist ein guter Deal, inklusive Pilot. Und wenn er keine Fragen stellt. Also du bist zugesichert, oder? Du bist tatsächlich ein bisschen überrascht, Koala. Du hättest, oder Darkus, du wärst davon ausgegangen, dass für so ein Deal wahrscheinlich dreieinhalb bis vier über den Tisch gehen. Ich sag auch erst mal nichts weiter, was mir Rosemary irgendwie noch geht. Okay, das heißt, das mit dem Luftschiff ist fix. Damit holen wir den Transporter und das Zeug daraus. Oder nur das Zeug. Mal gucken. Dann kann ich Rosemary erst mal die Rückmeldung geben, dass wir den Kostenvoranschlag beziehungsweise das Angebot annehmen. Legt mir doch erst mal den Plan da, wie ihr das Luftschiff benutzen wollt. Wollte gerade sein. Ich gehe jetzt davon aus, ihr habt euch dann nach den 48 Stunden Wald und den Telefonaten und, und, und irgendwo getroffen, zusammengesetzt und plant jetzt den finalen Ablauf. Habt euch quasi mit den Daten, die ihr habt, Kartensatz auf den Tisch gelegt, habt die Informationen nochmal zusammengefügt und habt jetzt quasi alles at hand, was ihr euch in den letzten Tagen erarbeitet habt, alles, was ihr herausfinden könnt, habt ihr herausgefunden. Ihr kennt euer Budget, ihr kennt euer Zeitfenster, ihr kennt euer Ziel so gut wie möglich. Macht was draus. An der Stelle würde ich eventuell gerne mit den ganzen Infos, also die wir ja mittlerweile geteilt haben und zusammengefügt haben, mich gerne an Clint wenden. dass der uns noch mal ein paar Infos eventuell geben könnte, gerade zu den UKAS Marines, die dort angestellt sind, auf was man achten müsste, etc. Okay. Wie soll das ablaufen? Willst du quasi einfach nur Feedback von ihm? Wollt ihr euch mit ihm treffen? Er soll sich das angucken. Wie soll das laufen? Also, ich würde dem, also ich würde ihm einfach das Videomaterial zur Verfügung stellen und mit der expliziten, also erstmal, wenn er Videomaterial über 48 Stunden Sichtung taktisch analysiert, um uns Zugriffspunkte und Facts zu nennen, wie viel da sein Satz wäre. So. Und ich würde grob sagen, dass wir bis 1000, 2000 Millionen auch gehen können. Das ist ja für ihn, dass wir letztendlich einmal einen Blick auf ein Video werfen und mit seiner Fachexpertise... Der setzt sich einmal dahin, schreibt entsprechend was zusammen, baut euch einen Bericht und schickt euch den dann. Ja, wenn ihr das wollt, kann er das machen. Ja, so wäre jetzt mein Vorschlag, so, ne? Aus dem Aufwand gesprochen. Sollen wir es auch für, mit Joseph machen, der schon eine Erfahrung hat? Ich, äh, wird auf eine... Weißt du, man sagt doch so, viele Köche verderben den Brei und so. Und so wie Fortyvon über den gesprochen hat, scheint er echt Ahnung zu haben. So. Deswegen frage ich. Alter Ex-Soldat, ja. Der dürfte wissen, wie die ticken, da unten. Jo, dann machen wir das noch, oder? Dann würde ich entsprechend die Anfrage rausschicken und mal gucken, was für ihn wird. Bietest du ihm quasi direkt was an? Bietest du ihm zu, damit auch direkt eine Summe an, oder? Ähm. Ich frage ihn erst mal, was er haben will. Weil eigentlich ist er ja nicht so auf Geld aus. Einmal für euch. Für die, die jetzt, sag ich mal, dieses Spiel mit den Connections noch nicht so kennen. Es gibt so mehrere Wege, wie man damit umgehen kann. Wenn man mit einer Connection menschlich sehr gut kann, schmeißt man eine Frage in den Raum, die Connection weiß, wie gut betucht man ist oder nicht und macht einem fairen Deal. Ansonsten gibt es zwei Wege, die eigentlich sinnvoll sind. Die erste ist, pass auf, das ist mein Ziel-Connection, hier ist mein Budget. Bitte gib mir so viel dazu, wie du kannst für die Summe. Die andere Variante ist, hey, Connection, das hier ist mein Ziel. Gib mir alles dazu, was du hast, mir ist egal, was es kostet. Das ist so die Ebene, wie man am ehesten den Ablauf kommuniziert. Was haben wir gesagt, wie sind wir bereit dafür auszugeben? Bis zu 2000 so rum, ungefähr. Dann würde ich es nämlich erst mal anbieten, so 1500. Oder ob er da irgendwas dran zu rödeln hätte, also mehr hätte. Ich habe keine Ahnung, wie viel man da nimmt, aber weiß ich nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich war in dem Moment Brain-Leg-AfK. Was konkret wolltest du jetzt anfragen? Also es geht darum, ich habe als Connection einen alten Jukas Marine. Ja, das habe ich mir gefragt. Das ist mein Scharfschützenlehrer. Der kennt sich ja mit diesem ganzen militärischen Kram aus und im Zuge dessen könnte er uns noch mal die komplette Soldatenanalyse machen von der ganzen Umgebung, was wir auf Video haben und könnte uns da vielleicht noch mal ein paar Zusatzinfos geben, worauf wir besonders achten müssen, wo eventuell Zutrittspunkte sind oder wie auch immer, wenn der sich 48 Stunden Video mal kurz durchsnackt. Okay, und gegebenenfalls Tipps, die ihm sonst noch auffallen von dem, was wir da... Richtig, weil er halt Meister in seinem Gebiet ist. Okay. Danke. Und da war jetzt halt die Frage, wie viel sind wir bereit auszugeben? Und Rack hatte mal jetzt so 2.000 in den Raum geworfen. Wir haben ja ein 5.000er Budget. 2.000 sind fürs Luftschiff jetzt erstmal reserviert. Das ist die Frage, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Clint überhaupt groß Geld nehmen wird oder ob er vielleicht irgendeine andere Gegenleistung haben, weil der Typ hat Geld. Dann wollen wir erstmal mit 1.000 an. Ich meine, 1.000 ist ja für reines Informations... Er ist ja nicht mit im Einsatz, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sondern reinweg da zur Informationsbeschaffung und Konkretisierung. Ich würde das mal 1.000 oder so an, wie ich habe da jetzt auch kein Richter. Das kann aber auch schnelle Beleidigung. Also ich würde eher sagen, gib ihm mal die Rand- und Rahmenbedingungen mit, was wir wollen und dann soll er sagen, was er sich für eine Entlohnung dafür vorstellt. Und dann können wir sehen, ob wir uns das leisten können oder ob es was anderes als Geld ist. Weil wenn du jetzt 2.000 sagst und so, dann legen wir uns das schon fest und vielleicht kränkt das ihn vielleicht, weil das dann viel zu wenig ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie gut die Connection tatsächlich ist. Das hat Thomas ja jetzt gerade nochmal sehr schön erklärt. Ob der da einen Kostenvoranschlag direkt mithaben will oder... Ja, dann würde ich tatsächlich die Anfrage machen mit dem, was er sich denn vorstellen würde, was er dafür haben möchte mit den Rahmenbedingungen. Ich muss gerade selber ganz kurz was nachgucken. Sekunde. Ich wundere, wie die irgendwie mal zusammen gedient haben. Der Magier und der. Okay, ja doch. Der mag dich. Das ist gut. Und, und, und frage ihn auch nochmal, weil darüber wissen wir auch noch nichts, ob er einschätzen kann, wie explizit, also wir wissen ja, dass die Leute, die an der Grenze arbeiten und Amazonien generell so ist, mit diesen, mit diesen, ja, und mit was wir vielleicht aus der Hinsicht auch rechnen können, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Okay. Alter Schwede. Meine Würfel hatten Bock. Ja, dann. Muss ja mal laufen. Hoffentlich für uns. Ich habe gerade für Einus Connection gewürfelt. Der Kerl hat ein paar mehr Würfel, weil er ziemlich dick im Schattenbusiness drin ist. Sechs Erfolge. Sehr gut. Du kriegst am, also am nächsten Tag würdest du eine Rückmeldung kriegen. So, wir timen das jetzt mal so, dass ihr sagt, ihr trefft euch quasi, um das nochmal zu besprechen. Das wäre dann, an dem Morgen des 8. habt ihr angefangen. 9.10. wart ihr im Dschungel. Dann hast du da abends, sagen wir nochmal, die Anfrage an Clint rausgehauen. Das heißt, am 11. trefft ihr euch über Tag und du hast bis dahin das Feedback von ihm. Am Nachmittag des 11. Ist das ein Deal? Wo ihr euch trefft und die Informationen zusammentragt und das besprecht, überlasse ich dann euch. Oder die Informationen, die ihr am Vorabend zusammengetragen habt, besprecht, überlasse ich dann euch. Aber dann hättest du da das Infopaket von Clint. Also ist das schon das komplett fertige Infopaket? Der ist fertig damit, klar. Nö, das ist fertig. Und er sagt, mit Unkosten, er hat noch, wie formuliert so jemand, wie er das, er hat nochmal einen alten Freund aus Langley gefragt, ob der da ein bisschen was weiß. Das hat ein bisschen Unkosten verursacht, also so 1,5 hätte er gern. So, dann, raus damit. Ja, dann. Dacus, kannst du mir ein Gefeind tun? Ja. Kannst du, ähm, kannst du aus dem Videomaterial, was wir gesammelt haben, ähm, mal ein paar Stellen rausschneiden und zusammenfügen. Also gerne die Stellen, wo, äh, wir aufgenommen haben, wie Pestizide die Landschaft zerstören und alles? Was hast du? Was hast du? Oh. Hast mir, hast mir vor drei Tagen nicht genau zugehört, ne? Ist okay. Nein, deswegen. Ich glaube, was du... Also, brichst du dir damit einen Zacken aus der Krone, das zu tun, oder soll ich damit zu jemand anderem gehen? Nein, 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 nein. Ist die Frage. Dankeschön, dann mach das doppelt. Ja, okay. Ähm, wir hatten ja auch Azad geschrieben, ähm, also ich, beziehungsweise, ich hatte ihn ja auch irgendwie zwei, drei Tage später vertröstet, ähm, und da würde ich dann auch mit, äh, Rack gemeinsam, ähm, einmal zu, Herrn Azad. Okay, also wollt ihr die Informationen zu dem Ärzten noch haben, weil sonst wäre ich jetzt zu der Besprechung und dann quasi, ne, dass wir vorankommen, was die durch die Situation geht. Genau, ich will zwei Sachen noch vorher geklärt haben, also einmal das übers Erz und ich möchte anfangen, Levi anzustacheln, ähm, weil das müssen wir langsam auch bringen, also wenn wir das mit der Ablenkung vorhaben, dann müssen wir das langsam ja auch in die Gänge bringen, so. Ja. Aber genauen Zeitpunkt und sowas damit würde ich nochmal auf die Analyse von, also wann wir exakt zuschlagen, das ist ja auch nochmal wichtig. Also nachts sind wir uns ja schon mal sicher. Also, ja, weil ihr nur nachts das Luftschiff kriegt, das scheint wohl der Pilot so festgelegt zu haben, ist dann, ne? Ne, aber ist ja auch gut so. Nachts scheint das ja da nicht so dolly zu sein, wie das immer. Ähm, okay. Gut, ähm, long story short, also das mit dem Video zusammenschneiden ist überhaupt kein Problem für dich, Darkus. Du hast ja den Großteil vom Videomaterial mit deinen eigenen Flugdrohnen aufgenommen, das heißt, du weißt, was du für Material hast, du hast die Daten eh und das zusammenzuschneiden ist für dich ein easy Ding, da habe ich jetzt keinen Schmerz mit. So, ähm, ihr habt tatsächlich, genau, ihr habt tatsächlich ja auch die, die, die gerodeten Teile des Waldgebietes nochmal aufgenommen, ihr habt, ähm, sag ich mal, ohne Probleme findet ihr dort auch Beweise dafür, dass die sozusagen nicht sonderlich Umweltschutz genau mit der Entsorgung ihrer Abfallprodukte umgehen, dass die dort Pestizide lagen und Herbizide, die vielleicht nicht so naturverträglich sind, etc. Also das ist schon, deren biologischer Footprint ist jetzt nicht so geil, das kann man nachweisen. So. Das ist also kein Problem, das kriegt ihr hin, das heißt, da hast du auch genug Material. So. Dann, ähm, in dem Gespräch, ich, ich hüpfe mal kurz so weit, dass ich sage, ihr geht da hin, sprecht mit Azad und geht wieder in dem Gespräch mit Azad, ähm, ihr wolltet ihn ja zu dem Erz befragen in erster Linie. Ist eine sehr interessante Sache, sagt er. Es gibt natürlich seit dem, äh, Durchflug des Highlation Kometen und dem Eucharcumrausch und dem danach folgenden Zusammenbrechen der Eucharcumquellen, die es, die es dann ja auf einmal nicht mehr gab, äh, immer wieder dieses Gerücht, ey, es gibt natürliches Eucharcum und jemand hat was gefunden und dies, das. Das ist natürlich ein Riesenthema und hat immer noch mal diesen Goldrauschfunken, weil wenn das wirklich stimmen würde, wenn es da noch eine Quelle gäbe, wenn man das natürlich abbauen könnte, wer auch immer das findet, ist gemacht. Die Kassen von denen sind voll, weil du könntest den magischen Markt flächendeckend mit einer für kleinste Mengen äußerst teuren Substanz versorgen, über längere Zeit. Das wäre Gelddrucken. Haben euch wahrscheinlich auch andere schon gesagt. Oftmals ist das heiße Luft und Bullshit. Aber er hat von Freunden und Kontakten und Mitgliedern der Organisation gehört, dass in diesem Fall tatsächlich was dran sein könnte. das ist noch nicht bestätigt. Es könnte Euchargum sein, es könnte etwas schwächer sein, es könnte eine ähnliche Substanz sein. Die haben auf jeden Fall etwas mit magischen Eigenschaften gefunden, was relevant ist, was an verschiedenen Ecken untersucht wird. Und wenn das so ist, dann wird der Mutterkonzern dahinter irgendwann entweder daraus ein Geschäft machen oder die Auktion eröffnen. Wenn der Konzern das nicht selbst verwerten will, werden die einen Lieferdeal mit irgendjemandem machen. Und dann heißt es, wer bietet mehr. Das heißt, die großen Zehn werden wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Und je mehr von diesem Erz man hat, umso genauer kann man seinen Wert bestimmen. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass man eine reine Probe der Zielsubstanz in die Finger bekommt. Ich schiebe ihm trotzdem nochmal ganz diskret das Buch von John über den Tisch mit der aufgeschlagenen Seite und zeige ihm dann nochmal die Skizze beziehungsweise das, was John da runtergeschrieben hat und fragt er, also Asad, nochmal, was davon gehört also gerade in dem Kontext mit der Anlage Ich habe befürchtet, dass ihr das aus dem Hut zieht. Ich habe mir das ja auch angeguckt, wonach ihr gefragt habt. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe Bericht über die archäologischen Ausgrabungen gesehen und ich habe die Kreisbauten, in denen sich das Wasser gesammelt hat, gesehen. Er geht mal zur Ladenfront, dreht das Schild auf closed und lässt erstmal die Jalousien vorne runter. Das Problem ist, ich möchte eigentlich nicht recht haben mit dem, was ich vermute. Wenn ich damit recht habe, kommen eine Menge Arbeit und Probleme auf uns zu. Und das kann eine Büchse der Pandora sein. Nach dem, was wir wissen, hat bevor Minerakao da die Arbeitslizenz bekommen, hat einiges Geld den Besitzer gewechselt und ein paar Leute haben Besuch von unangenehmen Gesellen bekommen. Die wollten die Lizenz unbedingt, die Schürf- und Arbeitslizenz und die haben es geschafft, sämtliche archäologischen Institute, selbst mit staatlichem Interesse etc. daraus zu verdrängen und sie haben es irgendwie geschafft, die Unterstützung von Amazonien zu bekommen. Wie vermuten, oder ich vermute, anhand dem, was ihr da gesehen habt, dass das, was Minerakao da gefunden hat, was vielleicht sehr lange unter dem Dschungel oder früher auch unter Gestein vergraben war, sehr, sehr alt ist. Extrem alt. Diese Strukturen könnten aus der Zeit des dritten Hochzyklus der Magie kommen. Das heißt, was die Jemandi da gefunden haben, hat zum einen einen hohen, wenn es das ist, archäologischen Wert, als auch weiß der Teufel, was auch immer da unten verborgen sein kann. Was auch immer in diesem See liegt, kann sehr alt und sehr gefährlich sein. vielleicht haben sie es noch nicht gefunden, vielleicht haben sie die Finger davon gelassen, vielleicht ist das genau der Grund, warum die dieses Erz da finden. Ich glaube nicht, dass die Arkanen Ablagerungen, die Mana-Rückstände in dem Erz natürlichen Ursprung sind. Sie haben etwas damit zu tun, was das da ist. Aber, und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, wir wissen es nicht. Wir hatten mit Artefakten aus den alten Zyklen zu tun. Wir führen Buch über einige, wir wissen ihren Standort, wir wissen, dass einige davon im Besitz der Drachen sind, oder der Elfenstaaten, oder der Konzerne. Das da, diese Zirkel, diese Kreise und diese Objekte, was auch immer das damit zu tun hat, befindet sich auf einem Schachbrett, wo wir noch nicht die Spielsteine und die Spieler kennen. Es findet aber hier statt, in Metropolé. Und wer auch immer an diesem Brett spielt, hat Einfluss und Macht. Ich finde es ganz gut, dass wir von dieser Unterwasser Geschichte abgekommen sind. Ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt deswegen wohl an der Luft fühle. Ich persönlich glaube, dass die gesamte Geschichte, dieses gesamte Ding, dieses riesige Areal, was sie da aufgebaut haben, alles nur ein Ablenkungsmanöver ist. Das erklärt zumindest auch die mehr oder weniger, also wenn es so viel an Wert allein hat aufgrund des Erzes, die doch recht lasche Sicherheit sind. Wenn du eine idiotische kleine Minenanlage bis zum Bärsten sicherst, werden Leute nervös. Ja, das Dann fragt sich irgendwann, wieso da eine Leute in militärischen Sicherheitspanzerung etc. etc. rumlaufen. Was nicht bedeutet, dass es nicht Sicherheitsmechanismen gibt, die wir nicht sehen. Klar. Ich gehe davon aus, dass ihr in irgendeiner Form einen Job habt, der mit der Anlage zu tun hat. Ja. Ich würde gern behaupten, dass wir auf Arakunde aus Versehen darin gestolpert sind, aber das ist eine Lüge. Irgendwann werden wir uns das angucken müssen, aber nicht jetzt. Das sollten wir mit Vorbereitung tun. Ich kann euch nur empfehlen, lasst die Finger vom See. Hatten wir eh nicht vor der Hand zu gehen. Gut, geht nicht rein. Versucht nicht irgendwas, was an näherer Sicherheit des Sees ist, zu überwinden. Kratzt an der Oberfläche, was auch immer ihr für einen Job macht, lasst es so aussehen, als wenn ihr wirklich davon ausgeht, dass das einfach nur irgendeine Minenanlage ist. Lass zum Job, alles gut. Gut. Ich mein eigenes Wasser mit. Es hat geholfen. Vielen Dank. Danke dir erst mal, Azad. Und sobald wir mehr in Erfahrung bringen, lassen wir es dich gern wissen. Ich werde über kurz oder lang eine Aufgabe vor euch haben, die sich mit diesem Areal beschäftigt. Und dann werden wir uns den See ansehen. Dann werden wir Leute brauchen, die auch mit hässlichen Schwierigkeiten fertig werden. Alles klar. Also. Darf ich da jetzt rausgehen, ob es zu ist? Meine Mittagspause ist, glaube ich, zu Ende. Soll ich gleich umdrehen, oder? Ja. Also, nicht zu nah ins Wasser und keine schlaffenden Wasserhäuser auch immer wecken. Ja. Weiß doch nicht, ich bin schon ein bisschen neugierig jetzt. Na jo. Ich glaube, wir kommen noch früher oder später drauf zu sprechen. Ich weiß gerade nicht, vor welcher nächsten Quest ich mehr Angst habe. Vor der von Azad oder von Rosemary. Naja. Ich muss euer Questlog doch vollhalten. Ihr braucht zu tun. Sonst wird euch langweilig. Bis zum nächsten Patch. So. Dann können wir, glaube ich, auch einen Sprung machen zu der Besprechung. Genau. Einmal noch kurz das Feedback von Clint. Das wird Eino dann gleich entsprechend einbringen. Du bekommst einen Datensatz zurück, was mehrere Textdokumente und eine Audiodatei beinhaltet. Clint hat wohl einige Sachen schriftlich kommentiert, ein paar Unterlagen zusammengetragen und hat sozusagen, während er das durchgegangen ist, Audionotizen gemacht zu den einzelnen Abschnitten und sagt dann immer, Video das und das, Minute so und so und dann kommt ein Kommentar dazu etc. Das ist halt der kürzeste Weg, um Daten zusammenzutragen und hat dir das halt einfach so gegeben, weil du ja auch gesagt hast, du möchtest das möglichst zeitnah haben. Kurze Zusammenfassung von Clint. Scheißverein und fege Arschlöcher. Was sind das für Wichser? Disziplinlose Idioten. Also er ist nicht sonderlich hoher Meinung von diesen Leuten. Des Weiteren sagt er, ab davon sind es Söldner de facto mit militärischem Hintergrund. Die Ausrüstung ist vielleicht nicht das teuerste, was am Markt ist, sie scheinen aber damit umgehen zu können. Deren Sicherheitskonzept ist grundsätzlich nicht dumm, hat aber Lücken. Sie haben überall Zeitfenster. Er hat dir einen Plan geschickt, wo quasi der Sicherheitsablauf, den ihr dokumentiert habt, drauf eingezeichnet ist und er hat das in grüne und rote Zonen eingeteilt. Hohe Sicherheit, niedrige Sicherheit. Und er hat Notizen zugefügt, wo er quasi Zeitfenster sieht. Zum Beispiel, wenn ihr relativ weit westlich in Zeitfenster der Drohnen schafft den Zaun zu überwinden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr geringe Alarm auszulösen, weil die Drohnen euch nicht entdecken. Dazu müsst ihr aber nach Möglichkeit den Zaun nicht beschädigen. Da hat er auch Tipps angefügt, wie man das machen kann. Zum Beispiel, wenn ihr die Möglichkeit habt, kurzfristige Stromunterbrecher zu installieren, benutzt Matten, um über die Zäune zu klettern und streitet die nicht durch, etc. Sachen. Das heißt, er hat euch da quasi faktisch Tipps gegeben, wie er so eine Anlage einnehmen würde, wie er eine Einheit da rein bringen würde. Er hat euch ganz klar gesagt, wenn die Nummer schief geht, habt einen Rückzugsplan. Bleibt zusammen, arbeitet koordiniert, tragt Körperpanzerung. Die haben da Sturmgewehre, das lässt die Wahrscheinlichkeit wachsen, dass die auch sogenannte nicht unbedingt Scharfschützen, aber Marksmen haben, die mit etwas besseren Sturm- oder Jagdgewehren über mittlere Distanz Fangschüsse verteilen. So was gehört zum guten Ton bei normalen Soldaten. Die benutzen Schrotflinten. Seid vorsichtig. Die werden nicht unbedingt mit Betäubungsmunition oder Bugshots um sich feuern, sondern die werden Wändern mit Kram um sich schießen, was wirklich hässlichen Schaden macht, also Brandmunition oder schwere Vollmantelkaliber für die Schrotflinten. Die werden sowas wie Tränengas haben, aber auch Splittergam haben. Versucht offensiven Gefechten aus dem Weg zu gehen, ihr seid von einer Personenanzahl unterlegen. All solche Sachen hat er komplett da abgespult und hat euch Bereich für Bereich eine Sicherheitsanalyse geliefert. Mit Anmerkungen wie die Kameras sind starr, die haben Blickwinkel von ungefähr so viel Grad rundum, das heißt da und da sind tote Winkel, Stromspannung am Zaun kann man so und so um gehen, Stacheldraht mit den und den Gummimatten kommt ihr darüber, etc., all so ein Kram. Ist doch gut investiertes Geld. und es ist noch ein Dokument dabei, wo sozusagen der Briefkopf und alles, was auf den Absander hinweist, komplett ausgeschwärzt ist, der allerdings, das scheint Geheimdienstbericht zu sein in irgendeiner Form, da steht aber nicht drauf, von welchem Dienst, dass es regelmäßige Kommunikations- und Finanzaktivitäten zwischen der Zentrale von Minerakao gibt und den internen Abteilungen und der Geheimpolizei von Amazonien und dass dort auch Gelder transferiert werden. Hm. Das ist mehr noch nicht. Jedenfalls jetzt erst mal nur Foddy One hast du jetzt erst mal nur bekommen, ne? Ja. So, Plan jetzt kommt etwas rum. Ich mache das aber relativ einfach. Ich teile natürlich meine Infos mit euch, damit ihr die habt, damit wir entsprechend zusammen planen können. Wir gehen davon aus, ihr sitzt alle an einem Tisch, ihr habt wirklich alle Daten, ihr habt alles, was ich euch geben kann, ihr habt sehr gute Beinarbeit, Recherche und Vorbereitung gemacht, Props an die Spieler, jetzt macht was draus. Lasst uns bitte fern vom Wasser bleiben. Ich hatte jetzt nicht Lust zu baden. Wir können da nicht näher ins Detail gehen, aber wir müssen weg vom See bleiben. fliegen da nicht rüber, wir stecken da kein See rein. Warum könnt ihr nicht näher ins Detail gehen? Das würde den Rahmen jetzt springen. Das sprengt den Rahmen, ich gehe einfach nicht näher ins Detail. Entweder nimmst du die Info oder nicht. Punkt. Wir sind immer noch Kollegen, können Freunde, ich muss bleiben jetzt beim Luftschiff nehme ich an. Ist jetzt schon in Sack und Pack. Okay. Erste Frage, wollen wir das da jetzt dunkel machen? Wollen wir an diesen Verteiler Kasten ran? Wenn ja, wie? Also ich könnte auf jeden Fall, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, dafür sorgen, dass einer meiner Geister die Elektronik lahm lebt. An dem Schalt Kasten Wasser wäre auf jeden Fall das Unumfälligste. Ansonsten müsste ich es sprengen. Was wiederum auffällig. Wie gesagt, da macht euch mal keine Sorgen, da kümmer ich mich drum. Das dunkel ist. Okay, dann könnten wir auch über die Zäune ohne Probleme. Dann haben wir aber immer noch das Problem mein Kollege, der Rigger. Oder mehrere, das wissen wir. Nächste Frage, gehen wir unabhängig vom Luftschiff rein, also gehen wir quasi am Boden rein und lassen den Pilot sein Zeug machen oder machen wir das vom Luftschiff aus oder so. Ich meine Darkus, wenn du schon mal so eine Safari gehabt hast mit so einem Luftschiff, wie wie sieht das damit Kapazitäten für Personen aus und nicht nur Last, kann man sich gegebenenfalls über den Luftraum gemeinsam mit den Piloten anschleichen, runterlassen, Ware nehmen und dafür? Viel Platz ist auf so Luftschiff nicht, es ist Pilot und ein Sitz. Wir könnten einen höchstens oben drin haben. Also ist die Idee eher dass wir da reingehen und du dir den Transporter schnappst und das Luftschiff später sich den Transporter mit uns schnappt oder was? Wäre eine Option. Ist die Frage ob wir rauskommen mit dem Transport. Das Gelände ist ja relativ offen. Wir müssen ja nur in die Nähe von also wir müssen den ja nur ein bisschen raus bewegen, richtig? Also wir haben 25 wir müssen noch 25 Meter runter dass wir den Transporter aufnehmen können. Geschwindigkeitstechnisch ist der Pison zwar schneller aber mit den Straßen kann er nicht schneller als das Luftschiff eher langsam aber diese Unebenheit macht es nicht leichter ihn aufzuheben Deswegen ist die Überlegung noch mal eher im Stand Hier mal ein bisschen ran gesumt vor euch in einer anderen Vorbereitung Ihr seid ja wie gesagt hier unten werden die beladen also hier in diesem area wir machen das mal anders ich mache mir hier mal eine neue Ebene auf und mache mir mal so einen Marker auf und das rot also Hier ist das belader areal da kriegen die viecher ihre fracht ok dann fahren die über eine brücke hier über diesen kleinen fluss fahren hier hoch hier hoch und hier hin und hier ist quasi nachher das areal wo dann das tor ist und wo die einmal noch kurz abgefertigt werden und raus fahren das heißt es gibt zwei bereiche wo die wenn sie sich da bewegen oder zwei bis drei areale wo ihr den transporter auf eine freie fläche bringen könnt jedenfalls mit dem was ihr da seht und das wäre das jetzt ja gegen die Aufzeichnung von Clint legen damit wir den Transporter am besten in einem toten Winkel von Kameras und Drohnen Rotation abfischen weil ich würde vorschlagen dass wir genau in diesem Moment in irgendeiner Form mit einer Drohne und einem Transponder Signal die Bewegung des Transporters woanders hin laufen lassen weil ich glaube wenn die mitkriegen dass sich das Ding bewegt spätestens dann wird vielleicht dieser Grenzposten auch noch mit eindringen so mal als Jan gesagt so hier wäre natürlich also ich sag mal das ist jetzt eins das ist zwei und das ist drei eins wäre mitten vor der Nase der Unterkunft der Soldaten und der Security und 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 ist vielleicht nicht die beste Wahl um mit dem Luftschiff anzufliegen das Ding einzuhaken und abzufliegen weil ein Luftschiff ist zwar akkurat und ein Luftschiff ist auch leise und kann viel schleppen aber ein Luftschiff ist jetzt nicht Hubschrauber da klick weg das braucht einen Augenblick um das alles zu machen so für zwei gilt fast dasselbe nur dass die Security das einen Augenblick später bemerkt und von da oben da runter muss ich hätte jetzt auch drei gesagt drei am ersten das heißt wenn dann muss aber das Luftschiff quasi von jetzt offscreen gesprochen von der rechten Seite also von Osten sehr tief anfliegen hier um den Felsvorsprung anfliegen den Transporter greifen und dann am besten wieder um den Felsvorsprung nach Osten abhauen ja bloß nicht weiter in Richtung Grenze in der Drehung müssen wir das Ding angekettet kriegen während der seinen Arsch dreht das müssen wir am besten von unten machen weil ich nicht mir vorstellen kann dass der mit einem Magnethaken kommt ihr werdet das Ding einhaken müssen der wird euch einen Satz Seile runterlassen und da werden also Stahlseile und da werden entsprechende Ösen oben an dem Transporter sein und dann müssen ein zwei Leute darauf und das Ding einhaken wie weit ist es zwischen eins und drei jetzt mal so von Metern gesprochen was sind das vier fünf hundert Meter ich kann das mehr einschätzen auf der also vom Areal groß das ist du würdest eher von einem dreiviertel Kilometer ausgehen wenn ihr euch ein bisschen hier am Rand haltet fast ein Kilometer wie gesagt das sind sehr große Konstruktionen und der See ist auch nicht klein das positive ist wenn wir von der Klippe aus kommen dann hat das Luftschiff noch den Vorteil dass es Radarschatten ist deswegen was mir die Sache noch schmerkhafter machen würde das einzige Problem ist beim Container einhängen brauchen wir große Leute ich komme nicht hoch da bin ich nicht sehr hilfreich ich kann den Container sagen wir mal vor Ort fahren wenn wir den gehackt haben kann ich den auf die Position fahren aber einhängen müssten wenn dann unser Spitzer und du Rack ne Rack brauche ich woanders auf jeden Fall Cephalon du hast doch kannst auch irgendwas mit deinen Händen machen nicht ja klar kurze frage vom spielleiter ihr seid jetzt schon drin und habt den laster wie kommt ihr rein das ist der nächste punkt genau wo greift ihr zu und ne genau laut Clint's Analyse kommen wir am besten von besten da hat die verteidigung am meisten lücken bestes wo der stromgenerator ist ja was er sicher anbietet weil wir an dem vorbei müssten um den kurzzeitig blind zu machen der stromgenerator ist etwas versteckt hier ganz schön am wasser der versorgt halt den inneren zaun das ist der verteiler dafür ja gut dann kann man ja geist kann man sagen dass er außerhalb des wassers rum soll wie weit sie wie weit kannst du mit den wesen kommunizieren wie weit das passiert über den australraum ich du das ist nicht beruhigt das ist jetzt nicht wie bei dir mit deinem kleinen trönchen über zwei drei kilometer die kriegen von mir eine aufgabe und dann machen die das auf was willst du hinaus dass wir mit erst wenn wir es zeichen geben den strom auffangen lassen weil die typen haben garantiert notstrom generatoren die in kürzester zeit starten das heißt wir können nicht sagen wir machen den generator alarm rennen um den see und können dann anfangen deswegen so nah wie möglich hin so lang wie möglich den strom laufen lassen dann das zeichen geben und dann rein damit wir so viel wie möglich von dem strom scherze allein der kann die ganze zeit bei uns sein und wenn du sagst es los gehen dann sage ich immer los gehen und dann geht das los der muss ja nicht da warten sehr sehr gut series piraten reisen haben sie bis nach köln gebracht das finde ich gut so und wie ist das jetzt wir hatten ja die lose idee noch mit der ablenkung wollen wir das machen ja nein schaden wird es bestimmt nicht die frage ist wo zünden wir die ablenkung wollen wir das da oben machen wo die proteste vorher auch schon mal waren auch in der nähe von der von der hütte von den sicherheitsleuten oder schicken wir die zum strom generator zu dem strom dings boom star was meint ihr es muss auf jeden fall so interessant und wichtig für die typen sein dass sie so viele wie möglich abziehen und in die Richtung und nicht in unsere Richtung bewegen strom generator kannst wenn es dumm läuft können sie genau entgegen laufen oder wenn wir glück haben fahren sie genau anders rum um sehen aber das wissen wir nicht das heißt wir sollten die ablenkung eher da oben einen berghang machen da wo es vorher auch schon war oder was der berghang hat aber wieder ein problem sie sind auf erhöhter position und könnten unser luftschiff sehen gut dann schlag was vor die pumpstation war auf dem berg richtig ja die pumpstation ist hier oben die ist hier die die rohre hier oben die gehen ja da oben weiter und dann hast du hier oben halt quasi auf dem hügel nochmal ein areal hallo outcast grüße von der poolparty an klausen und marie dankeschön da oben habt ihr die pumpstation da wird sind die vier windkraftanlagen die sie unterhalten da sind ein paar quartiere und lagerräume da ist quasi ein zweites gesichertes areal von denen wenn man so will und das gehört halt auch dazu das wäre nämlich schön halt weg aber wie daco schon gesagt hat dann könnten die vielleicht das einfacher sehen naja gut es ist dunkel davon müssen wir jetzt mal ausgehen und ich hab da auch schon ne idee wie wir da vielleicht noch noch ein bisschen mehr krawall so ein bisschen mehr action in die ablenkung bekommen als nur so ein paar Aktivisten die ein paar banner hoch halten ich plan also also ich dachte so müssen ja nicht nur Aktivisten sein also ich kenne da so ein paar jungs die haben bock auf stress sowieso und den ist das also will ich sagen ey da gegen so ein konzern pissen und so da kriege schon ein paar mobilisiert und oh ich weiß was er vor hat hast du die nummern von den jungen kids die damals in quad reguliert haben ich habe noch mehr nummern von solchen leuten keine sorge ich kümmere mich darum die jungs könnten mal wieder was gut machen das ist doch schon längst vom tisch ich kümmere mich drum wie gesagt ich kümmere mich drum dass das ein ein protest für die natur wird auf einem ganz neuen niveau so und eventuell sprengen wir einfach noch die eine oder andere wasserleitung das wird ihr schon genügend ablenken und letztendlich wenn wir das in den letzten tagen richtig beobachtet haben dann sind die sicherheitsleute gerade des nachts nicht mehr auf geistiger höhe also haben wir jetzt schon mal wir haben zugriff wo wir das ding uns greifen wir wissen was wir mit dem generator machen wollen wir haben eine idee wo wir eine ablenkung zünden wenn ich euch jetzt fehlt nur noch wie kommen wir da rein wie kommen wir ihr schickt die ablenkung einmal kurz für mich als spieler ihr schickt die ablenkung oben bei der straße auf eine von den seiten ans tor verstehe ich das richtig so in der art ja okay gut ja also vielleicht nicht unbedingt an den straßen aber da ungefähr da wo dein pfeil so eingezeichnet ist da in der ecke waren siri und ich auch das wäre dann links von dem eingezeichneten pfeil am fuß von diesem hügel sozusagen ja ja genau so in der nähe von der wasserleitung und in der nähe von den baracken und so was wir brauchen ja ablenkung maximal für drei vier minuten das ist die idee richtig und deswegen wird das da reichen das muss nicht zu weit weg sein hat sogar den vorteil ich habe ein bisschen angst dass die jungs sonst irgendwie nachher amazonien im cool wird kurz naja genau ok aber wie zum hänker kommen wir da jetzt rein was sagen denn hier die aufzeichnungen von deinem von deinem ukas opa also er hat relativ klar gesagt hier oben ist die stärkste sicherheitspräsenz hier sind die ganzen typen hier sind die waffen hier ist die die kontrollstruktur hier ist die meiste security activity die haben seine worte diese verfickten flachpfeifen haben ein beschissen bewachtes perimeter diese idioten haben anscheinend entweder zu viel gesoffen oder sind mehr mit ficken als mit denken beschäftigt verdammte arschlöcher naja dem würde ich das jetzt nicht vorwerfen aber naja ok so ähm Kontext daraus ist also zwischen dem fluchen gibt es dann auch informationen ähm hier unten zwei zäune drei meter abstand jeweils auf ein beton pfeiler sozusagen wo eine kamera drauf ist und alle zwei minuten fliegt da eine drohne rüber ihr habt also ein zeitfenster von zwei minuten um zwei zäune zu überwinden und eure probleme sind strom die kameras und nicht gesehen werden strom könnt ihr durch gummimatten lösen das braucht ihr erst beim zweiten sound damit löst ihr automatisch auch das stacheldraht problem findet den drohnen und ihr seid drin also prinzipiell lässt sich lässt sich ja natürlich nicht gesehen werden auch wieder durch verschleierungen lösen oder durch eine illusion der punkt ist ich mache mir jetzt irgendwann gedanken darüber gerade wenn ich auch weiß wie viele geister jetzt hat da reich beschwören will dass das möglich hier wird auf einem hat also jemand von euch vielleicht noch eine andere idee wie man das gehen könnte ansonsten mache ich das natürlich wir können mit uns rumschleppen wir können den gleichen kamera trick verwenden den wir schon auf der autobahn verwendet haben ich meine gut kamera dunkel ist auch blöd dann wissen wir auch Cephalon würfel mal auf erinnerungsvermögen jo das war die neun zwei erfolge möchtest du diesen wurf so stehen lassen äh ich weiß ja nicht worum es geht also ja erstmal schon gut du kannst ja mit deinen händen über distanz geisterhaft dinge manipulieren richtig so so du du erinnerst du erinnerst dich daran dass ich erwähnt hab dass klin auch darüber gemeckert hat dass diese kameras starr ausgerichtet sind und sich nicht bewegen die hängen aber trotzdem auf also auf ein gelenkarm da ist nur kein motor hinter sind die direkt auf den zäunen die sind auf diesen drei meter auseinander liegenden plaststahl pfeilern wo die zäune zwischengespannt sind beim zweiten zaun und wie hoch sind die zäune drei meter und sie und die und die stäbe sind drei meter auseinander richtig kein problem wenn man nah genug rankommt bevor man im sichtfeld ist was erwünscht uns wäre dass uns vielleicht nicht in zäne setzt sondern genau das gegenteil wir haben einen toten winkel den wir vorher ausnutzen können und dann gilt es nur den noch mal ein bisschen an uns anzupassen das wird wahrscheinlich von der reichweite reichen ich komme 18 meter weit ja easy das würde nur wie gesagt würde aus magischer Sicht mir einiges weil irgendwann nicht dass ich hier an mein zu kapital gehe so ihr könnt die gummimatten zweimal verwenden beim überwinden der zäune damit seid ihr vor strom und stacheldraht geschützt leute leute seht das nicht auf wenn die kameras woanders auf einmal hinschucken das merkt doch der decker ist es dunkel ich gebe dir mal den tipp du solltest das vielleicht nicht sondern ganz langsam kippen lassen langsam und vorsichtig ja gut dann macht man so nimmst doch einfach an wenn dir Thomas schon ich hätte jetzt noch ne idee wie dacus dir dabei helfen könnte dafür zu sorgen dass der rigger nicht drauf achtet aber da müsst ihr alleine drauf kommen betäubungstee nö nein das war Spaß voilà dacus hast so irgendwie einen grandiosen glorreichen einfall für ansonsten den sicherheitstypen ja wie gesagt mein vorschlag wäre gewesen dass wir die drohnen temporär ein bisschen mit wind durcheinander bringen das bringt aber die drohnen durcheinander und nicht den sicherheits menschen meine meine frage leute je nachdem wie gut unser decker ist ne warte mal du bist der nicht warte mal dacus ist decker für fahrzeuge kein rigger er kann damit nicht computersystem hacken richtig richtig er ist kein decker er ist ein rigger das ist der klare unterschied dass das was er kann ist mit elektronischer kriegsführung in das netzwerk eines anderen riggers reinzugehen und ihn das zu übernehmen oder ihn raus zu kicken aber das ist auch immer alles sehr auffällig und da habe ich ohne grund elektronische kriegsführung so das ist meistens gewesen dass man ein kabel über die 18 meter an eine der kameras schließt und er darüber alle kameras im gesamten netzwerk auf standbild stellt aber das übersteigt wahrscheinlich dann die möglichkeit das kabel kannst du dir sparen wenn ihr wenn ihr einen decker dabei habt könnte den matrix angriff durchführen und das machen vorausgesetzt er wird dabei nicht erwischt etc etc aber ja außer du hättest meistens schon ja also außer du hast ein in sich geschlossenes kaltes system weil das bedeutet ja auch dass wenn du es nicht über wifi verbindest dass du in der struktur in der firma dir ja auch gewisse Probleme gesicherten security system komme ich euch noch nicht so fies bin ich noch nicht solche spielereien mag ich aber aber das mache ich noch nicht ja 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 was war das nächstes ähm den rigger rauskicken kann ich darkos du hast drohen richtig ja du hast flug drohen richtig ja könntest du die flug drohen dazu benutzen um farbe auf eine oberfläche aufzubringen irgendwie es müsste nur ein bisschen sein ja die Gagos sind zwar jetzt nicht gerade groß aber wenn du sagst wenig farbe farbtyp sagen wir mal so keine farbbomben könnte ich auf jeden Fall fallen lassen ich als spielleiter helfe euch jetzt mal das mache ich in diesem abenteuer das ist so um die denkweise anzustoßen fürs nächste mal dann vielleicht nehmen wir mal an du beschmierst mit deiner drohne vorsichtig eine der linsen der kameras am anderen ende der anlage dann gebt ihr dem sicherheits rigger oder dem sicherheits team ein aublick zeit das zu bemerken dass eine kamera am anderen ende kein bild mehr zeigt das heißt ihr wartet so fünf minuten und dann fängt cephalon während sie sich auf das andere kamerasystem konzentrieren an ganz langsam erst die eine und dann die andere kamera bei euch ein bisschen zu drehen oder verlagern das dann die gänger mit einer spray dose aus oder auch das in irgendeiner form die leute dazu bringen auf eine andere kamera zu achten damit diese minimalen bewegungen der kameras die ihr überwinden wollt nicht in ihrem wahrnehmungs fokus sind ich kann eine kamera mit einem paintball zum beispiel bewerfen die bis zu 100 meter entfernt ist nach SL mausgabe das problem ist der see hat mehr durchmesser als 100 meter und ich muss ja nicht auf die andere seite sondern vielleicht nur reichen die vielleicht 100 meter weit am zahlen je weiter weg umso besser wäre jetzt meine denke weißt du wenn du im osten etwas machst dann sorg dafür dass der der das nicht mitbekommen soll nach westen guckt welchen durchmesser hat in der see also ich hab dir gesagt dass der Weg hier oben von dem Standplatz der Lkw mindestens 1000 meter nach oben das heißt du kannst davon ausgehen dass der see anderthalb bis zwei kilometer durchmesser hat wie viel wie viel strecke hat man zwischen den zäunen bis man am see ist was hatte ich da gesagt das ist das ist eine leerzone von 20 30 also 25 meter vom äußeren zaun ist hier diese freie fläche also das hier das ist so ein beispiel dafür das sind ungefähr 25 meter weil hier unten ist der äußere zaun und hier kommt dann der innere zaun ещ so also das den tipp gebe ich euch Ich kann meine Drohne so umbauen, dass sie was versprühen kann. Das ist kein Problem. Das ist ja nur einmal so ein Pffff, weißt du? Und eine Kamera ist dunkel? Ihr könnt es auch theoretisch auf ein, zwei Kameras in der Gegend machen, dass es auffälliger ist. Jetzt überlasse ich das euch. Ich habe den Tipp nur in den Raum geschmissen. Wenn ihr sagt, das ist eine dumme Idee, wollt es nicht machen, lasst es. Das wäre nur ein Tipp vom Spielleiter. Wie ihr das umsetzt, etc. ist auch euer Ding. Die Gefahr ist, wenn man da zu nahe Richtung, was ist das Landeschiff? Das war West, nee, Osten. Oben, also, warte mal. Um das mal bildlich aufzufassen. Da oben ist Norden, hier ist Osten, da ist Süden, da ist Westen. Okay. Wir wollen über Westen rein. Also, müssten wir im Süden die Ablenkung starten. Ihr wolltet oben rechts Norden sein? Ja, gut. Okay, du bist ein bisschen... Also, ich wollte jetzt nicht mehr die Mühe machen, das Kreuz noch auf die Seite zu legen, aber... Also, wenn du jetzt das so gemacht haben wolltest, wie es korrekt ist, wäre das dann hier... Genau. Wie du es vorhin schon mal erklärt hast, ne? Ja. 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 Von Osten sollten wir die Aufmerksamkeit so gering wie möglich halten. Richtig. Ihr wollt in den Osten keine Aufmerksamkeit. Ihr wollt am besten den See meiden. Das heißt, auch wenn hier viel Deckung ist, würdet ihr hier nah an den See kommen. Das heißt, entweder wollt ihr hier oben im Westen rein, da würdet ihr aber ein Ablenkungsmanöver starten. Das heißt, aktuell, eurem Ausschlussverfahren nach, steigt ihr hier unten irgendwo im Südosten über den Zaun und macht dann einen Fußweg, weil ihr hier an den Laster ran wollt und macht hier oben im Nordwesten das Ablenkungsmanöver bzw. hier oben im Norden. Ihr schaltet dann irgendwann unten die Energieverwaltung aus und zieht dann euren Tanz hier oben bei der Ladestation ab. Genau so. Ich fürchte, wir werden uns trennen. Ja, hatte ich. Achso, ich dachte, das wäre schon klar. Nö, Clint hat gesagt, wir sollen uns auf gar keinen Fall dran. Stand da so? Bleibt zusammen. Achso, das war Off-Character. Pausenmarie. So. Woher denkst du, es hatten wir uns dran? Das hatten wir erst so grob überlegt, um die magische Präsenz in unsere Richtung zu ziehen. Obwohl, das hat sich jetzt ja auch ein bisschen erledigt. Ähm, okay. Also jetzt Taktiker. Jetzt nochmal ganz kurz und knackig. Keine Aufmerksamkeit im Bereich des Wassers und im Osten, weil da kommt ja unser Luftschiff. Wir wollen auch nicht nach Westen, weil da ist Grenzgebiet. Aber von Westen ist halt am einfachsten einzusteigen, von der Sicherheit. Okay. Wir können ja im Westen einsteigen. Wir wollen ja Richtung Osten raus. Das ist ja, wir sollten nur nicht Richtung Osten raus. Das ist die Idee. Und Ablenkungsmanöver ist dann, wenn ich das richtig gesehen habe, so im nördlichen Teil oben am Hang bei der Kaserne. Da finde ich das mal so. Denkt nur dran, wenn ihr im Westen einsteigt, dann solltet ihr irgendwo im Südosten eine Kamera vorher abschmieren. Dann müsst ihr das quasi einmal spiegeln. Ich sage euch das jetzt während der Planungsphase, weil wenn während der Durchführung einer mir was falsch sagt, gibt es von mir keinen Hinweis und ich nehme das einfach so. Deswegen, ich frage gerade nochmal für Dumme. Du hast gerade gesagt, wir wollen nach Osten raus, also nicht nach Osten raus. Das war gerade irgendwie... Ja, nicht nach Westen raus, meint er. Genau, wir wollen im Westen rein und im Osten raus. Ah, okay. Ja? Also da, wo auch quasi das Luftschiff dann raus möchte. Ja, genau. Weil wir müssen ja dann quasi, das ist ja auch der kürzeste Weg zum Transporter, dann mit dem Transporter Richtung LS. LS einsacken und schubs die Wupps weg. Ähm, ja, okay. Und am besten in irgendeiner Form eine Drohne mit falschem Transponder-Signal Richtung Westen rausschicken. Das wäre das Geilste. Das ist Aufgabe dann von Dark Horse. Dann braucht man, äh, dann braucht ihr eine Drohne dafür und wenn ihr den Transponder vom Lastwagen klonen wollt, müsst ihr das im Lastwagen machen. Weil in dem Moment muss Dark Horse sich in das System einklinken, die Transponder-Daten kopieren, den Original-Transponder ausschalten oder den Original-Transponder ausbauen und irgendwie an die Drohne hängen und dann die Drohne losschicken. Ähm, Dark Horse, wie lange brauchst... Minuten. Okay. Thomas, ich würfel mal kurz auf Elektronik, damit ich das besser einschätzen kann, oder? Gerne. Gerne. Rack, meinst du, wir brauchen dann, wenn du jetzt deine Kontakte nochmal akquirierst bezüglich der Ablenkung da oben, ähm, noch eine weitere Ablenkung, was die Wasserrohre angeht? Nö, 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 ich würd das... also so, oder? Höchstens als Backup, also falls alle Tricke reißen und die Aufmerksamkeit noch ausfallen. Gut. Gut, gut. Ich... Ich... Ich würd mich sicherer... Das ist ein alter Ford, das schaffst du. Easy. Das geht schnell, sagst du, Koala. Zack, zack. Ausbauen, weghängen, alles easy. Hallo, Weltenwächsler? Na? Also, ich... Ich würd mich sicherer fühlen, wenn die Geister und so in unserer Ecke wären, so. Weißt du? Ja. Klar ist das denn so ein bisschen... Hallo? Also, das ist... Ich weiß nicht, ich bin da hin und her gerissen. Also, das Problem ist, ich geh schon fast davon aus, dass die... dass wir auf dem Weg zu... LS... Ähm... Das... Das... Die... Die sind ja nicht dumm. Natürlich. Mit so einem Magier... Mit so einem Magier müssen wir uns wahrscheinlich auseinandersetzen, oder? Mit zwei davon müssen wir... Das müssen wir einfach... Ja. Mit einem Plan, leider. Da... Ähm... Zwei Sachen. Einmal Hallo, Weltenwächsler. Viele Grüße nach Paris. Geh bitte nachts in Paris im Moment nicht aus dem Hotelzimmer. Wegen Sie in Nachrichten. Und... Knobbersen. Danke dir für ein Follow. Knobbersen. Ähm... Ja... Ja... Also... Äh... Ich halte dann einen Geist bereit, der den Elektronikkasten, oder den Stromkasten, äh... auf einen Signal hin kaputt macht. Für einen Blackout sorgt. Für einen, äh... Für einen, äh... Kurzen. Und, äh... Auf jeden Fall noch einen besonderen... Geist. Was auch immer das heißt, ja. Ähm... Kommen wir zwei eigentlich. Okay. Du machst das schon. Einmal Frage vom Spielleiter an die Spieler. Also nicht an die Charaktere, sondern an die Spieler. Ihr habt ja jetzt ziemlich einen Plan. Ja. Wollt ihr den heute noch machen? Es ist 22 Uhr. Ja. Wir können den von mir aus jetzt noch machen, den Run. Äh... Alter, ich weiß wie lang wir brauchen werden. Ich, ich, ich sag um drei. Ich wollte es gerade sagen. Das war eine lange Nacht. Wir können ja auch mitten im Run abbrechen, aber jetzt schon wieder dicht machen, finde ich auch irgendwie blöd. Nee, nee, also ich bin noch frisch und funky. Wir sind voll im Plan. Ich hab mindestens bis Mitternacht eingeplant. Ich hab euch nur die Optionen lassen wollen. Ja, also anfangen würde ich auch auf jeden Fall. Den kompletten Run? Nee. Aber anfangen... Vielleicht sind wir auch schnell. Vielleicht sind wir auch schnell. Vielleicht geht das razzifazzi. Ähm, wir gehen da rein. Ich verbanne zwei Feuerelementare. Und wir sind tot. Jan macht einmal Todeskralle bei Magier und blup, gehen wir draußen. Ja, genau. Der Rest geht nur mit. Händchen halten. Nö. Wir haben doch Aufgaben gerade verteilt. Genau. Boah. Haben wir gerade dein Ego angekratzt? Das tut mir leid. Hier hast du ein Taschentuch. Ähm. Thornti wird sie auch noch. Ähm. Ja, ich würd sagen, ähm, also das einzige, worum ich mich jetzt halt noch kümmern würde mit Rack, ist halt, äh, A, Kontakt zu Levi aufzubauen. Mhm. Ähm. Wir brauchen einen konkreten Zeitpunkt, ab wann das los ist. Ich würd das halt so aufbauen wie Aktivismus bei Nacht und sowas. Mhm. Ähm. Ähm. Das, ähm, ich würd das auch anheizen halt mit dem Videomaterial, was Darkus zusammengeschnitten hat. Ähm. Ähm, ich würd 500 Nujen aus unserer Spesenkasse nehmen und 500 Nujen aus meiner Tasche. Und würde bei Ramis Jungs, äh, zwei bis drei Leute mit dazu nehmen, die sich unter die Aktivisten mischen. Ähm. Auch gerne mit scharfen Schussfeuerwaffen. Okay. Ich male, ich helfe, ähm, Bilder zu malen. Äh, hier, Plakate. Ähm. Ähm. Ne, machen wir nicht. Das machen die schön. Ähm. Ähm. Und, ähm, einer von, also ich, ich suche explizitär. Nach einem Gänger, der gut werfen kann. Mhm. Ähm. Weil der soll irgendwie, wirklich so ganz bescheuert mit, äh, äh, mit Wandfarbe gefüllte Luftballons. Mhm. Und dann soll er die Kameras aufs Korn nehmen. Ah. Ja. Sehr gut. Das wär meine Rolle gewesen. Oder, oder eine Paintball-Knarre oder irgendwas werden wir ja finden, was die benutzen können. Und dann sollen die da richtig Rambazamba machen und dafür kriegen die 1.000 Yen. Plus, dass sie was dem Konzern gegen's Bein pissen. Ja. Kann ich noch das Team wechseln? Pff. Ne, wir brauchen noch deine Zauberhände. Dann können wir doch wünschen. Okay, wollt grad sagen. Das hör ich allerdings öfter. Rar. So. Mir wird Klee. Das heißt, an welchem Tag, um wieviel Uhr wollt ihr loslegen? Das ist ja so ein Zeitfenster, das ihr mehreren Leuten geben müsst. Was sagt denn Klins Zeitplan? Wir müssen uns hier so ein bisschen danach richten, sonst waren die 1.500 Yen ja für'n Arsch. So wie er sich das anguckt, ist das so ein typischer Fall. Solche Typen saufen und ficken wahrscheinlich bis um Mitternacht 1 Uhr. Das heißt, er würde, wenn er da was macht, gucken, dass ihr entweder das Zeitfenster, wenn die am meisten besoffen und geil sind, abfasst, weil dann stecken sie tief in anderen Beschäftigungen und sind zugedröhnt und abgelenkt. Das heißt, ihr nehmt so diese irgendwo... Oder sie sind grad damit fertig und pennen besoffen ein und schmeißen vorher noch die Noten raus. Das heißt, ihr nehmt ein Zeitfenster irgendwo zwischen, ich sag mal, 23 Uhr und 3 Uhr morgens. Irgendwo da solltet ihr aktiv werden. Kurze Frage, als wir vorhin über die Sicherheitsstruktur gesprochen haben. Die Magier waren da außen vor, die sind nicht in diesem Pulk an sehr einfach mehr. Die werden ja auch irgendwann mal in Schichten arbeiten. Richtig. Ich kann mir nicht verstehen, dass da dauerhaft... Nein, nein. Klar werden die wahrscheinlich da... Weiß ich nicht, ob die ein Privatleben haben, ob die da rund um die Uhr pennen. Keine Ahnung. Das haben wir nicht herausgefunden. Ich hab euch ja gesagt, in unterschiedlichen zeitlichen Abständen tauchen zwei verschiedene magische Signaturen auf. Also Astrale gestalten. Okay. Das war mein Hinweis für Schichtdienste. Mhm. Zwei. Dann haben die 12-Stunden-Schichten. Ja. Arbeitsrecht. Das ist 2083 kein Thema mehr. Ähm. Können wir dir das mitlesen? Ja, dann... Ich glaub, ein Uhr ist doch tatsächlich irgendwie so. Oder halb zwei. Ja. Ja. Ein Uhr ist 37. Genau. Und das heißt, wir brauchen halt, ähm... Und dann ist ja wichtig, dass wir quasi... Dass das Luftschiff in der Nähe ist und wir denen quasi einen... einen Zeitslot geben, dass der auch gezielt uns da gut getimed einsammeln kann. Das ist ja auch noch etwas, was wir absprechen müssen mit dem Pilot. Genau. Darum will der ja auch wissen. Er will ja nicht wissen, wann ihr anfangt. Ihm ist ja eigentlich alles scheißegal, was ihr noch macht. Er will nur wissen, wann ihr ungefähr da eingesammelt werden wollt. Weil dafür plant er seinen Flug um diese Felskante und dann ist der halt da. Und der sagt euch aber auch, Eisenhardt, wenn ihr dann nicht da seid, der fliegt weiter. Mhm. Ah, das klang auch nach One Way. Wo liefert der uns eigentlich ab? Bei sich im Hangar? Ähm, nee, das könnt ihr quasi ihm sagen. Oder hat er so ein... Ihr habt ja dann... Ihr habt ja von eurer Connection eine Vorgabe bekommen, dass ihr einen Bereich bekommt, wo ihr das Zeug hinbringen sollt. Ah, okay, gut. Ja, dann klar. Er hat ja euch ein Sechs-Stunden-Zeitfenster gegeben. Das heißt, nehmen wir mal an, der hat so ungefähr zwei Stunden Anflugzeit, um sich zu positionieren und so weiter. Dann dürft ihr quasi ein bis zu drei Stunden Flug oder vier Stunden Flug entferntes Ziel wählen, wo er euch absetzt. Du hattest uns ja eine Info gegeben beim letzten Mal, circa drei Stunden entfernt an einen Standort bringen. Das bezog sich aber auf Auto drei Stunden und nicht auf Flug drei Stunden. Richtig, genau. Okay, dann sollte das ja drin sein. Haben wir, haben wir erst gut. Ja. Mhm. Okay. Also, ein Uhr, welcher Tag? Hat irgendjemand, äh... Kann mal jemand gucken? 14.15.16. Genau, 2083, was ist das für ein Wochentag? Als ob das eine Rolle spielt, egal. 14. ist Valentinstag, vielleicht haben die Leute da besonders was vor, keine Ahnung. Ja, das sind alles Männer des Herzens. Und sie werden zu ihren Geliebten nach Hause eilen. Genau so sehen die aus. Mhm. Mhm. Das wäre doch jetzt einfach eigentlich mal lustig. Das ist auf jeden Fall ein Sonntag, der 14. Februar. Das heißt, der 15. ist ein Montag und der 16. Dienstag. Ja. Ähm, also wir haben bis zum 16. Zeit, ne? Ja. Ähm, ja, dann lass uns das. Und heute haben wir den, also jetzt auf unserem Gesprächstag ist jetzt der, was ist der? Das müsste... Das müsste... Die Übersicht verloren. Achter, neunter, zehnter. Das müsste so der Abend vom 11. sein. So. Weil wir müssen ja diesen ganzen Aktivisten auch noch ein bisschen Zeit geben, sich zu organisieren. Ich würde die auch gern, ähm, äh, ein bisschen so mit Overroll zu masten und zu ausstatten und sowas. Hallo Lilly. Hm? Clownsmasten? Nee, diesmal keine Clownsmasten. Warum nicht? Clownsmasten sind immer gut. Ich glaub auch. Nee. Nee, eher so... Ach, ich weiß noch nicht. The Purge-mäßig. Machen wir einen Payday-Haze draus. Ne? Irgendwie sowas. Aber das mit den Gängern ist kein Problem, oder? Die sind voll dabei. Geil. Wenn's Kohle für die Gangkasse gibt und Randale... Sehr gut. Da sind die voll dabei. Da brauchst du nicht zweimal fragen. Sehr schön. Ja, oder so goldene Drachenmasten. Keine Ahnung. Irgendwie, um da ein bisschen Party reinzubringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine lustige Idee ist. Nee, die werden sich schon irgendwas überlegen. Ähm... Ja, dann steil ich mir nochmal von mir 500 Milliarden ab für die Gangkasse. Also... Das erinnert mich an irgendeinen Film. Was waren das für ein Film, wo die ja dann auch tatsächlich mit erst den First Ladies irgendeinen Heist gemacht haben und... Ich weiß es schon nicht mehr. Vielleicht kommt jemand von den Leuten im Chat drauf. Also... Mich erinnert das immer so ein bisschen an gefährliche Brandung, wo sie die Ex-Präsidenten-Masten aufhaben. Ja, das... Der Film ist geil. Und das gibt's halt auch noch mit den First... Und das gibt's halt auch noch mit First Ladies, wo sie irgendwie... Egal. Habt ihr bis zur Nacht des entsprechenden Tages denn noch viel vor? Ich würde ein paar Sachen vorbereiten. Also gerade auf jeden Fall in Sachen Eigenschutz. Also nochmal schauen, dass Panzerung vorhanden ist. Ausreichend. Ich würde gerne noch ein bisschen Geld ausgeben für neue Panzerung. Ja. Also mal die uralte zwei Jahre alte Panzerung ablegen. Genau. Aber das suche ich mir gleich mal zusammen. Ich würde das... Ich habe hier keinen direkten Schieber, weil meine Mom für mich kein Schieber ist. Ähm... Ich würde das auch über Asad machen. Ich glaube, der kommt an sowas auch ran, oder? Also da kommt an sowas ran. Ansonsten kontaktierst du hier Prato. Der hat da garantiert jemanden. Genau. Also das sollte kein Problem sein. Ich suche nochmal was raus hier in der Zwischenzeit. Ja, ich auch. Also ich nehme auf jeden Fall auch einmal... Bei solchen gängigen Sachen wie... Beschaff mir mal eine Panzerweste oder eine Panzerjacke oder so. Also das ist ja nichts schwer Beschaffbares. Das sind ja keine super heiklen Straßenartikel. Da geht das auch schnell und ohne Probleme. Was? Militärpanzerung schwer... Ah ne, kann ich mir nicht leisten. Nun, jetzt sprechen wir doch über Sachen, die nicht ganz so leicht zu kriegen. Besonders in Trollanpassung. Das wäre doch mal ein schöner Gegner. Ein Troll in einer schweren militärischen Sicherheitspanzerung mit einer Sturmkanone. Schöner Tag. Geil. Also ich sage euch vorher, meine lieben Spieler. Ich finde euren Plan wirklich gut. Muss ich ganz klar sagen. Hast dir auch ein bisschen geholfen. Ja. Bin gespannt, was da noch so kommt. Hast du... Bist du ein bisschen schneller im Grundregelwerk? Ich könnte auch einfach das digitale Grundregelwerk nehmen und nicht das analoge. Also... Suchst du nach Ausrüstung oder was suchst du? Ja, 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 ja. Ich nehme jetzt einfach das digitale. Das geht mir ein bisschen sonst zu langsam. Ja, ich habe mir halt noch die Panzerjacke. Die ist auch von den Werten einfach unschlagbar. Ausrüstung fängt bei Seite 244 an. Dankeschön. Genau, wenn ihr in den zwei Tagen sage ich mal noch schnell was besorgen wollt, müsst ihr mir das natürlich im Optimalfall bitte jetzt sagen, liebe Spieler. Ja, ich könnte noch ein bisschen einkaufen gehen. Okay. Und umbauen. Ja. Ich hätte gerne ein Chameleon-Tarnanzug in Trollgröße. Chameleon-Tarnanzug, da muss... Früher gab es immer Verfügbarkeit. Ja, der hat 4L als Verfügbarkeit. Also kostet 2.000 Yen mit dem Trollaufschlag ein bisschen mehr, hat einen Verteidigungswert von 2 und der Bonus ist lediglich, dass du ein Edge bekommst. Für Heimlichkeitsproben. Naja, der passt halt seine Farbe so ein bisschen in der Umgebung an, das Ding, ne? So. Ja. Ich glaube, den habe ich sogar noch, warte mal. Ruhig mal hier in mein Equipment gucken. Sehe ich aber... Also das ist was, was, glaube ich, Runner öfter mal brauchen. Dementsprechend haben die da auch jemanden, der sowas beschaffen kann. Das kriegst du dann für den entsprechenden Preis plus Trollanpassungskosten. Ja. So, das ist da. Da bin ich mal leidensfrei. Okay, streiche ich mir ab. Dankeschön. Gerne. Warte mal, bei 6er war es einfacher, ne? Da zählt immer nur der höchste Panzerungswert, der kumuliert nicht, ne? Mhm. Also, wenn es Kleidung ist, ne? Irgendwie so. Ich hatte bis jetzt nämlich nur die Panzerjacke. Ähm... Problem ist natürlich, du trägst die Panzerjacke über dem Tarnanzug. Ne, ich würde nur den Tarnanzug dann tragen, nicht die Panzerjacke. Achso, okay. Hast du andere Einkäufe? Ja, ich nehm den Ganzkörperpanzerung. Chameleon hab ich, aber ich glaub, ich bin ja nicht so tanky wie Wreck. Ich brauch mehr Verteidigung, von daher, ich nehm Ganzkörper. Ganzkörperpanzerung? Kostet genauso viel, äh, Verfügbarkeit ist 4L und hat halt einen Verteidigungswert von 5. Hm. Äh, warte, hast du? Den ganzen, ganzen Körperpanzerung. Inskörperpanzerung. Ja, das, das irritiert mich auch. Ich bin ein kleines, schmales. Ich bin ein kleines, schmales. Dieser Panzeranzug wird von Militär- und Sicherheitseinheiten auf der ganzen Welt bei besonders gefährlichen Einsätzen getragen. Er ist speziell dafür designt, dass sie einschüchternd wirken. Er hält aber auch eine Vielzahl an taktischen Holzen, Taschen, Gurten, blablabla. Und damit wir wissen, die Panzerung kann mit Umweltanpassungen ausgestattet werden, unter träge Vorstellungen zu schützen. Der Helm der Panzerung hat eine Kapazität von 6. Okay. Er hält ein bisschen mehr aus, ja. Ja. Ist die für unser Held nicht? Da hat... Du hattest einen Chameleon-Anzug, ne? Ja. 4i. I steht für illegal. Und L steht für Lizenz. Oh, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Ändert das? Was? Illegal ist schwerer zu kriegen, weil da gibt's keine Lizenzen für. Das heißt, ich muss gleich für die Connection, mit der du es beschaffen willst, einmal kurz gucken. Ja, ich zahl auch, ich zahl auch sonst mehr. Das ist dann... So. Ganzkörperpanzerung ist in dem Fall im Grunde genommen, wenn du willst, ja, so ein Militärautfit mit ballistischem Gewebe. Ja. So. Ja, nehme ich. Also, das mit 4 Lizenz ist dann... Kann man also zivil kaufen, wenn man eine Lizenz hat. So. Schau mal. Schau mal, was ich sonst noch hab. Ich bin mal. So. So. Und jetzt... So. 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 dann noch. Okay, gut. Kann er dir besorgen, sogar relativ kurzfristig. Kostet dich dann aber 3K. Also plus die Treue. Genau. Plus die Treue-Geschichte. Genau. Plus die 10% oder was das war. Ja, okay. Reiche ich mir ab? Gut. Vielen Dank, Prato. Kurze Frage, Thomas, weil ich habe ja auch noch hier so Fertigkeit in Richtung Klingenwaffen. Das mit der Kapazität, also da könnte ich die ohne weiteres dann quasi auch in dem Panzer verstauen. Die Kapazität zählt für Dinge, die du da drin einbaust. Also eingebaute Sachen im Helm oder eine interne Heizung oder so ein Scheiß. Nicht für die Tragekapazität. Okay, dann nehme ich doch tatsächlich, weil das habe ich ja nicht von Haus aus. Ich meine, Astral ist das kein Problem. Aber so ein Nachtsichtgerät, tatsächlich kann ich das dann mit in den Helm, weil du hast ja auch gerade nochmal vorgelesen, 6 Kapazität. Das könntest du da einbauen, dann weiß ich nun gerade nicht. Ich schaue auch gerade mal. Ich baue mir einen Drucker ein. Was ist, wie geil ist das denn? Ja, kannst du machen. Ich gucke gerade da zum ersten Mal drüber. Nein, das war ein Spaß. Also von mir aus? Ja, ich drücke mir den Planer hin. Ferndlas, Endoskop, Sichtgerät, Kamera, Kontaktlinsen, Mage-Sight-Brille. Sichtgerät. Hier unten Sichtverstärkung, da Infrarotsicht, Restlichtverstärkung, da. Was möchtest du haben? Restlicht oder Infrarot? Also beides kostet, du musst dich nur entscheiden, beides kostet dich einen Kapazitätseinheit und 500 Nujen. Ich hocke gerade mal, aber Sichtverstärkung gewährt einen Bonus, wenn die Gegenseite keine Sichtverstärkung hat, schwares Licht ausgleicht. Ich nehme einen Hau. Okay. Würfel mal auf Magietheorie. Ich? Ja. Warum denn? Wegen Luki Luki durch. Wegen Luki Luki? Mhm. I'm confused, aber das ist nichts Neues. Je nachdem, wie gut du gleich würfelst, sage ich es dir gleich oder nicht. Okay. Zwei. Das ist eine relativ bekannte Sache, darum reichen mir zwei Erfolge. Magier können nicht durch elektronische Sichtgeräte hindurch zaubern. Du musst ein Ziel mit natürlichem Licht sehen. Du kannst also keine elektronische Vergrößerung, kein Nachtsichtgerät etc. verwenden, während du zauberst. Da sprechen wir nach 17 Runden drüber. Optisch geht. Optisch geht. Also wenn du eine Linse, eine geschliffene Linse, die physisch einfach das natürliche Licht und die natürliche Wahrnehmung beeinflusst nimmst, dann kannst du dadurch zaubern. Das geht. Du kannst aber nicht durch eine elektronische Wahrnehmung zaubern. Also du kannst nicht zaubern. Ich müsste dann quasi immer so machen. Du musst in dem Moment dann quasi deine Infrarotsicht ausschalten. Und das ist ja sicher mindestens eine Nebenhandlung. Ja. Gegenstand benutzen. Aber das kannst du ja trotzdem machen. Weil angenommen, du hast jetzt mit jemandem im Nahkampf oder so zu tun, da willst du irgendwo hin. Das war halt die Idee, dass ich da in dem Fall halt Orbert sehe. Du kannst da natürlich auch in astraler Sicht rumlaufen. Nee, 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 nee. Jan. In dem Punkt muss ich ja Arsch sein. Du siehst das per Infrarot. Infrarot. Du schaltest Infrarot aus. Wahrnehmungswurf, ob du ihn immer noch siehst in der Dunkelheit. Du musst ihn sehen, um zaubern zu können. Ey, wir haben Blackout gespielt. Und das sagst du mir jetzt? Nee, das ist halt, du kannst ja dann auf astrale Sicht wechseln. Genau. Dann ist es, dann kannst du ihn sehen. Oh Leute, ich packe gleich die Taschenlampe wieder ein. Dann war es das hier mit still und leise da rein. Dann laufe ich da mit einem... Alternativ machst du aus deinem Zauber einfach einen Flächenzauber, dann ist es völlig egal, ob du ihn siehst. Richtig, dann musst du nur den Boden sehen, wo du ihn zauberst. Musst du nur grob die Richtung wissen. Ja, so laufe ich dann da rum. Was hast du gesehen, alter Mann? Möchte 41 noch was kaufen? Ja, ich bin nur gerade am überlegen, was genau. Ähm... Ich schwanke gerade zwischen dem Ganzkörperanzug und dem Chamäleonanzug. Entscheiden sie sich. Sagen wir es mal so, der Panzeranzug, der gibt dir Verteidigungswert, was dir letztendlich nur was in der vergleichenden Edge-Generierung was bringt, wenn jemand gegen dich geht. Und das andere hilft dabei, dass wir da heimlich reinkommen. Richtig. Und ist allgemein für mich als Schütze auch besser Chameleon, weil ich dann mich besser verstecken kann. mit Bonus Edge bei der Heimlichkeitsprobe. Passt außerdem zu deiner Fähigkeit. Richtig. Mache ich mich voll zum Chameleon. Nee, dann würde ich mir einen Chameleonanzug tatsächlich besorgen. Über welche Connection? Kriegt's Prato und dust ihn billiger? Wenn er gleich zwei besorgen muss. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt schlau bist, Spielerin, dann hast du eben zugehört, dass Prato sowas besorgen kann und was das bei dem kostet und sagst, du hättest gerne auch einen. Wir reden hier auch drüber. Dann können wir auch bei Prato 2 bestellen. Richtig. Dann machen wir's bei Prato. Da haben wir dann direkt... Same Game. Kostig 3K, dann hast du einen. Die dürfen wir nur, wenn wir die jetzt abholen, dürfen wir die nicht verwechseln. Das ist richtig. Ich stell mir gerade vor, wie du versuchst, so den Arm in ihren zu stecken, während sie da in diesem Zelt steht. Das Kamil in den Zelt. Da können wir alle rein. Falls ihr mal getarnt sein möchtet, kriegt ihr den Anzug von mir. Hier, in Gruppe. In den nächsten Arm. Der Harry Potter Tarnumhang XXL. Nee, das ist dann der trojanische Pferdanzug. Für ihre Gruppe. Genau. Cephalon. Kaufen, kaufen. Geld, Geld. Wegen dem Kamil in den Anzug. Das ist eine gute Idee. Man kann ja noch andere Sachen drunter behalten. Nochmal was? Dann auch schon. Man kann ja auch mal noch andere Sachen drunter behalten. Also, grundsätzlich ist das ein Overall. Bis zu einem gewissen Grad. Du kannst auch eine Unterhose drunter tragen. Wenn du mir jetzt sagst, dass du noch zwei Panzerwästen und einen Kühlschrank drunter mit rumschleppen willst, sage ich nein. Nein, aber ich habe ja momentan auch schon einen Anzug an, unter meinem gefütterten Mantel. Ich nehme an, dass ich nicht den gefütterten Mantel unter einem Chameleonanzug tragen kann. Müsste mich dann also... Hast du die Frage? Also, die Frage stellst du gerade nicht. Verstehe ich das richtig? Gut. Nein, nicht wirklich. Siehste. Aber man müsste sich dann bei den Panzerungsmodifikationen entscheiden. Wie ist denn das mit denen, wenn man jetzt was anderes anzieht? Kann man die Modifikationen aus der Einkleidung mit rübernehmen? Nein, die musst du neu kaufen und wieder einbauen lassen. Neu kaufen und wieder einbauen lassen. Ja, das wird ganz schön teuer, ne? Ja. Kurz vor sich, kann ich wissen. Wo ist denn die Tabelle für Sprengstoffe? Das weiß ich nicht. Ich benutze sie nicht. Verrate es. Aber bitte verrate es niemandem. Niemandem. Also, ein Teil davon wirst du es wahrscheinlich im Grundregel wegfinden und nicht im Feuer frei. Das suche ich gerade, aber ich finde sie nicht. Seite 262, das Kapitel Alles, was Bumm macht. Thomas, 264 bin ich, aber da finde ich es nicht. Stell dir eher die Frage, warum Thomas das so schnell gefunden hat. Äh, 222. Weil ich wusste, dass auf Koala Verlass ist. 264 bin ich, das sind Sprengstoffe. Und auf Seite 121 sollen mehr Bums sein. Ja, die passen nicht immer, die Seitenanzahlen. Äh, Sprengstoffe ist auf Seite, äh... Was ist das? 264. Ja, 264. Da steht Sprengstoffe oder so ist die Sprengstoffpakete, Sprengschaum, Sprengkapseln. Ja, genau. Also unter der, da ist... Hast du die Sprengstoffpakete, darunter zählt das dann, okay. Ne, du hast halt unter Raketen und Lenkraketen, hast du Sprengraketen, dann kommen Sprengstoffe, kommerzielle Sprengstoffe, Plastik-Sprengstoff. Da musst du schon den Text lesen und nicht nur die Überschriften. Sprengschaum, Sprengkapsel. Ja, beim Sprengschaum bin ich ja eben gerade. Ja, und darüber ist der Rest. Und dann gibt es da Sprengstoffpakete, Stufe, Verfügbarkeit, Preis. Wenn du mir jetzt sagst, also nehmen wir mal, du willst Sprengschaum haben, das wurde gerade gesagt. Plastik-Sprengstoff mit dem, äh, Konsistenz von Rasierschaum in einer Sprühdose ist perfekt, um in Spalten zu sprühen und wird so aufgelöst wie normaler Plastik-Sprengstoff. So, dann sagst du mir, was du haben willst, äh, wenn du versuchst, irgendwas in einer zu krassen Stufe zu bekommen, dann lache ich dich einfach nur schiebig aus und ab davon, äh, ist es dann Stufe. Vergiss nicht, das ist illegal, also wahrscheinlich um die 50% Aufschlag und dann Stufe mal den Wert dahinter. Mit anderen Worten, du willst Stufe 10 Sprengschaum haben, das heißt, das sind, äh, 2500 Nuyen. Bedeutet also, du kannst wahrscheinlich ungefähr fast dreieinhalb bis vier rechnen für eine Dose Stufe 10 Sprengschaum. Nee, ich würde nur eine Stufe 3 haben. Ich soll nur, ich soll nur gleich den Knall machen. Gut, das, äh, Stufe 3, 30 Nuyen, also für einen Fuffi hast du deinen, deinen Schwarzpulverschaum. Ich bin ja schon ganz froh, dass das Wort Semtex hier schon nicht wieder gefallen ist. Deine, deine Knallerbse. Genau. Besser, alles, alles besser als Semtex. Für Schwarzpulverschaum reicht es. Äh, Thomas, ich hab nochmal, äh, eine Frage zu der Infrarotsichtgeschichte. Das muss ja auch irgendwo eingebaut sein, nicht einfach straight in den Helm. Wenn ich mir jetzt Monokel nehme, mit Infrarotsicht, dann kann ich ja auf dem einen Auge richtig gucken und auf dem anderen Auge einfach rot sich. Nee. Jetzt tu nicht so, als ob das nicht eine legitime Frage ist. Wofür gibt's denn sowas wie Monokel? Das sind diese Momente, wo ich anfange, meine Spieler ein kleines bisschen mehr zu hassen. Tja, du hast es dir so erzogen. Dein scheiß Ernst, Monokel. An die Redaktion, leck mich dafür, dass ihr das da reingeschrieben habt. Ich möchte einfach nachher nicht eventuell eine wichtige Nebenhandlung dafür aufwenden, so machen zu müssen. Und dann nochmal eine Wahrnehmungsprobe. Weil so hab ich dich jetzt verstanden. Das Problem bei dem Spiel... Also, ich als Spielleiter würde dir Aufschläge geben, wenn du das machst. Da wollte ich gerade hin. Ich sehe hier das Problem, dass du zwei unterschiedliche Wahrnehmungsspektren auf jedem Auge hast. Das heißt, ich würde dich dann entweder mit einem Aufschlag zaubern lassen oder du machst eine Wahrnehmungsprobe, um dich auf die eine oder andere Sache zu fokussieren. Ich find's einfach nicht fair, dass wir hier Blackout gespielt haben und jetzt plötzlich anfangen mit... Es ist dunkel, du kannst ja gar nichts sehen. Sei doch... Guckst doch aus der anderen Perspektive, sei froh, dass Thomas... Jetzt hast du um die Ecke kommt. Ja. Dann hätten wir die Debatte vielleicht schon vor, keine Ahnung. Das Problem, was du jetzt hast, ist die Verschiebung der Lichtverhältnisse. Wenn du aus einem beleuchteten Umfeld kommst und hell siehst und schlagartig Dunkelheit ist, dann brauchen deine Augen, um ihren Dunkelsicht zu aktivieren. Das ist ja genauso, wenn du aus dem beleuchteten Raum ins Bett gehst. Wenn du die Augen offen lässt und einen Augenblick wartest, kannst du Stück für Stück immer besser sehen. Und das Problem hast du jedes Mal, wenn du infrarot ausschaltest und einfach erstmal eine dunkle Fläche vor dir siehst. Da du allerdings ein Reaktionsfenster von ungefähr drei Sekunden hast, um dann zu zaubern, weil das wahrscheinlich in der Initiativhandlung ist, musst du dich irgendwie erklimatisieren. Das heißt, die Frage ist, kannst du dein Ziel überhaupt dann noch sehen in der schwarzen Fläche? Ergo Wahrnehmungswurf. Verkackst du den? Siehst du den nicht? Kannst nicht zaubern. Ne? Äh, Thomas? Achso, übrigens an Chaitano im Chat, ich weiß nicht, ob du das erste Mal zuschaust. Ich kann keinen Feuerball. Du musst doch nochmal kurz loswerden. Was Lilly sagt. Was, was Lilly sagt? Ja, na, das ist ja, dann, das ist ja, ja, klar. Wisst ihr was, ich hab keinen Bock mehr auf Infrarotsicht. Ich kauf den Scheiß und lass ihn nacheim liegen. Ist mir jetzt bumm. Ich kauf das und benutze es nicht. So. Ja. Ne, 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 blöd. Also ich hab ne, also wenn du das in Cyber-Augen einbauen lässt, dann ist das wieder was anderes. Ne, ich cyber mich doch jetzt nicht. Das ist ja dann totaler Wummbitz. Du hast doch einen Magie-Punkt jetzt extra durch die Inizide. Da kannst du doch mal einen ausgeben für ein bisschen. Na, hiero. Kannst du einen ganzen Essenz-Punkt kannst du mit Cyber-Augen? Egal. Nein. Ne? Nein. Dreifache optischer Zoom. Nein. Du musstest gar nicht da sein, dann können sie das alles kaputt... Wir ziehen das jetzt durch. Meine Augen werden sich da schon an die Dunkelheit gewöhnen. Ich war ja erst zwei Tage mit dir im Dschungel. Hat ja auch irgendwie geklappt ohne Infrarot. Sonst hab ich Infrarotsicht als Troll, weißt du, und dann sag ich einfach da, da, da. Das ist nämlich der witzige Teil. Wenn es natürliche Infrarotsicht ist, geht es. Wärst du also ein Metamensch mit Infrarotsicht, würde es funktionieren. Oder du würdest dir quasi Bioware einsetzen, dann wäre es natürliche Sicht, dann geht's auch. Aber die kostet sich halt auch Essenz. Also der gegnerische Troll-Kampfmagier, der kann das. Ja. Was? Welcher gegnerische Troll-Kampfmagier? Den wir haben. Den, den du nicht siehst. Aber du hast, glaube ich, an einem wichtigen Punkt nicht zugehört. War das so klar, dass es in Kampf... Keine Ahnung, ich hab vorhin auch Pizza nebenbei gemacht. Ich weiß nur, dass es zwei verschiedene, unterschiedliche Magier waren. Ich wusste noch nicht, dass es einen Troll... Der Sicherheitschef ist Troll-Kampfmagier. Ach, das ist ein Troll, okay. Meine Aussage noch, ich fühl mich gemobbt, ich bin immer der Kleinste im Rennen. Ja, da war ich, glaube ich, kurz nicht zugegen. Ach, den schaffst du schon. Alles gut. Ich beiß mir einfach seine Eier ab, oder? Da komm ich ja gerade so hin. Das wird ja immer interessanter, die hier neuen Informationen, die sich dann nach... Ich habe Bilder im Kopf. Ein schreiender Troll und ein kleiner, grauer Koala, der sich in seinen Klöten verbeißt hat, verbissen hat. Und er guckt nach unten und weiß nicht, ob er jetzt draufhauen soll oder nicht, weil er könnte auch seine Weichteile treffen. Und aus dem Nichts taucht eine halbblinde Magierin auf, die alles halb ertastet. Ich sehe ihn vor allem rumspringen und dabei Koala so richtig schön hui, 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 hui in alle Richtungen baumeln. Ich lasse ihn auch nicht los. Ja, das glaube ich dir. Würde ich dann auch nicht mehr. Wir haben Fadenhexe aufgeweckt. Schatz, wollte er nicht schlafen, weil ich bald schlafen gehe. Ich glaube, jetzt haben wir sie durch. So darf ich jetzt auch noch einkaufen gehen? Faden what? Ja, genau, TMLB. Riecht streng nach Käse auf jeden Fall, befürchte ich. Pass auf, wir beschäftigen uns mit den Trollhoden, wenn wir soweit sind. Na, Harnbank? Ich nehme Grill mit. Ich will jetzt hier loslegen. Ja, darf ich auch noch einkaufen. Achso, ja. Genau, möchte jetzt noch irgendwer Geld ausgeben? Nee. Alle über 1,60 dürfen. Ich verkaufe dir ein Infrarot-Monocle für 700 Nien. Ich habe Infrarot in meinen Augen, danke. Ach, Mann. Ich auch. Ja. Brauchen ist besser als, nee, wir haben es besser als brauchen, so rum. So. Also, Prato darf gerne noch einen dritten Chamedionanzug besorgen. Gibt es jetzt Massenrabatt? Nein. Also, ich habe, nee, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach direkt Nein gesagt. Dann denk nochmal drüber nach, wir haben deine Antwort nicht gehört. Nein. Nee, komm, jetzt mach mal die Bestellung fertig, sonst müssen wir jetzt wirklich gleich abbrechen. Dann macht das jetzt keiner. Ähm, Störsender, Bereich bezogen, Stufe 6. Verfügbarkeit? Vier. Legal. Nein, L ist Lizenz, nicht legal. Kein Lizenz. Der ist nur legal, wenn da kein I und kein L hinter ist. Ja. Vier. So. Ja, kann er dir beschaffen. Automatischer Dietrich, auch vier. L, I, nix? Nein. Also, nix. L, L. Auch den kann er dir beschaffen. Survival-Kit, bitte. Das auf jeden Fall, kein Problem. Äh, Atemschutzmaske, Stufe 4. Ja, Gasmasken kann er auch besorgen. Und den Sprengsturm, Stufe 3. Gut, da der sehr niedrig von der Stufe ist, kriegt er das in der Zeit hin. Sonst hätte das ein bisschen länger gedauert, weil da hätte er Leute anwärmen müssen, die das aus irgendwelchen Lagerräumen, die schwer gesichert sind, mitgehen lassen. Ähm. Aber, ja, das Zeug kann er euch beschaffen. Also erkennt Leute, die das beschaffen können. Sagen wir es so. Gut. Der fängt bald an, als Schieber zu arbeiten, weil er mir in der Kram besorgen soll. Der verdient da auch seinen Anteil dran. Der macht das nicht umsonst. Der macht euch nur einen guten Preis. Aber wenn das so weitergeht, wenn die Leute ihn dafür bezahlen. T.K., was kosten Mods bei Trato? Kosten die die Standard- und Grundregelwerk angegebenen 250 Milliarden, oder? Du meinst, äh, Modifikationen für Klamotten. Richtig. Insofern, ja. Insoweit, wenn die jetzt nicht hochgradig schwer zu kriegen sind, äh, ja. Wir machen das mal relativ einfach. Sachen, die Lizenz dran haben, äh, je nachdem, ob das Kammen oder Unkammen ist, kosten die entweder den Preis, den sie kosten, oder den Preis plus 10%, gegebenenfalls plus Meta-Menschen-Anpassung. Sobald es I dran hat, können es bis zu 50% Aufschlag werden. Mods haben keine Lizenz. Ja, Thomas hat auch gerade für alles gesprochen, um das generell mal abzukürzen, das Thema. Ah, ja, das ist klar. Das hat er vorhin schon gemeint, ja. Für die Klamotten jetzt, ja. Okay. Attacken. Also die Mods, ganz normalen Listenpreis. Ja. Für euch, ja. Für andere nicht, schön. Da er euch mag, knüpft er euch weniger ab als anderen, das stimmt. Noch ein paar Waffen mitnehmen, Munition, Granaten. Ich hab, das Ding ist, dass ich hab Mod verstanden und hab an Twitch-Moderatoren gedacht. Und hab gedacht, wieso brauchst du jetzt einen Moderator für einen Stream, hä? Wie hört sich das? Bei einem welcher Mod kriegt 250 bei dir? Puh. Puh. Kennst du? Chat, Donation Goal, Mod-Gehalt. Dann zahl erstmal deine Subs. Und Pizzen. Ich sag ja Mod-Gehalt. Die werden in Essen bezorben. Marie, du wirst Mod, liebe Thomas. Was? Ich bin grad sich wacker Brain-Up-Kar. Bitte was? Das ist nicht neul. So. Die werden in Essen bezahlt. Und die Schuld ist ja auch noch eine Pizza, oder? Ja. Wollt ihr noch irgendwas kaufen? Habt ihr noch irgendwelche Vorbereitungen am Start? Oder können wir in den Wald gehen? Ich überlege, wenn die ganzen Körperpanzerung... Dann überleg schneller. Seht das nicht komisch aus, aber rein wegen Style, wegen Substanz, ist wahrscheinlich keine gute Idee, so ranzugehen. Also du trägst dann nur eins davon, das weißt du, ne? Ähm... Du trägst keine Ganzkörperpanzerung unter dem Chamäleonanzug, die passt dann nicht runter. Und wenn du sie da drüber trägst, dann hat der Chamäleonanzug keinen Effekt mehr. Ich hatte noch nie einen Chamäleonanzug. Gut. Wenn du dir eine Ganzkörperpanzerung... Wenn du dir eine Ganzkörperpanzerung kaufen möchtest, kannst du das tun. Theoretisch kannst du dich den Mantel drüber anziehen, oder? Theoretisch würde das noch im Regelwerk auch gehen, aber Panzerung ins Deckhandy, muss man auch so sagen. Richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch auf dem gefütterten Mantel drei Verteidigungswert, und ich habe auf dem Amantee-Anzug, den ich da drunter trage, drei Verteidigungswert. Die sind aber nicht kumulativ, das muss man wissen. Richtig. Und das muss einem auch klar sein. Und selbst wenn, dann würde ich den Mantel ablegen und nur den Anzug unter der Panzerung tragen. Das sollte ja... Mach fertig! Fertig! Das ist eine einfache Ja oder Nein-Frage. Beantworte sie für dich. Also ich nehme den Ganzkörperanzug, ähm, und nehme dazu zehn Mods, die ich aber lieber zum nächsten Mal... Wenn du die zum nächsten Mal haben willst, dann kannst du das nächste Mal sagen, du willst sie kaufen, gibst den Anzug ab und die werden nachträglich eingebaut. Können wir dieses eine Stück Panzerung für den einen Spieler jetzt nicht zu einem ganz langen Thema machen? Ja, aber ohne Mods ist ja auch nichts wert, dann verzichte ich ganz drauf für heute. Okay. Ist zwar irgendwie... Also kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Naja, ich habe im Mantel Mods drinne. Die würden mir in dem leeren Panzer dann nicht fehlen. Ja, aber wenn du mir erst beim nächsten Mal sagst, was du da einbaust, dann gilt das auch erst beim nächsten Mal. Also das Ergebnis wäre so oder so das Gleiche. Ja, ich lasse dich jetzt nicht Blanko 10 Mods kaufen und du erzählst mir dann später, was die kosten und machst nachher Cherrypicking, was da drin ist. Das funktioniert so. Ja, ja, alle gleich. So. Bis auf die Stimmungsversiegelung. Nee. Ja, ist okay, wir lassen's. Gut. Gut. Sind wir dann durch? Körperlich, oder? So, haben alle alles, was sie brauchen? Ich möchte dich heute noch shop machen. Ja, ja, los, los, los. Ja. So. Dann können wir nämlich von mir aus jetzt, wenn ihr das nicht irgendwie spezifisch planen oder irgendwie ganz kompliziert, äh... Also, nee, nicht kompliziert ist das falsche Wort. Wenn ihr nicht irgendwelche komplexen Vorgänge durchführen wollt, auf dem Weg dahin oder in den nächsten Tagen, wäre mein nächster Stop jetzt, dass wir sagen, wir springen zu dem Punkt, wo ihr ein kleines Stück entfernt, wahrscheinlich im Dschungel, aus eurem Fahrzeug steigt, euch dahin begebt, in Position geht. Und euch in Position bringt, um entsprechend auf das Gelände zu kommen. Das wäre so mein nächster relevanter Punkt, wenn das jetzt keiner irgendwie noch... noch vorher noch was hat, was geklärt werden muss. Dein Fokus hat gerade richtig keinen Bock, ne? Nö, aber ist mir auch egal. Du fokussiert irgendwas anderes, das Geile ist, ich gucke auch schon die ganze Zeit, ich weiß aber nicht was. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mich immer auf die Couch gelegt habe. Ist auch egal, lass uns da jetzt nicht drauf aufhalten, lass uns in den Run gehen, bitte. So. Oder wir verschieben uns auf nächstes Mal. Oh nö, jetzt habe ich ja irgendwie richtig Bock drauf. Heiß wie Frittenfeld, los geht's. So. Also. Bedeutet, ihr wollt jetzt in Position gehen, dass ihr in der Nähe des ersten Zauns seid, damit ihr quasi den Überstieg über den Zaun schaffen könnt. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, hat jemand an die Gummimatten gedacht? Wir haben vorher noch Gummibatten organisiert, Thomas. Und die nehmen wir natürlich mit. Meine Drohnen sind auch zum Glück. Ja. Das wäre nämlich jetzt das nächste Ding gewesen. Ich hätte spätestens beim zweiten Zaun, da unter Strom steht, gefragt, sag mal, was benutzt ihr eigentlich, um da rüber zu klettern? Wir haben natürlich die Gummimatten eingepackt. Ihr sagt mir jetzt bitte einmal an, wo ihr einsteigt, also von wo aus ihr kommt und in welchem Ablauf das jetzt passieren soll für euch. Ein Zwiebel muss auf dem Weg gehen und auch noch Geister beschweren, ne? Genau, das bitte auch nicht vergessen. Ich muss nicht, ich weiß, das hab ich eben nicht so oft das eine Ding konzentriert, da ich direkt mal über den anderen mal gucken muss. Äh, lülülülü Geister. Ähm, wer kann das denn? Wer will das denn machen? ein utopia also wir sind auf dem weg dann lege ich schon mal los und beschwöre einen ja komm wir probieren ein stufe 5 luftgeist schon lange keine geistermenge ich habe zweimal die stufe um mich zu wehren genau zweimal kraft stupe zum gegenangriff habe ich nicht noch irgendwie hier hier wie heißt das edge chat natopia vielen dank für den follow bitte den sub hallo dankeschön vielen dank für den support möchtest du diesen wurf so stehen lassen frost spendiert ihr noch ein und noch ein vielen lieben dank das sind schon mal zwei dann habe ich von meinen doch war da ganz kurz ich nehme die drei und ich nehme zwei und sekretarios geht nur einmal pro spieler und nehmen noch mal zwei von meinen edge und würfel alle nicht in folge neu sehr gut damit hast du zwei erfolge übrig und kannst ihn rufen und hast bei den geistern im endeffekt auch zwei dienst habe ich erst mal und holt also ja das wäre nett da will ich freund von na klar na klar na klar und hier gut weil die sachen auch ein cooldown haben welten wechsler so du brauchst es ein oder zwei geister erst mal den 1 das ist luftgeist und der kriegt von mir das ist gut dass du es immer sagst er kriegt von mir auf jeden fall schon mal die zusatzkraft elementar angriff das ist bei dem konkret elektrizität elementar angriff elektrizität luftgeist stufe 5 zwei dienste check alle anderen haben ihre ausrüstung am mann wissen was was sie zu tun haben und brauchen keine weitere vorbereitung richtig richtig gut rock'n'roll meinem letzten verständnis nach müsstet ihr von südosten osten aus der richtung irgendwo euch auf das real zu bewegen richtig gut das heißt wir machen jetzt einfach einmal entspannt zum lockeren auftakt von allen einmal eine reguläre heimlichkeitsprobe bitte moment wollen wir von südosten oder von nordwesten aus genau wir wollten von nordwesten den kürzesten weg zum transporter und zum osten hin raus gut dann hatte ich dann habe ich das im kopf gedreht ist okay nordwesten das heißt ihr kommt wie gesagt besonders aufpassen durch den wald beim west nach laut klinthes die geringste geringste gefahr ist beim eindringen nordwesten wäre hier wenn ihr noch den wald mitnehmen wollt das heißt da würdet ihr irgendwo einsteigen respektiv so da haben wir doch mal einen kringer einer ist heimlich vergesst deinen bonus-edge nicht durch den chameleonanzug also du hast so viele erfolge wie ich würfel hab also durch eure COM-Verbindung habt ihr quasi noch ein signal dass sie da ist wo sie genau physisch ist ist schwer zu sagen sie ist irgendwie mit dem dschungel verschmolzen ihr hört aber irgendwo im hintergrund so komische klicker geräusche und seht ab und so so ein bisschen die luft flirren hier und da ich hab drei also warte mal da haben wir einmal 41 mit allen erfolgen ja das ist für uns auch mit heimlich 3 ciri mit 1 koala mit 4 cephalon mit 2 gut einigkeit ist mein zweiter vorname ich würfel noch einen nach thomas mit weil ich hab ja eine edge mhm mhm gucken wir mal ob vielleicht noch 5 kommen ja 5 verfolge gut 5 von 5 was wäre mal mehr grundsätzlich läuft es relativ gut und ihr werdet alle ziemlich heimlich cephalon würde ein bisschen auffallen weil er nicht ganz so achtsam schleicht wenn nicht die gute magierin alle paar meter auf irgendeinen knackenden ast streichen würde oder treten würde oder mit irgendeinem busch rascheln würde oder man sie irgendwie weil sie aufrecht mitten in der deckung steht sehen würde hallo solange es keine blutbäume sind ich habe halt keine infrarot sich was soll ich machen da scheint es genau hätte ich auch gesagt gut apropos thomas ich würde jetzt ausreden 10 erfolge ich würde tatsächlich doch mal was neues ausprobieren was wir ja im zuge der initiation so ein bisschen besprochen haben ähm und zwar würde ich gern ein geist des menschen kanalisieren ok ihr befindet euch gerade ich sag mal da hinten kurz vor dem ersten äußeren zaun zwischen dem dann ja 25 meter freie fläche zum zweiten zaun kommen und habt momentan noch relativ gut deckung da ist hier so ein ausläufer von so einer felsstruktur und ihr habt euch da zwischen einigen ähm höheren gräsern büschen und anteilig felsstruktur versteckt und konntet euch auch durch die felsstruktur recht ungesehen annähern und habt momentan auch keine sorge dass ihr da irgendwie entdeckt werden könntet hm eine frage eine rein regeltechnische frage habe ich sobald ich die kanalisierung was ja dann quasi ähnlich dualwesen ist ähm mache kann ich dann in dem status immer noch auch geister beschwören klar ja ich sehe da jetzt kein hindernis ne hab dich doch gerade gefragt ok dann hatten wir uns vergrüßt bin ich gut mit oder meintest du mich ich meinte dich ja wir hatten gerade nur ich habe ja gesagt dass ich das nochmal nachlese aber da steht nichts gegenteiliges drin achso ich habe das letztes noch nicht genannt ok jetzt habe ich es verstanden jetzt ähm ja genau ähm jetzt muss ich auch nochmal schrauben ich habe es mir vorhin durchgelesen und instant wieder vergessen also ich möchte gut wen stopp du liest das mal im stillen für dich und informierst uns gleich darüber während sie nochmal kurz auf ihre magischen fähigkeiten guckt und eventuell noch einen geist ruft ähm habt ihr quasi den ersten sound vor euch die frage ist jetzt wie ihr den ablauf timen wollt ihr habt äh ein zeitfenster für den luftschiff abholer der sagt er braucht ungefähr zwei stunden sich in position zu bringen das heißt ihr müsst ihm sagen wann ihr ungefähr da vorne seid das heißt eure einschätzung nach wie lange braucht ihr für eine strecke von er soll sich ja 1,5 kilometer die Idee war ja dass wir ihn schon vorher eine uhrzeit nennen wo er sich in genau ich sag mal fünfminütigen zugriffsfenster aufhält genau wir haben ja ein zeitfenster von zwei minuten das heißt die müsste ihm schon vorher gegeben haben das ist richtig und äh jetzt ist halt die frage was schätzt ihr wie lange ihr braucht um diese 1,5 kilometer circa zu überbrücken bis dahin wir sind ja vorsichtig und heimlich also dementsprechend langsamer als normalerweise genau ja schwer zu sagen wie viel wie viel braucht man für 1,5 kilometer wenn man schleicht und über sehr vorsichtig ist ihr müsst ja warten bis die Drohnen vorbeifliegen dann müsst ihr über den Zaun so dann müsst ihr euch langsam dahin bewegen etc du meinst zwischen dem ersten und dem zweiten Zaun sind 1,5 kilometer das meinst du nein zwischen dem ersten und dem zweiten Zaun sind ungefähr 25 meter aber ihr habt im ganzen mit der Umrundung von dem See bis ihr dann da seid und bis ihr dann da seid also das hier von eurem Startpunkt ein Viertel um den See rum den Truck einsammeln dies das bis ihr dann irgendwo hier seid sind das ungefähr 1,5 kilometer vielleicht ein bisschen weniger ja aber du gefällt mir dass sich durch die ausgedehnte Zeit in der Ecke und die 16 Erfolge auf Survival und dementsprechend Spurlesen orientieren und sowas kann ich da nicht eine relativ konkrete Einschätzung geben also es ist tatsächlich richtig was Smarty schreibt im normalen Tempo gehst du ungefähr 5 kmh das heißt wir würden jetzt bei einem Fünftel der Zeit ausgehen wenn wir ein Fünftel von einer Stunde nehmen dann sind das ungefähr 10, 15 Minuten für einen Kilometer da ihr euch aber sehr langsam bewegt würde ich jetzt 30 bis 45 Minuten beanschlagen das heißt wenn ihr sagt ihr wollt gegen 1 Uhr abgeholt werden solltet ihr ungefähr um 0 Uhr 15 da am Zaun setzen genau und sobald wir am Zaun sind würde ich auch schon anfangen dass die da oben Krawall machen gut vom Timing ne so von den Zeit halten wir sollten über unsere Zeitberechnung noch mit einbrechen dass Koala also Darkus ein bisschen braucht um den Transporter die äh den Transponder abzuknipsen bevor er vielleicht ins Luftschiff kommt oder er sagte das wäre reine Sache von wenigen Minuten naja aber wenige Minuten sind wenige Minuten die wir mit einplanen sollten das ist richtig wenn wir gerade bei Minutenplanungen sind so ganz grob zumindest das ist nicht zu knapp wir müssen ja einfach nur unbemerkt Mustakus in den Transporter kommen um das Ding da so switchen und wir müssen dabei einfach in Deckung bleiben so und wenn währenddessen schon auf der anderen Seite ein bisschen Remi Demi ist sollte das passen der Rest ist genau der Rest ist halt Chaos also kannst du ja nicht alles planen ok gut außer ich hab noch ne Idee um das besser ich hab keine weiter steigt erstmal aus stehe ich auch gerade fest hallo Chad ihr seht mich gern zweimal oder na witzig du wirst jetzt zweimal da stimmt hey TK schön dass du auch da bist ja danke TK total cool Mensch TK ich freue mich dass du endlich mal wieder mitspielst ey mir macht das immer Spaß das ist überhaupt kein Ding so also in 3 2 1 wieder norddeutscher Koala nun gut wir machen wir machen erstmal unvermindert weiter ihr seid am Zaun du wolltest jetzt noch einen Geist rufen direkt on the fly Siri ja Geist rufen ja nicht so wirklich also wir hatten ja im Rahmen der Initiation über so ne Art also Siri dient als oder ich dient als Gefäß gesprochen und nehmen quasi den Geist wie ne Art Dualwesen nämlich auch über die Kanalisierung ich frag dich vorab mal weil ich wollte dich jetzt irgendwie ein bisschen austricksen der Geist des Menschen ist bis auf den Geist des Tieres der Einzige der Infrarot sich kann über würde ich darüber wenn ich den jetzt kanalisiere und als Dualwesen quasi den halte kriege ich ja auch dessen zusätzliche Kräfte ja und dann könnte ich darüber Infrarot sich nehmen ja zum Beispiel ja dann machen wir das doch clever good move schwöre einen Geist nimm ihn in mir auf was ne total perverse Nummer ist um Infrarot sich zu wenn das also weißt du wenn's wenn's der Wert ist für den Spieler dann Attacke achso Kraftschluse muss ich ja auch noch festlegen warte mal also ist ähnlich letztendlich wie auch sonst beim Geisterbeschwören dann kanalisieren nur dass wir zwei Proben ablegen also einmal die erste mit Beschwören Magie gegen Kraftstufe des Geistes welche Kraftstufe hätten's denn gern ähm was nehmen wir denn da ach ich glaub vier reicht mir aus der Rest kann ein bisschen dicker sein wie der äh okay okay ähm äh ja äh genau also vier und let's roll die erste ähm ähm holen das ist ja ein kraftes okay Geistesmenschen fünf auf jeden Fall Möchtest du den Wurf so stehen lassen ach komm da sind auf jeden Fall eine vier bei ich mach auch noch aus der eine vier eine fünf da hab ich sechs Erfolge dann hast du einen Erfolg Quatsch das ist ja noch nicht das Schöne am Kanalisieren weil das ist nur der erste Teil dann legt er als Teil derselben Haupthandlung eine Probe auf Beschwören Magie plus Initianten gerade gegen noch mal Kraftstufe des Geistes ab und die Nettoerfolge dieser zweiten Probe erhöhen die Dienste die der Geist dem Zauberer schuldet oh da ist sogar noch einer danke Drake oh cool warte mal jetzt hab ich mich hier verschrieben roll cool jetzt und nämlich auf jeden Fall die zwei die hier gerade noch im Chat kamen und mach aus was machen wir denn mit Edge nochmal ja nochmal aus den vier also sieben Erfolge dann hast du fünf Nettoerfolge ja nice du hast anscheinend im ersten Anlauf den vorhandenen Widerstand des Geistes gebrochen und beim zweiten war er pflegeleichter genau und die Nettoerfolge dieser zweiten Probe erhöhen die Dienste die der Geist dem Zauberer schuldet und die Erfolge des Geistes werden zum Entzug dem der Zauberer widerstehen muss was hattest du gerade? wie viele? zwei zwei das ist ja easy ähm okay das klingt ja gut die ist ja nicht misslungen ja also nehme ich jetzt quasi einen Stufe vier Geistesmenschen in mir auf und der kriegt Infrarotsicht also ich kriege Infrarotsicht oh Mann Thomas ich weiß nicht nach allem was ich euch erzählt habe beschwörst du mitten an diesem verfickten Sehen Geistesmenschen und nimmst ihn in dein Verstand auf da habe ich mich ja im Rahmen meine Initiation darauf vorbereitet quasi als Gefäße aber natürlich tue ich das lieber Spielleiter Willenskraft ich sage dir Bescheid wenn es soweit ist im Moment ist erstmal alles in Ordnung Ciri macht ihr Voodoo murmelt etwas vor sich hin und nach kurzer Zeit werden ihre Augen so weiß milchig und sie hat so leicht andere Gesichtszüge also sie hat etwas weniger Ähnlichkeit mit Ciri sondern quasi ein bisschen die Gesichtszüge einer anderen Person aber nur leicht Ciri für dich wenn du wenn ihr mit Personen die zu dieser Firma gehören interagiert du hast einen leichten Unmut dagegen da sie den Grund und Boden deiner Heimat beschmutzt haben mit ihrer Anwesenheit jetzt wird es persönlicher ja ok ich mag das manche spieler ist einfach verlassen das ist so schön wir haben grob drüber gesprochen und ich dachte wenn wir nicht heute ansonsten hast du aber sechs dienste bei dem geist ist menschen unzugehoch seine fähigkeiten so ihr seid bei dem zaun ihr wollt darüber in dem fall werden ich sag mal die 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 heimlichkeitssituation wird aktiv relevant in dem moment wo ihr den zaun überquert und euch dem zweiten zaun nährt weil dort habt ihr sehr wenig deckung und wie cefalon euch ja erklärt hat müsst ihr quasi eine mindestdistanz von 18 metern zum ziel erlangen damit ihr die position der kameras beeinflussen kann und ihr wolltet ja die kameras also den strom noch nicht lahmlegen an dem punkt sondern erst wenn ihr nachher den lastwagen holt das heißt ihr müsst da darauf achten dass ihr halt dann die aufmerksamkeit auf einen anderen teil des sicherheitsperimeters lenkt und möglichst schnell die distanz zum 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 zaun überbrückt nachdem cephalon die kameras manipuliert hat sprich den ersten zaun zu überqueren wird relativ leicht für die meisten von euch weil der ist drei meter hoch und rag ist ein großer junge das heißt er kann relativ ohne probleme einfach die matten darauf legen und kann den meisten von euch einfach rüber helfen weil ihr fliegengewichte für ihn seid das heißt da sind keine großen athletikproben vom bedarf so da gehe ich jetzt mal davon aus dass ihr da den weg des geringsten widerstands nehmen der einzige der dann weil er keine hilfe mehr hat und der zaun sonst vielleicht einfach unter ihm zusammenbricht eine athletikprobe machen müsste wäre dann der gute rag ja das machen wir doch athletik sieht er entspannt bin ich bin ich auch tatsächlich jetzt nicht gestresst von mit flick flack grad hochsprungen mit dem baum mit ein bisschen anlauf hüpft er da tatsächlich relativ gekonnt rüber in so einem hechtsprung und rollt sich auf der anderen seite ab das sieht bei einem einem troll von seiner größe doch sehr imposant aus wenn er das behende hinbekommt das muss man sagen so jetzt kommt der feinfühlige part ihr braucht heimlichkeit um dicht genug an das zweite perimeter ranzukommen damit cephalon die position der kameras verändern kann parallel dazu müsst ihr im richtigen moment andere kameras lahmlegen dazu hattet ihr zwei ziele ihr wolltet zum einen den riot einspannen dass der auch kameras beschmutzt mit farbbeuteln wirft etc und zum anderen hattet ihr vorbereitet ihr die das koala seine drohnen so ansteuert dass die mindestens eine oder auch mehr kameras in derselben region also etwas weiter von euch entfernt hier oben oder aber am anderen ende das müsstet ihr um der fly entscheiden schach matt legen damit die aufmerksamkeit von eurem perimeter bereich weg gelenkt wird so der riot läuft automatisch der hatten zeitfenster und legt los das heißt für mich wenn jetzt interessant nochmal heimlichkeits proben bitte dann vorausgesetzt ihr schafft die zwei geschicklichkeits proben entsprechend oder finger fertigkeits proben von cephalon für das neue justierende kameras und eine entsprechende piloten probe oder auch mehr je nachdem wie komplex das laufen soll von dacos für das schachmatz setzen der kameras kurz für dich der hinweis thomas also durch weil ja einige meiner attribute niedriger sind als die kraftstufe des geistes darf ich jetzt quasi die kraftstufe abgerundet auf meine attribute drauflegen sobald da sind das heißt ich habe jetzt nur noch dass du dich nicht wunderst ein bisschen das ist wirklich cool ich bin jetzt schaust und mache aus zwei erfolgen einen mehr so das ist dein nachjustierter also ein bonus edge von dem chameleon anzug und einen edge so und dann mache ich aus zwei erfolgen drei erfolgen ok record drei erfolge sephalon hat vier erfolge wenn ich das richtig sehe für die heimlichkeitsprobe eino hat drei erfolge ziri hat vier erfolge und dacos hat null erfolge brauchst du auch einen geistes menschen möchtest du den wurf so stehen lassen denk dran du hast mindestens ein edge das auch den chameleon anzug ne crawler genau du bist gemutet da ist auch ein edge punkt reingeflogen dann kannst du den gerne auch nehmen genau aber wir hätten uns drei stunden planung kneifen können wenn das jetzt nicht läuft das war ja quasi vorauszusehen ja also bei einem heimlichkeitsrun musst du einfach am anfang deinen edge auch da rein böllern das ist so achso apropos gut dass du sagst warte mal wie es ist da kam noch mal ein edge von Charlene by the way thomas der geist des menschen kriegt als zusätzliche kraft auf jeden fall schutz also der hat ja schutz von haus aus ok wir haben wir sind gesaved vor irgendwelchen patschen nur damit ihr bescheid wisst aber du musst noch einen dienst ausgeben um sie zu aktivieren ja 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 ist jetzt halt nur das ist mir so schon von gefallen hat er vielleicht auch verschleierung ja ja hat er auch einer von beiden hat verschleierung da hab ich echt drauf geachtet verschleierung steht ganz weit hinten im alphabet war das ja hat er von haus aus haben sie beide ja toll da kann ich die ganze zeit natürlich reden und reden und reden wenn es jetzt nicht angewählt ist ich habe einmal gesagt du bist gemutet da hast du weiter gemacht da hab ich gedacht gut dann möchte er nicht ja ich hab mich dann gemutet aber ich hab nicht gesehen dass das discord mal wieder scheiße baut egal dann möchtest du jetzt noch die beiden edge-punkte verballern und was machen oder nicht ja also ich habe zwei aus dem chat eins habe ich für den chameleonanzug und dann nehme ich noch eins von meinen edge dass ich vier habe dann kann ich mir alles neu wurf genau gut kann nur besser werden richtig ja ist es da will ich es nicht mit der nase am zaun hängen du bleibst dich so oder so nicht mit der nase am zaun hängen aber äh bei dem nuller wurf hätte ich gesagt gut alle sind auf der anderen seite vom zaun alle schmeißen sich hin und rauben weiter du bleibst stehen und guckst sich um zu uns eine zigare an ja so ungefähr wo sind denn alle hin erst meine rauchen ich bin die ablenkung auch das so ähm ja also thomas hilf mir kurz auf die sprünge wieso wie kann ich einem geist der in mir grad steckt dienste also mach ich das in form eines selbstgesprächs ne du machst das du kannst alles aktivieren was der geist kann und musst jeweils einen dienst dafür abstreichen du musst nur über die dinge du machst das ich mach das einfach ja okay du machst das dann sorge ich jetzt dafür dass wir vor patsern also unsere gruppe ne geschützt ist durch schutz also vor patsern ähm und verschleiere uns ah durch den zeitpunkt als dass ich es aufhebe quasi ah gut dann musst du aber jetzt auch für den geist würfeln bitte ja äh warte gut währenddessen hat mein kamerasystem bei der annäherung eine chance zu würfeln musst du würfeln muss ich würfeln warte mal ich muss auch was machen du kannst doch einfach verschleierungsstufe oder ist verschleierungs inzwischen ohne würfeln die verschleierungen kann gleichzeitig auf eine anzahl ziele von durchschnittlicher metamenschengröße äh angewendet werden indem dem magieattribut des krites entspricht oder auf eine anzahl sehr viel kleinere objekte die den magieattribut des krites entspricht das spielt ja auch keine ahnung wie heißt wir haben es denn sonst gemacht homo ich meine ich habe ja sonst immer die geister verschleiern lassen jetzt bin ich das ich weiß nicht ich bin der meinung die was steht denn da blablabla verschleiern gleichzeitige finanze genau die ne ne das ist einfach nur eine handlung warte mal genau diese kraftaktivität status unsichtbar verbessert in höhe des magieattributs des kritas genau und dein ist vier sehr gut ja so gut du kannst aber du kannst vier leute verschleiern ne 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 nimmst im genauen die konstitutionswerte das heißt durchschnittlich alles was über fünf ist ähm stimmt du kannst ah ja okay gut stimmt ja bullshit klar du kannst vier leute verschleiern der punkt ist ja aber der geister jetzt in mir ist halt kraft stufe vier ich hab durch initiation bin ich jetzt ja bei sieben was zählt denn dann verstehst du was ich meine das ist ein dualwesen das heißt es zählt der geister in dir ist und die stufe des geistes weil die fähigkeit die du wirkst sind die von dem geist also außer es steht jetzt explizit in der fähigkeit was anderes drin aber dann hätte ich es jetzt zweimal überlegt wir machen das mal so ich bin dadurch dass du ja mir am anfang auch erklärt hast dass einige attribute sich addieren das hat ja mit der verschmelzung zusammen bin ich gewillt dir diesen plus eins zu geben das ist okay ich finde die argumentation gut die möchte ich gerade mal honorieren dementsprechend kannst du die gruppe verschleiern obwohl es nur in stufe vier geist ist okay alles klar gut dann berücksichtige das auf jeden fall beim nächsten mal ja sorry danke dir auf jeden fall thomas gerne und dann verschleiere ich uns gut das heißt ihr seid dementsprechend auch unsichtbar und damit mit der kombination eurer heimlichkeitswürfe und verschleierung kann euch die kamera nämlich auch nicht mehr sehen sonst hätte ich nämlich die zweier und dreier von euch gehabt dementsprechend kann das kamerasystem euch aber gerade nicht sehen solange ihr euch adäquat heimlich annähert und dafür habt ihr gewürfelt das heißt der nächste schritt wäre jetzt die kombination aus der drohnen aktion von dacos als erstes und dann würde als zweiter schritt in eurem plan die das verschieben der kameras durch c verlaut folgen also es ist ja eine tätigkeit der erschicklichkeit respektive fingerfertigkeit das heißt es wäre eine frage des feinen gefühls und der genauen koordination wenn du keine spezifische fertigkeit dafür hingewiesen bekommst durch deine keykraft dann würde das über athletik laufen würde ich am ehesten so formulieren richtig ich habe wenig gehabt wegen willenskraft aber ich denke athletik es geht ja darum dass du hinausgreifst ein gefühl für diese kameras bekommst und die dann über distanz ganz langsam und vorsichtig bewegst ohne dass es auffällt aber meine hände bewegen muss ich dafür nicht mehr nicht aber ja das sind jedi dinge in meinem kopf da muss ich mal so machen wenn ich sowas wäre das ist der schub von serie bei mir auch immer obwohl es dann windstoß ist so koala wie willst du es machen müsstest über eine weil ich würde reingesprungen machen damit ich genau treffen kann würde ich dir auch empfehlen an dem punkt reingesprungen bin ich reaktion versteuern ist es dann nicht das richtige richtig am koffer so möchtest wie willst du das regeln also hast du denen quasi was gegeben was sie dagegen ditchen sollen hast du die so modifiziert dass sie das rauf sprühen dann wäre es quasi ein angriff ähm ich habe in die mäuler der gargoyles kleine sprühkartuschen eingebaut ok das ist ja kein problem dann müsstest du die quasi einmal anfliegen das wäre also einmal eine steuernprobe und einmal eine angriffsprobe pro kamera die du schachmatz setzen willst wir gehen jetzt bei den gargoyles mal davon aus dass sie zwei schuss pro kartusche haben drei tatsächlich oder drei ok das ist in ordnung ok nacheinander oder willst du es addiert haben die werte ne mach das bitte mal nacheinander ok das heißt nachdem ihr da position im gras bezogen habt siri euch verschleiert hat und ihr eure position sozusagen gesichert habt dass ihr langsam ran robben könnt klingt sich koala für einen moment aus und weiß ich nicht ich hoffe du sagst denen vorher dass du kurz in die drohne springst um das zu machen ja das habe ich natürlich an kümmel ich natürlich an ok also einmal steuern und andere war angriff angriff der drohne also scheiße krissen ne so den wert habe ich natürlich nicht ne entschuldigung du kriegst erstmal den flugwert bitte gerne das ist dann nämlich 12 ist jetzt kein kunstflugmarathon aber du kommst ans ziel ist völlig ok hast du eigentlich dein steuersignal beziehungsweise die aktivität deines rigger decks irgendwie verschleiert natürlich mhm das hätte ich an dieser Stelle auch gesagt wenn das spiel leider was fragt immer auf immer auf die niedrigste kräfte kurzwelle okay immer vorsichtig ich warte nochmal auf den tag an dem irgendein spieler sagt nur wäre mir zu einfach mhm okay nun das wäre wenig zu ehrlich ne essig essig suchst du dann nach wie du angreifst ja ich krieg's wieder nicht auf die kette pilotenwert plus geschütze oder pilotenwert plus feuerwaffen je nachdem was du hast würfeln jetzt ne ja da ist ja was willst du die kartuschen als waffenwert haben das ist die frage würfel eine der beiden proben und sag mir welches ist fliegt einfach mit der drohne gegen die kamera das ist der sensorwert jetzt das erste war dafür zu steuern und das ist der sensorwert habe ich gesagt da ich keinen wert für die kartuschen habe die dinger sprühen straight forward das heißt du fliegst das ding in eine richtige position vor die kamera und löst dann möglichst schnell aus um zu treffen darum sage ich ja einmal pilot und danach bitte in angriffswert sprich da das ein statisches objekt ist und du nur schnell sein musst entweder pilotenwert bzw du steuerst das ding direkt also reaktion plus feuerwaffen oder reaktion plus geschütze da ich nicht davon ausgehe dass du exotische waffen sprühwaffen hast ich komm grad wieder gar nicht das ist zum kotzen such doch bitte nicht lange nimm einfach den wert den ich dir gegeben habe ja hab ich ja Reaktion ich habe es steuern genommen das ist der erste die 3er folge und der pilot war die 2 ne ich möchte dass du erstmal eine fliegenprobe machst die hast du ja gemacht Reaktion plus steuern ja gut und jetzt machst du einen angriffswurf das bedeutet du nimmst wieder Reaktion plus entweder deinen feuerwaffen oder geschütze wert und würfelst hab ich keinen wie oft noch hast du keinen feuerwaffen wert nein in der hornet ist keiner drin ich habe einen pilot wert und das ist die du bist reingesprungen koala steht auf dem charakterbogen von deinem zwergen feuerwaffen wert ok Entschuldigung ist einfach schon wieder zu spät alles gut ruhig bleiben nein es nervt mich einfach ständige Diskutiererei entschuldige bringt nichts alles gut gut da das ein relativ einfaches Ziel ist und es nur darum geht zu treffen kein Problem du bringst das Ding flugtechnisch in Position kein Patzer du löst rechtzeitig aus das heißt du hättest jetzt ohne Probleme eine Kamera getroffen und hättest quasi einen Schuss der Sprühkartusche ausgelöst und hast die halt vorne mit einer Farbe deiner Wahl bedeckt ich schwarz neongrün rot was auch immer du da reingemischt hast grün war rumgelegen nur denn Attacke hast du vor mehr als eine Kamera auszuschalten zwei Kameras wollte ich nebeneinander dann Attacke genau easy das ist das kleinste Problem schießen hast du es heute nicht so aber egal der wichtige Teil ist dabei tatsächlich auch die Pilotenprobe aus dem einfachen Grund weil du ja einfach nur statisch nach vorne sprühst das heißt wichtig ist das Ding gut in Position zu bringen das hast du ohne Probleme geschafft ähm in dem Moment schaltest du auch die zweite Drohne aus äh die zweite wie essen die Dinger Kamera danke so das heißt die hast du beide erfolgreich durchgeführt alles cool ähm jetzt hattet ihr gesagt oder war der Plan im Augenblick zu warten damit die Sicherheitsleute quasi Zeit haben darauf zu reagieren wie lange wollt ihr jetzt warten zwei Minuten fünf Minuten zehn Minuten wir haben ja vorhin erfahren dass die etwa zwei Minuten zum schalten brauchen dann würde ich sagen das war circa das Zeitfenster ja genau dann würde ich sagen dass wir eine Minute 45 warten und dann und dann Versuch starten okay wenn keiner eine andere Meinung ist auf dem Sicherheitsrigger ist jetzt auch nichts aufgefallen bevor die Kameras ausgefallen sind das ging zu schnell weil der ja jetzt auch schon den Riot am äh Westbereich der Anlage vor der Nase hat sozusagen und äh ja dementsprechend seid ihr da auch good to go das heißt nach ja bummlig nicht ganz zwei Minuten ihr seht durchaus eine gewisse Aktivität hier also hier ist ja durchaus einige Bereiche sind ein Flutlicht beleuchtet Drohnen sind aktiv über dem Areal zwischendurch sind auch über euch einmal über über den Sound vor euch schon zweimal diese Flugdrohnen diese Aufklärungsbeds hatte ich ja gesagt ungefähr 20 Meter Höhe einmal entlang des Perimeters geflogen und ihr hört leise in der Entfernung auch so ein bisschen Giole und ich sag mal Geräusche von vielleicht Warnschüssen et cetera also da scheint durchaus Aktivität zu sein ähm zu eurer Linken in dem Bereich wo ihr diesen Riot als Ablenkung gestartet habt und hättet jetzt tatsächlich die Möglichkeit dann den Elektrozaun zu überwinden da hätte ich gerne von jedem eine Athletikprobe die Heimlichkeitsprobe ne Moment ha ich hätte fast Cephalon vergessen ja also jetzt versuche ich erstmal ich aktiviere meine magischen Hände meine unsichtbaren Hände heißt es und fasse sogar vorsichtig die erste der Kameras an ähm und versuche sie aus aus unserer Sicht quasi ein wenig weiter weg zu schieben also dass wir aus ihrem Sichtfeld weiter verschwinden und zwar für mich zwei Erfolge ja man sieht halt für die die drauf achten es sei denn du möchtest jetzt noch was machen naja es scheint ja zu reichen ich beschreibe gleich etwas ich erhöhe ich erhöhe äh ich würfel nochmal ich äh nutze ein Edge und ach was könnte ich damit machen du kannst ein Würfel nochmal würfeln oder zwei Edge ausgeben um eine 4 auf eine 5 zu drehen oder vier Edge ausgeben um alle nicht Erfolge normal zu würfeln dann zwei Edge für eine 4 auf 5 ja gut in dem Fall bist du bei 3 Erfolgen und man sieht halt bei der ersten Kamera wie also für die die drauf achten die entsprechend aus ihrer Deckung da hinschauen ich gehe jetzt davon aus dass ihr da alle zusammen flach im Gras liegt ähm und ihr seht halt wie sich eine der Kameras so ganz langsam mit so ganz feinen Bewegungen zur Seite von euch wegdreht Fadenhexe schlaf gut so die zweite nochmal würfeln? Genauso? ja same game wunderbar da brauche ich nichts für machen sechs Erfolge leicht und easy wie bewegst du auch die äh zweite Cam damit sind die positioniert so wollt ihr jetzt ähm den nächsten Intervall zwischen den Drohnen abwarten und dann darüber nehm ich mal an nehm ich mal an wäre der Plan ja aber man sollte vielleicht nochmal schauen äh per Sichtwahrnehmungsprobe ob man sehen kann wann die nächste äh sagt man das nächste ihr könnt natürlich gerne die Zeit jetzt nutzen um Wahrnehmungsproben zu machen falls ihr euch eure Umgebung und der Situation nochmal sicher sein wollt die Option habt ihr definitiv das könnt ihr gerne machen gerade dafür ist jetzt ein gutes Zeitfenster ja ich mach auf Gehör und ich auf Sicht und ich äh mach ne astrale Wahrnehmung ich aktiviere mein äh Keyfokus im Ohr mhm der ist tot dann hab ich vier Erfolge mhm kann man eigentlich eine Sicht und eine Gehör machen getrennt von anderen Theoretisch spreche da nichts dagegen wenn du erst sagst du guckst dich um und danach machst du die Augen zu und horchst sie einmal konzentriert ja weil ich hab ja auf Sicht hab ich nochmal nicht nochmal einen anderen Wert als auf wenn ich jetzt nur Wahrnehmung und Gehören machen würde mhm Erzieherige mit 5 erfolgender Haus Rack du hattest gesagt du kriegst plus 1 sind dann 4 ja ja Cephalon ist auch bei 4 vielleicht krieg ich halt 2 Edge und die ja wär dann der Turn auf den 4ten ja Koala und 41 sind beide bei 2 mit Hören äh mit Sehen also ihr hört also ihr hört und seht nichts auffälliges auf die Schnelle und seht auch so die Drohnen noch nicht die anderen mit 4 oder mehr erfolgen sehen sehen quasi in einem Abstand von es ist ja in eurem Bereich dunkel da ja da die Flutlichter nicht an sind und die Systeme nicht also keine Alarm- oder Bewegungssysteme ausgelöst sind seht ihr quasi hier von der rechten Seite für euch also aus dem Bereich wo die Bäume stehen die in so 10-15 Metern Entfernung und halt 20 Meter Höhe zwei Silhouetten von vermutlich den Drohnen still in der Dunkelheit in eure Richtung gleiten entlang dieser Grenzlinie von dem äh von dem äh von dem Zaun den sie halt abfliegen und ihr wisst halt in dem Moment wo die euch passieren habt ihr ein Zeitfenster von 2 Minuten ihr seht ich hab die Würfe eben schon gemacht ihr seht halt wie die beiden Drohnen jetzt an euch vorbeigleiten über dem Zaun und weiter in Richtung des äh Gebäudekomplexes sich bewegen so dann los ne ok ja langsam ja ich äh ich muss also da ich eh die äh Matte rüber packe fang ich auch an darüber zu kackseln dann ok ist jetzt äh genau wie wollt ihr das machen du als erstes rüber und nimmst quasi die anderen in Empfang oder du als letztes rüber und gibst Hilfestellung ähm ich geh als erstes rüber und gib Hilfestellung sieht vielleicht mit 2erfolge ein bisschen ungelenk aus diesmal aber naja ok ich sollte vielleicht auch ans Ende kommen damit er rüberkommt gut du stemmst dich halt darauf der Zaun ist deutlich stabiler das ist ja ein Sicherheitszaun der hat auch Metallverstrebungen der hat die entsprechende Struktur du drückst dann zwar unter deinem Gewicht den Stacheldraht platt aber das ist ja egal am Ende des Tages weil die Matten dazwischen sind das heißt du kletterst da rüber und hast dann die Möglichkeit wenn die anderen hochkommen die entgegen zu nehmen ja da ihr anderen ein bisschen kleiner seid müsst ihr tatsächlich jetzt Athletikproben machen um da hoch zu kommen und um zu vermeiden den Elektrozaun der ja jetzt noch scharf geschaltet ist zu berühren das heißt ihr müsst einen kleinen Sprung vom Rasen auf die Matte machen so zu sagen in Racks schützende Hände dass der euch rüber nimmt ja das mache ich genauso sportlich wie früher in der Schule ähm könnte ich nicht versuchen die Lände anzuheben mit uns über den Händen bis 90 Kilo bis er sie entgegen nehmen kann zumindest du kannst bis 90 Kilo damit heben ohne Probe bis 90 Kilo ja dann kannst du das machen natürlich dann geht das dann könntest du sie quasi oben auf den Zaun heben sozusagen und Rack nimmt sie dann entgegen genau das mache ich dann dann brauche ich nur einmal eine Athletikprobe von dir ähm beziehungsweise wenn wir das so machen ne dann ist es ja auch Teamwork warte mal aber brauchst du wirklich eine kriegst du nochmal zwei Würfel mehr natürlich könnte ich bis 90 Kilo ohne Probe ne das geht um die Geschicklichkeit und die darüber zu reichen das geht nicht um die Kraft ich musste drei Meter weit reichen könnte so ein Problem 18 weit reichen aber na gut ja ja dann nimm den einen ich hab vorhin ja auch schon gewürfelt dann nimm meinen einen auch noch für die Teamwork Probe dann hast du noch drei also Jans zwei aber wie willst du jetzt dabei helfen rein logisch du stehst neben mir neben dem Zaun es geht darum dass du wirst gerade rüber gehoben aber ich geb zwei Würfel dir dazu äh ne warte ich hab ich muss mich korrigieren ich hab gerade Quatsch erzählt ich muss natürlich auf ganz normal auf Heben und Tragen würfeln gut Attacke würfeln sie ne Moment warte mach Heben und Tragen magst du es einfach machen bitte ich bin grad wirklich verwirrt auf was ich überhaupt würfeln muss magst du bitte einfach eine Athletikprobe machen alles klar das mach ich gut das mach auch irgendwie der meiste so mit denke ich auch wie gesagt zwei Bonus Würfel genau äh ich würfel die eine 1 neu und hab Pech äh dann bleibt es bei den zwei Erfolgen ach warte mal ne äh ich habe jetzt die Würfel die ich von dir bekommen habe weil ich mich dazu gewürfelt die zwei Würfel dann würfel nochmal zwei Würfel nach bitte okay das ist nicht schlimm beim nächsten Mal sag ich es einfach dreimal sorry kam mir hinterher dass es ja zu Tränen der Probe war also nochmal zwei dazu sieht nicht besser aus du Scheiße ich bin ja auch mit zwei Erfolgen rüber gekommen ich wollte grad sagen also ihr habt grad ein bisschen Dreck an den Fingern aber dadurch dass ihr das zusammen macht und ihr es langsam macht klappt das relativ gut das ist kein Problem ich gehe jetzt mal davon aus das ist wirklich halt einfach nur dieses hochheben und dann so ein bisschen ungelenkt werdet ihr da so halbschief rübergereicht aber Rack nimmt euch dann entgegen und stellt euch auf der anderen Seite ab dann bleibt zum Schluss noch einmal eine Athletikprobe für Cephalon um da über den Zaun selber rüber zu kommen oder hoch zu kommen und dann seid ihr drüben tatsächlich okay und diesmal nichts dazu kommt schon ein bisschen besser diesmal na geht doch völlig okay sollte hoffentlich reichen so an dem Punkt gut ihr seid drüben Punkt ihr habt es geschafft ich hätte jetzt auch mal fragen müssen hat jemand über 90 Kilo gewogen ich hoffe nicht der größte wenn der Spielleiter sagt ihr seid drüben dann nickst du freust dich genau ich meine das ist natürlich auch eine Taktik das spannend zu machen der Spielleiter sagt ihr habt das geschafft ein Spieler sagt nein warte ich häng noch am Zaun genau nur gut nur gut das war ich schon drüben war es hat so den der Feind in meinem Bett das ist leicht wie viel wiegt Rack eigentlich das hat jetzt nichts zur Sache so na gut genau der zählt nicht der hat das alleine gemacht so dass du mich niemals heben könntest das glaub ich nämlich auch Rack wie mehr wie zwei Bierflaschen übereinander knapp aber ja da bin ich tatsächlich bei dir 340 340 alter wow aber ist für ein Troll absolut passig ist noch schlank ja ich wie 750 300 ja der Drohnen und Schokoriegel oder also jetzt auf die andere Seite vom Zaun geschafft jetzt wisst ihr ähm ich sag mal ihr habt euch ein bisschen gesputet das hat so ungefähr anderthalb Minuten gedauert bis ihr ran wart und die Leute rüber hatte da habt ihr schlage ich mal 90 Sekunden für das heißt ihr habt jetzt noch 30 Sekunden um euch aus dem Sichtfeld der Drohnen zu bewegen und die Gummimatte mitzunehmen ich hab eben im Kopf gehabt mal gucken ob einer dran denkt sehr gut Profispieler wie ihr würden niemals diese Matte liegen lassen klar richtig wir haben ja auch sofort an die Matte gedacht bei der Planung ja ich nehm die Matte mit so gut erstmal in Deckung gehen oder erstmal Distanz aufbauen wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen naja wir können jetzt auch nicht die ganze Zeit trödeln wir haben ja die na also wir müssen jetzt schon mit der Heimlichkeitsprobe dieses Zeitfenster überbrücken dass wir zum nächsten Safe-Spot kommen das ist die Idee dann genau ihr seid noch verschleiert das heißt das gibt euch schon mal einen Grundwert ich denke mal aber ihr wollt trotzdem weiter aktiv heimlich bleiben nach Möglichkeit ja also ich mach jetzt auch bist du ne Heimlichkeitsprobe direkt nochmal eine Thomas? das wär gut weil ihr habt halt jetzt diesen Punkt wo ihr hier dieses freie Feld also das was dieses freie Feld was ich nicht einzeichnen kann mit ähm äh na komm im Grundpferd ist gut da das ist ja jetzt der Weg den ihr quasi geht da müsst ihr jetzt lang rüber zu diesem Gebäudekomplex und dann zwischen den Gebäuden durch zu der zu der Lastwagenaufstellung und da wär schon ne Heimlichkeitsprobe natürlich angebracht ich sehe hier 3 Erfolge ich sehe hier 2x2 Erfolge nochmal 2 Erfolge ja stabil ihr bewegt euch geduckt vorsichtig aber mit gebotenem Tempo von der von dem Zaun weg und versucht möglichst wenig Signatur zu bieten während ihr euch über dieses freie Feld bewegt und rüber zu den Gebäuden kommt ok das reicht nicht ey die Verschleierung ist gerade das was als Bonus zu euren Heimlichkeitswürfen das Ding rausholt mit 2 Erfolgen gewinnst du sonst auch nichts bei sowas aber in der Kombination reicht es tatsächlich ja die Verschleierung alleine hätte jetzt aber auch nicht gereicht also Zusammenhang passt so ihr kommt den Gebäuden näher ihr hört jetzt etwas lauter diesen Tumult und die Geräusche die ich eben schon erwähnt hatte hier aus dem Zugang im westlichen Bereich der Anlage das heißt da scheint immer noch Betrieb zu sein ich hatte ja auch erwähnt dass der Kontakt von dir da durchaus persönlich engagiert ist das heißt er wird auch sein übliches getan haben da vielleicht ein paar mehr Leute aufmarschieren zu lassen die da auch wirklich Thema machen und du hattest ja noch sanfterweise für ein paar Eskalateure gesorgt in dem Gesamtszenario wenn dann richtig was halt dann dazu führt dass da einiges an Farbbomben geflogen sind und vielleicht auch ein Molly oder zwei weil die gedacht haben wenn dann richtig sehr gut und dementsprechend reagiert natürlich auch die Security jetzt gerade und da ist schon was los um es vorsichtig auszudrücken erstmal Rosenstall zu machen ja rausrennen nüchtern werden reinrennen knarre holen wieder rausrennen in der Reihenfolge sehr gut so die Gebäude nichtsdestotrotz ist das Areal natürlich nicht unbewacht und ihr kommt jetzt in hell erleuchteten Bereich bis eben hattet ihr noch den Schutz von größtenteils Dunkelheit Rasen Tarnanzügen Verschleierung jetzt müsst ihr mit der Deckung der Gebäude arbeiten weil dort natürlich Flutlichtanlagen drumherum sind sich Arbeitsdrohnen bewegen etc. das heißt das ist nochmal vielleicht für die von euch die sowas nicht so gewohnt sind ein bisschen mehr Stress in dem Moment weil einerseits sagt einem der Magier ey du bist verschleiert alles cool andererseits bewegst du dich durch hell erleuchtetes Gebiet teilweise so möchte vielleicht derjenige der vorangeht oder der der sich hauptsächlich umguckt aktiv nochmal eine Wahrnehmungsprobe auf Sicht machen das wäre das was gerade relevant wäre der ist ja gerade vorne weg oder? nö ich bin hinten ich habe noch die Matte mitgenommen Koala hast du deine Drohnen noch anderweitig angewiesen gerade vielleicht eine Beobachtungsposition einzunehmen? nö die sind gerade auf dem Rückweg von der vom Komplexen das haben die in der Zeit aber geschafft also bis ihr hier über dieses freie Feld seid ihr braucht hier für diese Strecke ja locker 15-20 Minuten da ihr euch langsam vorbewegt von hohem Gras zu hohem Gras teilweise hinlegt wenn ihr denkt eine Drohne kommt euch zu nahe etc. das sind ja die Heimlichkeitsproben das heißt bis dahin sind die schon wieder bei dir nö ja ok ja dann lasse ich die nochmal höher steigen und alles das kannst du ihnen ja quasi als Befehl geben sozusagen ohne dass du dich reinklingen musst und dann könntest du durch den Bildfeed den du da bekommst eine Wahrnehmungsprobe auf Sicht machen und gucken ob du Dinge siehst die ihr vielleicht von unten nicht sehen könnt also reine Wahrnehmung dann genau das ist einfach rein also plus Attribut ne mhm das ist welches Attribut jetzt von Drohne oder? mhm je nachdem willst du dich quasi auf die Erfassung der Drohne verlassen oder willst du dir einfach ein Videofeed geben und sehen ob du da drauf was erkennst den einfachen Videofeed ok gut dann ist es deine einfache Wahrnehmung das heißt während ihr euch dem Areal annähert stellst du als du dich durch die Drohnen umschaust und ihr quasi kurz davor seid dort anzukommen oben auf diesen Gängen hier sieht man ja ich zoome das mal ein bisschen rein die haben hier oben ja so Aufbauten drum herum hier und hier ich warte einen Augenblick auf die Verzögerung bis ihr es seht hier oben diese breiten Gänge oder Vorsprünge die hier drum herum führen da sind Gänge drauf und da siehst du dass zu dem Zeitpunkt hier auf eurer Seite da oben zwei Wachen stehen deren Aufmerksamkeit aber hier oben hingelenkt ist also dahin wo dieser Tumult ist hier siehst du gerade beim zweiten Gebäude nochmal eins zwei beim zweiten Gebäude siehst du hier gerade keine Wache die Vermutung liegt aber nahe dass die einfach auf der dir abgewandenen Seite ist hier sind ein paar Leute unterwegs zwischen den Gebäuden das heißt ihr seht vereinzelt sich dort Arbeiter bewegen aber größtenteils Drohnen das heißt ihr habt keine großen Menschenansammlungen was euch auffällt ist dass außen an den Gebäuden auf teilweise ich sag mal ungefähr siebeneinhalb bis zehn Meter Höhe Beleuchtungssysteme und Kameras an den Ecken angebracht sind die die Umgebung fällen Apropos Film an der Stelle schalte ich von meiner Maske die Simvik Aufzeichnung an um alle Eindrücke aufzunehmen Thomas kurzer Hinweis ich habe das gerade mal gelesen wegen Dualwesen sobald ich ja jetzt wahrnehme nehme ich ja sowohl auf der physischen als auch auf der Metaebene wahr welchen Wert nehme ich dann den höheren oder den auf Sicht in realer Welt oder den für astrale Wahrnehmung das ist das worauf du dich konzentrierst du würfelst du dann in dem Moment okay gut dann bleibe ich erstmal so weit auf nur für dich als Info also dass ich dann halt trotzdem in dem Moment wo du dich auf den Astralraum konzentrierst kriegst du primär astrale Informationen und sekundär vielleicht noch was am Rande mit in der weltlichen Ebene solltest du dich auf die weltliche Ebene konzentrieren kriegst du primär die Informationen und vielleicht noch prägnante astrale Dinge es steht halt hier dass also ein dualer Kriter nimmt die physischen astrale weg gleichzeitig wahr ja dein Gehirn ist es gewohnt gleichzeitig astrale und physische Wahrnehmung zu verarbeiten daher erleiden duale Kriter keinen Würfelpolmalus von minus 2 auf Handlung genau das ist auch richtig okay nur kriegst keinen Würfelpolmalus von minus 2 ja dieser Nebensatz mit gleichzeitig dachte ich Punkt ich mach nämlich dann zwischendrin auf jeden Fall auf astrale Wahrnehmung wo das Bescheid weißt ich möchte mal gucken wo die Elementare und so sind das kannst du natürlich gerne jetzt machen wie möchtet ihr jetzt weitermachen? naja wir müssen jetzt ja irgendwie heimlich zum Transporter kommen ne? ok also sprich gucken wo Kameras sind ansonsten schön an der Wand bleiben weil das ja eh der tote Winkel der Kamera ist und gleichzeitig auch Schatten vom Flutlicht ist würde ich jetzt sagen mhm soweit richtig? absolut und dann durchkommen bis bis zu den Transportern ab wann wollt ihr den Stromausfall initiieren? wann soll der passieren? wenn ich da drauf gewesen wäre was ist da euer Plan? ja naja also ursprünglich hatten wir vor das jetzt also dann zu machen wenn wir in der Nähe von Lichtern sind ne? ne oder? oder nicht? also wenn wir jetzt in der Nähe von Lichtern sind also quasi jetzt ich würd sie ganz ehrlich nutzen noch so lange wie es geht solange wir es jetzt nicht nötig haben in der Nähe der Trucks erst dass er da den Punkt wenn wir die ja dann weiter ne denkt aber auch ne weil ich Thomas grad würfeln sehe er würfelt halt die ganze Zeit auch immer noch auf seine ganzen NPCs und Wache oder alles im Pädo hat um uns halt irgendwie jetzt schon das Ding ist halt wenn das Ding überladen ist und so wir wissen ja was wir ja nicht wissen ist wann Not vom Aggregator uns so angehen das ist ja nicht ich mein nur ist nur Fun also im Endeffekt weiß ich jetzt halt deswegen hab ich den mit Elektronik genommen das war halt zu ne Überspannung der ganzen Anlage weißt du? dass der zu dem Stromkasten geht und dann halt mit Elektrizität so viel reinpumpt dass es zum Kurzschluss kommt das ist der Hauptstromverteiler das ist ja am Ende des Tages dem Notstromsystem dann egal das springt an was sind das für Scheinwerferlampen? wie sind die aufgebaut? kann man die bewegen? haben die Glühbirnen die man erreichen kann? Glühbirnen kannst du nicht erreichen weil da halt ein Verschluss vor ist du hast große quadratische Böppel wo anscheinend mehrere Lichtquellen drin sind die an Fixstrukturen auf bestimmte Bereiche ausgerichtet sind das sind so Halogenflutlichtsysteme wie in einem Fußballstadion wie im Fußballstadion ok also große massive Strukturen die große Flächen stark beleuchten können Dein Luftgeist hatte zwei Dienste ne? ja dazu kann er hier was reinjagen und dann hier nochmal ja also dort und hier genau und da würde ich nämlich dem Luftgeist auf jeden Fall jetzt schon mal die Order geben dass der ins Hauptstromaggregat geht und da halt Elektrizität sag ihm aber auch genau wo er längst fliegen soll bitte nicht über das Wasser ganz weit weg er soll einen kleinen Umweg über Land machen nicht in die Nähe von Wasser kommen und ähm an dem Hauptstrom äh oder das war es ja doch Hauptstrom ne? was war der Hauptkasten? weißt du wo das ist? ja ein bisschen kannst du dran denken und dann weiß er wo das ist ja soll er da entsprechen mit elementarer Angriff Elektrizität äh alles drauf haben frontal gib ihm äh falls du gerade in den Astralraum guckst der Feuer elementare ist anscheinend aktiv damit beschäftigt Glühwürmchen zu jagen anders kann ich mir das nicht erklären alter das mach ich dann auch oder ne 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 Wasserfliege oder irgend sowas das mach ich dann auch wenn wir jetzt fertig sind auf die setze ich mich hin und guck mir ein bisschen was an so gut du schickst den Geist jetzt los er soll jetzt das Ding angreifen und die Hauptstromversorgung schachmatillen und er soll dabei nicht über Wasser. Wasser ist Lava. Vielen Dank für den Raid. Moin Moin Leute, wir sind gerade mitten im Endstadium von einem Shadrun Rollenspiel Run. Die Gruppe ist gerade kurz vorm Ziel. Schön, dass ihr da seid. Schaut zu, wir schnacken danach sicherlich kurz noch einen Augenblick. Ich freue mich, dass ihr da seid, aber ich konzentriere mich auf meine Spieler. Großes Dankeschön für den Raid und herzlich willkommen. Kurze Info für euch, was hier sonst so geht. Das und das. Hallo meine Spieler, ich bin wieder voll für euch da. So. Der Pleck auf war so schön, weißt du. Das Regen. So. Du jagst den Geist los. Er bewegt sich am Rand des Sees entlang. Ähm. Es dauert einen kurzen Augenblick. Ein paar Sekunden. Und der Geist ist ja entsprechend schnell. Und man hört ein Knirschen. Knacken. Und dann. Flutlichtanlage geht aus. Restliche Aktivität geht aus. Die Drohnen arbeiten natürlich weiter. Die Drohnen schalten stumpf ihre eigene Beleuchtung ein. Aber alles, was an Aktivität zu sehen war. Licht im Innern der Gebäude. Außenbeleuchtung. Außenbeleuchtung. Egal was, was irgendwie an das Hauptstromnetz angeschlossen ist. Soweit ihr das sehen könnt. Geht aus. Die, ähm. Das Rauschen der Turbinen-Systeme, was die Pumpen in den, in den, in den großen Pipeline-Röhren antreibt, geht aus. Ähm. Ähm. Die Maschinengeräusche, die ihr teilweise aus dem Innern der Türme gehört habt, gehen aus. Ähm. Etwas, welche Lichtschimmer von holographischen Anzeigen von Steuerterminals, die hier entweder in der Nähe von dem See oder von den Pumpenanlagen oder der Gebäude zu sehen sind, gehen aus. Schlagartig finstern ist. Dasselbe gilt für den Bereich hier oben, wo die Zugangstore sind und das Nebengebäude mit den Unterkünften ist. Im Moment ist alles in Dunkelheit gehüllt. Go. Euer Zeitfenster. Jo. Ja. Auch zum Wagen. Ja. Beine in die Hand nehmen. Gut. In dem Fall, in Shadowrun 6 für Heimlichkeitsproben die Lieblingsfertigkeit, äh, für Heimlichkeitsruns Athletikprobe. Ihr wollt schnell sein. Ihr wollt Strecke machen. Rollen wir das? Ja. Nein. Ja, wir sind immer noch verstärkt mit 4. Jetzt gehen natürlich auch die Rufe los. Scheiße, wie ist der Strom aus? Was soll das? Ey, wann springt das Notstromaggregat an? Hey, alle Leute sofort in die Gebäude. Das ist hier, der Bereich wird gesichert. Achtung, löst einen Alarm aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Ihr hört so die, das Rufen, der Wachen. Ganz ehrlich. Und das Rauschen und Knacken von Funkgeräten in einiger Entfernung. Ähm. Aber für einen Moment ist hier gerade Unsicherheit, Chaos, Verwirrung. Sehe ich die Leute, Thomas? Also kann ich die sehen, die das rumrufen? Du siehst, ähm, also einige der Stimmen hört ihr aus dem Bereich zwischen den Türmen hier. Die würdest du von hier aus noch nicht sehen. Hier könntest du nur klar die beiden oben auf dem, auf Turm 1 sehen, von denen ich eben gesprochen habe. Und hier wären noch ein paar Arbeiter hinten bei so einem, so einem Maschinengebäude. Ähm. Ähm, die sind aber in dem Moment genauso irritiert, gerade weil sich auch in dem ganzen Chaos einfach stoisch die Drohnen weiterbewegen und ihren Job weitermachen. Du könntest natürlich warten, bis du was machst, bis ihr hier zwischen die Gebäude gelaufen seid. Ja, da würde ich noch warten, bis wir zwischen den Gebäuden sind. Da komme ich ja schnell hin, weil ich diesmal recht athletisch da durchrenne. Mhm. Ähm. Und dann würde ich die beiden da oben verwirren, weil sie sind ja im Blödsinn. Rieke, danke für den Follow. Ja, Verwirrung. Kann ja nicht vorgeben, ne? Ob die dann irgendwie total neben der Mütze sind und irgendeinen Blödsinn rufen. So, einmal ganz kurz. 41 und Ciri sind ganz vorne im Sprint. Die machen richtig Tempo. Ähm. Rack ist so im Mittelfeld. Er hat zwar keine hohe Athletikprobe, er hat aber einfach eine hohe Schrittlänge. Der Kerl ist einfach riesig und schafft Strecke. Und das Schlusslicht sind in dem Fall Cephalon und Darkus. Hallo, mit Meter zwei. Ja. Was wirst du da machen? Gerechtfertigt. Völlig legitim. Ähm. Ich bin für Jusim Paul der Zwerge. Ja. Ja, ja, ja. Machst du noch mal eine Willenskraftprobe? Bist du ja jetzt näher am See. Die emotionale Energie in der Umgebung wird stärker. Bist näher am See. Oh ja. Ist okay. Stabil. Du hast die Situation im Griff. Ich bin ja auch hier. Ich bin ja immer noch Herrin, ja? Ja, also der hat nur... Ja. Okay. Dein Wille hält die Sache beieinander. Roll, pull, so. Genau, ich wollte Verwirrung. Ob die zwei Wachen, die da oben auf dem Tür... Also die in meinem Blickfeld auf dem Fall sind. Ähm. Dütütütüt. Und was war's? Verwirrung. Du kannst ja mal mit den zwei, wenn du für die Werte hast, äh, hast, äh, mit Willenskraft und Logik gleich gegenwürfeln. Und ich hab, äh, Willenskraft und Mann. Muss ich jetzt einmal kurz hier auf ein anderes Buch klicken. Na Jungs, ihr seid ja gut ausgestattet. Ja, ich hab scheiße... Ich hab richtig scheiße gewürfen. Aber wir haben jetzt ganz viele, ganz viele, äh, Verstärkungen hier. Nö, alles cool. Die haben die Situation soweit im Griff. Denen geht's gut. Die sind fokussiert. Läuft. Die haben halt ihre Waffen im Anschlag und gucken halt oben von den Balustraden jetzt auf die freien Bereiche, sprich, also, da ihr schon ziemlich dicht dran seid, größtenteils auf Bereiche hinter euch und sondieren die Umgebung. Okay. D.K., ganz kurz. Hm? Äh, ich muss die Kleine von den Großeltern holen. Äh, ich bin fünf Minuten AFK. Ich bin dann wieder da. Alles gut. Kein Problem. Ihr seht hier oben auch, äh, was, das hab ich eben vergessen, bei dem Westtor seht ihr Feuerschein jetzt in der Dunkelheit. Ein Westtor? Ja. Die Jungs drehen auf. Riot und, 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 ne? Da sind ein paar Mollys geflogen, da wurden ein paar von den Baracken angezündet oder den Schuppen. Da ist richtig Stimmung. So. Jetzt muss ich, okay. Nochmal für den Rager. Ach, ich liebe es, wenn das funktioniert. Nämlich doch ein Rack. Am liebsten würde ich ja noch einen Geist nehmen, der da oben mit zusätzlich für Party so. Aber die machen das schon, die Jungs. Und Mädels. Kannst du ja deinen Luftgeist nochmal herrufen, dass der, das Notstromaggregat nochmal gleich. Ja. Falls wir das sehen können, finden können, die Leitung, wir brauchen ja nur eine Zuleitung in irgendeiner Form. Meint ihr, wir kommen irgendwie an ein Funkgerät von denen dran? Falls ihr meins rumliegen seht, sagt nur Bescheid. Naja. So, und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal mit deinen unsichtbaren Händen schnappen. Genau. Und noch mehr Unruhe stiften. Okay, nein, gut. So, Status. Ihr seid kommt hier na hier an. Der grüne Böppel. dahin habt ihr es geschafft. Das heißt, ihr seht vor euch aufgereiht, hier an der Wand, die Transporter, die Lastwagen. Mit den Ladeflächen nach hinten, zu euch natürlich, weil sie da beladen werden. Aber da steht ein Dutzend Transporter aufgereiht vor euch in Reihe, größtenteils, so wie ihr das sehen könnt, voll beladen. Ich würde gerne jetzt nochmal eine Probe hier auf Gehör machen. Ob ich irgendjemanden da höre, der irgendwie Funksprüche entgegen nimmt oder absendet oder so. Irgendjemand, der vielleicht zwischen den Transportern steht. Macht das. Danach können alle, die der astralen Wahrnehmung mächtig sind, wenn sie wollen, eine Wahrnehmungsprobe. Ich wollte dich gerade fragen. Ich habe wirklich eins zu eins gerade Gedanken gehabt. Soll ich nochmal eine hinterher machen? Nee. Nee, das war jetzt eine Wahrnehmungsprobe auf Gehör. Auf Gehör. Das sind übrigens fünfer Folgen, ich wandle die vier wieder um. Und dann soll ich jetzt nochmal eine auf Astrale, also auf hier Gespür machen, meinst du? Genau. Ah, das war mit Magie wert. Die anderen können, wenn sie sich umschauen wollen, in dem Moment eine Wahrnehmungsprobe auf Sicht machen. Ich, ähm, Barlin, ich klau mir mal den einen Edge von dir und mach es auf jeden Fall aus mit einem noch von mir aus der 4 und 5, sodass ich vier Erfolge habe, Thomas. Mhm. Ich will auch nochmal einen hinterher. Alter Koala. Da muss aber einer direkt übertreiben. Okay, Koala, ja, also gleich. So nah am Gras und sieht doch alles. Also ich habe, äh, ich habe fünfe Erfolge aufs Hören und vier Erfolge auf die, ähm, astrale Empathie. So. Also der Reihenfolge noch mal, also bevor ich das jetzt durcheinander bringe. Ciri hat wie viele Folgen auf astrale Wahrnehmung? Ja. Vier. Rack hat vier auf astral und fünf auf Hören. Auf, genau. So. Koala, was für ein Vogel hast du verschluckt und wieso quietscht er aus deinem Bauch? Einen Ara. Aber, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Das ist ein geiles Geräusch. Geiles Geräusch. Der Koala hat sechs Erfolge auf Sicht, das heißt, er hat se... Irgendeiner der Arbeiter da hat Schluck auf und gibt so ein komisches Geräusch von sich anscheinend. Der ist so links hinter euch irgendwo bei so einem Travo-Gebäude oder sowas, könnt ihr hören. Ist wie so ein Piepsignal. Da wisst ihr, wo der hinwandert. Ich dachte, einer der Sölder ist einfach mit der Prostituierten liegen geblieben. Der ist gar nicht aufgestanden. Genau. Das war eine Plastik-Prostituierte. Wie ich wollte gerade sagen, der hat seine Gummipuppe gerade in Bearbeitung. Die macht so Quietschgeräusche wie so ein Hundespielzeug. Das lübt. Ähm, so. Denk, drücken, reden. Wir fangen... Alter. Wir fangen Astral an. So. Ja. Ihr beide bekommt mit, dass sich von dem Luftareal oder von der Position über dem See, wo die gekreist haben, eins der Feuerelementare im Astralraum absenkt und in eure Richtung bewegt. Langsam. Aber es kommt zu euch. Ich aktiviere schon mal Todesgrade. Legitimer Move. Ich wollte sagen 3, 2, 1. Und, ähm, sowohl Koala auf Sicht als auch, äh, Wortfindungsstörung, Rack auf Gehör. Also Darkus auf Sicht und Rack auf Gehör. So. Rack, du hörst Funkaktivität irgendwo leise von hier oben. Da müssen noch Wachen sein. Du hörst dieses... Ne? Du hörst dieses Funke-Kruschel und unverständliches Gerede in so einem Funkmikrofon. Von, du würdest mal sagen, auch mindestens zwei Leuten ähnlich wie bei dem anderen Turm. Ja. Du hörst aber momentan keine Menschen bei dem Fahrzeug. Du hörst aber und kurz danach siehst du sie auch, so eine Verladedrohne. Das ist im Grunde genommen so ein kleiner Schlitten mit Beinen aus einem der Transporter hüpfen. Und jetzt sich... Der hat wohl gerade eine Kiste da drin abgeladen. Und sich jetzt auf dem Weg zu den Verladerampen zu machen, die im Grunde genommen, wenn ihr zu den Transportern guckt, links von euch sind, hier an dem Gebäudesockel. Okay. Das kriegst du akustisch mit. Also die beiden hier oben und da vorne scheint wirklich nur eine Verladedrohne zu sein. Okay, also und oben kann ich... Zwei hast du gesagt, ne? Im Turm. Du hörst zwei aus dem Winkel, weil ihr hier unten an der Wand steht, kannst du die halt noch nicht sehen, weil du siehst halt nur den Boden der Balustrade sozusagen, wenn du hochguckst. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass hier an der Ecke, an der nordöstlichen Ecke des Turms, wenn man so will, dort müssten zwei Wachen sein, vermutest du. Okay, ich geb das übers Come-Link durch. Also zwei Wachen oben im Turm, nordöstlich, feuerelementar auf dem Weg von Seeseite zu uns. Langsam. Darkus, du kannst die Position der beiden Wachen hier oben bestätigen, die kannst du durch deine Drohnen sehen. Das Feuerelementar kannst du natürlich nicht sehen. Es ist so ein Kampf, das zu ignorieren gerade. Ich kann mich nicht konzentrieren, wirklich. Alter. Ich habe nicht zu sagen, das muted ich doch noch. Du kannst halt die beiden Wachen hier oben sehen, die Rack gerade angekündigt hat und du siehst noch was. Hier hinten, bei dem Gebäude, wo die Hauptmenge der Wachen stationiert ist, siehst du eine Gruppe von Wachen rausgelaufen kommen und die rennen zu diesem Humvee mit dem Geschützturm, zu diesem gepanzerten Jeep. Einer bleibt aber kurz stehen und guckt so quasi mit der Hand über den Augen. Konzentriert in eure Richtung. Als wenn er guckt, ob er hier unten irgendwo was sehen kann von da oben. Und läuft dann weiter zum Auto. Naja. Den sehe ich aber nicht, Thomas, ne? Nein, den könnt ihr nicht sehen, weil ihr seht hier die Felswand und die Transporter. Ich möchte ihn sehen. Dammit. So, vor euch steht ein Dutzend Transporter. Ihr habt die Kennnummer. Ich gebe das, was ich gesehen habe, weiter. Hm? Dass wir die da oben trotzdem mal im Auge behalten. Sollten. Ob die woanders hinfahren. Ich habe da jetzt meinen Fokus von mit einer Drohle draufgesetzt. Hm? Nicht, dass die hier runterkommen. Gut. Gut. Ihr habt ja alle... Hat der Hanvi eigentlich eine Seite gehabt im Dingsbuch? Hat er? Sage ich dir auch sofort welche. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, ich habe es auch aufgeschrieben. Äh, der Hanvi. Ja. Äh, warte mal. Das sind die Notizen von heute. Bla, bla, bla. Seite 41 hatte ich aufgeschrieben. Ja, 41, genau. Ja, genau. Das wusste 41, das war klar. 41 im... 41 im... Moment. Im Fahrzeugbuch. Welche? Im Fahrzeugbuch. Ja. Das habe ich in der Folge. Brauchst du es? Mhm. Ja, ich will kurz was gucken. Warte mal. Wie schwer ist der? Kann ich den als Rack einfach umschubsen? Schon aufgeschrieben. Ich kann Gedanken lesen. Ist ja nicht so, dass ihr euch erst seit gestern kennt. Chaka. Und dann macht... Rack macht das jetzt einfach alleine. Der macht auf der Astral-Ebene Todeskralle und... Auf der Füße stehen, holzt er erst mal direkt irgendwelche... Geist ist dein Ding. Da greife ich nur im Notfall ein. Und nebenbei nimmt er dann noch den Transporter mit. Ist das dieser GMC Sheriff? Der Trooper. Ja. Der Trooper. Der Trooper. Ja. Ist ja gut. Der ist nicht so teuer wie der andere. Richtig. Nein, ich habe euch kein 2,5 Millionen Drohnträger als Gegner geschickt. Nee, ich habe es gerade auch erst gelistet. Nur die Überschrift. Kann ich... Also wenn der gewünscht ist? Ich wollte gerade sagen, so wenig sind wir dir also wert, aber das ist schon okay. Wer sucht den Laster und was machen die anderen? Ich kündige das in dem Moment nicht an. Ich setze mich kurz hin und erscanne den Elementar. Okay, hast gerne eine Probe bitte. Du suchst also nicht den Laster ab. Du willst ausschauen nach was? Nach Leuten, die uns zu nahe kommen. Okay, du sicherst also die Umgebung. Ja. Er hat noch kein Funkgerät jetzt bekommen, oder? Nein. Habe ich dir gesagt, du hast ein Funkgerät? Nee, ich habe mir gedacht, Rack hätte gleich eben gerade vielleicht jetzt bekommen. Ich habe gerade zwei Minuten, die nicht zu hören können. Genau, ich habe mal eben eins. Aber ich würde, sagen wir mal, der Turm, ne? Hat der einen Ausgang in unsere Richtung? Der hat eine große... Also, du kennst doch auf... Personalausgang meine ich. Achso, eine Personalausgang. Achso, der hat nur eine Laderampe quasi. Der hat da so eine Doppelladerampe, also zwei so Lastwagenladerampen, wo die Drohnen aus und ein sich bewegen. Und ich sage jetzt mal, rechts hinter euch, am Sockel ist eine kleine Treppe und da geht dann auch eine Personentür rein. Okay, dann würde ich mich bei der Personentür hinstellen. Andi, Andi, Andi. Gut, ran. Dann bleibt jetzt am Ende des Tages nur noch entweder Darkus zum Suchen vom Lastwagen oder Cephalon oder beide. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Ich muss nicht mal weit hoch gucken, die Nummernschilder sind auf Augenhöhe. Brauchst du Hilfe? Frage ich ihn. Hast du die Seriennummer noch, Darkus? Du hast zu mir gesagt. Ja, natürlich. Ich habe sie auch geschickt. Vorher nochmal. Das ist der wichtige Teil. Weil wenn du jetzt gesagt hast, die hast du mir gesagt. Erinnerungsprobe. Die steht auf einem Stück Papier. Nein, ich habe sie verdammt nochmal in den Chat geschickt. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich schreibe das doch nicht auf Papier. Jetzt ist digitale Papier, habe ich doch gesagt. Damit du das dann zu Hause am Kühlschrank hängen hast, oder was? Nee. Also. Ciri scannt den Geist. Rack und Forty One sind quasi auf Wachmodus, um sicherzustellen, dass sich keiner nährt. Cephalon und Darkus suchen den Lastwagen. Dann machen Cephalon und Darkus bitte einmal eine Wahrnehmungsprobe. Aufsicht? Ja. Und Ciri hat drei Erfolge beim Ascannen von dem Geist, richtig? Das sollte mir reichen, ja. Für die Info, die ich brauche. Wir sind die erfolgreichen zwei. Du hast... Ascannen, drei Erfolge. Der Geist ist gesund. Ja. Er ist neugierig. Mhm. Der Geist hat keine Cyberware. Ähm... Der Geist ist magisch. Mich interessiert nur genau der nächste Punkt. Wenn die Aura bereits gesehen wurde. Ach so, Gott. Nee, ich bin schon drei Punkte weiter. Nein, okay. Okay. Vorhandensein, Opposens, ob die Kraftstufe des Ziels höher, niedriger oder gleich der Magie des Wahrnehmenden ist. Die ist niedriger als deine. Okay. So. Dann komm ich... Mach mal ne Probe auf Erinnerungsvermögen. Ich? Hm? Oh nee. Oh Gott. Da kommen jetzt schon wieder ganz, 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 ganz schwierige Sachen hier in mir hoch. Wenn du sowas sagst. Ich hab irgendwie so ein Jaguar-Schaman irgendwie. Koala und Cephalon. Fünf Erfolge. Okay. Quick and dirty. Es ist, äh, ich hab ja gesagt, da steht Dutzend Lastwagen. Ihr guckt kurz durch. Es ist, ähm, ihr zählt durch. Und, warte mal. Nee, die ist es nicht. Die ist es nicht. Die ist es nicht. Es ist tatsächlich relativ schnell. Ihr beide findet ihn. Es ist der fünfte von links. Also vom Gebäudestand, also vom Gebäude aus. Der fünfte Lastwagen in der Dutzendreihe ist der, den ihr sucht. Steht da. Sieht auch voll beladen aus. Ich frag Siri nur noch mal zur Sicherheit nach dem Kennzeichen zum Abgleich. Ja. Ja, dann schick ich ihm halt noch mal. Das verkneife ich mir. Ähm. Ich hol mir nur eine zweite Meinung ein. Du hast, also, nein, ich muss es anders sagen. Etwas in dir hat das Gefühl, die Aura dieses Feuerelementars schon mal gesehen zu haben. Not bad, Thomas. Vor unendlich langer Zeit. Für einen kurzen Moment erinnerst du dich an dieses Gebiet ohne die Türme und die Gebäude? Teile der Mauern, die jetzt im See sind, schweben über dem See. Und verteilt um den See siehst du hunderte Geister der verschiedensten Arten. Das ist nur so ein kurzes Aufblitzen. Krass. Cool. Das ist so, für einen kurzen Moment bist du so weg, also komplett weg. Und dann so, okay, bin wir da. Ich brauche auch, ich brauche einen Moment, um mich nochmal zu orientieren. Also, ähm. So. Bei der Tür tut sich aktuell nichts. Für Rack. 41 kann einmal auf Wahrnehmung Sicht würfeln, bitte. Was macht ihr mit den Laster, Cephalon und, äh, Darkus? Ich gucke ihn an und hau vielleicht mal mit der Hand drauf, aber sonst habe ich damit nichts zu tun. Er stellt sich so stolz daneben. Gefunden. Ja, das war es aber auch. Ich fange an, den Transponder zu suchen. Okay. Suchen und ausbauen ist in dem Fall eine, ähm, handeln wir über eine Mechanikprobe ab einmal, bitte. Ich stelle mich, äh... Keine, ich, Elektronik, okay. Ich stelle mich dran und behalte die Umgebung im Auge. Mhm. Gut, dann noch du eine Wahrnehmungsprobe auf Sicht, bitte. Ähm, relativ schnell ist dir klar, dass bei einem, äh, Ford von der, äh, Generation und dem Typ der Transponder im Teil vom Elektronikbaum unter dem Fahrzeug verbaut ist. Ähm, glücklicherweise ist das ein hochstehender, wie so eine Art Unimug, habe ich ja gesagt. Das heißt, äh, vom Radstand in Verbindung mit deiner Größe kannst du da fast gebückt drunter laufen. Ähm, dementsprechend kommst du da leicht drunter und siehst halt, als du dich unter den, 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 den Laster begibst, ziemlich mittig, eine große graue Box, die mit vier Schrauben verschlossen ist und du weißt, da drunter sind die Elektroniksysteme und unter anderem auch der eingebaute, äh, eingesteckte Transponderblock. Na, ich schraube das auf. Gut, schraubst du auf, kriegst du auch ohne Probleme hin. Die Kisten sind, wie gesagt, nicht neu, das sind keine Hightech-Fahrzeuge, das sind alte Ford Bisons, das sind so Workhorse-Kisten, die sind pragmatisch, da ist auch keine krasse Sicherung dran. Du siehst halt die Kabelsysteme vor dir, einige, äh, Steuerkarten, die da eingesteckt sind und daneben ein Transponder-System, was so die Größe von, ich sag mal, zwei Zigarettenschachteln hat, was so ein schwarzer Steckblock auf einer, auf der tragenden Platine ist. Ja, okay. Dann gucke ich mir das an, äh, ich würde gerne auf Erinnerungen würfeln, ob ich das schon mal gesehen hab, ob es da irgendwelche, äh, ob das Ding irgendwelche Macken hat, die ich beachten sollte. Eine Macke hat das Ding, insofern ist es keine Macke, it's not a bucket, it's a feature. Wenn du das Ding abziehst, so wie er jetzt da steht im Moment, weil du davon ausgehst, dass er im gesicherten Park-Modus ist, wird sofort der Diebstahl-Alarm ausgelöst. Signal ist überbrückbar, oder? Du musst entweder das Signal überbrücken oder in den Fahrerraum kommen und dort quasi im Bordcomputer den Transponder einmal ausschalten. Dann kannst du ihn abziehen. Das sind die zwei Optionen. Wie willst du's machen? Ich versuche in den LKW reinzukommen. Okay, gut. Dann musst du quasi einmal das Schloss überbrücken und dann den Computer aktivieren. Was hättest du gern? Wäre in dem Fall erstmal eine Mechanikprobe für das Schloss. Machst du's krude oder fein? Ich hab's Dietrich-Set dabei. Okay, dann Attacke. Was hat der in Dietrich genommen? Ist die Ladung von außen sichtbar? Oder ist die drin geschützt? Das ist ein verschlossener Transport-Container, wenn man so will. Ein kurzer Container, der hinten auf der Ladefläche verankert ist. Und ihr wisst aber, dass die anhand der anderen Wagen, davon sind ein paar offen, dass die, so wie es aussieht, mit so Tetris-mäßig perfekt ineinander gestapelten, schwarzen, in sich verschlossenen Sicherheitstransport-Kisten großen befüllt sind. Gut. Du hast fünf Erfolge. Das Schloss hat einen. Hm. Nach relativ... Fachmännisch geöffnet in kürzester Zeit. Ohne Probleme. In dem Moment entriegelt das Schloss und die Tür springt dir so ein Stück entgegen. Ja. Achso, ich wollte nur... Ähm... Sind die anderen Transporter auch offensichtlich mit diesen Kisten beladen, die da stehen? Es sind mehrere davon offen, einige noch nicht ganz voll beladen. Nach dem, was du sehen kannst, sind die aber alle damit beladen, ja. Okay, und unser Transporter ist randvoll, oder? Der ist verschlossen, also gehst du davon aus, dass er voll ist. Okay, wie groß sind die Kisten? 50 cm tief, 50 cm hoch, einen Meter breit. Okay, ich hab grad nichts zu tun. Ich nehm ja, äh, ich nehm eine Kiste von einem anderen Transporter. Okay, mach das. So, jetzt brauche ich einmal die Wahrnehmungsprobe von Cephalon. Ich mach gleich bei dir weiter, Koala. Gib mir ne Sekunde, Cephalon, Wahrnehmungsprobe 5, richtig? Gut. 41 hat auch ne Wahrnehmungsprobe auf Sicht gewürfelt, auch ne 5. Ich krabbel dabei mal in den Unimog rein. Du bist grad dabei in den Unimog rein zu krabbeln. Und da sehen zeitgleich Cephalon und 41 wie hier auf dem Weg zu der Brücke mit einem ziemlichen Tempo der Humvee, also der Infanterie-Jeep rumgebraust kommt. Mit dem MG-Turm obendrauf. Markus, wir kriegen Besuch, Humvee, MG. Äh, Ich mach die Tür hinter mir zu. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, also ich nehm den Dienst, und zwar Bewegung, und, äh, versuch den Humvee entsprechend, ähm, zu verlangsamen. Okay, wie viel Gewicht oder Masse kannst du damit bewegen? Warte, gib mir einen ganz kurzen Moment, weil das ist ein wahnsinnig langer Text. Ähm, du liest... Die Wahrnehmungsprobe haben wir, die Wahrnehmungsprobe haben wir. Ungefähr jetzt kommt auch der Geist über euch an. Und sondiert die Umgebung. Ich krieg ein Kabel unter den Sitz. Von dem Geist weißt du... Doch, von dem Geist weißt du was. So, du wolltest drinnen den Computer überbrücken, um den Transponder auszuschalten. Mhm. Das wär dann jetzt ne Elektronikprobe. Kriegst du? Äh, Jan, du hast grad, äh, das Vollgasbuch, was für einen, äh, Rumpfwert hat das Fahrzeug? 14. Alter, okay, nee, vergiss. Mist, das ist nicht genug. Das ist nicht... Wie viele Dienste hast du noch auf deinem Geist in dir? Äh, drei. Ähm, Thomas, das ist doch jetzt technisches Improvisationstalent, oder? Kann man den Vorteil... Kann man gelten lassen, ja. Dann hätte ich wieder vier Edge und würde jetzt alle Nicht-Erfolge neu würfeln. Das heißt... Kann man gelten lassen? Das wären fünf... Äh, drei Erfolge. Besser wie nix. Du hast Glück, der Computer hat keinen Erfolg. Ich hab halt einfach scheiße gewürfelt. Dementsprechend hantierst du einen Augenblick mit dem Computersystem, ziehst das Modul ein Stück raus, steckst ein, zwei Kabel hinten um, schiebst das Ding wieder rein, bootest den einmal neu, gehst einmal kurz in den Einstellungsmodus, suchst dir die Komponenten raus und startest ihn quasi ohne die Komponente durch, die er halt rauslassen soll. Und in dem Moment ignoriert er quasi bei den Startbefehlen den Transponder, kommt ganz normal hoch, meldet auch kein Transponder gestartet, belässt es aber dabei und informiert dich darüber. So. Ich stell die Kiste auf den Beifahrersitz. Okay, machst du, kein Problem. Ähm, Ciri, der Geist sucht anscheinend aktiv nach euch. Für den würfel ich jetzt gleich, Sekunde. Das heißt, dementsprechend wird auch seine Antwort aussehen. Gut, dann zieh ich, dann, 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 dann zieh ich jetzt das Register, sonst hätte ich noch damit gewartet. Wenn er aktiv nach uns sucht, dann, äh... Der schwebt mitten über euch und schaut sich um. Dann banne ich ihn. Gut. Der Transporter, Cephalon 41, ihr seid gerade quasi in die Richtung konzentriert, fährt jetzt auf euch zu sozusagen, oder in eure Richtung fängt er an, hier über die Brücke zu fahren. Ich geh hinter den Transporter. Meinst du den Transporter oder den Humvee? Humvee, 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 Humvee. Okay. Ähm, ich versteck mich unter dem Transporter, unter allem, der neben mir steht. Okay. Ich tu es dir gleich und nehm den anderen, daneben stehenden Transporter. Okay. Ich rutsch zur Tür raus, während Greg sie offen hat, und rutsch unter den LKW wieder rein. Gut. Und stell die Blende, die ich abgeschraubt hab, vor mich als Sichtschutz im Prinzip hin. Und ich, also ich geh auf die Laderampe, aber bin gehockt, dass ich hinter den Transporter bin. So als Schutz, dass die mich nicht sehen können, weil Dunkle und so. Und ich kann trotzdem weiter arbeiten. Ihr seid immer noch alle verschleiert, ne? Ja. Arschlochgeist. Gut. Der Geist sucht weiter. Also ich hab erstmal, du musst jetzt gegenwürfeln, ich weiß nicht, was der für eine Kraftstufe hat. Du musst mit Kraftstufe mal 2 des Geistes gegenwürfeln. Ich hab im Moment 4 Erfolge, bzw. Stalin ist das für mich, meine Probe. Weil dann nehm ich den natürlich gerne und mach aus der 4 auch noch eine 5, sodass ich 5 Erfolge hab. Gönn dir. Ich nehm einen. Aber du musst aber selber noch einen investieren, ne? Ja, ja. Das ist eine 3er Erschandlung. Ja, ja. Ich weiß. Das ist auch mein Problem. Du hast also wie viele Erfolge? 5. Ich hab anscheinend Dreck an den Fingern. Du schlägst mit 4 Nettoerfolgen durch. Okay, und die Nettoerfolge senken die offenen Dienste des Geistes. Das musst du jetzt wissen, wie viele Dienste der hatte. Oder ob das eine einzige Aufgabe war. Da das ein Langzeitwachdienst war, ist das der eine Dienst, den er hat. Und dann ist er auf minus 3 Diensten. Mach's gut, Geist. Jetzt ist er zumindest schon mal weg. Ähm, auch wenn wir da eventuell was anderes mit besprochen haben. Aber gut. Ja. Dementsprechend siehst du gerade wie er nochmal so einen Blick zu dir wirft. Und dann fängt er an im Astralraum zu so einem Ascheregen und Funken sprühenden Regen zu zerfasern und sich aufzulösen. War ja ein Feuergeist. Okay. Äh, ansonsten... Ich gebe dir jetzt eine Information, weil du Magietheorie hast, ohne dass du darauf würfeln musst. Weiß schon. Diese Sache alarmiert natürlich den Magier. Das war mir klar. Deswegen habe ich es versucht rauszuzögern. Aber was soll ich machen? Ähm, in der Zwischenzeit, bevor der jetzt gleich aufschlägt, ähm... Ich habe ja jetzt in Frau Rothschicht durch den, ähm, Geist des Menschen, ähm, nehme ich den Typen, der im Wagen sitzt, ins Visier. Also den Fahrer des Humvees. Mhm. Und, äh, wirke auf den Verwirrung. Okay. Ja, irgendwie müssen wir ja hier vorankommen, Thomas. Wir wollen die Geschichte heute ja noch irgendwie in trockene Tücher bringen, Mann. Siri, hast du den Geist gerade weggeschickt? Ja. Dann würfel. Der ist weg. Ja, ich bin dabei. Okay. Fuck, Leute. Wir kriegen gleich Mage-Besuch. Das heißt, ich würfel jetzt mit Willenskraft und Intuition gegen dich, ne? Warte, du würfelst gegen jetzt mit Willenskraft und Intuition weg. Das ist aber Logik, ne? Ähm, du kannst, äh, warte, warte mal, zwei, 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 drei, zwei, drei. Äh... Willenskraft und Logik geht auch, aber ich hätte jetzt Willenskraft und Intuition. Aber gut, Willenskraft und Logik ist auch ne Ordnung. Ist doof, da hab ich weniger Würfel, aber ist so. So, warte mal, jetzt war ich hier total, ähm... So, ich hab... Vier Erfolge. Mit was würfel ich jetzt? Willenskraft und Logik oder Intuition? Ähm... Zauberwirken, 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 Ablehnung, wir können ja... Würfelpool, siehe Beschreibung des jeweiligen Zaubers. Ähm... Und das wird einmal wieder ins andere springen. Und hier sehen sie Shadowrun, wie es leibt und lebt. Ja! Ähm, Verwirrung. Hier steht nur eine Teilinformation, gucken Sie bitte im Regelwerk. Da sind die wirklich gut drin. Ähm, du hast... Du hast Willenskraft plus Logik, tatsächlich. Das... Ja, dann hab ich weniger Würfel. Das ist jetzt nicht gut für mich. Möchtest du den Würfelwurf so stehen lassen? Will ich den Würfelwurf so stehen lassen. Mir bleibt... Mir persönlich bleibt kaum ne andere Chance, aber vielleicht gibt es unter 41, 40, 39... Wieso hauen jetzt die Leute aus dem Chat ab? Kann ja wohl nicht sein. Ähm... Vielleicht gibt es da draußen ja noch jemanden, der vielleicht einen Edge-Locker hat. Möhm... Das jetzt so spontan direkt locker machen möchte. Oder Thomas zieht euch nur was aus den... Kann euch nur was ausfrauen. Das stimmt, das kann natürlich auch sein. Weil er gar nicht so viele Würfel hat. Wenn der Typ so Willenskraft stark ist gegen vier Erfolge zu werden, ist er zu Recht der Fahrer. Thomas, Smarty kann nicht. Das ist... Ne. Die haben alles schon rausgehauen, weil... Eine gewisse Magierin hier schon die ganze Zeit noch einspettelt. Also möchtest du... Denkst du dieser... Nein, lass sie jetzt stehen. Du denkst das reicht. Muss jetzt reichen. Sicher? Ja. Ich mein, das ist jetzt eine ziemlich entscheidende Situation. Ich kann dir noch einen... Der Magier ist auch nicht mehr mehr da, aber es soll da entscheidend sein. Ansonsten kommt der... Der haben wir auf uns zu. Gut. Hey, bist du in Ordnung? Also... Hör jetzt auf Koala, ansonsten bettel ich hier gleich bei dir um zwei. Ne, du... Ihr könnt euch nicht gegenseitig Edge geben. Vergesst es mal lieber. Immer noch nicht. So. Hallo, ich muss mit meinem Punkt irgendwann mal alles machen. Ja, ich muss mit meinem... Du hast mit deinen ganzen Würfeln vier Erfolge. Ja. Ich habe mit sechs Würfeln gegen gewürfelt. Und hast sechs Erfolge oder was? Ich habe... Vier Nicht-Erfolge und zwei Einsen. Bist du, ich sag doch, er lockt dich. Ey. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Ja, schade, Thomas. Das Schutz nicht auf die NPCs wird. Nun. Das finde ich lustig. Ähm. Hauptsache, er rammt uns nicht. Ja, pass auf, der fährt jetzt hier ins Wasser oder so. Ja, genau. Er fährt jetzt... Jetzt kommt... Der fährt jetzt ins Wasser, weißt du. Und jetzt ist hier... Und dann kommt irgendwas raus. Super. Bleibt ja eure Arschbombe. Verwirrung bedeutet ja, der Typ hat kein Schimmer mehr, was er tut und wo er ist. Richtig? Du schlägst ja gerade mit allem durch. Diese Kraft sorgt dafür, dass das Opfer unentschlossen vergesst mich und verwirrt wird. Ähm. Er zählt der Kripp Nettoerfolge, so erhält das Opfer den Status verwirrt mit einer Stufe in Höhe der Nettoerfolge sowie den Status benommen. Also ja, er ist quasi... Der ist durch. Der Typ kachelt gerade mit Vollgas, mit einem vollbesetzten Humvee, der jetzt nicht unbedingt für seine wundervolle Fahrdynamik bekannt ist, über eine schmale Brücke, muss dann über die Betonrampe dahinter und auf unwegsames Gelände in eure Richtung eine leichte Kurve nehmen. Ich hab noch was vor. Der Typ heißt nicht mehr, wie es geht, oder? Er sitzt jetzt ein sauberner Klotz. ich sag mal vorsichtig der typ hat jetzt nicht so unfassbar viele würfel mehr für die fahrenprobe die jetzt machen sollte da er kein professioneller fahrer ist und das und das alles dank infarotsicht der fahrzeugklasse 8 er hat 5000 kilo ja oder könnte jetzt in der fünf tonnen kugel angeschossen kommen das sind fünf tonnen panzerung mit dem turm drauf mit sechs menschen drin im ganzen ja solange da nicht unseren unseren transporter jetzt umfährt und er hat so fünfeinhalb tonnen nicht genug erfolge um es vorsichtig auszudrücken was in dem fall dazu dazu führt wie sag ich das jetzt der fahrer das mache ich hier wer bist du warum dreht sich das ding glücklicherweise hält das ding die spur bedeutet allerdings dass er ungebremst mit voller k in dieses kleine betontravo häuschen hier vorne kracht der fährt einfach straight geradeaus weiter und donnert mit voll akk dagegen und ohne zu bremsen ist nur noch der notstrom abkriegt nein das ist es nicht ich würfel jetzt nicht für den typen oben in dem geschützturm das ding knallt da rein die front von dem teil drückt sich ein das heck macht einmal so leichten schwung nach oben was dazu führt dass der fahrer sein gesicht ins lenkrad rammt und der beifahrer einmal hart nach vorne schlägt mit anderen worten die frontscheibe splittert und wird von innen so ein bisschen rot bematscht während der typ in dem geschützturm mit maximaler geschwindigkeit die obere dachkante von diesem betongebäude knutscht und sich in also quasi sein kopf und oberkörper anteilig in seine hüfte gedrückt werden und sich das alles in so roten das sieht aus als wenn jemand von der seite so eine rote wasserbombe daneben klatscht dass man immer so es entwickelt sich ein roter nebel meinst du also es schreit nicht mal irgendwer ist kracht einmal einer einmal laut dann gibt es kurz danach ein matschendes geräusch und still ich sag mal so der geist des menschen in mir lächelt äußerst suffisant und erfreut sieht das geschütz auf dem haben wir noch verwendbar aus der ganze haben wie sieht nicht mehr so richtig verwendbar aus haben wie ist das geschütz noch verwendbar das kannst du von da nicht sagen du hast keine ahnung von geschützen ok dann laufe ich sofort los rufe 41 dabei zu lox das geschütz und laufe weiter auf das fahrzeug zu cool der pokal für auffälligkeit und unauffälligkeit an blank geht ich habe vorhin gesagt wir haben zwei wachposten oben auf dem turm und du läufst gerade über den platz ja gut ist auch recht dann inni hättest auch sagen könnte ich gleich heimlich oder so und ich habe nie gesagt dass nur drei leute in dem humvee sitzen im gegenteil ich habe euch sogar gesagt dass da sechs mann drin sitzen das ist an mir vorbeigegangen eben nicht es wäre eh noch zu einer inni ich habe halt nur ein ort zum zuhören das ist hier in die stadt ja inni bin ich mal bei einer soliden 21 da legt einer vor wir haben noch eine zahl für mich 18 koala du hast nur ein bisschen viel würfeln gewürfelt du willst eine inni würfeln digger und wenn er jetzt eine drei zeigt plus neun ist neun plus ein w6 also nimmst die zahl 9 plus ein sechseitigen würfel und dann addierst du ne koala du würfelst einen w6 und wenn der jetzt eine drei zeigt plus neun ist zwölf neun und dann bin ich bei 14 ich auch nach 14 ok ich hab schon vergessen ich bin bei 13 und dann bist du bei 13 cool gibt mir kampf sind in irgendeiner form ein impuls woher diese aggression der inni jetzt kommt ja aus drei richtungen vom fahrzeug von über dir und irgendwo von da aus dem gebäude ich dachte schon 41 will will das sind drei mögliche aggressionsquellen gegen euch ok ich vermute du kannst dir zusammenreimen was was ist äh ja über überlebende magier und leute im turm guter mann ok und 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 jetzt sind wir so schon aufgeflogen oder jetzt können wir ja auch hier mit krabbeln und raketen wir haben ja immer noch das ding das gleich unser pilot kommt und wir so ein bisschen eingrenzen müssen ich meine wir brauchen jetzt ja sicherlich nicht mehr die geschichte mit notstrom-abregat für den anderen für den luftgeist schon nett wenn das im dunkeln ist wenn wir abhauen also behalten es mal über wenn es geht ja wir aufweiten was hast du für eine reaktion reaktion oder grundinnie erstmal kommt ja mal grundinnie stimmt grundinnie kommt zuerst 10 gut dann darfst du zuerst ich bin auf der lade rampe money schlaf gut ich möchte in den turm hoch und pnp creations hamburg vielen dank für den follow sorry leute ich bin ziemlich drin aber danke du möchtest hoch genau durch die tür hoch in den turm zu den wachen ich will mal hallo sagen okay du sprintest los überhaupt kein problem über die tür brauchen wir nicht sprechen die kann dich nicht aufhalten und drei frei worte na siri magier kasernengebäude und dann hoch nein das wäre unrealistisch das wäre in jede wiederform unsinn ich bin da ehrlich das ist quatsch das wäre ungefähr so als wenn wenn du jetzt so eine japanische papier trennwand hinstellt und sagst die kann tk aufhalten das hat ungefähr dasselbe level aber sie versucht es ja trotzdem es ist aber so ein bisschen jetzt was von takashis castle so es hat halt keinen nennenswerten widerstand einfach so wieviel schaffst du wenn du gas gibst in einer runde oder sind gute frage du hast ja dieser bewegen wert den habe ich glaube ich tatsächlich nicht im kopf und die muss man glaube ich da wirst du mich ist egal sagst du mir gleich ich mache währenddessen erstmal weiter ja mach mal weiter blenk du bewegst dich gerade über freie fläche auf das fahrzeug zu in dem moment sagt sich die wache oben im turm cool jan seite 43 im grund regelwert naja danke ok also mit einem normalen bewegen kann ich mich kann sich jeder fest ist ein fixer wert anscheinend zehn meter bewegen ich weiß nur der typ hat aber eine sehr geile wahrnehmungsprobe gewürfelt das ist ja schon wichtig ob ich es in den zehn metern schaffe also hoch in den turm zu kommen man troll schafft doch mehr als zehn meter ja ich ja also es ist halt fix ist ein fixer wert auf seite 43 und du kannst sprinten erweitern ich kann es mit sprinten erweitern ja das ist richtig ich weiß ich kenne dass du kannst für jeden erfolg machst du glaube ich ein meter mehr pass auf dann mache ich das so ich nehme die haupthandlung bin ja dann nehme ich die haupthandlung sprinten weil ich möchte gerne im turm vor bevor die dran sind eine bedrohung darstellen dass sie nicht auf die idee kommen raus zu schießen das ist die idee also möchte es quasi hochkommen bevor er auf cfalon schießt genau ok also ich bin als erster dran das wäre so die idee was dann legitim wenn wir jetzt vielleicht die prioritäten aber dafür würde ich hätte sie kann ich nicht angreifen muss dir dann klar sein dass sie gegebenenfalls wenn du oben jetzt die tür aus den angeln tritt und da rauskommst dann auf dich schießen das sollen sie gerne probieren ja mach ich noch mal drei meter gut das klingt so scheiße irgendwie eine ganze haupthandlung für drei meter das klingt zu wenig ehrlich gesagt was hattest du eben gelesen koala wenn er sprinten macht macht da wie viele meter grund 15 grund plus ach so 15 grund okay dann bin ich bei 28 plus meter auf athletik und geschichtlichkeit pro erfolg dann dann okay dann bin ich bei 28 gut dann sind wir bei der selben lösung für die zweite tür oben auch das ist also im grunde genommen für euch andere er rennt unten durch die tür und kurz danach fliegt oben im turm eine tür aus den angeln segelt runter und schlägt irgendwo auf dem boden ein trifft keiner auf dem weg dazwischen nein na das wäre ein bisschen zu viel diskutieren und du stehst halt jetzt so die tür einfach weg gerammt hast stehst du oben und starrst halt diese zwei wachen an die gerade am runterzielen waren und der eine schwenkt halt sofort rum und schießt auf dich ok kugel fangen dann so erst mal wie hoch ist sein angriffswert wie hoch ist sein angriffswert das könnte sagen wenn die spacken das dahin geschrieben haben sonst schlage ich die zwölf ok dann ist meiner fünf höher ok ich krieg ein edge du krissen edge kein problem ja dann muss ich glaube ich finde auf mich schießt muss ich erstmal mit reaktion und intuition aber wenn du keinen bock hast die kugeln einfach voll zu stecken dann ja naja so blablabla fernkampf reaktion plus intuition war das ne ja da bin ich ja auch gar nicht so schlecht da habe ich dir drei erfolge gut dann komme ich mit zwei netto erfolgen durch das heißt du kriegst äh noch kein damage warte aber sag mal den den schaden das wären ja warte mal jetzt bin ich ja mal ganz kurz verwirrt ist es bei shadron 6 immer noch so dass die ersten zwei erfolge zum treffen drauf gehen oder bis gehen die schon auf den schaden mit auf ich glaube eins zum treffen und dann dann schaden aber ich bin noch ein zum treffen und dann schaden nehmen wir so du kriegst dann schießen ist ja nicht meine meine dann wären es fünf dann wären es fünf so dann krieg ich beim schaden zogen ein bonus durch meinen totem das definitiv nur topia wie viel schaden hast du gesagt fünf ja okay ist weg muss noch nicht mal meinen edge ausgeben mache ich trotzdem okay das kann ja ich muss das sofort einsetzen du merkst halt er feuert eine dreier salve ab und die patronen eine käme wohl theoretisch durch die panzerung kommt dann aber nicht mehr durch deine haut das heißt es ist ein leichtes unangenehmes pieken aber verursacht keinen schaden in irgendeiner form merks aber halt so ein paar wie so ein paar punches in bauch sozusagen ist nur unangenehm und du merkst das mehr nicht und er so und dann guckt er quasi so hoch und kriegt groß das hat man halt gesehen der hatte also komplett antrainierten reflex humanoide silhouette drei kugeln rein und realisiert jetzt was vor ihm steht 18 jetzt ist die frage wie ist der reaktionswert von 41 scheint als wären sie gerade nicht zu sehen doch 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 ich bin da ist gut kein stress ganz entspannt mein reaktionswert 6 bullshit deine innig also dein innig grundwert ohne würfel damit bist du drüber und darfst zuerst auch damit bist du immer noch drüber ja ist okay ich habe mich nur verguckt das heißt du bist als nächstes dran ich darf als nächstes okay ich liege unter meinem transporter nehme eine knifte und ziel in richtung haben wie ich müsste ja durch die fensterscheiben gucken können bezüglich rücksitze ob sich dabei noch was bewegt ja kannst du ich musste gerade überlegen wo ihr steht aber cephalon kann nicht in deinem sichtfeld sein weil du leicht schräg zum humvee bist und er in gerader linie vom laster dahin rennt sozusagen also kann er dir nicht das schlussfeld verwehren also kannst du sehen der fahrer raum vorne ist roter matsch inklusive beifahrer bereich du siehst aber quasi den ansatz so dass das wo gerade jemand hinten auf dem rücksitz auf der auf der beifahrer seite also auf der zu cephalon hingewandten seite anfängt die tür zu öffnen und da siehst du auch so eine silhouette durch die scheibe okay das heißt die tür geht auf das heißt in dem moment wo ich ein freies schussfeld habe weil der partner ist gepanzert bei dem man sich durch die scheibe schießen können sobald ich entsprechend ein freies schussfeld habe durch die geöffnete tür werde ich schießen ja das heißt du gehst in warteposition richtig check weh dann ist jetzt der dran das ist der zweite oben der hält drauf weil oh mein gott troll nämlich noch eine nebenhandlung raus für ausweichen auch da kriegst du wieder das edge weil der doch recht gleiche würfel also ich habe also ich habe einen verteidigungswert von 17 gerade ja ja das ist also da kriegst du definitiv das edge da brauchen wir nicht drüber erst mal klaue ich dir nur zwei erfolge ich habe aber auch weniger erwürfelt wie viel schaden krieg ich denn warte ich guck gerade noch mal eine kurze sache nach sonst rede ich bevor ich scheiße rede was auia was 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 tut mir leid chiite das es ist Okay, das ist, hä? Das ist dumm. Sekunde, es tut mir leid, ich muss gerade einmal was gegenlesen, sonst, wenn ich es jetzt auf Anhieb nicht finde, werde ich gleich einfach eine Entscheidung treffen, weil mir das sonst nicht so lange dauert. Okay, nee, machen wir so. Gut. Ich habe zwei Erfolge, der kommt mit sechs Schaden raus. Der schießt eine enge Salbe. Mhm. So, drei klaue ich dir schon mal so. Ich kriege einen Bonus Edge. Ich will kurz gucken, was wir noch machen. Sechs Schaden hast du gesagt, ne? Dann würfel ich nochmal alle Nichterfolge neu. Das heißt, nochmal sieben. Ja, okay. Kommt zwei durch. Diesmal merkst du, dass eine der Kugeln ein bisschen weiter durchkommt. Na gut. Malus bekomme ich erst bei fünf Kästchen Schaden. Ist richtig. okay. Also, das behindert dich noch nicht, aber du merkst halt, ja. Ja, ist okay. Ja. So. Zapp, 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 zapp. Die Tür am Humvee öffnet sich. Und der Typ drückt die Tür halt auf und schiebt sich da so halb raus. Du siehst auch, dass er eine Platzwunde am Kopf hat. Und macht so einen Schritt raus. Steht aber jetzt hinter der Tür, die sich in deine Richtung öffnet. Und du siehst im Grunde genommen nur seine Füße und Knöchel. Und du siehst, wie er die Waffe hochnimmt und auf Cephalon anlegt. Der quasi direkt auf ihn zugeht. Oder läuft. 41. Ah, Entschuldigung. Kind hat abgelenkt. Nochmal. Alles gut. Der läuft direkt auf Cephalon zu. Die Tür geht halt, nee, die Tür geht zu dir auf. Er macht aber nicht einen langen Schritt, sondern schiebt sich quasi nur aus der Tür. Und steht jetzt hinter der Tür. Und dadurch hat er quasi diese gepanzerte Tür als Schutzschild vor sich. Und legt gerade auf Cephalon an. Und du siehst halt nur seinen Fuß und Knöchel. Ich wollte gerade sagen, aber ich sehe doch sicherlich seinen Fuß und kann ihm voll in den Fuß schießen. Das kannst du machen. Da schieße ich trotzdem drauf. Das ist egal. Wäre dann aber ein sogenannter gezielter Schuss. Das ist okay. Was, was, mit was muss ich dann würfeln beim gezielter Schuss? Ich gucke gerade mal kurz, ob das bei den Angriffen... War das nicht eine Edgehandlung? Ja. Zielansagen. Plus zwei Schaden auf Angriff. Minus vier Würfel. Ja. Genau, durch Einsatz von Edge kann der Malus verringert werden. Grundbuch, Seite 48. Gut, danke. Dann, ja. Angesagtes Ziel. Hast du vier Würfel weniger, machst aber plus zwei Schaden. Und wenn du triffst, triffst du seinen Knöchel und schießt ihm eventuell den Fuß ab. Die vier Würfel weniger interessieren dich gar nicht so, oder? Es sind immer noch 14 Würfel, ja? Er darf ja ausweichen. Auch wenn das eher süß und unsinnig ist bei der Menge an Erfolgen. Und er auch gar nicht so unfassbar viele Würfel dabei hat. Aber er darf ja ausweichen. Gut, plus zwei Schaden. Und dann, was ist der Grundschaden deiner Waffe? Äh, wo ist meine Waffe? Und Schaden ist 4k. Gut. Das heißt, die vier kommen auch durch, weil du zwei Bonus-Schaden machst. Das heißt, du knallst ihm gerade eine Kugel in den Knöchel. Das ist eine sehr unangenehme Schusswunde. Er kriegt vier Schaden. Der hat nicht so unfassbar viele Schadenskästchen. Das heißt, er kriegt einen Modifikator. Und... Der bleibt im Leben nicht auf den Beinen, oder? Und er schreit. Und der Schuss schießt ihm quasi das Bein weg. Und er knallt auf die Innenseite der Tür. Und, äh... Dementsprechend kann er jetzt nochmal versuchen, auf Cephalon zu schießen. Aber der kriegt entsprechend auch mal eben einiges an Würfeln abzog. Und hat dann nicht mehr so viele Würfel. Cephalon, möchtest du... Der ist gerade nicht da. Okay. Da ich allerdings auch erbärmlich wenig Erfolg habe, gehen wir in dem Moment mal davon aus, dass er es schafft, äh... eine gewisse Menge an Erfolgen zu haben. Weil ich glaube, Cephalon hat relativ viel, äh... Reaktion und Intuition. Intuition und Intuition, ja. Ja. Dementsprechend... Ich nehme jetzt einfach mal eine große Handvoll Würfel. Gut. Ich habe erbärmlich wenig. So wenig, wie es fast geht. Und, äh... Dementsprechend weicht er mit einer Behendenbewegung dem Schuss aus, der irgendwo in einem der anderen Transporter nicht eurem einschlägt und wird dementsprechend nicht getroffen. Dann sind wir jetzt bei Cephalon und Darkus. Da Cephalon gerade nicht da ist, sind wir bei Darkus. Hallo Darkus. Ich bin da. Attacke. Your turn. Was tust du? Du bist unter dem Laster bei dem offenen Technikkasten. Du hörst Geballer. Ey, jetzt habe ich eine Ozehne-Frage. Muss ich am Kampf teilnehmen oder kann ich mich weiter auf die Sache konzentrieren? Du musst nicht am Kampf teilnehmen. Du kannst es lassen. Du bist halt dann, äh... Sag ich mal, wenn du sagst, du steigst komplett aus dem Kampf raus, kannst du so weitermachen. Dann musst du auch nicht zwingend die nächste Indie mitwürfeln, sondern kannst dich auf deine Sache konzentrieren. Es kann nur dann sein, wenn alles richtig scheiße läuft und sich irgendwer an dem Team vorbeikämpft, dass der quasi dich einmal attackiert und du gucken musst, ob du davon überrascht wirst, weil du dich so fokussiert hast auf deine Arbeit, dass du halt dementsprechend nicht im Kampfgeschehen teilgenommen hast. Du kannst halt zum Beispiel eine Haupthandlung anwenden, um eine Fertigkeit einzusetzen und damit würdest du ja dein Ding da weiter verführen. Weiterhin in der Initiative bleiben. Genau, und du hättest immer noch deine Nebenhandlungen, um auszuweichen, dich zu bewegen, zu blocken und sowas. Das ist die andere Option. Also, wenn um einen geschossen wird, ist man ja nicht ganz aus dem Kampf raus. Auch wenn man sich gerade auf was anderes konzentriert. Deswegen die Frage. Ich hätte beide Möglichkeiten, dass ich in Anführungszeichen im Kampf teilnehme, auch mich weiter auf meins fokussiere, oder dass ich sage, ich bleibe jetzt mal aus der Kampfhaltung draußen und arbeite einfach so weiter. Aber mit der Gefahr hin, dass ich überrascht werden könnte. Ja, okay. Ja, okay, aber jetzt, wenn ich die Haft... Wie läuft das dann mit Haupt- und Nebenhandlungen jetzt? Weil das sind ja jetzt... Du hast ja eine Haupthandlung und... Genau. Eine Nebenhandlung. Richtig. Ja, aber das ist ja jetzt... Hast du nicht mehr? Nee, du hast keine Reaktionsbeschleunigung außerhalb des Rings. Dann hast du... Genau. Und dann müsste ich dafür auch mal... Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre, den Reflexbooster einzuschalten. Nö, die kannst du als anbetrachten. Das ist ja kein Problem. Ja, im Einsatz schalte ich den eigentlich regelmäßig mal. Nee, dann würde ich... Ja, dann fällt unter Haupthandlung einfaches Gerät verwendet... Oder ne, Fertigkeit einsetzen. Was möchtest du denn machen? Den... Ding ausbauen jetzt. Den... Gut, da brauche ich ehrlich gesagt jetzt keine technische Probe mehr von dir. Das ist ein Steckmodul. Das heißt, den Transponder... Da greifst du einfach nach oben, zack, und ziehst den ab und hast den. Das könntest du von mir aus sogar mit einer Nebenhandlung machen, wenn du... Du hast, glaube ich, einen Einser-Reflexbooster. Das heißt, du hast zwei Nebenhandlungen. Das wäre so wie was aufnehmen oder was ablegen. Zack, Nebenhandlung hast du. Das heißt, du hättest jetzt noch eine Haupthandlung übrig. Und den würde ich jetzt an eine meiner Drohnen, an meiner Flugdrohnen, anbringen und scharf schalten. Der braucht eine Stromversorgung. Das weißt du, ne? Der Charakter, die Drohne, sollte den nochmal mit dem Strom versorgen können. Gut, dann ist es einmal eine Mechanikprobe, um quasi der Drohne das Ding fix in die Hand zu drücken und dann ein kleines Kabel von hinten, also von dem Akkusystem der Drohne mit dem Stromsystem von dem Transponder zu verbinden. Drei Erfolge schaffst du. Kein Problem. Das ist nicht super komplex. Wie gesagt, du sagst der Drohne einmal, greif zu und halte fest und dann lockst du die Arme in der Position und dann legst du halt ein Verbindungskabel, das er Strom hat und nach einem kurzen Augenblick siehst du auch, wie die kleinen Lichter an dem Transponder erst so rot-grün blinken dick, 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 dick und dann beide auf grün springen. Sehr gut. Das ist schon mal erlebt. Das heißt, der ist an und läuft und ist an der Drohne verankert. So. Und ich bin dann fertig für die Runde. Genau. Gut. Dacus ist noch AFK. Äh, Dacus ist noch AFK. Ja. Dann nehme ich mal an, der läuft zu dem Typen hin und würde den dann angreifen. Das können wir auch am Anfang der nächsten Runde abhandeln, das ist nicht weiter schlimm. Ciri? Was ist dein Reaktions-, also dein Inni-Grundwert? Neun. Dann bist du zuerst dran. Rack hatte mir ja noch mal was zugerufen, ne? Äh, ja. Dass der Mage da irgendwie in dem anderen Ding ist. Ähm. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht gerade vor mir steht. Ähm, von daher werde ich wohl, äh, in den Astralraum wechseln. Und, das ist jetzt weiter bei, also ich glaube, Astral-Kampf hat mir so noch nie wirklich abgehandelt. Ähm, ist das eine Nebenhandlung, den auszusuchen? Erstmal wechselst du in den Astralraum, das ist, meine ich, eine Nebenhandlung. Ja, war nicht mehr verlagern, ja. Ja, genau. Ähm. Und dann, wenn du dich einmal aktiv umschaust, wäre das quasi deine Haupthandlung dann. Ihr seid übrigens nur ganz knapp in den Kampf geschlittert. Ihr hättet es fast ohne Gefecht rausgeschafft. Nebenbei. Ähm, ja, bleibt mir nicht sandig, ist Utrich. Ich werde halt, ähm, nach ihm Ausschau halten, nach dem Mage. Ähm. Hm. Und schon mal, warte mal, ist das noch, kann ich das noch mitnehmen? Ah, Nee? Wir hatten ja gesagt, du kannst, also was du ja machen kannst, das hatten wir aus dem anderen Regelwerk gesagt, du kannst ja sagen, wenn der Mage auftaucht, dann greifst du ihn an. Und dann kannst du deine Ini quasi verlagern. Also dieses Dich reinmachen und darauf warten, dass du dein Ziel siehst. Ja, in lauer Stellung, ja, stimmt. Und dann hättest du die erste Handlung und das ist sehr viel wert. Ja, ja, genau das, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das mache ich auch so. Also ich gebe mich quasi erstmal in lauer Stellung. Fast rein. Äh, kleine Info, ähm, du machst gleich das Ausweichen, wenn du jetzt zum Beispiel angegriffen wirst mit einem Fernzauber oder so, mit Intuition plus, äh, natürliche Panzerung plus Panzerungseffekte. Nicht mit Konstitution und Panzerung. Ach nee, du würfelst den Schaden mit Intuition plus natürliche Panzerung runter. und, was heißt, Angriffswert ist Magie plus dein Traditionsattribut. Verteidigungswert nicht mit, ne, Verteidigungswert ist, äh, Intuition, natürliche Panzerung, Panzerungseffekte. Genau, richtig. Weil der physische Körper keine Rolle spielt. Waffenlose astrale Andriffe. Hast du, hast du, guckst du in den Astralraum oder bist du in den Astralraum gegangen? Gewechselt, ich hab gesagt, ich wechsle in den Astralraum. Also ich mach nicht nur astrale Wahrnehmung, sondern ich wechsle in den Astralraum. Du machst eine astrale Projektion. Ja, genau. Da musst du aufpassen, das ist eine Haupthandlung, ne? Verteidigung ist Logik plus Intuition. Schadenswiderstand ist Willenskraft. Alles gut, kriegen wir hin. Läuft. So. Ähm, in Astralraum möchtest du noch eine Wahrnehmungsprobe machen? Die Möglichkeit hältst du noch. Oder wartest du quasi einfach, bis du was siehst? Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab und die astrale Projektion schon die Haupthandlung ist, dann hab ich ja dann so oder so keinen Vorteil mehr. Egal, ob ich das jetzt mach oder dann später. Gut. Du kannst ja, also du musst ja nicht im Astralraum sein, um seine astrale Gestalt anzugreifen, wenn du sie siehst. Du kannst auch mit anderen Zaubern agieren. Ne? Das ist wichtig. Also ich muss nicht aktiv in den Astralraum. Du hast gerade ein Dualwesen, das ist dein Vorteil. Genau. Du bist gerade sowohl in der, in unserer physischen Ebene als auch. Du bist gerade beides. Du kannst eigentlich auch einfach warten, bis du seine astrale Gestalt irgendwo siehst und dann angreifen. Ja, dann mach ich das. Dann mach ich erst mal nur astrale Wahrnehmung, was ja dann die Nebenhandlung ist und warte mit der Haupthandlung aber ab. Gut, astrale Wahrnehmung, bitte einmal würfeln. Ja. Möchte ich weinen. Ne, also im Moment siehst du den noch nirgendwo. Als nächstes Cephalon ist noch AFK. Ich gehe mal von Ja aus. Hauen wir gerade wieder. Gut. Dann kann der zweite Typ im Auto hier auf dich schießen, wenn du gerade wieder da bist. Los geht's. Oh, nett. Wir möchten den. Wenn du gerade da bist, kann man auch mal auf dich schießen. Der erste Typ hat schon vorbeigeschossen. Du bist quasi gerade an dem dran. Der ist aber zur Seite zusammengesackt, weil 41 ihm den Knöchel zerschossen hat. Deswegen hat er auch an dir vorbeigeschossen. Und der Typ, der noch im Auto sitzt, schießt jetzt aber quasi an ihm vorbei auf dich aus dem Auto raus. Okay. 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 Wie weit ist der von mir weg? Du bist am Auto. Direkt vor dir ist der eine Typ. Und der ist zwei Autositze entfernt. Vielleicht zweieinhalb, drei Meter. Jetzt darfst du allerdings erst mal mit Reaktion und Intuition ausweichen. Wie ist dein Verteidigungswert? Du meinst, der auf der Kermatte ist? Also, dein grundsätzlicher Verteidigungswert von deinem Charakter plus Panzerung. Wobei sein Angriffswert auf die Entfernung eh bodenlos scheiße ist. Also, den Edge kriegst du eigentlich fast sicher. Woher leitet sich der Verteidigungswert nochmal ab? Ohne Kleidung? Auf jeden Fall ist deine Konstitution da mit drin. Wie hoch ist die? Ich glaube, der Grundwert ist tatsächlich Konstitution. Bin ich der Mai? Obwohl, nee, nee, nee. Warte mal. Ich glaube, das war sowas. Ich muss nachgucken. Egal. Also, mit vier plus deine Klamotte hast du schon einen höheren Verteidigungswert als der Angriffswert hat. Dementsprechend kriegst du den Edge. So, Reaktion plus Intuition ausweichen. Verteidigung ist Konsti plus diverse Modifikation plus Klamotte. Ah, okay. Ist doch Konsti. Okay. Ich wusste mal was. Ausweichen ist Reaktion, Intuition, Athletik. Ist das richtig? Wenn du Athletik mit dazunehmen willst, verbrennst du eine Handlung. Wenn du das normale einfach nur in den Beschuss ausweichen nehmen willst, ist es Reaktion und Intuition. Schlaf gut, Lilly. Ja, dann eine Elf. Gut. Dann trifft er. Das heißt, du bekommst sechs Schaden, wo du mit Konstitution gegenwürfeln kannst. Der feuert dir eine kurze Salve als eng gepackten Streukreis im Brustkorb. Sind sechs Schaden, kannst du mit Konsti gegenwürfeln. Einfach nur auf Kassitution und würfeln oder mal was dazu. Konstitution. Das ist reine Konsti tatsächlich. Kassierst du vier Schaden, es sei denn, du möchtest jetzt noch irgendwie Edge einsetzen? Ja, natürlich. Wenn du kannst, solltest du mindestens zwei ausgeben, um aus der vier eine fünf aufzumachen. Und genau das tue ich auch, ja. Gut, dann kassierst du drei Schaden. Schaden wird zum Ende der Runde wirksam. So, jetzt bist du dran. Der eine ist, wie gesagt, mitten vor dir, also armes Länge. Bisschen weniger sogar. Der andere ist zweieinhalb Meter entfernt im Auto auf dem Sitz. Was befindet sich noch mal vor dem Fahrzeug? Wo sind die gengekraft? Ein Betonklotz von Gebäude, irgendeinem Technikgebäude. Groß, breit, grau, massiv. Na komm, einer ist mitten vor dir und einer ist kurz dahinter. Was machst du? Beide sind mehr als einer, also verschwinde ich dort. Ich würde überlegen, ob ich hinter dem Metallklotz verschwinde, beziehungsweise hinter dem Teil von dem Wartungshäuschen oder was du gerade gesagt hast. Da ihn nicht im Nahkampf gebunden sind, musst du dich in keiner Form lösen und die 10 Meter schaffst du auf jeden Fall. Wenn du jetzt deine Haupthandlung verlaufen aufnimmst, kannst du da einfach hinlaufen. Wie hoch ist das Gebäude vor denen? Also dieser Klotz? Weiß nicht, vier Meter? Aber ich wäre da oben nicht geschützt vor denen, ne? Nein. Dann verschwinde ich dahinter, also weg von denen. Schaffst du? Kein Problem. Außerhalb deren Schusswinkel. Jo. Kannst du mal laufen oder... Genau. Einfach, du schaffst 10 Meter, das reicht. Alles gut. Okay. Okay, gut. So. Dann einmal neue Inni. Ich kann meine Haupthandlung doch nicht machen, Abo-Digger. Nee, wenn du das jetzt weg bist, also du musst das... Ja? Also, wäre es aufgetaucht, dann wäre es cool gewesen, so. Ja. Das ist halt immer der Nachteil, Auhochung. Das gehört ja gar nicht meiner. Das ist ein nicer Wurf. Ich habe mal wieder 13. So. Rack? Wie viel? 21 diesmal. Jawoll. Ciri hat 13. Wer hat noch? Koala. Nur plus 2 W6, wenn du deinen Reflexbooster an hast. Du bist gemutet, Digga. Das ist auch noch. Heute ist... 17 für 41. Das Mikrofon ist gemeint zu ihm heute. 9. 14. Okay. 9. Ich bin auch einfach nur wet fit. Das ist ja tatsächlich was, was ich an dem neuen System nicht mag, dass du jedes Mal neue Indie würfelst. Dass du keine zwei runtergehenden Durchgänge hast. Genau. Richtig. Dass ich das alles noch irgendwie zäher geworden habe. Ja. Das ist tatsächlich was, was mir nicht gefällt. Das fand ich tatsächlich im alten System de facto besser. Das war ein 5er schöner. Ich meine, es hält uns nichts davon ab, das irgendwie einzuführen. Da sollten wir zum nächsten Mal definitiv drüber sprechen, fände ich. So. Das ist halt bei vielen MPCs auch immer nervig für den Spielleiter, weil du ja dann immer wieder alles neu runter sortieren musstest. Ich muss erst euch alle eintragen und dann für meine alle würfeln. Das ist eigentlich dusseliger Auffahrung. Ja, das ist eigentlich eine Hausregel, die ist super. Ich fand das damals gut, dass du immer gesagt hast, 10 abziehen und damit geht es erstmal weiter. Attacke. So. Ja, hier skaliert sieht das dann irgendwann aus, dass du zwei Haupthandungen hast. Egal. Troll. Aber da sind wir weit von. Trollfäust. Sehr gut. Ich möchte in Nahkampf. Überraschung. Ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich möchte aber so in den Nahkampf, dass ich versuche, also wenn die Szenerie es hergibt, ähm, ähm, Du bist ja hier oben in Gange mit den, da sind zwei. Ich möchte gerne, dass zwischen Soldat 1 und 2 ein Soldat steht. Also ich will mich nicht in die Mitte stellen, sondern von außen den quasi in den anderen rein treiben. Verstehst du? Dass ich halt einen vor mir habe als Schutzschild vor den anderen und ihn im besten Falle in den anderen rein buxiere. Also ich halte das für machbar. Das ist die Idee. Das traue ich dir zu. Und wenn es, wenn es machbar ist, dann gehe ich auf den Typen, der mir einen Schadenspunkt reingedrückt hat. Ich glaube, dann musst du dich in einen durch. Ja, das ist für Rackheim kein Problem. Zack, Todeskralle, zack. Man würfelt nur einmal Indie pro Kampf. Muss ich später nochmal was lesen. Das wussten wir anscheinend dann alle gerade nicht. Nee, weil das finde ich dann sogar noch beknackter. Aber egal. Ähm, ich greife ihn erstmal an. Ähm, erstmal Angriffswert bei mir ist 13 im Nahkampf. Wie ist dein Verteidigungswert? Niedriger. Sein Verteidigungswert ist 8. Dann haue ich nochmal eine Edge-Handlung hinterher. Och, Alter, vier Erfolge. Egal. Sein Verteidigungswert ist vorhanden. Nicht mehr. Das kannst du, also, Verteidigungswerte kannst du bei den NPCs teilweise dermaßen knicken. Die haben eigentlich keinen Stellenwert sozusagen. Aber der Kerl versucht einfach nur auszuweichen. Du meinst, er will leben. Ja. Der würde gerne nicht sterben. Er rechnet sich das jetzt nicht aus, gegen den Troll irgendwas blocken zu versuchen. Das sieht nicht so aus, als ob das klappen kann. Du meinst, der die Bezahlung ist nicht gut genug dafür? Nee, sein Körper ist nicht gut genug dafür. Der schafft das einfach nicht. Wir sprechen hier über eine Situation, wo er gegen jemanden kämpft, dessen Unterarm das Durchmesser von seinem Oberkörper hat. Das ist einfach so zwecklos. Du willst mit einem Troll einfach nicht im Nahkampf sein. Ja, was soll ich machen? Außer du selbst Troll. Angreifer im Vorteil, du kommst durch. Ja, Grundschaden 5k. weil ich habe die Todeskralle von vorhin noch an, sorry. Ist ganz cool, ich kann es nicht vollständig runterwürfeln, ich habe nicht gewürfelt. Okay, also drei kommen schon mal durch. Sehr gut. Ich gebe noch eine Nebenhandlung aus und aktiviere schon mal Gegenangriff. Dabei aktiviert sich gleichzeitig auch mein Vorteil Zauberer Maske Das ist gut, das ist viel angenehmer, wenn der riesige Troll auch noch ein Bärengesicht hat. Das macht alles schöner für ihn. Danke. Er fühlt sich gleich viel beruhigter. Sehr gerne. Der ist so flauschig, der darf mich hauen. Er ist eigentlich auch einfach aufgeben. Das ist ein Turm, er kann springen. Das ist halt das Problem. Er ist nicht in einer sehr aufgebensfreudigen Situation mit der Umgebung. Aber auf jeden Fall hast du die beiden jetzt sozusagen dadurch, dass er versucht hat zurückzugehen und du ihm nochmal Kraft beim Zurückgehen gegeben hast, ineinander an die Balustrade gepinnt. Sehr gut. Ich finde die nicht, aber das ist okay. Tempo oder permanent. Erst mal den Tower ausschreiten. Das ist immer wichtig. So, und dann... Was macht denn der Kerl jetzt? Was soll der gegen dich tun? Er kann... Was denn? Er kann auch aufgeben. Bin ja nicht nach dran. Ich glaube, dem wird es gerade die Hose feucht. Er kann ja mal sein Gehalt gegen das wir gegenlegen und mal so ein bisschen durchrechnen und dann eine Entscheidung treffen. Ich habe es übrigens tatsächlich in der Zwischenzeit auch nachgelesen. Zwischen den Kampfrunden wird die Initiative nicht durch neues Würfeln festgelegt. Die Reihenfolge aus der vorherigen Runde bleibt bestehen. Bis auf Veränderungen des Initiative-Ergebnisses, die durch Verletzungen spezielle Effekte und so weiter sind. Wo haben wir das denn hergehabt, dass man das immer neu würfelt? Es ist auch... Aus alten Systemen, Thomas. Ich müsste mal im VOD gucken. Ich glaube, wir haben uns in diesem Gangrun ganz am Anfang drüber unterhalten und es einfach wieder vergessen. Das könnte sein, das wäre durchaus realistisch. Egal. Und hier spielt ja auch nicht nur ein System jetzt, weil das jetzt vielleicht auch durcheinander gewürfelt hat. Ja, dann wissen wir das doch jetzt, zumal sich das bei mir so gefühlt nie ändert. So. Der Typ hat gerade einige Wisch bekommen, ist gegen seinen Kumpel geknallt. Ich habe gerade tatsächlich für die Marvillenskraft gewürfelt, weil die haben halt vorher gesehen, wie du einfach die Tür aus den Angeln gerannt hast. Und danach haben sie gesehen, was deine Leute unten mit dem Hamvi gemacht haben. Das geht in deren Köpfen ja irgendwie auf eure Kosten sozusagen. Der Kerl guckt einmal kurz über die Schulter zu seinem Kumpel lässt die Waffe fallen und hebt die Hände. Das ist der Scheiß ist es nicht wert dafür drauf zu gehen und die rechnen sich da realistisch keine Chancen aus. Ich lasse die Zaubermaske fallen, damit sie aussehen. Ich habe auch nicht vor, die jetzt unnötig zu vermöbeln. Das heißt, die markiere ich mir als keine Lust mehr am Kämpfen. Die machen auch beiden nichts mehr. Ich würde jetzt mal eine Nebenhandlung dafür ausgeben, um die zu fixieren oder so, wenn die was dabei haben. Die haben so Kabelbinder dabei, die lassen sich auch fesseln. Die sollen das mal gegenseitig und ich helfe ein bisschen dabei. Völlig okay. Haben die überhaupt keinen Stress mehr. So. Ganz brav. Sie können ja eine harte Story erzählen, wie sie sich gewehrt haben und du hast sie entwaffnet und gefesselt. Okay. Der Typ mit der Kugel im Knöchel kann ja nicht anders als sich auf den Boden zu packen und der würde dann allerdings quasi in Panik um seinen Arsch zu retten, weil er halt gar nicht weiter weiß. sich hinlegen und versuchen zurück zu schießen auf 41. Der hat aber jetzt schon Würfel abzog. Der Schuss geht daneben. Guter Typ. Da braucht 41 gar nicht erst was machen. Kann ich mir noch ein Edge abstauben? Das Edge kriegst du. Ja. Super. Du wärst dann jetzt auch dran. So, ich bin dran. Dann schieße ich auf den Typen zurück. Liegt auf dem Boden und guckt dich an. Ja, kann ja nicht sein, dass der da auf mich schießt. da es kein genauer Ansage ist, wohin ich schieße. Hau ich ihm 18. Wobei, oder? Warum? Was der Chat gerade sagt, ich gebe euch recht. Ich hab's gerade mal überflogen und ja. Achso. ich schieße einfach so auf ihn. Voll frei. Was? Mit Nachbuch. Mit und der Querschläger trifft noch drei weitere. Tot. Der Querschläger oben in den Turm ein und tötet zwei gefesselte Waren. und sagt an, so Leute, ich bin heim. 12 Er geht am Arsch raus und er schießt den Magier noch. 12 Erfolge. Einer hat er dich beleidigt. Er hat auf mich geschossen. 12. Das sind aber auch fucking 18 Würfel. Ja, aber Dinger, 12 Erfolge ist schon echt. Genau das. Ganz genau das. Und hier hören sie den Sicherheitsmann, der daneben steht. Wie sein Kollege stirbt. Ich will nicht mehr. Ja, was soll man sagen? Da braucht 41 noch einen Edge. Da können sie 13 Erfolge draus machen. Genau. Ja doch, da ist noch ein Tier. Ich sehe da noch ein Tier. Die Frage für den Chat ist jetzt, ob der Chat genügend Edge bereitstellen kann, dass sie es schafft, so viel Schaden zu machen, dass er doppelt tot ist. Das ist, glaube ich, das, worum es gerade noch geht. Das schafft sie aber wahrscheinlich mit den Erfolgen auch schon. Wie es Malig schon geschrieben hat, Gleichempfindung. Das ist wirklich Gleichempfindung. Was soll ich sagen? Du zielst? Er ist tot, er weiß es noch nicht. Pack! Sauberer Schuss, genau mittig in die Stirn, leicht schräg, zertrümmert das Hirn, schlägt am, äh, am, am Nackenansatz wieder aus, Hirn, Hirn zer, Ballert, Wirbelsäule getrennt, Körper sofort tot, bevor er überhaupt begreift, dass er tot ist. zack, Ende, chancenlos, tot. TOT? Berufsrisiko? Ja. Ja, das ist scheiße. Da kannst du nicht mehr viel machen. Der ist raus. Die setze ich mal auf Gelb, Firmen kann Bock mehr. Blut für den Boot, Leute. Schäle. Ähm, Ihr habt das Gefühl, dass vielleicht auf der anderen Seite, also, dass irgendwie in dem Auto, also, da kommt nichts mehr. Der traut sich da nicht so wirklich raus, gerade. Oh, my. Okay. Weil, nee. Er hat kurz nach ein anderer Funkkontakt zu diversen Leuten verloren, da ist gerade die völlige Apokalypse aufgegangen. Er hat mitgekriegt, dass zwei seiner Kumpels auf dem Dach wahrscheinlich gerade einfach aufgegeben haben wegen Troll. Äh, und er sitzt mit einem gebrochenen Bein hinten in einem zusammengestauchten Humvee. Der setzt sich jetzt, der rechnet sich gerade intelligenterweise keine Chancen mehr aus. 41 machst du das bitte auch, sobald sich hier der, der, der Zauberfussi von denen in Präsenz zeigt. Wenn sich mir was ergibt in meiner Schussbahn, gerne doch. Ziehen die in die Schussbahn. Oh, ja, bitte. So, damit enden wir jetzt erstmal die Inni, weil wir haben nämlich auch das wunderbare Szenario, dass sich ob der anwesenden Menge von Leuten und der etwas merkwürdigen Aura der Magierin, äh, der hat dich nämlich aus der Ferne gesehen, du hast ihn nicht gesehen und er konnte dich ja scannen, äh, sich der Magier auch gerade nicht so richtig gute Chancen ausrechnet für sein Gehalt. Und das Security-Team wurde gerade einfach so ausgeschaltet. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt schnell macht, rechnet ihr euch Chancen aus, dass ihr da wegkommt. und ihr seht auch quasi in dem Moment schon hier, jetzt machen wir eine andere Farbe, das wird eine ganz bunte Sache hier, hier das Luftschiff rumkommen. Ja, perfekt. Ähm, ich entwaffne die beiden noch, also nur noch die Waffen mit, die sie haben, aber als Tausch-Obolus kriegen die beide von mir einen Schokoriegel und dann verlasse ich den Turm. Finde ich, das finde ich wirklich lieb von dir. Ich, ich, ich wollte dich abschlusst mal verwirren, weil ich einfach nur ein paar Dienste habe, aber gut, okay. Oh, wie geil. So. Gut, dann komme ich pfeifend auf den Turm raus mit ein paar Waffen. Ich gehe davon aus, dass, äh, Darkus den Transporter in Bewegung setzt. Ich habe doch meine Drohne programmiert, dass sie die Route des, äh, des, des Transporters fährt, also fliegt, so, dass er aber nicht gleich gesehen wird, also schon auf ein paar Meter Höhe, weil, und bin dann in den Transporter eingestiegen, um zur, zum Rendezvous-Punkt zu fahren. Gut. Ja, ich versuche aufzuschließen, weil wir müssen ja gleich irgendwie das Ding verankern, irgendwie. Ja. Kannst du noch die Extrakiste mit, Rack? Die Extrakiste ist schon auf dem Beifahrersitz. Okay. Dementsprechend habt ihr jetzt, da der Beifahrersitz belegt ist, auf der Rückbank Platz für drei Personen und Rack müsste dann quasi auf dem Dach mitfahren. Das mache ich. Also ich schmeiße noch unten in den Fußraum die Waffen rein, die ich da gesammelt habe. Das ist nichts für mich, aber vielleicht habt ihr damit Spaß. Und dann kletter ich aufs Dach. Ja. Aktuell ist da keine Security mehr da. Es fährt, also in Zwölf, das Ganze hat ja jetzt irritiert, also wir haben ja jetzt lange was gemacht. Der ganze Scheiß hat aber nicht sonderlich lange gedauert. Das ganze Theater, was wir gerade hatten, waren in Shadowrun In-Time-Zeit drei Minuten, vier Minuten, mehr war das nicht tatsächlich. Das heißt, jetzt gehen so langsam erst die ersten Lichter wieder an und das Notstrom-System kommt jetzt erst wieder hoch. Passend dazu habe ich noch meinen Luftgeist im Gepäck, der noch mal alles lahmlegt, weil wir wollen ja trotzdem jetzt nicht noch irgendwie schlafen. Dafür müsstest, das klingt doof, aber dafür müsstest du ihm sagen, wo das Notstrom-Aggregat ist. Haben wir irgendwie da irgendwie so einen sichtbaren Zugang? Also wenn, du sagtest ja gerade, es geht schon ein paar Lichter an, dann muss es ja zumindest und auch die sind ja nicht ganz so, sowas wie so ein Notstrom-Aggregat ist meistens gesichert irgendwo in einem Keller oder so. Achso, du hast deinen, der Geist ist auch noch in dir drin, ne? Die Dienste sind noch nicht aufgebaut. Ansonsten, ansonsten sind da zwei Jungs oben gefesselt im Turm, die können auch noch reden, die sind noch beim Bewusstsein, aber, achso, hier, Cephalon übrigens, die Funke, die du wolltest. Nehmen sie und schmeiß sie nach hinten weg. Er hat dran gedacht. Come on. Er hat dran gedacht. Derweil ziehe ich aus meiner Tasche ein Medpack schon mal und halte es in der Hand. Ja. Ja, weil ich möchte einfach nicht, dass wir großartig tatsächlich, ihr sitzt alle schon im Auto, ne? Ja. Und ich halte mir die Brust. Oh, scheiße. Wartet kurz, das regeln wir noch kurz, das möchte ich einfach noch vorher machen, Thomas. Ich gehe zu Cephalon hin. Was du, was du Aua? Zeug mal. Ja. Ich zeige nochmal auf die Runde, auf die Einschlusslöcher. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber vertrau mir einfach. Ich lecke meine Hand ab, also, und gehe damit über seine Wunde und mache empathische Heilung. Sehr hygienisch. Mhm. Jetzt werde ich sterben, denke ich. Nein, das ist, du weißt nicht, wie das funktioniert, du wirst jetzt zum Troll. Ja, genau. Dann möchte ich doch lieber sterben. Durch den Speichel. Das ist ansteckend. Gucken, das habe ich so lange nicht mehr eingesetzt. Du fährst wahrscheinlich währenddessen mit dem Transporter hier zum Abholpunkt, damit du quasi unter der Kurve von dem Luftschiff bist, nehme ich an. Mhm. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch wissen, wie schnell ich da oben bei den Sicherheitsleuten wäre, um den aus dem rauszukommen, wo das Notschulag und Aggregat ist. Der ganze Kram dauert jetzt nicht mehr so lange. Also bis du das drin hast, das wird wahrscheinlich einfach zu lange dauern. Luftschiffe sind ja auch nicht so unfassbar langsam. Okay, wir sind aber nach wie vor verschleiert. Ich möchte einfach, wie gesagt, dass wir... Ihr Personen seid nach wie vor verschleiert, aber die sehen natürlich, dass die Karre da langfährt, aber bis jetzt das ganze Stromnetz an ist, dann wird der Alarm ausgelöst, dann müssen die den Wachen erst mal sagen, dass die dahin müssen. Dann müssen die um das Gebäude rum da hin und das ist... Ich habe verstanden, ich möchte einfach nur, dass wir halt jetzt nicht auf Drohnenaufnahmen großartig aufzusehen sind, also deswegen möglichst unauffällig da raus. Wenn wir noch verschleiert sind, ist das cool. Blank, du heilst drei Kästen Schaden und du merkst aber, wie sich bei mir im Gesicht so ein paar Risse bilden und ich anfange ein bisschen zu bluten. Hast du damit jetzt runtergeheilt? Nö, das mache ich gleich sowieso. Du musst mich nicht heilen und ist gut. Ich sehe die Risse und siehst die unter meiner Maske nicht, aber bin perplex, weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Geht's dir besser? Ich klopfe so ein bisschen drauf. Du hast deine Hand schon weggenommen, ne? Ja. Bestätige kurz, nicke kurz. Ich glaube du hast jetzt noch ein Kästchen oder gar nix mehr? Ne, gar nix mehr. Na gut, dann bist du wahrscheinlich geheilt. Gut. Ein Wunder, Jesus. Rack ist Jesus? Krass. Bieren Jesus. So, ich kletter aufs Dach. Das ist der neue Film nach Cocaine Bier. Bier Jesus. Er heißt Pieces. Bieses, sondern Bieses. Alter. Okay, wir sind bei Nachmühle kommt dumm angekommen. Ja, Tacke. Bitte nicht übers Wasser laufen, nur wo du Bieses bist. Du bremst und dementsprechend das Luftschiff tut wie im Geheißen. Die Kabel werden runtergelassen und du musst die eigentlich nur einhaken. Das sind also riesige Karabiner, die knallst so einfach in die davor vorgesehenen Hülsen und an dem Punkt gibt der Typ auch direkt wieder Gas. Und in dem Moment schalte ich einen Störsender ein, der bis auf eine Frequenz alle stört, die wir noch vorher ausgemacht haben, damit wir uns untereinander kommunizieren können und mit dem Zeppelin. Somit können die uns nicht ordnen. Falls noch irgendwas ist, was wir übersehen haben soll. Der Zeppelin ist übrigens komplett mit irgendeiner schwarzen Folie überzogen. Jetzt machen wir mal eine Pilotenprobe für den Kern. Sobald wir über dem Wasser sind, mache ich den Arsang. Ich habe auch gerade, weil es Marti gerade meinte, Nebelbeschwören. Ich habe auch noch mal geschaut. Keiner der Geister, die ich aktuell habe oder auch ich kann keinen Nebel beschwören. Das Einzige könnte der Wassergeist jetzt noch mal Wassergeist mit dem schicken Wasser da unten beschwören. Er zieht eine Engelkurve. Wenn man Geister auch mal so freigibt. Er zieht eine Engelkurve hier um diesen Felsvorsprung rum. Mit euch im Gepäck. Genau. Du müsstest jetzt dann doch noch einmal eine Athletikprobe machen, weil du dich dazwischen den Kabeln festhältst. Weil du hängst quasi auf dem Auto fest gerade. Er zieht das zwar so ein bisschen hoch, dass du nicht mehr so tief unter dem Auto ... Aber wir haben noch Schutz, ne? Du kannst sagen, Patzer kannst du ... Alles gut. Genau, du machst gerade einen wilden Ritt. Du merkst auch so ein bisschen, als der Typ gibt Vollgas und als das Ding so ein bisschen zur Seite ausschwingt, bist du wirklich so ... ... ... Er nimmt hier so eine ganz tiefe Kurve um diesen Felsvorsprung und biegt direkt dahinter wieder ein und fliegt ganz tief über das Blätterdach und zieht dabei, so weit es geht, die Fracht hoch. Das heißt, du hängst jetzt so zwei Meter, also von deinem Kopf sind vielleicht noch zwei Meter bis zum Zeppelin und ab und zu schleifen, unten die Räder von dem Lastwagen über das Blätterdach vom Dschungel, aber er gibt momentan Vollgas weg. Hinter euch gehen sämtliche Flutlichter an, Alarmsirenen gehen an, volles Programm, aber ihr kommt weg. Geil. Ich mach nur meine Haare auf. Jetzt haben wir wirklich Jesus. Kein glänzend. Und er hat schönes Haar. Sobald wir ungefähr, ich weiß ja nicht, wenn wir drei Autostunden entfernt das abstellen sollen, das brauchen wir da, Flugstunden ungefähr an Zeit. Anderthalb mit einem Luftschiff. Okay, dann würde ich auf jeden Fall, sobald wir da irgendwie spätestens, keine Ahnung, nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, entlasse ich auf jeden Fall schon mal den Luftgeist. Der hat ja eigentlich noch einen Dienst frei, dementsprechend. Mhm. Vielen Dank für die Dienste. Oder für den Dienst. Aber mit dem Dualwesen warte ich noch einen Moment, weil der uns auch noch verschleiert. Hat eigentlich der Pilot was uns gesagt, der hat uns ja gar nicht gesehen. Egal. Ja, Sensorik in so einem Luftschiff ist schon solide, nehme ich an. Ihr habt mit dem Plan mit dem Luftschiff jede Menge Kram umgangen, den ich vorbereitet habe. Jede Menge Hindernisse und Stolpersteine inklusive einer kompletten Karte, die ich vorbereitet hatte, mit einem Camp, wo ich dann geplant hatte, so richtig einzublenden. Wenn ihr jetzt hier langfahrt, dann kommt ihr hier hoch, dann tauchen da noch zwei Fahrzeuge auf, Hinterhalt und blablub. Habt ihr alles komplett übersprungen? Also ganz ehrlich, darum habe ich auch gesagt, euer Plan war richtig gut, weil ihr habt wirklich es fast geschafft, komplett ohne Kampf das Ding einmal komplett sauber durchzuziehen. Also ihr wart ganz dicht an einem kompletten Shadowrun dran, also ohne irgendwelche Aufmerksamkeit. Super durchgezogen, wirklich. Finde ich wirklich gut. Geplant und umgesetzt, top. Also von mir als Spielleiter finde ich gut. Ich habe noch mal eine Frage, weil du hast ja so ein bisschen angeteasert mit dem Geist des Menschen. Besteht da die Möglichkeit jetzt gerade als Dualwesen, dass ich irgendwie auf so seine Erinnerung, Erfahrung zurückgreife oder dass wir auch da irgendwie ins Zwiegespräch kommen? Du kannst, solange er noch in dir ist, das klingt echt falsch, das ist klar, oder? Fühlt sich das guter? Ein bisschen, vor allem mit einem tausende Jahre alten Geist. Du magst ältere Männer, okay, ich verstehe schon. Ja, ja, ich verstehe schon. Ihm ja quasi, also je mehr Kontrolle du ihm überlässt, umso mehr erfährst du. Das klingt falsch. Das klingt falsch, ich geb mich dem hin. Sag es. Ich geb mich dem tatsächlich hin, ihnen einen Moment, die Oberhand zu gewähren. alles klingt so falsch aus dem Kontext, egal. Und möchte tatsächlich, dass er mir wie ja vorhin schon nochmal einen intensiveren Einblick in seine Erfahrung sagen, du gibst, du gibst dich dem hin, der in dir ist, damit du eine intensivere Erfahrung hast. Ja. Okay, klar. Ja. Ja, das war müde, kommt doof, oder? Ja. Schwierig. Kommt hier gerade. Wenn ich jetzt noch sage, alles für Azad. Läuft. Also. Ja, der Vergleich ist ganz gut mit Cyberpunk, ja. Stimmt. Weil ich möchte mehr drüber wissen, also gerade auch, wenn wir perspektivisch da irgendwann wieder zurückkehren sollten, ist es glaube ich von Vorteil, die Situation jetzt gerade vor allem mit dem Geist des Menschen und seinen Erfahrungen da irgendwie noch ein bisschen. Sagen wir mal so, ich notiere mir das auf und täte dir das dann beim nächsten Mal so ein bisschen beschreiben, weil jetzt wollte ich jetzt eigentlich noch kurz die Abgabe vom Gegenstand machen und dann sind wir fertig für heute. Okay. Und danach, wenn wir das gemacht haben, ganz kurz, Thomas, entlasse ich ihn ja natürlich auch, ne? Also dann war ich nicht das Besonderabgang oder so. Ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass wir so halb eins, Viertel vor eins fertig sind. Ich habe auf drei geschätzt. Wir haben aber auch sehr intensive Beinarbeit, ne? Genau. Gut. Hat sich aber ausgezahlt. Eure Vorbereitung. Sauber geplant, sauber durchgeführt. Hat funktioniert. Kannst nichts sagen. So ein paar Highlights, die dann doch ja aufgrund der Würfelwürfe anders verlaufen sind, was aber auch ganz witzig da ist. Gut. Was auch ganz witzig ist, ist die Reaktion von eurem Auftraggeber. Weil als ihr mitten in der Nacht auf einer Lichtung im Dschungel, wo ein anderer Transporter und seine Limousine und er stehen, also er steht da im Mantel und Anzug und da stehen so ein paar Arbeiter neben, auf einmal mit dem Luftschiff angeflogen kommt und den geklauten Laster, der unter dem Luftschiff hängt, da absetzt, während ein Troll mit wehendem, offenen Haar, auf dem Transporter surft, unter dem Luftschiff. Das, so hat er Jobabschluss auch noch nicht erlebt. Das ist auch für ihn neu. Also ihr erntet ein definitiv mehr als anerkennendes Nicken für den Auftritt. Ich warte auch tatsächlich noch einen Moment ab, bis ich uns, also bis ich die Verschleierung aufhebe. Also er dürfte also quasi wirklich erstmal nur das Luftschiff, dann den Transporter und es öffnen sich halt noch unsichtbare Türen und dann lasse ich die Verschleierung auf. Und dann steht Rack da oben und es kommt gerade so Windhauch, die Haare wehen im Wind, wie so ein Captain auf dem Buch vorm Schiff. Nur Rack, wie er oben lang schwebt, ist der noch witziger. Er guckt sich diese gesamte Szene an und also dieses Impressive Nicken. Er ist offensichtlich beeindruckt. Ich kletter auch nicht runter, oder ich springe. Ich sehe, ich habe offensichtlich genau die richtigen Leute angeheuert. Nach unseren Informationen wurde zwar Alarm ausgelöst, aber es gibt keine Spuren, die in irgendeiner Form zu den Einbrechern oder zu uns zurückzuführen sind. Die Leute tappen komplett im Dunkeln und so wie ich das sehe, haben sie mir genau das gebracht, worum ich gebeten habe, einen vollgeladenen Transporter. Ich bin mal eindruckt. Sehr gute Arbeit. Intakt. Definitiv. Oder Transporter nicht nachvollfolgbar vollgetankt. Sowas ist definitiv ein Bonus wert. Ich bin sehr zufrieden. Er gibt seinen Männern ein Zeichen. Die gehen halt zum Transporter. Ja, ich gehe noch zur Fahrradtür hin, zur Beifahrertür hin. Hast du die Kabel abgemacht? Was? Nö. Okay. Dann hört man viermal so ein klonk, 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 klonk. Die Kabel werden also abgesprengt und fallen einfach runter und das Luftschiff nimmt Kurs und fliegt weg. Dann nehme ich die Waffen hinten raus, pack die auf die Kiste rauf, nehme die Kiste raus, stelle die da hin und setze mich da rauf. Hast du das Funkgerät? Das hat's ja weggegeben. Ich dachte, hast du den Funk weggegeben. Das wollte Seth doch nicht mehr haben. Er sieht zwar die Kiste, das scheint ihn aber in keiner Form zu interessieren, weil er hat, was er wollte. Alles andere kümmert ihn offensichtlich wirklich nicht. Ist komplett... Deswegen, also... Deswegen sitze ich auch drauf. Das ist meine Beute. Und er kommt halt, wie gesagt, zu euch rüber und zieht ein gerolltes Etui aus der Manteltasche und guckt so ein bisschen, wem er das jetzt geben darf, sozusagen. Ich zeig auf Cephalon. Er reicht dir ein Kratstick Etui mit, wenn du nachguckst, insgesamt fünf Kratsticks. Nehmt es etwas widerwillig an. Nun, wie gesagt, vielen Dank für die hervorragende Arbeit. Ich denke, ich werde wieder Verwendung für Sie haben. Ich bin sehr zufrieden. Und wenn ich mich getrollen habe, wusste ich, muss ich mir die Zigarre an und ein tolles Luftschirm machen. In diesem Sinne? Wie kommen wir jetzt genau von hier in den Augen? Wenn wir umgeladen haben, haben wir keine große Verwendung mehr für den Laster. Ja, dann. Von mir aus? Nehmen wir mit. Und wenn es nur Ihr Taxi heim ist, machen Sie doch mit, was Sie wollen. Oh, da fällt mir was ein. Vielen Dank. Das ist hoffentlich nicht so eine Nummer, sag ich jetzt auch, wo er hinterher die Täter, die engagiert haben, loswerden will. Ach. Also hätten wir uns jetzt dumm angestellt vielleicht, dann wäre sowas nötig gewesen. Aber es ist ja für ihn ein sauberer Job. Für, Gott sei Dank, für Rosemary auch, beziehungsweise für den Kontakt. Und ihm kommt es ja nur gelegen, wenn ihr quasi das Fahrzeug, was eine der letzten Anhängsel zu der ganzen Sache ist, auch noch mitnehmt. Also für ihn kompletter Win-Win-Win. Der ist absolut zufrieden. Das Ding kriegen wir entweder demontiert, verkauft oder umgebaut. Ich wäre eher für umgebaut. Ja. Thomas, du hattest ja gesagt, nachdem, wie der Run ausgeht, ist da halt auch der Bonus von 5.500 bis 6.000 pro Nase drin. Wo Ray, also ich höre da so quasi 6.000 raus. Wenn ihr raufguckt, sind es pro Kopf 6.5. Sehr schön. Und die exklusiven Runs haben wir damit auch freigeschaltet bei ihm. Das ist wirklich so ein Johnson, der ist komplett nach dem Konzept konzipiert. Wer gut arbeitet, kriegt gute Jobs und wird gut bezahlt. Je besser ihr liefert, umso besser werden die Jobs und umso besser werden die Bezahlung bei denen. Nice. Umso anspruchsvoller natürlich auch, weil er dann davon ausgeht, ihr schafft das. Aber, wie gesagt, solange ihr in hoher Qualität abliefert, kriegt ihr saubere Informationen, ihr werdet vom Johnson ordentlich betreut, ihr werdet gut bezahlt, ihr kriegt Prämien. Genau so funktioniert er. Hey, Großer. Mhm. Lass uns mal den Truck zu Krater bringen. Guck mal, was wir da machen lassen können. Was nicht, bist du eigentlich wieder in der Stadt? Weiß ich nicht. Ihr habt doch die Anzüge bei ihm geholt. Haben zugeschickt. Ich weiß nicht. Ja, dann lass uns was können wir uns zu sagen. Sonst bringst du es erst mal in unser Viertel und so. Da traut sich eh keiner rein. Wenn man ja auch beim nächsten Mal eigentlich ausspielen, oder? Also ich würde dann bevorstehen, wir steigen jetzt mit unserem Sack und Pack in unseren neuen Lieferwagen und unseren Taxi nach Hause und dann überlegen wir mal, was wir beim nächsten Mal dann damit machen. Also der Heimweg ist jetzt das Ende. Sehr gut. Auch wenn wir die zwei Stunden vom letzten Mal heute mit dran gehangen haben, zwei Abende, ein Run, gut gelaufen. Und ganz ehrlich, ich fand sowohl die Planung als auch die Durchführung vom Plan richtig gut. Muss ich ganz klar sagen. Hat auch echt Spaß gemacht. Also mir hat noch eine Sache gefehlt. Aber ich glaube, in der Respektive bin ich ganz froh, dass ich das nicht dazu gekommen bin. Kleiner Tipp für euch. Beim nächsten Mal werde ich so gut ich kann diese kleinen Erinnerungen und Warnungen mal weglassen und gucken, wie es dann läuft. Ja. Sehr gern. Hm? Gummimatten werden nicht so schnell vergossen. Wer hat dran gedacht? Wir beide. So. Ich glaube, ich schulde euch noch Karma, oder? Mh. Tschüss gern. Zwei Abende, sauberer Job. Gute Ideen. Bonus-Karma aus dem Stream habt ihr euch ja jeweils selber aufgeschrieben. Gehe ich von aus. Ja, die haben wir ja in so einer Chat-Programm müssen wir doch mal reinschauen, weil vom letzten Mal haben wir ja auch schon gespeichert. Heute hast du nur was gekriegt, so wie. Nee, nee, nee. Nein. Ähm. Ja, gute Planung, sauberer Job. Ach nee. Alle haben überlebt, erfolgreich abgeschlossen. Gute Ideen. Sind an sich schon mal fünf Karma. Plus die fünf Grund-Karma vom Job, macht zehn. Und nochmal zwei drauf, weil ich es einfach eine geile Art fand, wie ihr das gelöst habt und ich den Plan mit dem Luftschiff und das, was ihr alles so umgangen habt, super gut fand. Macht zwölf Karma pro Kopf. Für die Zuschauer, die Shenron kennen, kleine Info, dadurch, dass wir maximal, ich sag mal so, es schaffen, so einen Durchschnitt zehnmal pro Jahr zu spielen, also etwas weniger als einmal pro Monat, machen wir das so, dass ich einfach höhere Karma-Werte vergebe, weil wir halt geringere Spielanschläge haben, ähm, als das, was das Shenron-System normalerweise vorsieht. Hm. Hm. Nice. Ich bin ähnlich, ich hätte es nicht gedacht, dass es noch so sauber läuft, der Run. Ich dachte, da kommt irgendwelche Matten jetzt noch. Puh. Ihr habt euch gut geschlagen, ihr habt den Job einfach gut ausgeführt und das kommt euch natürlich jetzt zu pass. Und ihr habt noch bummelig 1,5 aus der Spesenkasse übrig, mit der ihr machen könnt, was ihr wollt. Und der Ford Bison-Transporter ist auch eurer. Und ihr habt eine Kiste von dem Erz. Und eine Kiste von Erz, genau. Und zwei Sturmgewehre. Und ein paar Infos von... Und wahrscheinlich noch, äh, hier Pistolen, oder? Also die haben, oder waren die nur mit Sturmgewehren bewaffnet? Du hattest jetzt, also hattest du gesagt, du nimmst ihnen die Waffen ab oder du nimmst ihnen die Gewehre ab? Ich hab gesagt, ich entwaffne die. Okay. Und nimm das mit. Gut, dann hast du zwei Gewehre und zwei Pistolen. Es wird eh eine Gangspende. Also für die... Also ich geb's dann eins zu eins zur Gang weiter so als Bonuszahlung, weil die echt einen guten Job gemacht haben. Gut, dann brauchen wir das nicht weiter aufschreiben. Dann hat die Gang jetzt zwei AK-47 und zwei Pistolen und dann ist gut. Ja, da freuen die sich doch drüber. Und was ihr, wie gesagt, die restlichen Spesen sind eure und der Ford Bison ist auch eure. Mal kurze Frage, Thomas. Ich würd die 1.5 erstmal in die Teamkasse packen, so, ne? Ja. Für künftige Runs vielleicht, wenn wir da was, ein bisschen mehr aus der Spesenkasse vielleicht mal benötigen sollten. Wäre ja eine Idee, dass wir allgemein so eine Spesenkasse machen für sowas, ja. Ja. Kurze Frage jetzt mal für, stellvertretend für Smarty. Smarty hatte vorhin schon mehrfach Probleme, Edge einzulösen. Jetzt kann er gerade auch keine 2.5 für Koala oder für Darkus ausgeben für gut gespielt. Das müsste entweder limitiert sein auf einmal pro Abend oder einmal pro Person. Bei bestimmten Sachen. Ja, und Koala hat halt der konnte keins bekommen, aber Smarty kann auch keinen dafür ausgeben. Doch, ich glaube, Darkus hat vorhin bekommen und zwar von hinten. Achso, okay, gut. Dann hab ich das mitbekommen. Alles klar, sorry. Ja, gleich ganz am Anfang, ne? Ja, Darkus hat von hinten bekommen, ja. Dort hast du dich so viel bedankt. Nee. Doch. Doch. VOD. VOD, mein Freund. Aber du hast von hinten einen gekriegt, ja. Dann kann es sein, dass es deswegen nicht geht, weil jeder, glaube ich, noch einen kriegen kann. Ja, dann liegt's daran, Smarty. Dann müssen wir uns das nicht wundern. Okay, gut. Der Wille zählt. Danke, danke. Auf jeden Fall. Für euren Zufall vor allem. Also, ich glaube, an vielen Stellen wäre das auch ohne die Leute nicht möglich gewesen. Danke für den Edge-Boost an vielen Stellen. Müssen wir auch mal wieder sagen, Leute, ich hab's da deinen Hut aufgehalten. Wir waren heute Abend zwischendurch fast wieder 60 Leute. Jetzt sind wir immer noch über 30, die zugucken. Vielen, vielen Dank für das Interesse. Sehr, sehr cool. Und auch für die aktive Teilnahme, dass der Chat so mit dabei ist. Das ist halt auch nicht normal und nicht überall so. Finde ich sehr, sehr geil. Ja. Ich muss ja meinen Edge-Hut aufhalten. Also, gerade so das Geisterzeitrahmen und so, das ist ja schon ein bisschen intensiver. War geil, dass es klappt erst mal mit Dualwesen. Das hab ich mega gefreut. Die Sachen haben heute gut funktioniert und wir werden uns zum nächsten Mal die EMI-Regelung mal zusammen angucken und da einmal drüber schnacken, wie wir das in Zukunft machen wollen. Ich denke, dass... Ich finde eigentlich weder dieses immer Neuwürfeln gut, als dass sich dieses am Anfang einmal würfeln und das bleibt die ganze Zeit so gut. Ja, du hast halt dadurch, hast du halt wenig... Also, das Problem ist halt, du würfelst dann eine EMI-Scheiße, war die erste. Und dann hast du die ganze Zeit die gleiche Reihenfolge. Ups, das war ich. Ich hab nicht... Was hast du getan? Ich hab den Chat... den Videochat verschoben, weil ich nicht mehr daran gedacht hab, dass der ja noch gestreamt wird. Profi... Einmal für fünf Minuten. Ja! Na ja. Nice! Nee, also... Müssten wir mal gucken. Nächsten Termin klären wir dann wie immer ab. Ja. Mhm. Übrigens, das war das Hemd, mit dem ich in den Club rein bin. Ach, das hast du dir geholt? Geil! Mhm, das ist das Neueste. Cool. Ja. Ich würde sagen, heute ist es so glatt gelaufen, dass wir auch entspannt einfach Feierabend machen können. Ja. Und da es auch zwei Uhr ist, sagen wir mal Danke an alle. Ich gucke jetzt noch mal kurz, ob wir nicht irgendwo hin raidern können. Gebt mir eine ganz kleine Sekunde. Nicht euer Ernst. Digga, wir haben... Wir sind bei zehn Stunden und fünf Minuten. Doch! Das Arbeitsschutzgesetz sagt, Feierabend machen. Ja. Und es ist auch... Es ist auch keiner mehr online. Also insofern mache ich jetzt auch einfach so Feierabend. Die Sariel wäre noch online. Hm? Die Sariel wäre noch online. Ich mache jetzt einfach Feierabend. Ist okay. So. Nächster Stream hier auf dem Channel morgen oder beziehungsweise heute um 17.30 Uhr, 18.00 Uhr. Es wird aber kein Miniatur-Stream. Ich muss mich ein bisschen um Creative kümmern. Das heißt, heute Abend wird hier gezeichnet und gemalt. Und ja, ansonsten großes Danke an meine Spieler. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an den Chat, dass ihr so lange mit dabei wart. Und es war wieder ein sehr geiler Abend. Und die Abschlussworte gehören wie immer den Spielern. Ich habe es gerade schon geschrieben. Aber ich ergreife immer das Wort. Also vielen lieben Dank für euren Support, dass da jetzt auch noch um 2 Uhr 33 Leute da sind. Großen Dank dafür und für die Unterstützung, weil ihr da ja auch ganz viel mit bestimmen könnt. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Habt einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Koala hat in diesem wilden gute Nachtzustand. Einfach so einen urtümlichen Sexappeal. Das ist schon geil. Oh, das hat schon was. Jo, ich freue mich wieder mal kurz. Danke, ne? Bis bald und so. Ich sage auch danke und bedanke mich für's Kamen und für's Edge. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Jo, ich bin auch. Ja, ich bin wach. Ich war die ganze Zeit wach. Zack, Altron ist eingefaltet. Er hat auch voll mit dabei. Entschuldigung für mein Vorherrn was Impulsives. Ach, gehört dazu. Wärst du nicht emotional dabei, wär's auch doof. Aber ich finde, es ist noch ein guter Trick, irgendwie seinen Router immer kurz rauszuziehen, um Powernap zu machen. Ich finde, das ist gut. Hast du gut geregelt. Das ist schon smart. Nein, ich habe tatsächlich geschlafen, während wir Pause gemacht haben. Ah, okay. Auch gut. Also zwei Powernaps. Da habe ich kein Powernap gemacht. Da habe ich versucht, meinen Router wieder zu laufen zu kriegen. Alles gut. Ja, als nächstes Mal funktioniert das. Da kriegen wir das auch wieder hin mit Koala, bleib wach. Alle haben es nachgesagt. Wir klingen uns an dieser Stelle aus. Hab it gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.